Perfect Passion, berauschend, von Jessica Clare, aus dem amerikanischen Englisch von Kerstin Fricke, gelesen von Julia Stöpel. Wenn es ein Geschenk gab, das Kylie Daniels der Welt gern gemacht hätte, dann wäre es die Fähigkeit, die tollsten Augenbrauen zu malen. Doch die Brauen der Frau vor ihr waren furchtbar. Sie sah aus, als hätte sie ihre dünnen, schwarzen Augenbrauen in betrunkenem Zustand mit dem Edding aufgemalt. Für ihr schmales Gesicht waren sie deutlich überdimensioniert. Und was sollten diese kleinen Kommata, die sie da am Ende gemacht hatte? Großer Gott. Was nicht heißen sollte, dass Kylie Make-up-Expertin war, aber... Na gut, sie war eine. Eine Expertin für Make-up. Sie war ausgebildete Kosmetikerin, hatte schon mit Sängerinnen und für Bühnenproduktionen gearbeitet und konnte mit den richtigen Pinseln selbst die größten Poren verschwinden lassen. Aus genau diesem Grund saß sie an diesem wunderschönen Juli-Nachmittag auch im Büro von Dirty Dollar Records und schwitzte unglaublich, während sie darauf wartete, zu ihrem Vorstellungsgespräch gerufen zu werden. Eine Freundin, die mehrere Prominente frisierte, hatte erwähnt, dass ein Plattenmanager eine Make-up-Künstlerin suchte, die diskret, erfinderisch und bereit wäre, mit seiner Klientin auf Tour zu gehen. Dank der Freundin einer Freundin hatte Kylie den Termin für dieses Vorstellungsgespräch bekommen. Und jetzt saß sie hier und konnte nur hoffen, dass ihr Schweiß nicht während der Wartezeit ihr Make-up ruinierte. In L.A. wollte ohnehin schon niemand eine dicke Visagistin engagieren und erst recht nicht, wenn sie auch noch schrecklich aussah. Schließlich war das Make-up doch Kylies Visitenkarte. Sie musste immer verdammt gut aussehen, damit man ihre Fähigkeiten nicht in Frage stellte. Anstatt also dezent und züchtig aufzutreten, wie man es normalerweise bei einem Vorstellungsgespräch machte, hatte sie alles gegeben. Sie trug ein enges, marineblaues Kleid mit eckigem Ausschnitt und eng anliegendem, ausgestelltem Rock sowie knallrote, hochhackige Schuhe. Der ganze Look war ziemlich retro und sie hatte einen Teil ihres blond gefärbten Haars zu zwei dicken Rollen eingedreht und diese hochgesteckt, während der Rest auf ihre Schultern herunterfiel. Ihr Make-up war ebenfalls sehr auffällig. Ihre Augenbrauen bildeten eine geschwungene Linie über den Augen, die sie tiefschwarz umrandet hatte, wobei der Eyeliner ziemlich dramatisch wirkte. Außerdem hatte sie ihre Katzenaugen durch weiße Akzente betont. Sie trug falsche Wimpern, um diese dichter wirken zu lassen, hatte nur wenig Rouge aufgetragen, damit ihr porzellanfarbener Tint zur Geltung kam und einen Lippenstift in dunklem Kirschrot benutzt. Zwei Kirschuhrringe und eine mit Kirschen verzierte Halskette kompletierten das Ensemble. Alles in allem war das schon ziemlich kitschig, aber sie stellte sich ja auch vor, um die neue Visagistin von Daphne Petty zu werden. Und Daphne Petty konnte man nun auch nicht gerade als unauffällig bezeichnen. Sie war in der Musikszene bekannt für ihre schlüpfrigen Texte, ihre grellen Bühnenkostüme und weil sie ein Partygirl war. Es machte ganz den Anschein, als wäre es ein großer Spaß, mit ihr auf Tour zu gehen. Das hoffte Kylie zumindest. Schlimmer als die Diva, die sie zuletzt auf ihrer Asientour begleitet hatte, konnte es kaum werden. Die Sängerin hatte darauf bestanden, dass ihre Angestellten stets weiß trugen und nur den Mund aufmachten, wenn man sie ansprach. Nach der Rückkehr in die Vereinigten Staaten war Kylie gefeuert worden, weil, wie man ihr erklärt hatte, die Sängerin nicht mochte, dass Kylie nicht auf ihr Aussehen achtete und weil es ein schlechtes Licht auf sie werfen könnte, wenn sie so jemanden in ihren Diensten hatte. Mit anderen Worten, du bist zu fett und das ist mir peinlich. Es tat zwar noch weh, aber Kylie gab sich die größte Mühe, es zu vergessen. Zumal sie die Zurechnungsfähigkeit von jemandem, der einen mit Diamanten besetzten Toilettensitz mit auf Tour nahm, ohnehin nicht als besonders hoch einschätzte. Daher saß Kylie jetzt hier, war wieder arbeitslos und hoffte auf das Beste. Miss Daniels, rief eine Stimme und Kylie stand auf und nahm ihren altmodischen Hutkoffer in die Hand. Sie holte Tiefluft, um ihre Nervosität zu bekämpfen und richtete rasch ihre Kleidung. Dann reichte sie dem Mann, der sie erwartete und mit finsterer Miene anstarrte, eine Hand. Kylie Daniels, stellte sie sich mit ruhiger, selbstsicherer Stimme vor, obwohl er sie so seltsam musterte. Dieser Mann war ganz klar konservativ und sie konnte nur hoffen, dass seine Klientin das nicht war. Schön, dass Sie kommen konnten, meinte er und führte sie in das Büro. Ich bin Mr. Powers, bitte folgen Sie mir. Sie folgte ihm mit ihrem Kosmetikkoffer in der Hand und verkniff sich einen Wutanfall, als er am Fahrstuhl vorbeiging und auf das Treppenhaus zuhielt. Ja klar, lass die Dicke mit ihren hochhackigen Schuhen ihren 15 Kilo schweren Make-up-Koffer ruhig die Treppe hochschleppen. Dann würde es ihn hoffentlich auch nicht stören, dass sie ein bisschen durchgeschwitzt war, wenn sie oben ankamen. Mr. Powers Büro lag im vierten Stock. Und als sie es betraten, war Kylie außer Atem und schwitzte aus allen Poren. Das war nicht gerade der Eindruck, den sie bei einem Vorstellungsgespräch erwecken wollte, aber dagegen ließ sich jetzt auch nichts mehr machen. Während des Wegs nach oben hatte Mr. Powers keinen Ton gesagt, aber jetzt geleitete er sie in einen Konferenzraum und lächelte höflich. Sie trat ein, stellte ihren Koffer auf den Tisch und setzte sich auf einen Stuhl, um zu warten. Powers ging und kam eine Minute später mit einem Stapel Papier und einem Stift zurück. Wir möchten Sie darum bitten, diese Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben, Miss Daniels, da sich die Plattenfirma große Sorgen um das öffentliche Image von Miss Patty macht. Aber natürlich, murmelte Kylie und griff nach dem Stift. Sie hatte etwas Ähnliches bereits für die Divenhafte Sängerin unterschreiben müssen. Nachdem sie ihre Unterschrift auf das Papier gesetzt hatte, reichte sie es ihm lächelnd zurück. Sehen Sie, wie entgegenkommend ich bin? Mr. Powers ließ sich nicht auf einen der acht leeren Stühle nieder. Stattdessen zögerte er und schob sich den Papierkram dann unter den Arm. Bevor Sie Miss Patty kennenlernen, sollten Sie einige Dinge wissen. Okay. Kylie legte die Hände in den Schoß und zwang sich weiter zu lächeln. Sie war auf alles vorbereitet, was jetzt kommen mochte. Die Klientin möchte nicht, dass sie von rechts fotografiert wird. Die Klientin findet, dass die Farbe grün ihrem Qi schadet, daher trägt sie sie nicht. Sehen Sie der Klientin auf keinen Fall direkt in die Augen. Stellen Sie der Klientin immer offene Fragen, da sie von ihren Angestellten erwartet, dass Sie sie fordern. Diese Klientin ist immer in ihrer Rolle, also spielen Sie einfach mit. Miss Patty hat ihre letzte Visagistin aufgrund von persönlichen Differenzen gefeuert. Er vergewisserte sich, dass Kylie auch wirklich unterschrieben hatte und blickte auf sie herab, aber sie hatte irgendwie den Eindruck, dass er nervös war. Und verlegen. Sehr seltsam. Die Plattenfirma möchte, dass Miss Patty glücklich ist. Verstehen Sie das? Aber natürlich. Worauf wollte er hinaus? Jedoch möchten wir Miss Pattys Image auch aufrechterhalten. Wir sind sogar ausgesprochen besorgt, dass es Schaden nehmen könnte. Miss Pattys Image hat höchste Priorität. Und genau da kommen Sie ins Spiel. Okay. Was will er denn jetzt von mir hören? Kurz gesagt, wir bezahlen sehr viel Geld, damit während der Tour eine strahlende, wunderschöne Daphne Patty zu sehen ist. Und ich erwarte, dass Sie Ihren Beitrag dazu leisten. Aber natürlich, wiederholte sie, während ihr die ganze Unterhaltung ziemlich merkwürdig vorkam. Was jedoch nicht bedeutet, dass Miss Patty sie einfach feuern kann. Das bedarf der Zustimmung der Plattenfirma. Okay. Das war wirklich verwirrend. Das war wirklich verwirrend. Sie tätschelte Ihren Koffer. Natürlich. Wir möchten Sie bitten, Miss Patty zu schminken. Sozusagen als eine Art Einstellungstest. Sie hatte schon seltsamere Anfragen bekommen. Das ist kein Problem. Gibt es einen bestimmten Look, den Miss Patty bei der neuen Tour anstrebt? Mr. Powers schnitt eine seltsame Grimasse. Gesund. Wenn sie gesund aussieht, sind wir schon zufrieden. Gesund? Ich kann Ihrer Haut bestimmt zu einem natürlichen Strahlen verhelfen. Hervorragend. Er lächelte sie angespannt an. Dann sage ich Miss Patty jetzt Bescheid, dass Sie hier sind. Danke, murmelte Kylie, und Mr. Powers ließ sie im Konferenzraum allein. Die Klimaanlage lief glücklicherweise auf Hochtouren, daher war es hier nicht so warm. Kylies schweißnasser Stirn trocknete langsam, und während sie auf Daphne Patty wartete, sah sie sich die Poster an den Wänden an, die von vorangegangenen Touren stammten, sowie die goldenen und Platinschallplatten. Dies war ein großer Schritt und ein guter Job, und sie konnte nur hoffen, dass Daphne kein Problem mit Kylies nicht-Hollywood-tauglichem Hintern hatte. Irgendwann wurde ihr jedoch langweilig. Die Zeit verstrich, und sie stellte fest, dass sie schon seit 45 Minuten im Konferenzraum saß, ohne dass jemand hereingekommen war. Sie frischte ihr Make-up auf, kramte in ihrem Koffer herum und stellte in Gedanken schon einen Look für Daphne Patty zusammen. Wenn sie sich recht erinnerte, hatte Daphne helle Augen, die sie noch weiter betonen konnte. Das Augen-Make-up und die Farbe des Lidschattens würde sie anhand von Daphnes Haarfarbe festlegen, und laut der diversen Klatschzeitungen wechselte Daphne diese gern mal. Oder sollte sie doch lieber nur Nude-Töne verwenden? Sie kramte in ihren Vorräten herum und überlegte. Falls Daphne wieder pinkfarbene Haare hatte, musste man mit den anderen Farben natürlich sparsam umgehen. Jemand prallte gegen die Tür in Kylis Rücken und sie sprang von ihrem Stuhl auf und wirbelte erschrocken herum. Einen Augenblick später wurde die Tür geöffnet und jemand kam hereingetaumelt. Es war eine Frau mit einer großen, runden Sonnenbrille, die fast ihr ganzes Gesicht verdeckte. Ihr platinblondes Haar war zu einem kurzen, zerzausten Bob geschnitten und sah aus, als wäre es mindestens eine Woche lang nicht mehr gewaschen worden. Sie trug ein altes Ramones-T-Shirt über einer ausgeblichenen Capri-Jeans und stand schwankend im Türrahmen. Sind sie die Make-up-Tante? Es war Daphne Petty. Und sie lallte? Die Frau ist betrunken. Na super. Die bin ich. Kylie stand auf und streckte eine Hand aus. Mein Name ist Kylie Daniels. Freut mich, sie kennenzulernen, Miss Petty. Daphne musterte sie von oben bis unten. Sie sehen aus wie eine fette Marilyn Monroe. Oder Betty Page. Wissen Sie denn nicht, dass man hier in L.A. nicht auf dicke Asche steht? Flüsterte sie gespielt spöttisch. Passen Sie bloß auf, dass mein Trainer sie nicht zu Gesicht bekommt. Der lässt mich nur noch Salat essen. Sie ließ sich neben Kylie auf einen Stuhl fallen, nahm die Sonnenbrille ab und rieb sich das Gesicht. Okay. Ich bin hier. Sie wedelte mit einer Hand in der Luft herum. Machen Sie mich schön. Kylie starrte sie an. Die einst so wunderschöne Daphne Petty war richtiggehend dürr. An beiden Armen zeichneten sich Einstichlöcher ab und sie hatte Narben an den Handgelenken, wo sie sich verletzt hatte. Ihre Haut wirkte aufgequollen und war an einigen Stellen aufgeplatzt und in einem Mundwinkel hatte sie ein grellrotes Exzem. Ihre Augen waren eingesunken und ihre Hautfarbe sah ausgesprochen ungesund aus. Im Großen und Ganzen bot sie einen erschreckenden Anblick. Jetzt verstand Kylie auch, was die seltsamen Worte von Mr. Powers zu bedeuten hatten. Daphne durfte sie nicht feuern, weil sie völlig hinüber war. Außerdem wollte die Plattenfirma nicht wirklich einen Look für Daphnes anstehende Tour. Kylie sollte vielmehr ihren schlechten Gesundheitszustand verschleiern. Man wollte, dass sie sie gut schminkte und normal aussehen ließ. Dafür brauchten sie aber keine Visagistin, sondern vielmehr einen Zauberer. Kylie sah Daphne mitleidig an, die sich mit trüben Augen im Raum umsah, aber anscheinend nichts wirklich wahrnahm. Sie brauchte einen Zauberer oder jemanden, der Wunder wirken konnte. Kylie war keins von beiden, aber sie würde ihr Bestes geben. Sie holte ihr Airbrush-Make-up-Kit aus der Tasche und steckte den Stecker in die Steckdose. Dann reichte sie Daphne ein Gesichtsreinigungstuch. Sobald ihr Gesicht sauber ist, fangen wir an. Als erstes tragen wir eine Grundierung auf, okay? Eine Stunde später hatte Daphne Pettys schmales Gesicht Konturen bekommen, sodass sie nicht mehr ganz so ausgemagelt wirkte. Ihre hervorstehenden Wangenknochen waren kaschiert und ihre viel zu dünne Nase mit Schatten vergrößert worden. Und danach hatte Kylie so gut wie jeden Zentimeter von Daphnes Haut, an den sie herankommen konnte, mit ihrer Airbrush-Pistole bearbeitet. Die Einstichlöcher an den Armen waren abgedeckt. Die roten Flecken in ihrem Gesicht, bei denen Kylie nur hoffen konnte, dass sie nicht von Crystal Meth stammten, waren nicht mehr zu sehen. Ihre Augen waren kunstvoll hervorgehoben und betont, um die Augenfarbe zur Geltung zu bringen, und Kylie hatte fröhliche, warme Farben für die Augen und den Mund gewählt. Als sie fertig war, reichte sie Daphne, die die ganze Zeit wie benommen da gesessen hatte, einen Spiegel. Als Daphne ihr Gesicht sah, lächelte sie und schien Kylie auf einmal wieder wahrzunehmen. Wow, das gefällt mir sehr. Das haben Sie super gemacht, dicke Marilyn. Wow, sollte dieser Spitzname etwa ein Kompliment sein? Kylie war sich da nicht so sicher und schnaubte. Danke, ich hab mich bemüht. Daphne sah Kylie skeptisch an. Darf ich Sie mal fragen, warum Sie diesen Job haben wollen? Das Leben auf Tour ist hart und brutal, und ich werde mich die meiste Zeit wie eine Furie benehmen. Ich reise gern, luke Kylie, und ich möchte herumkommen. So ein Blödsinn, erwiderte Daphne. Das ist meine vierte landesweite Tour und ich weiß, dass man außer dem Tourbus und meiner Garderobe so gut wie nichts zu Gesicht bekommt. Wie wäre es, wenn Sie mir den wahren Grund verraten? Warum eigentlich nicht? Sie sind eine bekannte Sängerin und der Job wird sich in meinem Lebenslauf gut machen. Das war nicht die ganze Wahrheit, aber schon deutlich näher dran. Daphne schien die Antwort zu gefallen. Sie tippte sich an die Nase und deutete dann auf Kylie. Verstehe. In Ordnung, meinte sie und stand auf. Die Wirkung von dem, was auch immer sie genommen hatte, schien nachzulassen, und sie benahm sich jetzt fast normal. Dann sollte ich jetzt wohl mal diesen aufgeblasenen Powers holen und nach seiner Meinung fragen. Sie zwinkerte Kylie zu und versuchte, ihr kraftloses, platinblondes Haar in den Nacken zu werfen. Kylie musste unwillkürlich grinsen. Wenn Daphne ihre humorvolle Seite zeigte, war nachvollziehbar, warum sie derart beliebt war. Daphne öffnete die Tür des Konferenzraums und steckte den Kopf hinaus. Powers, schwingen Sie Ihren Arsch hierher! brüllte sie durch den Flur und Kylie zuckte zusammen. Aber Daphnes Methode war sehr wirkungsvoll. Einen Augenblick später erschien Mr. Powers in seinem steifen Anzug und sah sich Daphne an. Er musterte sie kritisch, nahm ihr Kinn in die Hand, drehte ihren Kopf hin und her und begutachtete sie von allen Seiten. Zu Kylies Überraschung stand Daphne ruhig da und ließ sich die erniedrigende Behandlung klaglos gefallen. Als Powers Daphnes rechten Arm hochhob und auch den betrachtete und Daphne danach in die Augen blickte, erinnerte er Kylie an jemanden, der ein Pferd kaufen wollte. Kylie konnte nicht anders, als leise zu murmeln. Wollen Sie nicht auch noch Ihre Zähne ansehen? Daphne kicherte. Powers starrte Kylie an und zog die Augenbrauen zusammen. Haben Sie etwas mit Ihren Zähnen gemacht? Das war ein Insiderwitz, erklärte Daphne und breitete ihre dünnen Arme aus. Und? Was meinen Sie? Nach kurzem Blick zu Kylie schaute Powers wieder Daphne an und dann erneut Kylie. Sie sind eingestellt. Besprechen Sie Ihre Gehaltsvorstellungen mit dem Personalbüro. Wir beide werden bald sehr gute Freundinnen sein, dicke Marilyn, erklärte Daphne und zog einen Flachmann aus der Tasche. Irgendwie bezweifle ich das, dachte Kylie, der Daphne aber trotzdem ein bisschen leid tat. Es musste ihr Hunds miserabel gehen, wenn sie so furchtbar aussah. Nachdem Kylie zugestimmt hatte, wurde sie zur Personalabteilung gebracht. Dort unterschrieb sie Verträge, handelte ihr Gehalt aus und besprach all die anderen Details ihres Jobs, die viel zu unwichtig waren, als dass sich Mr. Powers oder Daphne damit beschäftigt hätten. Zu Kylies Überraschung zuckte niemand mit der Wimper, als sie ihr gewünschtes Gehalt nannte. Es wurde einfach nur zugestimmt und ein Datum festgelegt, an dem sie anfangen sollte. Die Summe machte sie sehr glücklich, auch wenn das bedeutete, dass sie die nächsten vier Monate auf Tour sein würde. Aber die Tatsache, dass man nicht einmal versucht hatte, sie herunterzuhandeln, machte ihr auch klar, dass sie sich jeden einzelnen Penny Hartwürde erarbeiten müssen. Noch immer froh über das erfolgreiche Vorstellungsgespräch, verließ sie das Gebäude. Aber anstatt in die Wohnung ihrer Freundin zurückzukehren, ließ sie sich mit einem Taxi in einen Vorort von L.A. bringen. »Warten Sie hier«, sagte sie zu dem Taxifahrer. »Es wird nicht länger als 20 Minuten dauern.« »Die Uhr läuft weiter«, erwiderte er. Da Kylie kein Auto hatte, waren ihr die Hände gebunden. »Okay, aber fahren Sie nicht weg, ja?« Er schaltete das Radio an und zeigte ihr den hochgehobenen Daumen. Kylie sog die Luft ein und betrat das Pflegeheim. Sobald sie durch die Tür getreten war, wurde ihre verschwitzte Stirn von der klimatisierten Luft gekühlt. Der Fußboden war steril, weiß gefließt, und die Wände hatten einen beruhigenden Rosaton. Dadurch fielen die großen, verschlossenen Glastüren kaum auf, durch die man nur mithilfe einer Schlüsselkarte kam. Kylie ging zum Besucherfenster und meldete sich an. Sie reichte der Angestellten das ausgefüllte Formular. »Ich bin hier, um Sloane Etherton zu besuchen.« »Einen Moment bitte«, sagte die junge Frau. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl um und griff nach einem Ordner, der gelb markiert war. »Ich soll Sie daran erinnern, dass Ihre letzte Zahlung nicht angekommen ist.« Dann sah sie Kylie entschuldigend an. »Möchten Sie mit der Rechnungsabteilung sprechen, um das Problem zu beheben?« Kylie schüttelte den Kopf. »Nein, ich kann das jetzt bezahlen. Ich hatte in den letzten Monaten nur ein paar finanzielle Schwierigkeiten.« Sie holte ihr Scheckbuch aus der Tasche und füllte einen Scheck aus. »Aber nun dürfte es keine Probleme mehr geben. Ich habe gerade den Vertrag für einen neuen Job unterschrieben und werde am Montag meine erste Vorauszahlung erhalten.« Oder zumindest, sobald sie Mr. Powers davon überzeugt hatte, sie im Voraus zu bezahlen. »Kann ich den Scheck vordatieren?« »Wir dürfen keine vordatierten Schecks annehmen.« »Aber ich verlasse in ein paar Tagen den Start und gehe auf Tour. Daher werde ich da nicht persönlich vorbeikommen können.« entgegnete Kylie gereizt. »Also nehmen Sie entweder jetzt einen vordatierten Scheck oder Sie bekommen gar keinen.« Anscheinend hatte sie das magische Wort ausgesprochen. Die Empfangsdame hob den Kopf und riss die Augen auf. »Sie gehen auf Tour?« »Mit Daphne Petty«, bestätigte Kylie und setzte eine Summe auf den Scheck, die für zwei Monate reichte. Damit wäre ihr Konto zwar für eine Weile leer, aber sie hatte kaum eine andere Wahl. »Und ich kann Ihnen bestimmt auch Tickets besorgen.« Sie riss den Scheck ab und reichte ihn der Frau. Falls Sie vordatierte Schecks annehmen. »Es wird mir schon irgendwie gelingen, ihn ein paar Tage lang zu verlegen,« erwiderte diese grinsend und nahm Kylie den Scheck ab. Fünf Minuten später wurde sie hineingelassen und durch einen ruhigen Flur geführt. Der Pfleger, der sie begleitete, reichte ihr die Krankenakte ihrer Großmutter. »Miss Sloan hat in letzter Zeit einige Schwierigkeiten gemacht, Miss Daniels.« »Sie kennen meine Oma,« sagte sie angespannt. »Sie war noch nie eine sehr umgängliche Frau.« »Nein, schon an ihren guten Tagen konnte man sie als schwierig bezeichnen.« Der Pfleger blieb ernst. »Sie versucht ständig auszureißen. Sie wissen, dass so etwas ihr nicht gern gesehen wird.« »Sie kann kaum laufen und ist senil,« stellte Kylie bedrückt fest. »Das war nicht das erste Mal, dass man ihr so etwas über Großmutter Sloan erzählte.« »Ich begreife gar nicht, wie sie überhaupt abhauen kann.« »Leider passiert das bei den älteren Demenzpatienten häufiger,« berichtete der Pfleger. »Sie wissen nicht mehr, wo sie sind und versuchen wegzugehen. Aus diesem Grund müssen wir hier auch alles abschließen. Aber manchmal lassen sie sich was einfallen, wie ihre Großmutter beispielsweise, und dann wird es problematisch.« »Ich werde mit ihr reden,« versprach Kylie, die langsam Kopfschmerzen bekam. »Aber...« »Ich weiß, sie ist dement. Wir wissen, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können,« unterbrach sie der Pfleger mit sanfter Stimme. »Aber wir müssen es dennoch versuchen und ihr ihre Situation begreiflich machen.« Kylie verstand das, auch wenn sie selbst wusste, dass das unmöglich war. Wenn es um Großmutter Sloan ging, konnte niemand gewinnen. Also nickte Kylie. »Ich werde sehen, was ich tun kann. Geht es ihr ansonsten gut?« »Abgesehen von den üblichen Wehwehchen, die eine ältere Demenzpatientin hat, ja. Sie ist unglücklich, wenn sie bei klarem Verstand ist, macht ansonsten einen verwirrten Eindruck und jagt den anderen Patienten Angst ein.« »Klingt ja super.« Kylie schnitt eine Grimasse und stellte sich vor, wie ihre verbitterte Großmutter die anderen Patienten einschüchterte. »Wie sieht es heute aus?« »Heute war ein schlimmer Tag,« antwortete der Pfleger. »Sie ist momentan stark sediert, aber wenn sie ein paar Stunden bleiben möchten...« »Das kann ich nicht,« unterbrach ihn Kylie und war erleichtert, dass sie nicht mit einer unangenehmen Auseinandersetzung rechnen musste. Zumindest nicht heute. Ich wollte nur kurz nach ihr sehen und dann wieder gehen. Der Mann nickte und öffnete ihr die Tür. »Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wieder gehen möchten, dann bringe ich Sie raus.« Kylie betrat das Zimmer ihrer Großmutter und spürte, wie sie unter der Last der Verantwortung etwas gebückter ging. Das Zimmer war sehr sauber und totenstill. Ein Foto von Kylies Mutter, die schon seit langer Zeit tot war, stand neben dem Bett. Es gab keine Bilder von Kylies Vater oder von Kylie, aber das überraschte sie nicht, da sie noch nie der Liebling von Großmutter Sloan gewesen war. »Du bist eine Last, Kylie Daniels. Ich muss zwei Jobs machen, um so viel zu verdienen, dass ich genug Essen auf den Tisch kriege und deinen fetten Arsch durchfüttern kann. Da kannst du doch wenigstens dankbar sein. Wenn doch nur deine Mutter hier wäre.« Sie verdrängte die hasserfüllten Erinnerungen und schob einen Stuhl neben das Bett ihrer Großmutter. Sie nahm die schmal und zerbrechlich wirkende Hand der alten Frau, die in ihrer eigenen so unfassbar klein aussah und deren Haut trocken wie Papier war. »Hallo, Nana«, flüsterte Kylie. »Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe einen neuen Job und gehe auf Tour. Daher werde ich dich einige Monate lang nicht besuchen kommen.« Nicht, dass ihre Großmutter es überhaupt bemerkte, ob sie hier war oder nicht. Die meiste Zeit war sie geistig abwesend oder suchte ihre verstorbene Tochter. Kylie rieb mit den Fingern über die Handfläche der alten Dame. »Aber die gute Nachricht ist, dass ich alles für dich bezahlt habe und dank meines neuen Jobs kannst du vermutlich noch lange Zeit hierbleiben. Mir ist klar, dass es dir hier nicht gefällt, aber diese Leute kümmern sich gut um dich. Das tun sie wirklich. Ich werde dafür sorgen, dass du bestens versorgt bist. Das ist meine Pflicht und ich werde mich nicht davor drücken.« Sie presste die Lippen auf die Hand der alten Frau. »Sei brav, während ich weg bin, ja?« Sie hielt die Hand ihrer Großmutter noch eine Minute lang fest, während sie über Pflichten, die Familie und die Last der Verantwortung nachdachte. Großmutters Lohn wachte nicht auf. Aber das war nicht weiter schlimm. Wenn sie schlief, war sie wenigstens friedlich. Fast schon süß. Sie warf Kylie keine Gemeinheiten an den Kopf, schrie nicht, dass sie hier nicht hergehörte oder schluchzte unkontrolliert. Kylie konnte gemeine Kommentare über ihr Gewicht ertragen. Auch Sticheleien in Bezug auf ihre Frisur oder ihre schlampige Kleidung waren nicht so schlimm. Aber wenn ihre Großmutter weinte, als wäre ihr Herz gebrochen und als wären all ihre Träume zerschlagen worden, dann litt Kylie mit ihr. Glücklicherweise blieb das Gesicht der alten Dame jedoch schlaff und im rechten Mundwinkel sammelte sich ein wenig Speichel. Also ging Kylie wieder. Aber es hatte ihr gut getan, Großmutter Sloane zu sehen. Es half ihr, sich zu konzentrieren, stärkte ihre Entschlossenheit. Es erinnerte sie daran, warum sie arbeiten musste. Selbst wenn sie das Touren hasste und dann lange auf ihr Zuhause verzichten musste, war ihre Großmutter dadurch doch in Sicherheit und versorgt. Und das war alles, was Kylie wollte. Während ihrer Kindheit war sie eine Last für diese Frau gewesen und jetzt war Kylie es ihr schuldig, sich um sie zu kümmern. Wie sehr es sie auch auslaugen mochte. Wenn Kate Archer hätte raten müssen, wie er seinen 30. Geburtstag verbringen würde, dann hätte er nur teilweise richtig gelegen. Umgeben von der Bruderschaft, der Geheimgesellschaft, der er schon seit dem College angehörte? Korrekt. Poker spielend in einem verrauchten Keller unter dem Club, der ihm gehörte? Korrekt. Die Männer, die bei ihm waren, rauchten Zigarren und sprachen wie üblich über ihre Geschäftsstrategien? Weit gefehlt. Seht euch das an, sagte Reese Durham und schob ein Ultraschallbild in die Tischmitte. Er hat einen Schwanz so dick wie ein Babyarm. Griffin Verdi hob das Foto auf und starrte es mit zusammengekniffenen Augen an. Bist du dir sicher, dass es nicht doch sein Arm ist? Natürlich. Reese kaute auf seiner Zigarre herum und sah sehr zufrieden aus. Reese Junior hat ordentlich was vorzuweisen. Griffin verdrehte die Augen und warf das Bild wieder auf den Tisch. Aber Reese ließ sich nicht beirren und reichte es Hunter. Und? Wann fangen Gretchen und du an, über Kinder nachzudenken? Vielleicht nächstes Jahr, erwiderte Hunter und sah sich das Foto an. Nach der Hochzeit. Wir werden noch eine Weile warten, erklärte Logan. Bronte will zuerst ihren Abschluss machen und ich habe es damit auch nicht eilig. Amen, meinte Griffin. Nach einem Augenblick fügte er hinzu, aber es würde mir nichts ausmachen, wenn Mellie und ich durch einen glücklichen Unfall Eltern werden. Jonathan Lyons, der neben ihm saß, warf eine Handvoll Pokerchips auf den Tisch. Violet und ich hoffen auch auf so einen Unfall und das lieber früher als später. Tja, rief Reese und stieß Jonathan freundlich mit dem Ellbogen an. Na dann los, vergiss das Kondom. Unsere Kinder könnten sich die Nannys teilen. Kate schüttelte nur den Kopf und musterte seine Karten. Das war definitiv nicht das, was er sich für seinen 30. Geburtstag ausgemalt hatte. Natürlich war er davon ausgegangen, dass er ihn mit seinen Freunden verbringen würde, aber dass sie dabei über Babys und Hochzeiten sprachen, war nicht eingeplant gewesen. Der eingefleischte Junggeselle Reese war vom Frauenhelden zum zukünftigen Vater und Experten in allem, was ein Ehemann wissen musste, mutiert. Tatsächlich hatten alle, die ihrem kleinen Kreis angehörten, im Laufe des letzten Jahres die Frau fürs Leben gefunden. Alle bis auf Kate. Was nicht bedeuten sollte, dass er nicht mit Frauen ausging. Okay, vielleicht tat er das nicht, aber er interessierte sich definitiv für Frauen. Ganz besonders für eine, die ihm seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr aus dem Kopf ging. Eigentlich wartete er nur darauf, dass sie endlich auch mit ihm zusammen sein wollte. Er dachte an Daphne, ihr freches Grinsen und ihre teuflische Attitüde, die Art, wie sie so wunderbar die Arme um ihn gelegt hatte. Und dann musste er an den Augenblick denken, in dem sie nach einer Überdosis in seinen Armen gelegen hatte. Kalt, schlaff und mit blau angelaufenen Lippen. Möglicherweise gehörte er nicht zu den Männern, die irgendwann heirateten und ein Happy End erlebten. Er schob ein paar Chips in die Tischmitte. Ich erhöhe John. Mist, Kerl, erwiderte John grinsend und sie widmeten sich erneut ihrem Kartenspiel. Kate sah diskret auf das Display seines Handys, während die anderen ihre Einsätze machten. Daphne sollte ihm eigentlich eine SMS schicken, wenn sie ihre Probe beendet hatte. Bei ihrer letzten Unterhaltung, geführt per hastig getippter SMS, hatte sie ihm berichtet, dass sie bei ihrem anstehenden Konzert lange Tanzeinlagen ertragen musste und dass an diesem Wochenende Generalprobe wäre. Aber sie würde auf keinen Fall seinen Geburtstag vergessen, hatte sie gesagt. Sie hatte versprochen, sich zu melden und ihm mitzuteilen, wann sie sich sehen konnten. Doch das war einige Tage her und seitdem hatte er nichts mehr von Daphne gehört. Und jetzt saß er hier, war 30 Jahre alt und allein. Das sollte ihm doch etwas sagen. Wenn es Daphne in den Kram passte, dann hatte sie Kate gerne in ihrer Nähe. Und wenn nicht, dann verschwendete sie nicht einmal mehr einen Gedanken an ihn. Vielleicht würde er es ja eines Tages lernen und wäre irgendwann schlauer. Mit leisem, angewidertem Seufzen warf Kate noch weitere Chips in den Pott. Ich gehe mit. Als sie das Pokerspiel beendet hatten, ging Kate zusammen mit Reese nach draußen. Reese hatte die meisten Spiele an diesem Abend gewonnen und außerdem den Erfolg seiner Promi-Kreuzfahrten gefeiert, sowie seine Pläne, sich mit einem Filmstudio zusammenzutun und spezielle Kreuzfahrten anzubieten, die auf beliebten Fernsehserien und Filmen basierten. Er hatte daher gute Laune, während Kate Gedanken verloren schwieg. Hey Mann, meinte Reese und holte Kate in die Gegenwart zurück. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja klar, antwortete Kate lächelnd. Tatsächlich konnte er sich über kaum etwas beschweren. Seine Geschäfte liefen gut, seine Wohltätigkeitsorganisationen hatten ein Rekordjahr und er war gesund. Es gab nichts, das ihn unzufrieden oder unglücklich machte. Dennoch war er unruhig und launisch. Er konnte nicht von der Hand weisen, dass er möglicherweise neidisch auf seine Freunde und ihr Glück war. Du bist in letzter Zeit ziemlich schweigsam. Kate steckte die Hände in die Hosentaschen. Ich habe nur nachgedacht. Es ist nichts Wichtiges. Hast du dieses Wochenende schon was vor? Audrey und ich fahren in die Hütte. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. In Kates abgelegene Hütte, wo sie sich kennengelernt hatten? Kate musste grinsen. Du weißt genau, dass du jederzeit hinfahren darfst. Audrey hatte eine schwierige Woche. Die Hormone, verstehst du? Reese schnitt eine Grimasse. Daher dachte ich, ich bringe sie zurück in unser Liebesnest und gönne ihr ein entspanntes Wochenende. Du kannst natürlich gerne mitkommen. Und das fünfte Rad am Wagen sein? Zusehen, wie die beiden kuschelten? Auch wenn er sich sehr für Reese freute, fiel es ihm jedes Mal schwer, die gesunde, fröhliche Audrey anzusehen, ohne dabei an Daphne zu denken. Oder fiel mir daran, dass es Daphne nicht auch so gut ging. Denn früher war Daphne ebenfalls kurvig, wunderschön und unbeschwert gewesen. Und er hatte sie geliebt. Aber jetzt? Jetzt wusste er nicht mehr, was er für sie empfand. Möglicherweise war er von ihr besessen. Und dass er verzweifelt war, konnte er auch nicht ganz abstreiten. Wieder sah er auf sein Handy. Aber da war noch immer keine Nachricht von Daphne. Kein verpasster Anruf, gar nichts. Er wusste, dass sie beschäftigt war. Doch das war er auch. Interessierte sie sich denn überhaupt nicht für ihn? Hey, hallo! Eine Hand wedelte vor seinem Gesicht herum. Entschuldige. Kate warf Reese einen betretenen Blick zu. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Und? Kommst du am Wochenende mit auf die Hütte? Kate schüttelte den Kopf. Nein, aber ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ich habe was anderes vor. Hoffentlich. Du triffst dich mit Daphne, nicht wahr? Reese klang angewidert. Ein Moment lang überlegte Kate, ob er es leugnen sollte. Er wusste, dass Reese nicht begriff, wieso er derart auf den Popstar fixiert war. Vielleicht glaubte er, Kate hätte vor, eine alte Affäre wieder aufleben zu lassen. Aber die Wahrheit sah nun mal so aus, dass Kate sie seit seinem 16. Lebensjahr liebte, als sie beide noch in ärmlichen Verhältnissen gelebt hatten. Und jetzt, wo es ihr nicht gut ging, fiel es ihm schwer, sich einfach von ihr loszusagen und den Kontakt abzubrechen. Nicht nachdem sie vor acht Monaten miteinander geschlafen hatten und sie danach versucht hatte, sich umzubringen. Das lag ihm noch immer schwer auf der Seele. Sie braucht mich, erwiderte er deshalb. Was sie braucht, ist jemand, der ihr die Augen öffnet, stellte Reese fest. Es ist nicht so leicht, sagte Kate. Es war nicht so leicht, darüber zu reden oder es zu verstehen. Manchmal begriff er es. Dann wusste er, warum Daphne diesem Lebensstil verfallen war. Wie Daphne war auch er als Außenseiter aufgewachsen. Er war das ärmste Kind in einer heruntergekommenen Gegend gewesen, hatte barfuß mit den Nachbarkindern gespielt und die Petty-Zwillinge, hübsche Rothaarige, die ein paar Jahre jünger waren als er, immer im Auge behalten. Daphne Petty war die Erste, die ihn geküsst hatte. Seine erste Liebe. Seine erste in jeder Hinsicht. Sie war etwas ganz Besonderes gewesen. Talentiert, witzig, klug und mit einer Art andere zu faszinieren und aufzufallen gesegnet. Als Kate dank eines Stipendiums aufs College ging, hatte er Daphne gebeten, auf ihn zu warten. Er würde etwas aus sich machen, zurückkommen und sie aus ihrer Kleinstadt rausholen. Aber Daphne hatte nicht gewartet. Sie hatte einen Musikproduzenten kennengelernt und kurz darauf stellte Kate fest, dass er das Mädchen, das er liebte, im Radio hörte. Sie war immer dünner geworden, bis es kaum noch zu ertragen war, hatte ihr Haar in grässlichen Farben gefärbt, war im Bikini im Fernsehen herumgelaufen und hatte mehrere Millionen Alben verkauft. Anfangs war er sehr stolz auf sie gewesen. Daphne besaß einen einzigartigen Sinn für Humor, der sich auch in ihren speziellen Texten niederschlug. Aber im Laufe der Zeit hatte er beruflich immer mehr zu tun gehabt und sie waren auseinander gedriftet. Daphne wurde zunehmend vom Musikbusiness aufgesogen und auch wenn sie irgendwann mal eine gesunde Rothaarige gewesen war, so trug sie jetzt grelle, wilde Frisuren, war spindeldürr und hatte falsche Brüste. Und sie war kokainsüchtig. Er liebte sie trotzdem. Und er würde sie immer lieben. Aber als ihre spezielle Art darin ausuferte, dass sie in Klatschzeitschriften abgebildet wurde, wie sie Koks schnupfte und in die Entzugsklinik eingeliefert wurde, hatte er auch angefangen, sich Sorgen um sie zu machen. Er hatte versucht, ihr zu helfen, nicht erneut vom Weg abzukommen und aus der Ferne sein Bestes gegeben. Doch es war nie genug. Vor acht Monaten hatte sich die Lage dann zugespitzt. Sie hatte ihm versprochen, dass sie clean werden würde, wenn er ihr noch eine Chance gab. Allerdings nicht in einer Klinik, da sie in diesem Fall sofort in den Klatschspalten gelandet wäre. Sie hatte ihn gebeten, mit ihr zusammen an einen abgelegenen Ort zu verschwinden und ihr einen verschwiegenen Arzt zu besorgen. Ihrer Meinung nach brauchte sie nichts weiter als Kate und Audrey an ihrer Seite, die sie ermutigten. Natürlich war er darauf reingefallen. Er hatte seinen Teil erledigt, so viel stand fest. Er hatte die besten Ärzte engagiert und sie in der Nähe einquartiert. Er hatte dafür gesorgt, dass sie leichte Drogen bekamen, um langsam runterzukommen und genau überwacht, wann ihr was verschrieben wurde. Und er hatte sie bei jedem Schritt unterstützt. Doch dann hatte sie sich mit Audrey gestritten und bei diesem Streit war es um ihn gegangen. Sie hatte Kate verführt, ihm die Medikamente geklaut und sich eine Überdosis gesetzt, während sie neben ihm im Bett lag. Danach hatte nicht nur sie eine Therapie gebraucht. Man konnte also mit Fug und Recht behaupten, dass die Sache mit ihnen kompliziert war. Und auch verwirrend. Denn was sollte er empfinden, wenn die Frau, die er seit ewigen Zeiten liebte, erst mit ihm schlief und dann eine Überdosis nahm? Du weißt, dass Daphne meine Schwägerin ist, sagte Reese und schlug ihm auf die Schulter, während sie aus dem Club auf die Straße traten. Und Audrey würde mir den Kopf abreißen, wenn sie wüsste, dass ich das sage. Aber Daphne ist ein hoffnungsloser Fall. Wie lange hat sie es beim letzten Mal geschafft, clean zu bleiben? Drei Wochen? Sie hat gesagt, dass sie jetzt clean wäre. Sie sagt viel, wenn der Tag lang ist, erwiderte Reese. Ich musste mit ansehen, wie sehr sie Audrey mit ihren Versprechungen verletzt. Wenn du es irgendwie schaffst, von ihr loszukommen, dann tu das gefälligst. Ein guter Ratschlag. Das wusste er, aber es war dennoch nicht leicht, ihn in die Tat umzusetzen. Ich muss trotz allem mit ihr reden. Er musste wissen, wo sie standen und ob es für sie eine Zukunft gab. Wenn die Plattenfirma Daphne auf Tour schickte, dann musste sie clean sein. Und wenn sie clean war, dann konnten sie vielleicht noch einmal von vorne anfangen. Andernfalls war es vielleicht wirklich Zeit, dass Kate nach vorn blickte. Aber er musste es unbedingt wissen. Ich musste es unbedingt wissen. Am ersten Abend von Daphne Pattys Nordamerika-Tour war der Star eine tobende Furie und all ihre Angestellten gingen ängstlich vor ihr in Deckung. Kylie versteckte sich zusammen mit den Leuten von der Garderobe, bis sie gebraucht wurde. Sie konnte hören, wie Daphne nebenan ihre Assistentin anschrie. Habe ich nicht gesagt, dass ich Buffalo Wings ohne Knochen haben will? Was ist, soll ich die Dinge etwa mit Knochen essen? Im Ernst? Hat denn überhaupt irgendjemand meine gottverdammten Touranweisungen gelesen? Kylie zuckte vor Mitgefühl zusammen. Sie arbeitete jetzt seit einer Woche für Daphne und während dieser Zeit hatte sie bereits festgestellt, dass Daphne entweder eine unglaublich liebe und lustige Person sein konnte oder sich wie eine völlig durchgeknallte benahm. Alle aus der Crew hatten sie gewarnt, dass sie nichts, was Daphne tat oder sagte, persönlich nehmen dürfe und dass sie jede Auseinandersetzung einfach durchstehen müsse. Wenn man Daphne einfach recht gab, war der Streit schnell vorbei. Bisher hatte sich Daphne Kylie gegenüber ganz annehmbar benommen. An einigen Tagen war sie schnippisch gewesen, aber es gefiel ihr, wie Kylie sie schminkte und sie mochte die Hautpflegeanwendungen, die Kylie ihr angedeihen ließ, daher war sie zufrieden. Sie nannte Kylie zwar immer noch dicke Marilyn, aber selbst daran gewöhnte sich Kylie langsam. Anscheinend konnte sich Daphne keine Namen merken und verpasste jedem aus diesem Grund einen besonderen Spitznamen. Die Garderobiere hieß Rotshop, weil sie rote Haare und überall Sommersprossen hatte. Einer der Beleuchter wurde von ihr Hodor genannt, einer der Tontechniker Harry Dave und ihre Assistentin Snoopy, weil sie angeblich lief wie ein Hund. Alles in allem war dicke Marilyn gar kein so übler Spitzname. Sie hatte schließlich gehört, wie Daphne die Tänzerin mit allerlei Beleidigungen bedachte, die mehr oder weniger heftig ausfielen, je nachdem, ob sie ihr in die Quere kamen. Vor den Drogen war sie netter, sagte Rotschopf und nähte Pailletten an ein Tanzkostüm für Daphnes dritten Song. Früher war sie total süß und witzig, aber jetzt ist sie bloß noch eine abgewrackte Schlampe. Kylie musste ob der harschen Worte blinzeln. Sie schien mir eigentlich ganz okay zu sein. Rotschopf zuckte mit den Achseln. Diese Woche ist sie wirklich nicht so schlimm, weil ihr neuer Tänzer-Toyboy gute Drogen dabei hat. Zumindest habe ich das gehört. Sie tat so, als würde sie eine Linie Koksschnupfen und nähte dann weiter. Solange er noch Stoff hat, ist er ihr neuer Liebling. Wow. Kylie leckte sich die Lippen und wusste nicht, was sie sagen sollte. Ähm, weiß ihre Plattenfirma davon? Sollte sie irgendjemandem sagen, dass Daphne bei ihren Auftritten high war? Das ist denen egal, erwiderte Rotschopf. Was glaubst du denn, wer sie erst abhängig gemacht hat? Es ist billiger, sie zufriedenzustellen, wenn sie drauf ist, und solange die Tour ausverkauft ist, interessiert sich niemand dafür, was sie einwirft. Rotschopf schob eine Nadel durch den schimmernden Stoff und zog den Faden durch. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren für sie und sie durchläuft diesen Kreislauf immer wieder. Sie ist clean, dann gibt ihr jemand eine neue Droge. Schon ist sie wieder abhängig, wird gemein, bricht zusammen, kommt in den Entzug und ist wieder clean. Kurz darauf bekommt sie von jemand anderem irgendwas Neues, das sie sich reinpfeifen kann, und alles geht wieder von vorne los. Das alles schien der Garderobiere so egal zu sein. Kylie dachte an die Einstichlöcher auf Daphnes Armen. Aber sie sieht so mitgenommen aus. Macht sich denn niemand Sorgen um ihre Gesundheit? Nicht so sehr wie darum, wie man mit ihr Geld verdienen kann. Rotschopf biss den Faden durch und schüttelte das Kostüm aus. Sie wird dich bestimmt bald brauchen, du solltest dich lieber mal blicken lassen. Kylie schnitt eine Krimasse und sah zur Tür von Daphnes Garderobe hinüber, hinter der sich der Star vor dem Konzert entspannte. Von der anderen Seite waren leise Schreie zu hören. Die falschen Wimpern würden wieder abfallen, wenn Daphnes Augen vom Weinen aufgequollen waren. Kylie seufzte, wappnete sich und betrat die Garderobe, um herauszufinden, was dort vor sich ging. Wie erwartet saß Daphne weinend vor dem Schminkspiegel. Sie wischte sich mit einer Hand über die Augen und kramte mit der anderen in Kylies ordentlich sortiertem Make-up herum. Kylie zwang sich zu lächeln und trat näher. Hey Daph, was suchst du denn? Daphne weinte weiter und schluchzte laut. Hast du Marco gesehen? Marco? Kylie sah sie irritiert an. Marco Polo. Zuerst glaubte Kylie, es wäre ein Witz, aber Daphne weinte weiter und wühlte in Kylies Lidschatten-Sortiment herum und dann wurde ihr auf einmal bewusst, dass das ein weiterer Spitzname für jemanden sein musste. Nein, hab ich nicht. Kann ich dir vielleicht helfen? Das hätte sie lieber nicht sagen sollen. Daphnes Augen blitzten auf und sie drehte sich mit einem irren Gesichtsausdruck zu Kylie um. Hast du was dabei? Was meinst du damit? Crystal, was zum Schnupfen, Tabletten, irgendwas? Ich brauche was, das mich aufmuntert. Sie rieb sich wieder die Augen und sah für einen Augenblick unglaublich jung aus. Ich bin immer so müde. Ich habe keine Drogen, teilte Kylie Daphne mit sanfter Stimme mit. Einerseits hätte sie den Popstar am liebsten in den Arm genommen, andererseits musste sie aber auch den Drang unterdrücken, Daphne ordentlich zu schütteln. Vorerst begnügte sie sich damit, einen Lipgloss aufzuheben, der auf den Boden gefallen war. Kann ich dir ein Wasser bringen? Daphne begann wieder zu weinen. Marco hat das ganze gute Zeug und ich weiß nicht, wo er ist, aber bin ich so müde. Ich will doch nur ein Nickerchen machen und in anderthalb Stunden auf die Bühne gehen. Du darfst jetzt nicht weinen, schimpfte Kylie sanft und gleichzeitig entschieden und reichte Daphne eine Packung Taschentücher. Dein Gesicht wird morgen in allen Klatschzeitschriften abgebildet sein und da willst du doch gut aussehen, oder nicht? Die Zeitschriften sind mir völlig egal, ich will nur schlafen. Warum versteckt sich Marco vor mir? Kylie musterte Daphne hilflos. Ich könnte ihn ja suchen gehen. Sie stockte, da sie Snoopy im Augenwinkel sah, die nur mit dem Kopf schüttelte und sich mit einem Finger über die Kehle fuhr. Okay. Marco versteckte sich also mit Absicht vor Daphne. Wahrscheinlich sollte Daphne nicht heil sein, wenn sie auf die Bühne ging. Die Arme. Kylie streichelte Daphne über das Haar und bemitleidete sie. Eigentlich sollte sie doch aufgeregt sein, dass ihre Tour endlich anfing, doch stattdessen fühlte sie sich hundeelend. Weißt du was? Ich glaube, ich habe ganz in der Nähe einen Kaffee gesehen. Wie wäre es, wenn ich dir da schnell was hole, bevor es Zeit ist, dich zu schminken? Daphnes Tränen überströmtes Gesicht hältte sich auf. Wirklich? Das würdest du für mich tun, dicke Marilyn? Ja, antwortete sie. Sie würde fast alles tun, nur damit Daphne aufhörte zu weinen. Wie wäre es mit einem Espresso? Daphne klatschte in die Hände. Ich brauche einen extra großen Eiskaffee mit vierfach Espresso und sehr viel Zucker und Milch. Das klingt ja widerlich, meinte Kylie lachend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du davon wach wirst. Eigentlich kurzsichtig, dass man die Kaffeebohnen nicht gleich gemahlen in die Eiswürfel gibt. Daphne sah richtiggehend glücklich aus. Vielen Dank. Ein Kaffee wäre jetzt großartig. Ich glaube, das schreibe ich auch in meine Touranweisungen, auch wenn das sowieso wieder niemand liest. Die letzten Worte brüllte sie förmlich und sah Snoopy wütend an. Dann hole ich jetzt schnell den Kaffee, sagte Kylie, nahm ihre Geldbörse und lief zur Tür. Flieh, solange du kannst, murmelte Snoopy. Und für Kylie hörte sich das nach einem sehr guten Ratschlag an. Vor dem Kaffee parkte ein heißer, pinkfarbener Lions Roadster, in den Kylie am liebsten auf der Stelle eingestiegen wäre. Sie war derart damit beschäftigt, den Wagen zu bewundern und anzustarren, dass sie ohnehin zu sehen die Hand nach dem Türgriff des Cafés ausstreckte und so auf einmal versehentlich die Gürtelschnalle eines anderen Menschen in der Hand hatte. Und möglicherweise auch noch etwas mehr als das, denn sie wusste sofort, dass es sich um einen Mann handelte. Oh, sie zuckte zurück und war schockiert. Wie unglaublich peinlich. Als sie aufblickte, lief sie puterrot an. Kylie musste zugeben, dass sie instinktiv einen guten Geschmack bewiesen hatte. Wenn sie schon jemandem in den Schritt fassen musste, dann doch bitte diesem Kerl. Denn, großer Gott, er war vielleicht attraktiv. Blondes, zerzaustes Haar, ein grauer Anzug und strahlende blaue Augen, die sie amüsiert ansahen. Oh mein Gott, das tut mir so unglaublich leid, stieß Kylie hervor. Ich dachte, sie wären die Tür. Ich muss zugeben, dass ich das bisher noch nicht von einer schönen Frau gehört habe. Er grinste sie an und öffnete ihr die Tür. Nach ihnen. Mit schamroten Wangen zog sie den Kopf ein, betrat das Kaffee und konnte nur hoffen, dass er ihr nicht folgte. Das Glück war ihr jedoch nicht hold, denn der gut aussehende Mann folgte ihr dicht auf dem Fuß. Sie biss sich auf die Lippe und überlegte, ob sie sich noch einmal entschuldigen sollte. Sag doch was Kluges oder Witziges. Sag was. Irgendwas. Sie wappnete sich und drehte sich zu ihm um. Normalerweise begrabsche ich beim Betreten eines Kaffees keine Männer, erklärte sie. Aber da es nun einmal passiert ist, würde ich ihnen gerne einen Kaffee spendieren. Er legte den Kopf in den Nacken und lachte. Und was muss ich tun, um einen Bagel zu bekommen? Bagels sind billig, erwiderte sie ebenso scherzhaft. Dafür reicht schon ein kurzes Zudrücken. Selbst wenn ich einen mit Lachs haben möchte? Seine Augen waren so unglaublich blau und von dichten Wimpern umgeben. Er sah aus wie ein Engel. Ein ziemlich frecher, zum Flirten aufgelegter Engel. Ja, selbst dann, erklärte sie und musste grinsen. Dann reichte sie ihm ihre Hand. Kylie. Kate, stellte er sich vor und schüttelte ihre Hand. Während er ihre Finger festhielt, beugte er sich vor. Aber ich kann meinen Bagel schon selbst bezahlen. Ich wollte nur wissen, was noch so möglich ist. Flirtete er mit ihr? Oder war er nur höflich? Als er ihr bedeutete, dass sie vor ihm an den Tresen gehen sollte, beschloss sie, dass es simple Höflichkeit war. Sie schenkte dem Mann hinter dem Tresen ein schiefes Lächeln. Ich hätte gern einen kleinen, schwarzen, normalen Kaffee und einen extra großen Eiskaffee mit vierfachem Espresso und sehr viel Milch und Zucker. Kate kicherte. Ist der mit dem vielen Zucker für Sie? Sie schüttelte den Kopf und reichte dem Kassierer einen Zwanziger. Der schwarze Kaffee ist für mich. Den mit dem vielen Zucker kann ich nicht trinken. Zu süß? Sie machte einen Schritt zur Seite, damit er seine Bestellung aufgeben konnte und überlegte kurz, wie aufrichtig sie sein konnte. Dann beschloss sie jedoch, dass es völlig egal war, da sie diesen Mann ja sowieso nie wiedersehen würde. Zu viele Kalorien. Ich bin schon dick genug. Einen kleinen, schwarzen Kaffee, bestellte Kate, bezahlte und drehte sich wieder zu Kylie um, die auf ihre Getränke wartete. Ein betretenes Schweigen machte sich breit. Kylie verspannte sich immer mehr, während Kate sie musterte. So ein Unsinn, meinte er dann. Ich finde, sie sind wunderschön. Sie lächelte ihn hocherfreut an. Er war wirklich sehr nett. Oh, vielen Dank. Das sagen Sie vermutlich zu allen Frauen, die Sie in Cafés kennenlernen. Nein, das ist mein voller Ernst. Sie sind hinreißend. Das sage ich nicht nur so daher. Sein Lächeln wirkte aufrichtig. Wenn dem so wäre, dann würde ich auch erwähnen, dass ich eine Freundin habe, die ihren Kaffee auch so trinkt, wie Sie ihn gerade bestellt haben. So viel Espresso wie möglich und tonnenweise Milch und Zucker. Sie hat dieses Getränk geliebt. Der ist auch für meine Freundin. Es war vermutlich in Ordnung, dass sie die Spindeldürre Daphne als ihre Freundin bezeichnete. Theoretisch konnte man sie als das bezeichnen. Kate lächelte noch immer, als der Barista die beiden schwarzen Kaffees auf die Theke stellte und sich daran machte, Daphnes monströses Koffein-Ungetüm zuzubereiten. Nachdem Kate seinen Becher an sich genommen hatte, reichte er Kylie ihren. Sein Lächeln wirkte jetzt nicht mehr freundlich, sondern fast schon traurig. Und das gab ihr zu denken. Und begann sie, da er noch immer stehen blieb, leben Sie hier in Chicago? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich bin nur in der Stadt, um eine Freundin zu besuchen. Und Sie? Mich hat die Arbeit hergeführt. Wir reisen viel. Sie erwähnte nicht, für wen sie arbeitete. Aus Erfahrung wusste sie, dass Kate, obwohl er nett und normal wirkte und zugegebenermaßen obendrein sehr attraktiv war, in dem Augenblick, in dem sie ihm sagte, worin ihr Job bestand, anfangen würde, sie um Tickets anzubetteln. Daher blieb sie lieber vage und deutete die Straße entlang. Ich wollte hier nur fix Kaffee holen und da ist mir der Wagen vor der Tür aufgefallen. Der Lions Roadster? Kates Lippen zuckten und er grinste sie an. Genau der, gab sie zu. Das ist wirklich ein schönes Auto. Und das war es auch. Der Lions vor der Tür war ein schicker kleiner Sportwagen, der pinkfarben lackiert und eine lilafarbene Innenausstattung hatte. Kylie fand ihn toll, auch wenn es kein besonders praktischer Wagen war. Aufgrund ihres Jobs brauchte sie ohnehin kein Auto, aber wenn sie sich irgendwann eins zulegte, dann durfte es gern so eins wie dieser heiße Flitzer sein. Da fragt man sich schon, wer das Vergnügen hat, es zu fahren. Tja, während der nächsten paar Stunden ich, erklärte Kate und nippte an seinem Kaffee. Als sie ihn überrascht anstarrte, fügte er hinzu, danach bekommt ihn dann eine alte Freundin. Eine alte Freundin? Wenn sie sich den Wagen so ansah, konnte sie sich gut vorstellen, dass es seine Freundin sein würde. Aber die besten Männer waren ja immer vergeben. Da war es doch logisch, dass auch Kate eine Freundin hatte. Er war gut aussehend, witzig, charmant, gut gekleidet und schien alles in allem auch ziemlich vermögend zu sein, wenn er einer Freundin einen Lions kaufen konnte. Tja, dann hat ihre Freundin aber großes Glück, jemanden wie sie zu haben. Er lächelte sie traurig und bedrückt an, sah dann nachdenklich zu dem Auto hinüber und schwieg. Kylie wurde das Herz schwer. Wer immer die Frau war, die dieser attraktive Mann begehrte, so war doch offensichtlich, dass er ihretwegen unglücklich war. Er machte definitiv nicht den Anschein eines glücklich verliebten Mannes, sondern sah eher verzweifelt aus. Als würden ihm langsam die Optionen ausgehen. Der arme Mann. Er tat ihr richtiggehend leid. Kylie beugte sich zu ihm vor und umklammerte dabei ihren Kaffee. Wer immer ihre Freundin auch ist, murmelte sie. Wenn sie sie nicht ins Bett schleift und die nächste Woche nicht mehr rauslässt, sobald sie diesen Wagen gesehen hat, dann ist sie verrückt. Bei diesen Worten hältte sich sein Gesicht auf und er sah Kylie erneut an. Wenn meine Freundin doch nur etwas mehr wie sie wäre. Ich wünschte, ich wäre ihre Freundin, dachte sie, zwinkerte ihm allerdings nur zu. Dann war ihre Bestellung fertig und es war Zeit zu gehen. Sie winkte Kate kurz zu und er nickte als Erwiderung. Während Kylie die Straße entlang zur Konzerthalle lief, spürte sie plötzlich eine tiefe Sehnsucht in sich. Warum konnte sie keinen so tollen Mann wie Kate finden? Jemanden, dem sie derart wichtig war, dass er sie mit einem solchen Geschenk bedachte? Oder der einfach nur traurig war und sie vermisste, wenn sie nicht da war? Warum hatte sie keinen solchen Freund? Warum waren diese Männer immer vergeben? Es ließ sich nicht leugnen, dass es zwischen ihnen geknistert hatte. Das war offensichtlich. Mit einigen Menschen verstand man sich vom ersten Augenblick an und Kate war einer dieser Menschen. Sie hatte kurz überlegt, ob sie ihn nach seiner Telefonnummer fragen sollte, aber sie war auch keine Masochistin. Die Arbeit kam bis auf weiteres an erster Stelle, weil sie das Geld brauchte. Das Pflegeheim war verdammt teuer. Aber eine Sache war für Kylie klar. Die Frau, der Kates Herz gehörte, wusste nicht, was sie an ihm hatte. Und falls sie es doch tat, dann gab sie sich keine besondere Mühe, ihn das wissen zu lassen. Jemanden wie Kate lernte eine Frau nur einmal im Leben kennen. Und jemand, der so unscheinbar und pummelig wie Kylie war, hatte nicht die geringste Chance, ihn für sich zu gewinnen. Musik dröhnte durch die Wände des Green Rooms und obwohl die Innenmauern durch mehrere Dämmschichten geschützt waren, erklang die Musik so laut, dass Kate Kopfschmerzen bekam. Er trommelte mit den Fingern der linken Hand auf seinem Knie herum, hielt den Bourbon mit der rechten fest und sah zwei fremde Frauen in Schulmädchenuniform vorbeigehen und kichern. Er wusste nicht, ob es sich dabei um Daphnes Fans oder Mitglieder ihrer Entourage handelte, da sie sich alle seltsam zu kleiden schienen. Zum zehnten Mal innerhalb einer Stunde fragte er sich, was zum Teufel er hier eigentlich wollte. Kate befand sich hinter der Bühne in Daphnes privatem Bereich, der allerdings ganz und gar nicht privat war. Vielmehr sah er hier lauter Menschen, die entweder dabei waren, sich zu betrinken und high zu werden oder ihr Ziel bereits erreicht hatten, sowie Leute von der Presse und Daphnes Mitarbeiter. Kurz gesagt, das erhoffte private Treffen mit Daphne würde in der Form nicht stattfinden. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Aber da er vorgeschlagen hatte, dass sie sich treffen und über alles reden sollten, hat er sie ihm angeboten, sie könnten sich nach dem ersten Konzert ihrer neuen Tour treffen und ihm versprochen, sie könnten sich unter vier Augen unterhalten. Da er Daphne ja nichts abschlagen konnte, hatte er zugestimmt. Nur war er sich jetzt, als er sich umsah, nicht mal so sicher, worauf sie sich eigentlich geeinigt hatten. Ein weiterer Song war durch die Wände zu hören und sein Getränk vibrierte, weil die Musik so laut aus den Lautsprechern drang. An den Wänden hing lauter Poster von Daphne in ihren knappen Kostümen, auf denen sie in die Kamera lächelte. Auf jedem davon sah sie gesund und wunderschön aus und er konnte nur hoffen, dass sie in der Realität ebenso wirken würde und dass das nicht nur Photoshop zu verdanken war. Wenn eine glückliche, gesunde Daphne ihm einen Korb gab, dann konnte er damit leben. Ja, wirklich. Er würde sein Herz einfach wieder hinter der dicken Schutzmauer verstecken und sein Leben so fortsetzen, wie er es immer getan hatte. Aber er kam sich dennoch fehl am Platze vor. Während er hier in Anzug und Krawatte saß, schienen alle anderen Jeans zu tragen oder halbnackt zu sein. In einer Ecke saß ein Mädchen in einem Kleid, das komplett aus Gürtelschnallen zu bestehen schien und sie schnupfte Koks von einem Spiegel. Kate verzog das Gesicht. Wusste Daphne, dass ihre Entourage Drogen nahm? Sie musste sich von so etwas fernhalten, wenn es ihr je gelingen wollte, auf Dauer clean zu bleiben. Manchmal fragte er sich allerdings, ob Daphne das überhaupt wollte. Sie hatte ihm zwar geschworen, dass dem so war, aber dann war sie doch immer wieder von Leuten umgeben, die Drogen nahmen, wilde Partys feierten und einen schlechten Einfluss auf Menschen mit wenig Willenskraft, wie sie einer war, ausübten. Vielleicht wollte er ja mehr als Daphne selbst, dass sie gesund und clean war. Kate trank noch einen Schluck Bourbon und konnte diesen Gedanken kaum ertragen. Natürlich wollte Daphne clean werden. Sie hatte es selbst gesagt und sie hatte ihm versichert, dass er Teil ihres Lebens sein sollte. Daher saß er jetzt hier und verpasste eine wichtige medizinische Konferenz, zu der man ihn eingeladen hatte, um Backstage auf einen Popstar zu warten, in der Hoffnung von ihr zu hören, dass sie seit acht Monaten clean war, dass sie ihn liebte und dass sie ihrer seltsamen Beziehung noch eine Chance geben sollten. Die Vorstellung, sie könnte etwas anderes sagen, machte ihn ein bisschen nervös und so stürzte er seinen Bourbon hinunter und stand auf, um sich noch einen zu holen. Während er an der Bar wartete, kamen zwei Frauen herein, die sich zu streiten schienen. Einer hatte eine riesige Pyramide aus großen, gepunkteten Köfferchen in der Hand, während die andere den Arm voller Kostüme hatte. Ich bezahle nicht, knurrte die mit den Kostümen. Du hast gemogelt. Wieso habe ich gemogelt? erwiderte die andere. Sie drehte sich ein wenig und Kate bewunderte ihre Figur, als sie sich vorbeugte. Die Frau trug eine enge, schwarze Capri-Hose und Keilabsätze, die ihre wohlgeformten Schenkel betonten. Sie hatte einen runden, prallen Hintern, der möglicherweise etwas voller war, als es dem heutigen Schönheitsideal entsprach, aber ihm gefiel er. Nachdem er Daphnes ausgemergelte Gestalt gesehen hatte, wusste er gesunde Körper erst recht zu schätzen, selbst wenn an ihnen etwas mehr dran war. Würde Daphne so aussehen wie diese Frau, dann könnte er die Finger nicht von ihr lassen. Die Frau drehte sich zu ihm um und Kate riss die Augen auf. Es war die wunderschöne Fremde, mit der er kurz zuvor im Café geflirtet hatte. Kylie. Er bekam augenblicklich eine Erektion und rutschte unruhig auf dem Barhocker herum. Eine andere Frau zu bewundern, hieß noch lange nicht, dass er nicht mehr an Daph interessiert war, sondern nur, dass er einen schönen Körper zu schätzen wusste. Außerdem hatte Daphne früher selbst einmal so ähnlich ausgesehen, mit ihren üppigen Kurven und der blassen Haut. Weil du wusstest, dass sie so mit ihren Kostümen umgehen würde, meinte die Frau mit den Kleidungsstücken gerade. Kylie verzog die vollen roten Lippen zu einem strahlenden Lächeln und Kate konnte den Blick einfach nicht von ihr abwenden. Ich hatte so eine Ahnung, aber ich war mir nicht sicher, erwiderte sie. Dann stellte sie einen der Kosmetikkoffer auf einen Tisch, öffnete ihn und nahm mehrere kleine Make-up-Tuben heraus. Wenn sie ihre Kleidung genauso behandelt wie ihr Make-up, dann hättest du es wissen müssen und die Wette gar nicht erst annehmen dürfen. Die andere Frau schüttelte nur den Kopf, drückte Kylie einen Fünfer in die Hand und ging weiter. In diesem Augenblick reichte der Barkeeper Kate seinen Drink. Perfektes Timing. Kate konnte nicht anders, er musste einfach zu Kylie hinübergehen. Sie hatte etwas so unglaublich lebendiges an sich, das ihn magisch anzog. Auch wenn ihm seine Gründe nicht ganz klar waren, musste er ihr einfach Hallo sagen. Sie beugte sich über ihren Koffer mit dem Make-up und bekam gar nicht mit, dass er sich ihr näherte. Dadurch bekam er die Gelegenheit, sie genauer in Augenschein zu nehmen. Sie war durchaus üppig mit ihrer rundlichen Figur, den vollen Brüsten, die sich gegen den Stoff ihres engen, tief ausgeschnittenen Shirts pressten, als hätte sie es nur für ihn angezogen. Er liebte solche Brüste. Je größer, desto besser. Rasch trank er noch einen Schluck. Himmel, er klang ja schon fast wie Reese. Aber sie war wirklich hübsch. Ihr Make-up wirkte ein bisschen retro und betonte ihre großen braunen Augen und ihr Haar war hellblond gefärbt mit roten Spitzen. Sie hatte es zu zwei Zöpfen gebunden, die ihr über die Schultern hingen. Ihr Pony war lang und lockig und ihr ganzer Look machte den Eindruck, als wäre sie eine dralle Strandmixe. Kate gefiel das sehr. Sie sah so lebensbejahend und glücklich aus, so unglaublich lebendig. Warum konnte Daphne nicht halb so umwerfend aussehen wie Kylie? Er wusste anhand neuerer Fotos, dass Daphne noch immer dünn war. Die einzigen Rundungen an ihrem Körper waren ihre falschen Brüste. Acht Monate nach ihrem Aufenthalt in der Entzugsklinik sah sie noch immer nicht wieder so gesund aus, wie er sie in Erinnerung hatte. Aber wenn sie auch nur halb so verlockend auf ihn wirken würde wie Kylie, hätte er dann auch acht Monate gewartet, um sie wiederzusehen? Oder hätte er alles stehen und liegen gelassen und gefordert, dass sie sofort wieder zusammenkamen? Denn es war nicht nur Daphnes Aussehen, das ihn zögern ließ, es war auch die Tatsache, dass er wusste, wie nah sie dem Abgrund war, ihr aber nicht helfen konnte. Als er Kylie jetzt sah, erinnerte er sich daran, wie es im Café zwischen ihnen geknistert hatte. Ich hätte mir denken können, dass sie für Daphne arbeiten, als sie diesen unglaublichen Kaffee bestellt haben, sagte er und trat neben sie. Am liebsten hätte er sich vorgebeugt und ihr die Worte ins Ohr geflüstert, aber er wollte sie nicht erschrecken. Hallo. Kylie drehte sich zu ihm um und öffnete vor Überraschung den Mund. Ihre Lippen bildeten ein perfektes rotes O, bei dem er an alle möglichen unanständigen Dinge denken musste. Im nächsten Augenblick hatte sie sich jedoch schon wieder erholt, hielt mit einer Hand einen Berg Lippenstifte fest und reichte ihm die andere. Nochmal hallo! Oh mein Gott! Ich hätte nie damit gerechnet, sie hier wiederzusehen! Er nahm ihre Hand zwischen seine Hände und genoss ihre Wärme und ihren festen Händedruck. Ihre Nägel waren in mädchenhaftem Rosa lackiert und perfekt manikürt. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Sie bekam rote Wangen und strahlte ihn an. Was machen Sie hier hinter der Bühne? Ich bin mit jemandem verabredet, antwortete er, ließ widerstrebend ihre Hand los und steckte die Hände in seine Jackentasche, auch wenn er sich diese Marotte irgendwann mal abgewöhnen musste, da er so all seine Sakkos ruinierte. Ihre Miene ließ vermuten, dass sie sich sehr darüber freute, ihn wiederzusehen und ihre Augen funkelten. Sie machen Witze, wirklich? Erinnern Sie sich, was ich über den Wagen gesagt habe? Augenblicklich verschwand das Funkeln in ihren Augen und sie errötete. Ach ja, sagte sie, drehte sich um und legte die Kosmetikartikel ab. Ist sie zusammen mit Daphne auf Tour? Nein, sie ist Daphne, erklärte er. Glauben Sie, dass ihr der Wagen gefällt? Wieder bildeten ihre Lippen das kleine O und sie sah ihn blinzelnd an. Für einen kurzen Moment schien sie fast unglücklich zu sein, aber dann verbarg sie ihre Stimmung hinter einem Lächeln. Ich hätte mir denken können, dass es um Daph geht. Die Männer sind verrückt nach ihr. Die Männer? Kate zwang sich weiter zu lächeln, auch wenn es ihm zunehmend schwerer fiel. Er hätte Kylie am liebsten gefragt, ob sich Daphne mit vielen Männern traf, aber das wäre sinnlos gewesen, nicht wahr? Sie hatten sich seit Monaten nicht gesehen und wenn sie mit anderen Männern ausgingen, so hatte sie jedes Recht dazu. Was immer dazwischen Daphne und Kate war, ließ sich nicht so leicht einordnen. Sie führten keine Beziehung, aber es handelte sich auch um mehr als bloße Freundschaft. Es war, nun ja, es war kompliziert. Verdammt kompliziert. Normalerweise hatte er kein Problem damit, Dinge nicht einordnen zu können. Doch das hatte sich anscheinend geändert, nachdem er in der Nacht in der Hütte solchen Mist gebaut hatte. Seitdem war zwischen ihnen alles anders. Daphne wird sich sehr freuen, sie zu sehen, fuhr Kylie fort und blickte auf das Make-up hinunter, das sie vor sich auf dem Tisch sortierte. Das will ich doch hoffen, erwiderte Kate und bemühte sich um einen lockeren, unbesorgten Tonfall. Und was tun sie hier? Sind sie mit Dev auf Tour? Sind sie etwa eine der Background-Sängerinnen? Kylie schüttelte den Kopf. Ich treffe nicht einen Ton, stellte sie mit amüsiertem Grinsen fest. Ich bin ihre Visagistin. Sie deutete auf ihre vielen Köfferchen voller Make-up, die für eine halbe Kompanie reichen würden. Normalerweise muss ich ihr Make-up auffrischen, wenn sie von der Bühne kommt, und heute werde ich mir besonders große Mühe geben müssen, da die Presse hier ist. Deshalb bereite ich mich lieber schon mal vor. Sie lächelte ihn nervös an. Dann habe ich wenigstens etwas zu tun. Sie strich mit den Händen über ihre dunkle Capri-Hose und Kate wurde bewusst, dass sie wirklich nervös war. Möchten Sie was trinken? Ich kann Ihnen etwas von der Bar holen, schlug er vor. Kylie legte den Kopf schief und schüttelte ihre blonde Mähne mit den bunten Farbflecken. Ich bin bei der Arbeit und sollte lieber nichts trinken, aber Sie können ja einen für mich mittrinken. Gute Idee, meinte Kate und leerte sein Glas. Eigentlich trank er nur selten Alkohol, aber an diesem Abend stand er irgendwie neben sich und musste sich Mut antrinken. Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis die Show vorbei ist? Wiederlegte sie den Kopf schief und er stellte erneut fest, dass sie hinreißend war. Mal sehen, sie singt gerade Hopeless und danach kommen noch drei weitere Songs bis zum Ende des Sets. Nach der Zugabe kommt sie dann hierher und ich schminke sie nach und danach muss sie vor die Presse. Anschließend steht noch ein Treffen mit den Fans auf dem Programm. Danach müsste sie aber frei haben. Er sah auf die Uhr. Es war bereits nach halb elf. Er ging sonst auch nicht immer früh zu Bett, aber es hörte sich ganz danach an, als hätte Daphne bis nach Mitternacht ein volles Programm. Warum hatte sie ihn überhaupt herbestellt? Aber sie hatte ihm zugesichert, dass sie sich sehen würden. Während der letzten acht Monate war sie ihm aus dem Weg gegangen. Wenn er erst um drei Uhr früh Antworten von ihr bekam, dann konnte er auch damit leben. Kylie fingerte am Verschluss eines ihrer Koffer herum und sah ihn dann unter ihren dichten Wimpern hinweg an. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber natürlich. Sie ist ziemlich dreist. Er lächelte und war gespannt darauf, was sie wissen wollte. Wurde sie weiter mit ihm flirten? Es verwirrte ihn, dass ihm dieser Gedanke sehr gefiel. Das macht nichts. Schießen sie los. Erwartet Daphne sie? Das war nicht das, womit er gerechnet hatte. Ja, sie hat mich gebeten, heute Abend herzukommen. Ihre Assistentin hat mir Tickets geschickt. Ah, Kylie schüttelte den Kopf, als müsste sie versuchen, ihn bei, dann wird sie sich bestimmt sehr freuen, sie zu sehen. Allerdings sah sie nicht sehr überzeugt aus. Es machte eher den Anschein, als könnte sie ihm nicht in die Augen sehen. Kates Magen zog sich zusammen und er hätte Kylie am liebsten gefragt, ob Daphne noch immer Probleme hatte. Aber er wollte sie auch nicht in die Zwickmühle bringen, sich zwischen ihm und ihrer Arbeitgeberin entscheiden zu müssen. Daher ging er an die Bar, um sich noch einen Bourbon zu holen. Dann wartete er auf Daphne. Schließlich war er schon mal hier, dann wollte er sie auch sehen. Als das Publikum endlich jubelte und die Lichter hinter der Bühne angingen, um zu signalisieren, dass die Show bald zu Ende sein würde, hatte Kate bereits viel zu viel getrunken. Das passte gar nicht zu ihm, aber wenn es um Daphne ging, schien sein Urteilsvermögen nicht mehr zu funktionieren. Er schüttelte den Kopf, leerte ein letztes Mal sein Glas und stellte es auf die Bar. Jetzt war es genug. Stattdessen beobachtete er Kylie. Er hätte sie die ganze Nacht lang ansehen können. Sie war die ganze Zeit über so lebhaft, feminin und fröhlich. Mit einem höflichen Lächeln lehnte sie alle Drinks und Drogen ab, die um sie herum konsumiert wurde und sie nicht daran teilhaben konnte, was sie offenbar ohnehin nicht wollte. Warum konnte Daphne nicht mehr wie sie sein? In sich ruhend, zufrieden und eine angenehme Gesellschaft. Im Laufe des Abends fühlte er sich mehr und mehr zu Kylie hingezogen, doch er zwang sich, sie nicht zu belästigen, da sie schließlich zu Daphnes Angestellten gehörte und bei der Arbeit war. Aber er mochte sie. Allein ihre warme, freundliche Art beruhigte ihn und er konnte nicht leugnen, dass sie ihn auch ein wenig erregte. Immer mehr Menschen kamen hinter die Bühne und Kate stand auf, richtete seine Krawatte und schob die Hände in die ausgeleierten Taschen seines Sportsakos. Er versuchte Daphne zwischen den durchgeschwitzten Menschen zu entdecken, die gerade in ihren wilden Bühnenkostümen in den Raum strömten, aber die bunten Perücken und Handtücher, die herumgewirbelt wurden, erschwerten ihm die Sache. Alle raus, brüllte eine Assistentin. Verschwindet, damit Miss Patty sich umziehen kann. Wartet auf dem Flur. Das gilt auch für die Presse, Leute. Schon drängte sich die Menschenmenge wieder nach draußen. Sogar der Barkeeper stand den anderen aus dem Raum geschoben werden wollte. Er war schließlich ein enger Freund, verdammt nochmal. Daphne hatte ihn eingeladen. Er gehörte nicht zum Pöbel. Muss ich auch auf dem Flur warten? Ich weiß doch, dass Daphne mich erwartet. Kylie biss sich auf die volle rot geschminkte Unterlippe und Kate kämpfte erneut gegen seine Erregung an. Warum war sie in seinen Augen sehen würde, dass ich sein Penis ständig bemerkbar machte? Ich bin mir nicht sicher, gab Kylie zu. Vielleicht möchte sie sie jetzt noch nicht sehen. Ich habe sie schon unter den seltsamsten Umständen gesehen, erklärte Kate. Verdammt, er war schon mit Daphne nacktbaden gewesen, als sie noch Kinder waren und sie hatten ihr erstes Mal miteinander erlebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihren Anblick auch ertrage, wenn sie erschöpft und durchgeschwitzt ist. Wieder biss sich Kylie auf die Lippe und dann bedeutete sie ihm, er solle sich auf einen Stuhl in der Nähe setzen. Warten Sie hier, ich werde Snoopy fragen. Snoopy? Ihre Assistentin. Kylie lächelte ihn an, wobei ihre Grübchen zum Vorschein kamen, drehte sich dann um und ging weg. Er auf Daphne wartete. Das musste am Bourbon liegen. Es gab keine andere Erklärung. Er sah zu, wie sich Kylie einer anderen Frau näherte und mit ihr sprach. Die andere Frau sah besorgt aus und rang die Hände, dann schüttelte sie den Kopf. Kylie sprach weiter, während weitere Menschen durch den Raum liefen. Die Assistentin wirkte, als wäre sie den Tränen nah und sie machte ständig weitere hilflose Gesten. Was war denn da bloß los? Einen Augenblick später bekam Kate seine Antwort. Marco schrie eine vertraute Stimme. Wo zum Henker steckt Marco? Die Doppeltür, die zur Bühne führte, wurde aufgerissen und Daphne kam hindurch. Sie war spindeldürr und sah in ihrem durchgeschwitzten Kostüm sehr mitgenommen aus. Ihre schwarze Perücke war verrutscht und ihr Make-up verschmiert. Ihre Augen wirkten leer und ausdruckslos und als sie die Stufen herunter polterte, wusste Kate bereits, dass es ihr nicht gut ging. Ihm wurde das Herz schwer. Außerdem schien sie stinksauer zu sein. Wo zum Teufel steckt Marco? fragte Daphne erneut mit schriller Stimme. Ich habe brav auf der Bühne das Äffchen gespielt und jetzt will ich meine gottverdammten Drogen. Bei diesen Worten schien Kates Magen zu Eis zu erstarren. Hatte er wirklich darauf gehofft, Daphne hätte sich geändert? Er hätte es wissen müssen. Sie würde sich nie ändern. In Kate rangen Wut, Frustration und Enttäuschung miteinander. Aber vor allem war er das ganze leid. Er konnte so wenig ihre leeren Versprechungen und ihren Widerwillen von den Drogen wegzukommen. Er konnte das alles einfach nicht mehr ertragen. Die Luft schien auf einmal wie elektrisiert zu sein. Zumindest kam es Kylie so vor. Sie hielt Daphne einen kleinen Ventilator vor das Gesicht, während die Sängerin Wasser trank und darauf wartete, dass das Schwitzen aufhörte. Daphne hatte eine seltsame Laune. Einerseits kam ihre Gereiztheit immer wieder durch. Sie konnte auch nicht still sitzen, obwohl Kylie sie mehrfach deswegen schallt. Kylie hatte Daphne abgeschminkt, aber wenn sie für die Interviews frisches Make-up auftragen wollte, musste Daphne aufhören zu schwitzen und herum zu zappeln. Was beides noch einige Zeit dauern konnte. Selbst jetzt trommelte Daphne ungeduldig mit einem Fuß auf dem Boden herum. Du hast gesagt, ich könnte Marco sehen, fauchte sie Kylie an. Dein Manager hat gesagt, du könntest Marco sehen, korrigierte Kylie Daphne und tupfte deren Stirn ab. Ich muss zuerst dein Make-up auffrischen. Mag sein, aber ich brauche meinen Stoff. Warum ist es hier drin so heiß? Sie fächelte sich Luft zu und rutschte auf ihrem Stuhl herum. Das lief nicht gerade gut für Kylie. Lass mich zumindest ein bisschen was machen, dann kannst du wieder aufstehen. Der Popstar war viel zu nervös, um sich gründlich schminken zu lassen. Daher gab sich Kylie mit einer Grundierung und etwas Airbrush Make-up zufrieden, betonte die Augen und legte etwas pfirsichfarbenen Lipgloss auf, damit die Sängerin halbwegs gesund aussah. Gegen Daphnes Arme, auf denen die Venen hervortraten und die mit Einstichlöchern übersät waren, konnte sie nicht viel machen, daher ignorierte sie sie einfach. Okay, wir sind fertig. Super, rief Daphne und stand auf. Jetzt können wir die ganze Nacht lang feiern. Sie zwinkerte Kylie zu, da ihre gute Laune offenbar zurückgekehrt war. Willst du was schnupfen, dicke Marilyn? Nein, danke, erwiderte Kylie und deutete mit dem Kopf auf den Mann im Anzug, der auf der Couch saß. Kate. Dein Freund wartet schon seit ein paar Stunden auf dich. Und er ist süß und er hat dir einen rosafarbenen Wagen mitgebracht. Wieso hast du ihn dir nicht längst unter den Nagel gerissen? Daphne winkte Kate aus der Fahne zu. Hey, Babe. Er stand auf und sah sie besorgt »Dev, ich kann jetzt nicht reden«, fiel sie ihm ins Wort und ging zur Tür. »Ich muss Interviews geben und danach muss ich Marco finden. Wir sehen uns dann später. Warte«, rief er und streckte eine Hand nach ihr aus. Aber sie winkte ihm nur noch einmal zu und verschwand durch die Tür des Green Rooms. Die Menschenmenge, die draußen wartete, wurde sofort lauter und Kylie war auf einmal mit Kate allein. Er sah völlig erschüttert aus. Der arme Kerl, er war viel zu nett, um so behandelt zu werden. Zu nett und viel zu süß. Sie ist bestimmt bald wieder da, meinte sie zu ihm und lächelte ihn an. Warten Sie noch ein Weilchen. Er starrte die Tür noch einen Augenblick lang an, stopfte dann die Hände in seine Jackentaschen und sah zu Kylie hinüber. Kommt sie zurück bevor oder nachdem sie ihre Drogen gekriegt hat? Autsch! Kylie zuckte zusammen und ertrug es kaum, dass er die Wahrheit trotz ihrer beschönigenden Worte erkannt hatte. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Er rieb sich das Gesicht und schenkte ihr dann ein schwaches betretenes Lächeln. Trinken sie jetzt was mit mir? Sie schüttelte den Kopf. Ich sollte lieber nüchtern bleiben, falls ihr mich später noch braucht. Er verzog das Gesicht und wirkte auf einmal geknickt. Lustig, dasselbe habe ich auch gedacht, als ich hergekommen bin. Jetzt bin ich jedoch der Ansicht, dass mir nur noch ein richtig starker Drink helfen kann. Mit diesen Worten ging er zur Bar und bediente sich. Marco muss Daphne richtig gutes Zeug Es war fast drei Uhr früh und die Sängerin feierte noch immer, als gäbe es kein Morgen. Sie tanzte in der Mitte des Green Rooms und hing lachend an Marcos muskulösem Arm. Ihre anderen Tänzer feierten mit ihr und fast jeder hatte eine Flasche mit Alkohol in der Hand, obwohl die meisten von ihnen bereits im Bad etwas geschnupft hatten. Der Green Room war wieder gut Morgen losfuhren. Kate saß noch immer an der Bar und trank ganz allein seinen Bourbon. Er beobachtete Daphne, machte jedoch keine Anstalten, sich ihr zu nähern. Kylie war trotz der späten Stunde geblieben, weil Kate noch da war und weil er ihr sehr leid tat. Hier saß ein richtig toller Mann, wartete auf Daphne und war offensichtlich verrückt nach ihr und sie ließ ihn sitzen, um mit Marco zu feiern, weil Marco gute Drogen hatte. Es war ja nicht so, als würde Marco nicht an jedem Abend der Tour gute Drogen haben, dachte Kylie missmutig. Verdammt, der Kerl war schon an Daphnes Seite, seitdem sie ihn als Tänzer eingestellt hatte. Aber dass sie Kate ignorierte, obwohl er nur wegen Daphne gekommen war und es außer ihr keine für ihn zu geben schien, ärgerte Kylie. Wie konnte sich Daphne diesen perfekten sympathischen heißen Kerl einfach durch die Lappen gehen lassen? Vielleicht hatte Kylie aber auch einfach nur eine Schwäche für gut aussehende Männer oder war auf ihn fixiert, weil er so nett zu ihr gewesen war. Jedenfalls gefiel ihr das alles gar nicht. Ich brauche noch einen Schuss, rief Daphne lachend und drehte sich zu Marco um. Sie legte ihm die Arme um den Hals und küsste ihn. Komm schon, ich werde auch sehr nett zu dir sein. Marco legte den Kopf schief und tat so, als würde er darüber nachdenken. Ich weiß nicht. Daphne kicherte wie eine Irre und ging vor ihm auf die Knie. Ich werde sehr, sehr nett zu dir. Die Menge fing an zu lachen. Kate sprang auf. Er nahm seine Schlüssel von der Bar, an denen eine Schleife hing, weil er sie Daphne hatte schenken wollen, die ihn jedoch nur mit Missachtung strafte und ging zur Tür. Kylies Herz zog sich zusammen und sie schnappte sich ihre Handtasche und folgte ihm. Er hatte den Großteil des Abends getrunken und sie konnte ihn einfach nicht gehen lassen. Nicht so, nicht ohne, dass ihn jemand fuhr und sie ihn in Sicherheit wusste. Nicht ohne, dass sich jemand bei ihm für Daphnes schlechtes Benehmen entschuldigte und ihn wissen ließ, dass zumindest jemand anderes an ihn dachte. Sie lief los und holte ihn auf dem langen Flur ein, der zum Parkplatz führte. Er schien in sich zusammengesunken zu sein, aber er taumelte sie. Ist alles okay? Er ging weiter und nahm auch nicht die Hände aus den Taschen. Es tut mir leid, sagte sie und ging neben ihm her. Mir wurde erzählt, sie wäre ganz anders, wenn sie clean ist. Er blieb stehen und musterte sie. Wie lange arbeiten sie schon für Daphne? Etwa einen Monat. Haben sie sie jemals clean gesehen? Man konnte den Schmerz in bissig auf die Unterlippe. Sollte sie lügen, damit er sich besser fühlte? Ein kaum merkliches Lächeln umspielte seine Lippen. Ihr Zögern spricht bereits Bände. Es tut mir leid, sagte sie noch einmal und er setzte sich wieder in Bewegung. Sie hielt mit ihm mit, weil sie nicht bereit war, ihn gehen zu lassen. Warum tut es ihnen leid? Sie Dann hatte er sie beobachtet? Kylies Haut begann zu kribbeln, auch wenn sie wusste, dass sie sich darüber nicht freuen sollte. Ich finde, dass sich zumindest jemand für sie entschuldigen sollte. Er lachte und schüttelte den Kopf. Das sollte Daphne schon selbst tun, aber wir wissen beide, dass das niemals passieren wird. Kali sagte nichts mehr Kate und sie hatte nicht vor, ihm von der Seite zu weichen. Daphne hatte genug Kriecher und Drogen um sich, um bis zum Morgengrauen beschäftigt zu sein. Die Sache ist die, begann Kate leise. Ich kenne Daphne. Ich weiß, wie aufregend, warm und wunderbar sie sein kann, wenn sie clean ist. Sie ist brillant. Vermutlich habe ich sie aus genau diesem Grund schon immer geliebt. Er tiefe Traurigkeit zu erkennen. Aber das ist nicht die Frau, die ich heute Abend gesehen habe. Und so langsam frage ich mich, ob sie nicht für immer verschwunden ist. Geben sie nicht auf, bat Kylie ihnen. Sie litt mit ihm mit, da sie den Schmerz in seinen Augen sah. Ich habe zehn Jahre lang an ihr festgehalten und mich immer gefragt, wann der richtige Augenblick gekommen ist, das alles leid. Ich denke, es ist Zeit, dass ich nach vorne blicke und Daphne loslasse. Und zwar endgültig. Sie wird Freunde brauchen, stellte Kylie fest. Ich kann mir vorstellen, dass sie Menschen brauchen wird, denen sie vertrauen kann, wenn sie aus dem Albtraum aufwacht, den sie sich gerade selbst antut. Falls sie dann noch welche hat. Kate schüttelte den Kopf und sah Kylie finden, aber dennoch tut es jedes Mal weh, wenn ich sie sehe. Er tat Kylie so unglaublich leid. Aus einem Impuls heraus schob sie einen Arm unter seinen und drückte seinen Arm kurz. Sie kannte ihn nicht gut genug, um ihn einfach umarmen zu können, aber sie wusste, wann sie einen leidenden Menschen vor sich hatte und sie konnte ihm ein bisschen Trost einfach nicht verwehren. Sie sind ein guter Mann und haben es wenigstens versucht, versicherte sie ihm. Er schenkte ihr ein müdes Lächeln. Vielleicht bin ich auch nur dickköpfig. Oder das, sagte sie und erwiderte sein Lächeln. Der rosafarbene Wagen stand ganz allein auf dem fast leeren Parkplatz. Da ist mein Wagen, meinte Kate. Kylie runzelte die Stirn, als er die Schlüssel aus der Tasche holte. Wie viel haben sie getrunken? Ich kann fahren, versicherte er ihr, fummelte mit den Schlüsseln herum und ließ sie fallen. So ein Blödsinn, fauchte Kylie und hob die Schlüssel auf, bevor er es konnte. Wie viel haben sie getrunken? Er sah sie mit zusammengekniffenen Augen an, aber sie ließ sich nicht aufs Glatteis führen. Sie hatte geglaubt, seine Augen würden so trübe aussehen und glänzen, weil er sich über Daphne aufregte, was vermutlich auch der Fall war, aber es ließ sich nicht leugnen, dass er außerdem betrunken war und das nur sehr gut verbergen konnte. Ich hatte ein paar Drinks, gab er zu, und unter normalen Umständen würde ich sagen, dass es unverantwortlich wäre, in meinem Zustand zurück ins Hotel zu fahren, aber Dann grinste er sie so schief und hinreißend an, dass nicht der geringste Zweifel mehr daran bestand, dass er betrunken war. Hey, und was ist mit mir? konterte Kylie, musste jedoch ebenfalls grinsen. Himmel war dieser Mann niedlich. Sie sind einfach viel zu gut für diese ganze Bande. So ein süßer Kerl. Sie hielt die Schlüssel weiter weg, als er danach greifen wollte. Tja, diese viel zu gute Frau wird sie jetzt zurück zu ihrem Hotel fahren, weil sie den Gedanken nicht ertragen kann, dass sie einen Unfall bauen könnten. Er schnaubte. Ich kann noch fahren, ganz im Ernst, sie müssen ja nicht den Babysitter spielen. Es lag ihr schon auf der Zunge, dass sie das fast den ganzen Abend getan hatte und das ruhig weiter tun konnte, aber es hätte ihn vermutlich eher verletzt als zum Lachen gebracht. Er spielte den Tapferen, aber sie wusste, dass ihn Daphnes Verhalten mehr verletzte, als er sich anmerken ließ. Betrachten sie es einfach als das, was Freunde füreinander tun. Und jetzt steigen sie ein. Sie drückte auf die Fernbedienung und die Scheinwerfer des Wagens flackerten auf. Wirklich, Kylie, es Er zog einen Mundwinkel hoch und schenkte ihr wieder dieses hinreißende Lächeln, bei dem sie ein feuchtes Höschen bekam. Wer bin ich, dass ich einer so wunderschönen Frau widerstehen könnte? Ähm, ein mindestens ebenso hinreißender Mann? Aber das sagte sie nicht laut. Immerhin stieg er in den verdammten Wagen. Kylie setzte sich hinter das Lenkrad, steckte den Kate war deutlich größer als sie, daher musste sie auch den Sitz nach vorne schieben. Als sie angeschnallt war, schaute sie zu ihm herüber. Kann's losgehen? Er betrachtete sie mit nachdenklicher Miene. Kate, wie wär's mit anschnallen? Als er sie weiterhin bloß ansah, fragte sie sich schon, ob er wegen seines hohen Alkoholpegels schon weggetreten war. Wahrscheinlich würde er sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern können. Sie streckte einen Arm aus und zog ihm den Sicherheitsgurt über die Beine. Dabei berührten ihre Hände versehentlich seinen Schritt und sie zuckte zurück. Oh großer Gott, entschuldigen Sie. Schon okay, erwiderte er mit seltsam rauer Stimme. Ich schnalle mich selbst an. Sie beobachtete, wie er mit dem Gurt herum hantierte und es letzten Endes schaffte, ihn einzuklinken. Als das erledigt war, nickte sie ihm zu und ließ den Wagen an. Okay, in welchem Hotel wohnen Sie? Im Peninsula. War ja klar, im teuersten Hotel von Chicago. Daphnes Angestellte hatten Zimmer im Ableger einer preiswerten Hotelkette, während sie selbst natürlich deutlich nobler abgestiegen war. In Ordnung, erklärte Kylie und fuhr los. Dann bringen wir sie mal nach Hause. Die Fahrt zum Hotel verlief ereignislos, auch wenn die Straßen von Chicago selbst um drei Uhr morgens furchtbar waren. Sie fuhr vor das riesige Hotel und im nächsten Augenblick stand auch schon der Page neben dem Wagen und öffnete die Tür. Sie nahm ihre Handtasche und eilte auf Kates Seite. Er hatte während der ganzen Fahrt geschwiegen und sie Als sie ins Hotel gingen, lehnte er sich leicht gegen Kylie und legte ihr einen Arm um die Schulter. Da er nicht gerade sicher auf den Beinen stand, ließ sie es zu. Sie war davon überzeugt, dass er keine Hintergedanken hatte. Männer wie er interessierten sich nicht für Frauen wie sie. Welche Etage? erkundigte sie sich, als sie die ausladende Lobby betraten. Achtzehnte. Sie nickte und steuerte in Richtung Fahrstuhl. Als sich die Türen geschlossen hatten, waren sie allein in der Kabine. Kylie blickte zu Kate auf und stellte fest, dass er mit seinen glasigen Augen fasziniert auf sie herab sah. Das war schon ein wenig beunruhigend und sie war sich nicht sicher, was ihm gerade durch den Kopf ging. Aber sie tätschelte mit der freien Hand seine Brust, lächelte ihn an und versuchte einen entspannten Eindruck zu vermitteln. Halten sie noch durch? Es geht mir ganz hervorragend, murmelte er. Sie schlafen mir auch nicht ein? Ich bin überhaupt nicht müde. Als sie im 18. Stock aus dem Fahrstuhl stiegen, sah sie sich verblüfft um. Da waren aber verdammt wenig Türen. Welches Zimmer ist ihres? Das sah verdächtig danach aus, als würden sich auf diesem Stock die Penthouse Suiten befinden. Was sie wiederum nicht überraschen sollte, schließlich hatte er Daphne Patty aus einer Laune heraus ein Auto schenken wollen. Aber dieser Reichtum bewirkte, dass sie sich ganz unscheinbar vorkam und erinnerte sie noch einmal daran, dass der Mann, den sie da stützte, ein paar Ligen über ihr spielte. Kate deutete auf eine Tür ein Stück den Flur entlang und sie führte ihn in diese Richtung, wobei ihr nicht entging, dass er sich immer mehr auf sie stützte. Sie gelangten zu der Tür und sie schaute ihn erwartungsvoll an. Schlüsselkarte? In der Hosentasche. Er musterte sie amüsiert. Ich kann sie nicht zufällig davon überzeugen, sie für mich rauszuholen. Himmel, flirtete Kate etwa mit ihr? Der Mann musste wirklich sturz betrunken sein. Das ist wirklich süß, entgegnete sie ihm, aber das können sie auch sehr gut allein. Es war ein Versuch wert, murmelte er. Sie sind betrunken, schallt sie ihn. Wären sie nüchtern, hätten sie das niemals gesagt. Dass ich betrunken bin, heißt noch lange nicht, dass ich keinen Geschmack hätte, erklärte er. Aber er holte die Schlüsselkarte aus seiner Hosentasche, zwinkerte ihr zu und hielt sie vor den Scanner. Die Tür ging mit einem leisen Piepen auf und Kate nahm den Arm von Kylies Schulter, woraufhin sie sich auf einmal irgendwie beraubt fühlte. Möchten Sie noch kurz mit reinkommen? Sie zögerte. Mitten in der Nacht das Hotelzimmer eines fremden Mannes zu betreten, war vermutlich keine gute Idee. Das sollte ich lieber nicht tun. Nur ganz kurz, ich könnte ein wenig Gesellschaft gebrauchen. Kylie blieb noch einen Augenblick auf der Türschwelle stehen. Sie freute sich nicht gerade darauf, um diese Uhrzeit ganz allein in Chicago herum zu laufen und sie hatte auch noch nie ein Penthouse gesehen. Außerdem war Kate harmlos. Er würde ihr nichts tun, auch wenn sie sich das insgeheim vielleicht sogar wünschte. Aber nur kurz, warnte sie ihn, und dann sollte ich gehen. Möchten Sie was trinken, wollte er wissen und betrat seine Suite. Ich muss hier irgendwo eine Minibar haben. Sie folgte ihm, schloss die Tür hinter sich und gab sich die größte Mühe, sich nicht staunend umzusehen. Denn es war wirklich verrückt. Verrückt, lächerlich und durch und durch übertrieben. Der beigefarbene Teppich war dick und die Möbel glänzten und sahen brandneu aus. Kunstwerke, richtige Kunstwerke, keine hässlichen Hoteldroke, hingen an den Wänden und wurden von einzelnen Spots ins rechte Licht gerückt. Durch eine Schiebetür gelangte man in einen anderen Flügel der Suite und als sie das Wohnzimmer betrat, musste sie kichern. Ist das wirklich ein Flügel? Ein Stutzflügel für alles, was man im Hotel so braucht, bestätigte er und kam mit zwei kleinen Fläschchen Alkohol in der Hand auf sie zu. Ich bin zwar noch nie in ein Hotelzimmer gekommen und habe gedacht, verdammt, wo ist denn hier der Flügel? Aber damit scheine ich wohl recht allein reinzustehen. Sie musste lachen, lehnte den angebotenen Drink jedoch ab. Nein, danke. Sie werden nicht zurückfahren, erklärte er. Ich bestehe darauf, dass Sie um diese Uhrzeit ein Taxi nehmen. Und ich wäre ein armer Schlucker, wenn ich ein einsamer Trinker wäre. Aber da Sie hier sind, bin ich nicht mehr ganz so einsam. Sie ließ sich von seinen Worten erweichen und nahm ihm die winzige Flasche Patron- Tequila ab und schraubte sie auf. Er tat dasselbe und prostete ihr zu. Prost, sagte sie und nippte daran. Der Alkohol brannte auf angenehme Weise in ihrer Kehle. Während sie durch das Zimmer schlenderte, nippte sie mehrfach daran. Wie viel kostet so eine Suite pro Nacht? Das wollen sie nicht wissen, erwiderte er. Tatsächlich weiß ich es selbst nicht genau. Einer meiner Assistenten hat sich darum gekümmert. Sie ging durch das Wohnzimmer, diese unglaubliche Suite war wirklich riesig und schaute auf den Balkon hinaus. Wow, der ist ja gigantisch! Sollen wir mal rausgehen? Er öffnete die Tür und machte eine einladende Geste. Obwohl Kylie ziemlich müde war und sie wusste, dass Kate eigentlich ins Bett gehörte, trat sie auf den Balkon, denn der Balkon war mit Marmorkacheln gefließt und dezent mit schweren Holzmöbeln ausgestattet. Von hier oben hatte man einen umwerfenden Blick auf die Stadt und sie sah sich staunend um. Das ist ja wunderschön! Nicht wahr? Kate sah lächelnd zu den Gebäuden hinüber und sein blondes Haar wurde von der nächtlichen Brise zerzaust. Er stellte sich neben sie und sie spürte seine Körper warme. Ich muss zugeben, dass ich dieses Zimmer nur wegen des Balkons haben wollte. Das kann ich nachvollziehen. Bei dem ganzen Platz hier könnte man glatt eine Party feiern. Leider wohne nur ich hier. Er klang melancholisch und tat ihr schon wieder leid. Sie hob die winzige Tequila Flasche an die Lippen und trank sie in einem Zug aus, woraufhin ihr ein wenig schwummerig wurde. Das tut mir leid. Warum sagen sie ständig, dass es ihnen leid tut? Er starrte einen Augenblick lang den Nachthimmel über Chicago an, bevor er sich zu ihr umdrehte. Nichts von all dem ist ihre Schuld. Ich weiß, erwiderte sie und verschränkte die Arme über den Brüsten, da sie fröstelte. Ihr dünnes Shirt war für solche Abende im Freien nicht warm genug. Ich wünschte mir nur, dass ich die Dinge anders für sie entwickelt hätten. Sie sind so ein netter Kerl. Zu ihrer Überraschung verzog aber ihren Worten den Mund und bekam eine säuerliche Miene. Genau das ist das Problem. Es scheint niemanden zu interessieren, was der nette Kerl empfindet. Er legte den Kopf schief und musterte sie so lange, dass sie schon ganz verlegen wurde. Niemand außer Ihnen. Der Wind wehte ihr das Haar ins Gesicht und sie schob es ungeduldig zur Seite und dachte nach. Was konnte sie darauf erwidern, dass nicht ungemein dämlich klang? Ich habe sie die ganze Nacht nicht aus den Augen gelassen? Ich bin nun mal an ihnen interessiert, weil sie der perfekte Mann sind und Daphne nicht begreift, was sie an ihnen hat. Ich wünschte, sie würden mich bemerken. Nichts davon würde ihr über die Lippen kommen, ohne dass es ihr schrecklich peinlich wäre. Daher stand sie einfach nur schweigend da und starrte ihn an. Diesen perfekten, wundervollen Mann, der etwas Besseres verdient hatte. Es ist schon irgendwie komisch, meinte Kate und trat näher an Kylie heran. Sein Haar wurde von der Brise aufgewirbelt und für einen kurzen Moment sah er im Schatten aus wie ein gefallener Engel. Wissen Sie, was ich gedacht habe, als ich Daphne heute Abend gesehen habe? Mir schoss nicht etwa durch den Kopf, dass es schön ist, sie zu sehen oder dass ich besorgt war, weil es ihr so schlecht geht. Nein, mit Kylie sah ihn fragend an. Wie bitte? Ich glaube, Sie sind betrunken, Kate. Stimmt, ich bin betrunken, gab er zu. Denn nüchtern hätte ich das nie zugegeben. Aber Sie sind unglaublich und überwältigend sexy und ich fühle mich seit dem ersten Augenblick, in dem ich sie gesehen habe, zu ihnen hingezogen, auch wenn es vermutlich nicht gerade klug ist. Und jetzt stehe ich hier nach einem furchtbaren Abend mitten in der Nacht auf dem Balkon und kann an nichts anderes denken als daran, dass es mir doch gar nicht so schlecht geht, weil ich sie ansehen kann und das so wahnsinnig gerne mache. Er strich ihr mit einem Finger eine Locke aus der Stirn und schob sie hinter ihr rechtes Ohr. Und ich wünsche mir fast, ich wäre einer dieser Kerle, die nur an sich selbst denken, denn dann würde ich sie bitten, die Nacht mit mir zu verbringen. Kylie riss die Augen auf. Er fuhr mit den Fingern die Konturen ihres Ohrs nach und sie erschauerte. Aber er blieb vor ihr stehen. Seine Stimme klang klar und deutlich. So betrunken konnte er eigentlich gar nicht sein, oder? Dass er Kylie ein solches Angebot machte? Was meinen sie damit? Es ist spät und sie sind wunderschön, gestand er ihr offen und legte ihr eine Hand an die rundliche Wange. Und ich frage mich, ob wir nicht beide ein bisschen was vom Leben haben sollten. Ob wir nicht einen unglaublichen und intensiven One-Night-Stand erleben und morgen früh ohne Gewissensbisse darauf zurückblicken sollten. Was meinen sie? Sie sah ihm in das attraktive Gesicht, seine Finger fühlten sich warm auf ihrer Haut an und seine Berührung bewirkte, dass jedes ihrer Nervenenden nach mehr verlangte. Sie wollte so gern Ja sagen. Es war wenigstens zwei Jahre her, dass sie einen festen Freund gehabt hatte. Der letzte Mann, der ihr etwas bedeutet hatte, war Jared gewesen. Und Jared war es ausgesprochen gut gelungen, bis zum letzten Augenblick vor ihr zu verbergen, was für ein ausgemachter Mistkerl erwirklich war. Er hatte immer gewusst, was er sagen und tun musste, um Kylies angeknacktes Selbstvertrauen zu zerschmettern, bis sie nach der Trennung von ihm nie wieder einen Freund haben wollte. Indem man auf Tour ging, machte man persönliche Beziehungen so gut wie unmöglich. Sie konnte nicht selbst über ihren Terminplan bestimmen und war lange Zeit von zu Hause weg. Überdies war sie während dieser Zeit immer von so vielen fitten, schlanken, heißen Tänzerinnen oder Popstars umgeben, dass niemand groß auf die kurvige Kylie achtete. Normalerweise machte ihr das nichts aus und sie war zufrieden damit, nicht weiter aufzufallen. Aber heute Nacht wäre es nicht schön, eine heiße Affäre mit einem Mann zu erleben, der sie so wollte, wie sie war? Endlich wieder ihre Lust auf Sex zu befriedigen, die sie so lange ignoriert hatte? Und das auch noch mit dem attraktiven Kate, der alles zu verkörpern schien, was sie an einem Mann mochte. Aber Kylie war keine solche Frau. Nicht wirklich. Auch wenn sie davon träumen mochte, für eine Nacht wild und zügellos zu sein, sie besaß zu viel Pflichtgefühl. Sie musste am nächsten Mittag wieder bei den anderen im Tourbus sein, damit sie weiterfahren konnten. Das Klügste wäre, jetzt in ihr zu fahren, ein paar Stunden zu schlafen und zu versuchen, die heutige Nacht zu vergessen. Nicht mehr an Kates traurige Augen zu denken, seine vom Wind zerzausten Locken, die Art, wie er mit ihrem Kaffee geflirtet hatte, bevor der Abend zu einem Albtraum geworden war. Denn sie wusste schließlich, wie alles enden würde. Er würde morgen früh aufwachen, ihren dicken Hintern anstarren und irgendwelche Ausreden dass Kylie schließlich verschwand. Daher schüttelte sie den Kopf und tätschelte seine Brust durch das Sakko hindurch. Kate, sagte sie sanft, sie sind verletzt. Nur aus diesem Grund machen sie mir überhaupt diesen Vorschlag. Das stimmt nicht, protestierte er. Er legte ihr einen Arm, einen kräftigen muskulösen Arm um die Taille und zog sie an sich. Ich leide, Daphne hat mir sehr wehgetan. Ich bin so unglaublich enttäuscht von ihr, dass ich es kaum ertragen kann und ich glaube, dass ich zum ersten Mal seit zehn Jahren wirklich bereit bin, sie aufzugeben. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich mich nicht zu ihnen hingezogen fühle. Ganz im Gegenteil. Schon im Café konnte ich nicht aufhören, sie anzustarren und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, dass das in Ordnung wäre, weil ich sie sowieso nie wiedersehen würde. Doch dann ist genau das passiert. Ich habe sie den ganzen Abend im Greenroom beobachtet. Immer wenn sie gelacht oder gelächelt haben, hat mich das erregt. Es ist schrecklich, dass das alles an einem Abend passiert ist, aber ich werde nicht zu gründlich darüber nachdenken. Fakt ist, dass ich dich begehre. Er beugte sich vor und küsste sie zärtlich. Sie keuchte auf und war überrascht, seine Lippen auf ihren zu spüren. Damit hatte sie nicht gerechnet. Trotzdem spürte sie das Verlangen nach mehr. Der Kuss war viel zu kurz gewesen. Kate strich ihr mit einem Daumen über die Unterlippe und sah ihr in die Augen. Ich begehre dich so sehr, dass ich es kaum noch aushalte. Und das liegt nicht nur daran, dass du gerade hier bist und ich mit einer Frau schlafen will. Es liegt daran, dass Kylie hier ist, dass ich Kylie an meine Brust drücke und dass Kylie mit jedem Lächeln bewirkt, dass ich er der beste Schauspieler der Welt wäre, wenn er nur mit ihr spielte, um es Daphne heimzuzahlen. Schließlich erweckte alles, was er tat, in ihr den Eindruck, dass er sie wirklich begehrte. Allein die Art, wie er ihren Mund anstarrte, wenn sie sich die Lippen leckte und wie er sie an sich drückte, zeigte ihr ganz deutlich, dass Kate sie attraktiv ist, was wäre so schlimm daran, die Nacht mit Kate zu verbringen? Er hatte selbst gesagt, dass es nur eine Affäre wäre, eine einmalige Sache. Ein scharfer Kerl wollte eine heiße Nacht mit ihr verbringen. Ohne Hintergedanken, ohne Verpflichtungen, ohne Beziehung, einfach so. Was sollte es denn dafür eine Schattenseite geben? Wahrscheinlich gab es eine, schaltete sich Kailies Verstand ein. Daphne war ihre Chefin und sie spielte mit dem Feuer, wenn sie auch nur daran dachte, mit Kate zu schlafen. Andererseits, hatte ihn Daphne nicht früher an diesem Abend selbst abgewiesen? Hatte sie nicht klar zum Ausdruck gebracht, dass sie lieber feiern und heil werden wollte, als Zeit mit Kate zu verbringen? Außerdem war Kate so umwerfend und Kylie genoss seine Aufmerksamkeit. Der viel zu kurze Kuss benommen und es war spät und sie konnte vermutlich selbst nicht mehr klar denken. Denn sie wollte diesen Mann und er wollte sie. Was konnte daran denn schon falsch sein? Also biss sie sich auf die Lippe, beugte sich vor und küsste ihn als eine Art wortlose Antwort auf seine Frage. Kate Archer zu küssen war besser als Eis essen. Süßes, cremiges Schokoladeneis mit heißer Karamellsoße, die an den Seiten herunterlief. Köstlich, aber nicht annähernd so verlockend für ihre Sinne wie der warme Atem des Mannes, der sie gerade küsste. Oder seine Zunge, die ihre liebkoste. Sein Mund, den er weiter öffnete, damit ihre Zunge ihn erkunden konnte. Das leise Stöhnen, das er ausstieß, als sich ihre Lippen berührten und wie seine rechte Hand zu ihrem Hintern wanderte und er Kylie an sich drückte, als wäre sie wunderschön und sexy und als würde er sie mehr begehren als jede andere Frau auf der Welt. Als sich ihre Lippen voneinander lösten, entrang sich ein leiser verträumter Seufzer ihrer Kehle. Wollen wir reingehen, murmelte Kate und umfing ihr Gesicht mit seinen langen Fingern. Ich sollte das lieber nicht tun. Die Frage war nicht, ob du das tun solltest, sondern ob du das tun willst, stellte er klar und fuhr ihr mit den Fingern erneut über die vollen Lippen. Sie nahm eine Fingerspitze zwischen die Zähne und leckte mit der Zungenspitze darüber. Mehr als alles andere auf der Welt. Dann lass uns nicht so viel darüber nachdenken. Eine Nacht lang wollen wir einfach nur auf unsere Gefühle hören. Das klang ganz wunderbar. Sie nickte und er küßte sie noch einmal, nahm dann ihre Hand und führte sie zurück ins Zimmer. Während er sie durch die Räume geleitete, schaltete er überall die Lampen aus. Dann standen sie in dem opulenten Schlafzimmer. Die Wände waren mit Panelen in warmen Holztönen getäfelt und die Vorhänge blass Cremefarben. Auf dem riesigen Bett mit dem wattierten weißen Kopfende lagen Dutzende von Kissen. Es sah einfach traumhaft aus. In so einem Hotelzimmer bin ich noch nie gewesen. Es ist schön, nicht wahr? Du solltest erst mal das Badezimmer sehen. Darf ich? Er deutete auf eine Tür, die vom Schlafzimmer abging. Nur zu. Sie betrat das Badezimmer und keuchte leise. Es war überaus luxuriös. Eine Regendusche, ein in den Boden eingelassener Whirlpool, dicke, plüschige Badvorleger, hier gab es alles, was man sich nur wünschen konnte. Neugierig öffnete sie eine Tür an einer Seite und lachte, als sie die Fitnessgeräte sah. Großer Gott, allein das Bad ist ja größer als meine letzte Wohnung. Hm, dann bin ich erst recht froh, dass du hier bist und dich daran erfreuen kannst. Er zog sie an sich, sodass ihr Rücken an seiner Brust lag. Dann legte er die Arme um ihre Taille, drückte den Kopf an ihren Hals, schob ihre Haare beiseite und küsste ihren Nacken. Kylie erschauerte. Beinahe hätte sie Kates Hände instinktiv von ihrer Talie weggeschoben, damit er nicht merkte, wie dick sie war. Aber das war natürlich albern. Er wusste das schließlich ganz genau. Sie war nun einmal keine schlanke Frau. Ihre Brüste waren groß, ihr Becken war breit und das ließ sich nun einmal nicht kaschieren. Daher zwang sie sich dazu, sich zu entspannen. Wenn er ihren Anblick nicht ertragen konnte, dann würde sie ihn halt nie wiedersehen, nicht wahr? Sie drehte sich um, legte ihm die Arme um den Hals und zog ihn an sich, um ihn lange und leidenschaftlich zu küssen. Ihre Zunge umspielte die Seine und zuckte über seine Lippen. Ich habe hier genug gesehen. Lass uns zurück ins Schlafzimmer gehen. Kate stöhnte und umfing ihre Pobacken mit den Händen. Gute Idee. Aber er hörte nicht auf, sie zu küssen. Stattdessen ging er mit kleinen, langsamen Schritten rückwärts in Richtung Schlafzimmer. Sie kicherte leise, unterbrach den Kuss jedoch ebenfalls nicht. Mit aneinander gepressten Lippen taumelten sie zurück ins Schlafzimmer. Sie trat ihm versehentlich auf den Fuß und er zuckte zusammen. Entschuldige, hauchte sie. Ich kann dich auch zum Bett tragen, murmelte er zwischen den Küssen. Seine blauen Augen waren voller Leidenschaft und umrahmt von dunkelblonden Wimpern und sie konnte seinem lüsternen Blick nicht entrinnen. Er war wundervoll bis hin zu seinem sinnlichen Mund. Kein Mann sollte einen derart schönen Mund haben, fand Kylie. Das war schlicht und einfach nicht fair. Dann wurde ihr erst bewusst, was er gerade gesagt hatte. Du willst mich tragen? Er nickte und wollte sie schon hochheben, aber sie stolperte rasch zur Seite, um das zu verhindern. Warte, nein! Was ist denn? Du musst wirklich betrunken sein, wenn du glaubst, du könntest mich tragen, erklärte sie. Sie trug immerhin Kleidergröße 46 und das war eine ziemliche Ansage. Ich sehe nicht aus wie Daphne. Gott sei Dank, erwiderte er, legte die Hände an ihren Hals und küßte sie leidenschaftlich. Ich liebe dein Aussehen, murmelte er in ihrem Mund. Ich liebe deinen üppigen Körper. Er ist einer der Gründe, warum ich mich zu dir hingezogen fühle. Seine Hände glitten zu ihren Schultern und an ihren Armen herunter und er sah sie liebevoll an. Deine Brüste, deine Hüften, deine Kurven, deine Weichheit, verdammt, du bist so wunderbar. Okay, dieser One-Night-Stand versprach, weitaus besser zu werden, als sie erwartet hatte. Sie knöpfte langsam sein Hemd auf. Ich möchte deinen Körper sehen. Nur wenn ich auch deinen zu sehen kriege, erwiderte er mit frechem Grinsen. Ein Kleidungsstück gegen ein Kleidungsstück. Das klingt nur fair, stellte sie neckend fest. Ein Spiel erleichterte es einem ungemein, sich vor jemandem Fremden auszuziehen. Aber ich darf entscheiden, was du ausziehst. Nur wenn dasselbe für mich gilt. Einverstanden. Darf ich anfangen? Aber sicher. Seine Augen strahlten. Ladies first. Sie tippte sich gegen die Lippe und tat so, als würde sie nachdenken. Na, am besten fangen wir mal mit den Grundlagen an, bevor wir zu den richtig guten Sachen kommen. Also runter mit der Jacke. Kate zog sich umständlich die Jacke aus, summte dabei leise ein unzüchtiges Lied und tat so, als würde er sich vor einem großen Publikum entkleiden. Er wirbelte die Jacke über seinem Kopf herum und warf sie dann auf den Boden. Kylie lachte und klatschte begeistert. Wie viel von dem hier war wohl der wahre Kate und wie viel war vom Alkohol verursachte Albernheit, fragte sie sich. Auf jeden Fall genoss sie es sehr. Sie amüsierte sich köstlich. Normalerweise war sie im Bett nicht besonders spielerisch aufgelegt, da ihre Selbstzweifel meist verhinderten, dass sie sich richtig entspannte. Aber wie sollte sie sich jetzt noch wegen ihres Aussehens Sorgen machen, wo dieser betrunkene himmlische Mann so tat, als würde er für sie strippen und sogar die entsprechende alberne Musik summte? Das war einfach nur hinreißend. Du bist dran, sagte Kate und hob neckisch die Augenbrauen. Er legte einen langen Finger an die Lippen und begutachtete sie von oben bis unten und Kylie hob die Arme über den Kopf, bewegte sich ein wenig und präsentierte ihre Kleidung. Wie wäre es mit deinem BH? Das geht jetzt noch nicht, entgegnete sie. Der ist noch unter meiner Kleidung. Ich wüsste nicht, dass wir irgendwelche Regeln festgelegt hätten, meine Schöne. Er tat so, als würde er wie ein Schurke aus einem alten Film seinen Schnurrbart zwirbeln und sie musste schon wieder lachen. Also dann, zieh den BH aus. Mit einem gespielten Säufzer schob sie die Arme durch die Ärmel und zappelte in ihrem T-Shirt herum, bis es ihr gelungen war, die sechs Häkchen auf dem Rücken zu öffnen. Ein BH für größere Brüste ist nicht gerade ein sehr feminines und zartes Kleidungsstück, zumindest nicht, wenn er auch noch stützen soll. Kylies BH war groß, robust und praktisch. Schließlich gelang es ihr, ihn auszuziehen und sie streckte ihn mit einer Hand aus ihrem Shirt heraus, wobei sie hoffte, dass Kate nicht bemerkte, dass es nur ein schlichter beigefarbener BH war, der nicht im geringsten als wild oder sexy bezeichnet werden konnte. Daphnes Unterwäsche war bestimmt wild und sexy. Das machte ihr Sorgen. Doch Kate leckte sich nur die Lippen und musterte ihre Brüste durch das T-Shirt hindurch. Jetzt habe ich Sie warf den BH grinsend auf seine Jacke, schob die Arme wieder durch die Ärmellöcher des engen schwarzen Shirts und kümmerte sich nicht weiter darum, dass ihre großen Brüste bei jeder Bewegung wippten. Dann bin ich jetzt wieder dran, oder? Darf ich vielleicht eine wundervolle Socke vorschlagen? Davon habe ich sogar zwei. Seine Stimme klang spöttisch, aber ihr entging nicht, dass er den Blick nicht von ihren Brüsten abwandte, woraufhin ihre Brustwarzen steif wurden. Es erregte sie unglaublich, dass er sein Verlangen so offen zur Schau stellte. Zwischen ihren Schenkeln spürte sie ein warmes Pulsieren und sie hätte sie am liebsten zusammen gepresst, tat es jedoch nicht. Stattdessen betrachtete sie seine Kleidung. Er trug ein Oberhemd, dessen oberster Knopf geöffnet war, eine Anzughose, Socken und Schuhe. Sie vermutete, dass er darunter Boxershorts anhatte. Oder einen Slip? Sie war sich nicht ganz sicher, aber sie wollte sich die Vorfreude auch nicht verderben, indem sie direkt danach verlangte. Schon jetzt zeichnete sich eine Erektion deutlich in seiner Hose ab und sie leckte sich erwartungsvoll die Lippen. Zu ihrer Überraschung stöhnte er daraufhin und sah sie lustvoll an. Ich muss dir gestehen, dass ich deinen Mund unglaublich heiß finde, großer Gott. Kylie leckte sich noch einmal die Lippen, nur um ihn weiter zu reizen und deutete dann auf sein Hemd. Runter damit, ich will deinen Oberkörper sehen. Er zog schnell sein Hemd aus und war dabei nicht mehr so verspielt wie zuvor seines dicken erigierten Glieds durch den Stoff seiner Hose erkennen. Und es schien sich dabei um ein ansehnliches Exemplar zu handeln, wenn man sie fragte. Er hatte in dieser Beziehung einiges zu bieten. Ja, es war doch eine gute Entscheidung gewesen zu bleiben. Kate entledigte sich seines Ober- und seines Unterhemdes und Kylie sog beim Anblick seiner nackten Brust die Luft ein. Oh wow, murmelte sie und musste einfach näher treten und mit den Händen über seinen muskulösen Oberkörper streichen. Du bist umwerfend. Daphne war wirklich eine Nährin, dass sie sich diesen heißen Kerl entgehen ließ. Kate war groß und schmal und hatte einen dünnen flaum heller Haare auf der Brust, der sich über seine ausgeprägten Muskeln erstreckte und über dem Bauch spitz zulief. Auf seinem linken Bizeps prangte ein hässliches schwarzes Tattoo mit Schädeln und anderen Dingen, aber sie ignorierte es und streichelte lieber seine Brust. Sie berührte doch tatsächlich einen Mann mit einem Sixpack. Sie, Kylie Daniels mit dem dicken Arsch und den breiten Hüften durfte einen derart knackigen Mann mit den Händen und hoffentlich auch bald mit den Lippen berühren. Ich muss zugeben, dass mir dieses Spiel sehr viel Spaß macht, hauchte sie und schob eine Fingerspitze in seinen Bauchnabel. Er stöhnte und schloss die Augen. Es ist Spaß, aber gleichzeitig auch eine himmlische Folter. Sie wusste genau, was er meinte. Ihr Verlangen auf ihn wurde ebenfalls immer größer. Ich glaube, du bist dran. Kate betrachtete sie aus halbgeschlossenen Augen. Darf ich dich berühren? Noch nicht, murmelte sie, obwohl sie selbst seinen wunderbaren Oberkörper mit den Händen erkundete. Aber wie sollte sie auch aufhören, ein solches Prachtexemplar zu streicheln? Das wäre doch Masochismus. In Ordnung, erwiderte er. Ich glaube, ich weiß, was du als nächstes ausziehen sollst. Was denn? fragte sie und war ganz außer Atem, weil sie ihn noch immer berührte. Seine Haut war so warm und er roch so gut. Er beugte sich vor, bis seine Lippen ihr Ohr berührten. Dein Höschen. Kylie stöhnte leise. Der Mann spielte nicht fair. Aber dann muss ich auch die Hose ausziehen. Das ist nicht mein Problem. Seine Stimme war wie Seide, die ihre Haut liebkoste. Sie erschauerte und überlegte krampfhaft, wie sie dieses Spiel in die Länge ziehen und sich ihres Höschens entledigen konnte, ohne gleich halbnackt dazustehen. Aber ihr wollte einfach nichts einfallen. Es war auch nicht gerade hilfreich, dass ihr verstand aufgrund von Kates Nähe und des zuvor getrunkenen Da es offenbar keinen Weg aus diesem Dilemma gab, seufzte sie, zog ihre Schuhe aus und öffnete den Hosenknopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du hier gleich mehrere Dinge auf einmal bekommst, erklärte sie und wandte ihm den Rücken zu, um ihn zumindest ein wenig auf die Folter zu spannen. Sie zog den Reißverschluss herunter, schob die Hose über die Hüften und ließ sie zu Boden fallen. Jetzt trug sie nur noch ihr Höschen und ihr Shirt und ihr Höschen hatte sehr viel Spitze am Saum, sodass der Großteil ihres blassen Hinterns zu sehen war. Das hatte sie an diesem Morgen beim Anziehen gar nicht bedacht. Sie mochte dieses Höschen, weil es sich unter ihrer Kleidung nicht abzeichnete. Aber jetzt waren ihre bleichen, fleischigen Po-backen nahezu entblößt. Kate stöhnte erneut und trat näher, strich über ihre Arme. Du hast einen wunderschönen Hintern. Ich würde ihn so gern anfassen. Hey, hey, neckte sie ihn, entwand sich seinen Händen und zog sich auch das Höschen aus. Von anfassen hat keiner was gesagt. Sie konnte auch mit harten Bandagen kämpfen. Irgendwann will ich küssen und streicheln und lecken. Seine Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern und er zog jedes Wort in die Länge, während er sich dicht hinter sie stellte, ohne sie jedoch zu berühren. Und an dir saugen. Jetzt zitterte sie beinahe vor Verlangen. In ihrem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander bei der Vorstellung, dass er sie lecken, küssen, beknabbern und an ihr saugen wollte. Sie drehte sich zu Kate um. Jetzt bist du in der Reihe. Ich will auch deine Unterwäsche. Er stand sehr dicht vor ihr und es war fast schon erstaunlich, dass sie seinen Penis noch nicht spüren konnte. Sie hätte sich am liebsten an ihn gedrückt und seine Wärme und seine Erektion gespürt. Dieses Spiel dauerte und viel zu lange und sie sehnte sich so sehr nach ihm, dass sie vor lauter Vorfreude unglaublich feucht geworden war. Kate sah ihr in die Augen und sie wandte den Blick nicht ab. Es war, als würden sie einen erregenden Tanz aufführen. Er unterbrach den Blickkontakt auch dann nicht, als er den Reißverschluss einer Hose herunterzog. Sie hörte das Rascheln des Stoffs, als die Hose zu Boden rutschte und beobachtete, wie er den Mund zu einem heißen Grinsen verzog, während er seine Boxershorts auszog. Da er jetzt völlig nackt war, wäre es nur fair, wenn sie sich ebenfalls ganz entkleidete. Während sie ihm weiter in die Augen sah, zog sie sich das Shirt über den Kopf. Nun stand sie nackt vor ihm, und er hatte auch nur noch seine Socken an. Damit war die Zeit des Herumspielens vorbei. Als hätten sie sich wortlos abgesprochen, streckte Kylie die Hände nach ihm aus, während er gleichzeitig nach ihr griff und dann küssten sie sich leidenschaftlich. Sie drückte die Brüste gegen seine nackte Brust und jetzt konnte sie sein erigiertes Glied spüren, dass er heiß, hart und prall gegen ihren Bauch presste. Sie küsste ihn erneut und er schmeckte nach Alkohol, Mann und all den herrlichen Dingen, nach denen sie sich so sehr sehnte. Kate stieß sie hervor und stöhnte. Himmel, wie ich es liebe, wenn du deine Brüste gegen mich drückst, murmelte er in ihrem Mund. Vergiss alles, was wir eben gesagt haben, ich konnte, umfing er auch schon ihre Pobacken mit den Händen und drückte ihre Hüften gegen seine, um ihr zu demonstrieren, was sie erwartete. Er stockte der Atem und sie konnte als Antwort gerade mal ein ersticktes Stöhnen ausstoßen. Kate übernahm jetzt die Führung. Während er sie weiter küsste, steuerte er sie langsam auf das große Bett zu. Als ihre Kniekehlen gegen die Matratze stießen, stupste Kate sie ermutigend an und sie ließ sich auf den Rücken fallen, nur um einen Augenblick später seinen Körper auf ihrem zu spüren. Sie küssten sich weiter leidenschaftlich und er bewegte sich höher, schob ihr ein Knie zwischen die Oberschenkel und hob einen ihrer Schenkel an seine Hüfte. Sie stöhnte und klammerte sich an seine Schultern. Du bist wunderschön, murmelte er zwischen den Küssen und drückte den Mund an ihren Hals. Dein Körper ist einfach nur perfekt, allein diese Brüste. Er streichelte mit einem Daumen ihre rechte Brustwarze und ließ sie lustvoll aufkeuchen. Sie sind so groß und prall und die pinkfarbenen Brustwarzen sind einfach wunderschön. Sie hatte noch nie etwas so Erregendes gespürt wie seine Hand, die sie streichelte. Unter seiner Berührung drückte sie den Rücken durch, presste ihre Brust in seine Hand und verlangte nach mehr. Am liebsten hätte sie lustvoll aufgeschrien und verlangt, dass er sie leckte, biss und an ihr saugte wie ein wildes Tier, aber dazu war sie dann doch zu schüchtern. Das fühlt sich so gut an, sagte sie leise und zuckte dann zusammen, als ihr klar wurde, wie dämlich das klang. Mann, mit so gut ermutigst du ihn aber richtig, Kylie. Sie schob die rechte Hand in sein lockiges goldenes Haar und genoss das sinnliche Vergnügen, das sie dabei empfand. Sind deine Brüste sehr empfindlich, Kylie? Sie nickte und wimmerte, als er den Kopf senkte und eine schmerzende Brustwarze in den Mund nahm. Dann macht es ihr noch viel mehr Spaß, daran herum zu spielen, murmelte er an ihrer Haut und leckte genüsslich über die Brustwarze. Kylie schrie auf und bohrte die Fingernägel in seine Schulter. Oh, großer Gott, mach das nochmal! Das habe ich vor, erwiderte er und wandte sich der anderen Brust zu. Er liebkoste eine Brustwarze mit den Fingern, während er die andere mit den Lippen verwöhnte. Als Kylie schon glaubte es vor Verlangen kaum noch aushalten zu können, ließ er die Hand von ihrer Brust zwischen ihre Beine wandern und streichelte ihr feuchtes, lockiges Schamhaar. Bist du etwa schon feucht? Kate, stieß sie stöhnend aus und konnte nichts anderes als seinen Namen hervorbringen. Sie schien nur noch aus wundervoller Erregung zu bestehen und sehnte sich fast schon verzweifelt nach Erlösung. Ich kann nicht mehr warten, erklärte er und bahnte sich küssend den Weg zu ihrem Mund. Seine Lippen pressten sich drängend auf ihre und als er die Zunge in ihren Mund schob, empfing sie sie ermutigend mit ihrer eigenen. Sie wollte auch nicht mehr länger warten. Ja, bitte. Obwohl sie ihn ermutigt hatte, war sie dennoch ein wenig schockiert, als er ihre Beine etwas weiter auseinanderschob und mit einer schnellen Bewegung in sie eindrang. Es lag ihr schon auf der Zunge, ihn nach einem Kondom zu fragen, aber dann legte er eine Hand unter ihr Becken, hob es ein wenig an und schob ihr ein Kissen unter den Hintern. Schon stieß er wieder in sie hinein. Auf einmal schien ihr gesamter Körper nur noch aus Empfindungen zu bestehen. Großer Gott, das musste der G-Punkt sein. Wann immer er in sie eindrang, berührte er eine Stelle, die sie vor Lust fast verrückt werden ließ und ihre Haut kribbelte vor Wonne. Sie stieß ein heiseres Stöhnen aus. Ist das die richtige Stelle? murmelte er, atmete aber ebenso schnell und ruckartig wie sie. Kylie war derart überwältigt, dass sie nur noch nicken konnte. Er umklammerte fest ihr Becken und penetrierte sie mit gleichmäßigen sicheren Stößen, von denen sich jeder besser anfühlte als der Letzte. Schon kurz darauf krümmte sie die Zehen, umklammerte ihn fest mit den Beinen und stöhnte wie eine Wilde. Sie hob die Hüften an, um ihm entgegen zu kommen und – oh großer Gott, das fühlte sich ja sogar noch besser an. Bist bewegte das Becken ein wenig und ihr ganzer Körper schien sich als Reaktion darauf zusammenzuziehen und sie krallte die Finger in das Bett laken und versuchte nicht den Verstand zu verlieren. Oh ja, sie war verdammt kurz davor. Er drang jetzt immer heftiger in sie ein und bewegte sich so schnell, dass das Bett bebte und ihre Brüste bei jeder Bewegung wippten. Das fühlte sich unglaublich an. Sie hatte im ganzen Leben noch nie so guten Sex gehabt. Wenn impulsiver Sex unter Alkoholeinfluss immer so war, dann wollte sie nie mehr etwas anderes. Er nahm die rechte Hand von ihrer Hüfte und knetete eine ihrer Brüste, spielte an der Brustwarze herum und kniff sanft hinein. So sexy, murmelte er, so unfassbar sexy. Sie legte den Kopf in den Nacken und ihr ganzer Körper erbebte und dann kam sie so heftig wie niemals zuvor. Unwillkürlich stieß sie einen Schrei aus und verspannte sich, als sie der Höhepunkt übermannte, der beste, den sie je erlebt hatte, und dann schien sie eine Ewigkeit lang zu kommen, während er wieder und wieder in sie eindrang und die wundervolle Dann stöhnte Kate auf und seine Bewegungen wurden ruckartig und ungleichmäßig. Sie spürte, wie sich Wärme in ihr ausbreitete, als er zum Höhepunkt kam, und er stieß sich langsam weiter in sie hinein, wobei er neue Wogen der Lust in ihrem Körper auslöste. Nun war sie noch feuchter zwischen den Beinen als zuvor. Er zog sich zurück, beugte sich zu ihr herunter, um sie kurz auf den Mund neben ihr auf der Matratze zusammen. Kylie starrte die Decke des Hotelzimmers an und war völlig ausgelaugt. Aber Himmel, sie fühlte sich großartig. Dies war das erste Mal, dass ihr Gehpunkt beim Sex stimuliert worden war, und nun wusste sie erst, was sie all die Jahre verpasst hatte. Sie streckte mit trägem Gähnen einen Arm über ihren Kopf und seufzte zufrieden. Gut, sie war gerade etwas feucht zwischen den Beinen und musste sich waschen, aber darum konnte sie sich später noch kümmern. Im Moment fühlte sie sich einfach nur gut. Ich glaube, ich habe noch nie ohne Kondom mit einem Mann geschlafen, murmelte sie benommen. Kate gab ein kehliges Geräusch von sich. Aber keine Sorge, ich nehme die Pille und werde nicht schwanger. Und ich gehe doch davon aus, dass du keine ansteckenden Krankheiten hast? Ein leises Schnauben war die einzige Antwort auf ihre Frage. Überrascht drehte sie sich zu Kate um und stellte fest, dass er mit halboffenem Mund eingeschlafen war. Seine engelsgleichen Locken klebten ihm an der schweißnassen Stirn und sie stützte sich auf die Ellbogen und betrachtete ihn amüsiert. Tja, es war ja auch wirklich spät. Ihr Blick wanderte an seinem wundervollen Körper herunter zu seinem Penis, der noch immer halb irrigiert war und feucht glänzte. Sie schaute weiter nach unten. Er hatte noch immer seine Socken an. Kylie musste ein Kichern unterdrücken. Sie stand auf und schaltete einige Lampen aus. Dann ging sie ins Badezimmer und säuberte sich ein wenig. Als sie gähnend zurück ins Schlafzimmer lief, holte sie ihr Handy aus der Handtasche. Sie stellte den Wecker auf sieben Uhr und auf Vibration. Normalerweise schlief sie nicht sehr fest, daher ging sie davon aus, dass sie das Vibrieren spüren würde, wenn sie das Handy neben sich auf das Kissen legte. Und so legte sie sich wieder ins Bett, kuschelte sich an Kate und schlief sofort ein. Kate Archer schwor sich, nie wieder Alkohol zu trinken. Nie wieder. Er kniff die Augen zusammen, da das Tageslicht durch die Fenster der Hotelsuite hereindrang und schirmte mit einer Hand die Augen ab. Ach, warum war die Sonne denn so verdammt hell? Er gähnte und legte sich eine Hand an die Stirn, da sein Kopf schon bei dieser unbedeutenden Bewegung zu explodieren schien. Daher drehte er sich auf die Seite, um den Kopf im Kissen zu vergraben. Und auf einmal roch es nach Sex. Ach, verdammt! Er setzte sich ruckartig auf und ignorierte seinen pochenden Kopf. Verwirrt versuchte er sich zu erinnern, aber seine Erinnerungen waren ob des Alkohols verschwommen und halfen ihm nicht weiter. Hatte er letzte Nacht Sex gehabt? Die Laken waren zerwühlt, aber es lag niemand mit ihm im Bett. Er war allein. Hallo? Keine Antwort. Vielleicht bildete er es sicher auch nur ein. Er drückte den Kopf ins Kissen und schnüffelte erneut. Doch, es rauch eindeutig nach Sex. Himmel, wie betrunken war er eigentlich gewesen? Sein Verstand war noch ganz benommen, was ihm sagte, dass er sturzbesoffen gewesen sein musste. Dabei war er doch eigentlich kein Mann, der auf One-Night-Stands stand. Den letzten hatte er mit Daphne gehabt und dieses Erlebnis wollte er eigentlich lieber nicht als One-Night-Stand betrachten. Tatsächlich hatte er darauf gehofft, dass daraus sehr viel mehr erwachsen würde. Doch dann hatte sie eine Überdosis genommen und all seine Träume auf einen Schlag zerschmettert. Er sah sich im Raum um und versuchte sich zu erinnern. Nach und nach drangen einzelne Bilder aus seiner vom Alkohol beeinträchtigten Erinnerung an die Oberfläche. Vage erinnerte er sich an einen sehr erregenden Striptease, große, wundervolle Brüste und rote Haarspitzen. Kylie! Oh Mann, hatte er wirklich betrunken mit Kylie geschlafen? Man sollte doch im alkoholisierten Zustand nur mit Menschen schlafen, die man nicht mochte und die man nie wiedersehen wollte. Aber er mochte Kylie. Möglicherweise mochte er sie sogar zu sehr. Sie war nett und wunderschön. Sie lachte viel und sie hatte in seinem vermasselten Leben einfach keinen Platz. Ach, er rutschte auf die andere Bettseite und rieb sich die schmerzende Stirn. Dabei fiel ihm eine kurze Nachricht auf, die auf einem Blog des Hotels geschrieben worden war und am Hotel Telefon lehnte. Er nahm sie in die Hand und bewunderte Kylies ordentliche Handschrift. Kate, danke für die letzte Nacht. Ich hoffe, du findest, was du suchst. XO Kylie. PS, ich habe auf dem feuchten Fleck geschlafen. Gern geschehen. Das war alles. Keine Telefonnummer, kein Ruf mich an, gar nichts. Es war wirklich nicht mehr als ein One-Night-Stand gewesen. Sie verlangte nichts weiter. Trotzdem kam es ihm irgendwie falsch vor. Kate war kein Mann, der Frauen mit leeren Versprechen ins Bett lockte und dann nichts lieferte. Doch genau das hatte er bei Kylie getan, obwohl sie etwas Besseres verdiente. Sie verdiente jemanden, der sie mit Aufmerksamkeit überschüttete, der sie wie eine Prinzessin behandelte und stundenlang liebte und nicht etwa einen Betrunkenen, der seinen Penis in sie hineinrahmte und dann einschlief. Er sollte sie anrufen und sich entschuldigen. Als er sich auf dem Nachttisch umsah, konnte er sein Handy nirgendwo entdecken. Okay, dann war es bestimmt noch in seiner Jacke oder in der Hosentasche. Er stand auf und ging durch den Raum auf die Stelle zu, an der er seine Kleidung auf einen Haufen geworfen hatte, wobei er mit finsterer Miene feststellte, dass er noch immer seine Socken anhatte. Er war ansonsten nackt, trug aber noch seine Socken. Was musste Kylie nur von ihm denken? Schnaubend hob er seine Hose auf und zog das Handy aus der Hosentasche. In der anderen Tasche steckte seine Brieftasche, in der auch immer ein Kondom war. Plötzlich hatte er einen trockenen Mund. Er strich sich über das Kinn, zog seine Brieftasche heraus und wollte sie eigentlich gar nicht öffnen. Was, wenn er letzte Nacht kein Kondom benutzt hatte? Großer Gott, was, wenn er Kylie bei diesem One-Night-Stand geschwängert hatte? Dann würde sie ihn bis in alle Ewigkeit hassen. Er verzog das Gesicht und klappte die Brieftasche auf und zuckte beim Anblick des Kondoms, das noch immer in der leuchtend lilafarbenen Verpackung drinsteckte zusammen. So eine Scheiße. Das war's. Jetzt musste er unbedingt mit Kylie reden. Er musste sich wenigstens bei ihr entschuldigen, es ihr erklären, herausfinden, ob sie irgendwelche Krankheiten hatte und ob sie schwanger geworden war, feststellen, ob sie ihn jetzt hasste. Er musste das alles wissen. Aber Kate hatte Kylies Nummer nicht. Das wurde ja immer schlimmer. Er konnte sich auch beim besten Willen nicht an ihren Nachnamen erinnern. Auch als er die Augen schloss und sich konzentrierte, sah er nur ihr hübsches, lächelndes Gesicht vor sich, wie ihr Haar auf ihren Schultern wippte, wenn sie sich bewegte, wie ihre Brüste beim wilden Sex gebebt hatten. Er rieb sich mit einer Hand über das Gesicht und verfluchte seine Morgenlatte. Aber dass er die nackte, stöhnende Kylie vor seinem inneren Auge sah, machte die Sache nicht wirklich besser. Daphne konnte er auch nicht anrufen. Was sollte er ihr denn bitteschön sagen? Hey, hast du kurz Zeit? Erinnerst du dich daran, dass ich gestern vorbeigekommen bin, um dir einen Wagen zu schenken und mit dir zu reden und du mich ignoriert hast? Wie lautet denn der Nachname deiner süßen Visagistin? Ich habe betrunken ohne Kondom mit ihr geschlafen und würde mich gern vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Denn er kannte Daphne und wusste, dass sie etwas dagegen haben würde. Daphne war vieles, aber nicht besonders aufgeschlossen. Ihre Eifersucht erstreckte sich auch auf ihre Freunde und wenn einer von ihnen nicht nach ihrer Pfeife tanzte, bekam er was zu hören. Außerdem wollte er sie jetzt nicht noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen, als sie es ohnehin schon war. Kate warf sein Handy aufs Bett und stürmte ins Bad, um zu duschen. Als er zurück ins Schlafzimmer kam, hatte er einen Plan. Er rief seinen persönlichen Assistenten Jerome an. Anders als seine Freunde verließ er sich nicht auf einen Assistenten, wenn Dinge zu erledigen waren, die er selbst tun konnte, wie beispielsweise seine Kleidung in die Reinigung zu bringen oder eine ausgeliehene DVD wieder abzugeben. Daher hatte Jerome weitaus weniger zu tun als viele seiner Kollegen und Reese's Frau Audrey hatte Kate schon mehrmals gesagt, er müsse mehr Aufgaben delegieren. Tja, dann mal los. Was gibt's, Boss? meldete sich Jerome sofort. Ich störe sie nur ungern. Sie stören nicht, sie sind mein Arbeitgeber. Jerome schien sich über Kates Entschuldigung zu amüsieren. Da ist das Entgegennehmen ihres Anrufs das Mindeste, was ich tun kann. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Schießen sie los. Kate sah auf die Uhr. Es war 13 Uhr und Daphnees Tourbus war sicher längst auf dem Weg in die nächste Stadt. Können Sie mir sagen, wo Daphne Pattys nächstes Konzert stattfindet? Es gab eine kurze Pause. Das kann ich tun, aber es gibt da auch so eine schicke neue Erfindung namens Internet. Tun Sie einfach so, als wäre ich ein hilfloser stinkreicher Mann, der nicht in der Lage ist, irgendetwas selbst zu tun. Puh, da muss ich mir echt Mühe geben, spottete Jerome, aber Kate konnte hören, wie er auf einer Tastatur herumtippte. Anscheinend tritt sie morgen Abend in dem When auf. Okay, besorgen Sie mir Tickets und einen Backstage-Pass. Das mag jetzt überheblich klingen, aber kann Daphne Ihnen keine beschaffen? Jerome arbeitete schon lange für Kate und wusste von seiner schwierigen Beziehung zu dem Popstar. Es ist kompliziert. Ach was. Also erzählte er Jerome, was in der vergangenen Nacht passiert war und dass er es gleichzeitig als wundervoll und furchtbar ansah. Natürlich verschwieg er nicht, dass er zu Kylie Kontakt aufnehmen wollte, ohne dass Daphne Wind davon bekam. Als Kate geendet hatte, schwieg Jerome. Und was ist jetzt mit den Tickets? fragte Kate, um das Schweigen zu brechen. Wollen Sie wissen, was ich denke, Boss? Vermutlich nicht, aber sagen Sie es mir trotzdem. Ich denke, dass Sie sich so weit wie möglich von allem fernhalten sollten, was mit Daphne Patty zu tun hat. Mit dieser Meinung stand er nicht allein da. Je mehr Zeit Kate in ihrer Nähe verbrachte, desto mehr hatte er selbst das Gefühl, in Treibsand festzustecken. Überdies bin ich der Ansicht, dass Sie Reese's Frau über den Zustand ihrer Schwester informieren sollten. Kate rieb sich die Stirn, hinter dem seine Kopfschmerzen dröhnten. Er ging zur Minibar, um seinen Kater mit mehr Alkohol zu bekämpfen. Zur Kenntnis genommen. Und ich wäre dafür, dass sie zum Arzt gehen und sich testen lassen, nicht, dass sie sich noch irgendwas eingefangen haben. Er schloss die Augen. Himmel, das wurde ja zunehmend zu einem Albtraum. Das einzig Positive darin war Kylie. Die süße, lachende Kylie mit dem wunderschönen Körper und dem hinreißenden Lächeln. Vor seinem inneren Auge sah er wieder das Bild, wie sie den Kopf in den Nacken gelegt hatte, als sie gekommen war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sauber ist. Sie waren sich vor acht Monaten auch ziemlich sicher, dass Daphnes Zustand stabil wäre. Autsch. Der hat gesessen. In Ordnung, was soll ich tun? Sie bleiben, wo Sie sind. Ich besorge die Tickets und Pässe für die nächste Show und ich rufe ihren Arzt an und bitte ihn, zu ihnen nach Chicago zu fliegen. Wollen Sie auch Reese und Audrey für mich anrufen? Auf gar keinen Fall, rief Jerome. Ich erledige die einfachen Dinge, die harte Arbeit können Sie schön selbst machen. Kate grinste grimmig, als Auch wenn er ebenso widerlich schmeckte wie er roch, aber möglicherweise beruhigte ihn das ein wenig. Schließlich musste er der im sechsten Monat schwangeren Audrey gleich mitteilen, dass ihre Schwester wieder einmal rückfällig geworden war. Dieses Gespräch würde bestimmt super laufen. So langsam bekam er ohnehin das Gefühl, dass es den Reis der Woche nur noch bergab gehen würde. Er stellte die Tequila Flasche weg, ging zum Bett und las sich noch einmal Kylies Nachricht durch. Sie war so einfach und kurz und so durch und durch unverbindlich, dass es ihn fast in den Wahnsinn trieb. Wenigstens wusste er, wo er sie finden konnte. Wo immer Daphne sich aufhielt, würde auch Kylie sein und versuchen, ihre Arbeitgeberin gut aussehen zu lassen. Er vermutete, dass das einiges drastisch erleichterte. Andere Dinge wurden dadurch allerdings auch sehr viel komplizierter. Nach einem kurzen Nickerchen in ihrem Hotelzimmer, einer schnellen Dusche und einem Frühstück war Kylie ziemlich zufrieden mit sich, als sie in den Tourbus einstieg. Sie saß auf ihrem Platz, machte ein Sudoku-Rätsel und nippte an ihrem Kaffee, während alle um sie herum sich gut gelaunt unterhielten oder ihren Kater pflegten. Daphnes Auftritt hatte eine recht gute Kritik in der Zeitung bekommen, die Show war ausverkauft gewesen und alle waren bester Stimmung. Insbesondere Kylie. Sie hatte gerade einen One-Night-Stand mit einem umwerfenden Mann hinter sich. So etwas hatte sie noch nie zuvor getan und sie fühlte sich deswegen verdammt gut. Anstatt sich Sorgen zu machen, dass er nur mit ihr schlief, weil er sie hatte ihren Spaß gehabt, war so heftig gekommen, dass sie ganz benommen gewesen war und war gegangen, bevor es irgendwie peinlich werden konnte. Es hatte keinen Austausch von Telefonnummern und keine fadenscheinigen Versprechungen gegeben. Nur eine wundervolle Nacht und das war's. Da war absolut nichts, was sie bedauern konnte. Was hätte da auch schon sein sollen? Dass sie bedeutungslosen Sex mit einem heißen Mann gehabt hatte? Vielleicht sollte sie sich schlecht fühlen, dass er nicht für Daphne dagewesen war, aber Daphne hatte ja eindeutig klar gemacht, dass sie kein Interesse an Kate hatte. Erst dadurch war der Weg für sie frei gewesen, auch wenn Kate beteuert hatte, dass zwischen ihnen nichts wäre. Daher saß sie jetzt an ihrem Rätsel, genoss das angenehm wunde Gefühl in ihrem Schritt und hing ihren Tag träumen von blauäugigen Männern mit blonden Locken und einem traurigen Lächeln nach. Genauer gesagt von einem bestimmten blauäugigen Mann mit einem großen Penis, den er geschickt einzusetzen wusste. Vor allem diesen Teil wurde sie so schnell nicht vergessen. Sie war noch in ihren wundervollen Träumereien versunken, als irgendwo außerhalb von Cedar Rapids plötzlich eine vertraute Gestalt auf dem leeren Sitz neben ihr Platz nahm. Hey, dicke Marilyn, sagte Daphne und zupfte am Saum ihres Designer T-Shirts herum. Sie leckte sich die Lippen und rieb sich die ausdruckslosen Augen. Hast du vielleicht Schlaftabletten dabei? Kylie setzte sich mit gerunzelter Stirn auf und legte ihr Rätsel zur Seite. Wie kommst du auf die Idee, dass ich Schlaftabletten hätte? Weil ich nicht schlafen kann und es bei allen anderen schon probiert habe? Daphnes Augen waren gerötet und sie zappelte nervös herum, was nur bedeuten konnte, dass sie auf Droge war. Sie lehnte den Kopf an die Sitzlehne und Kylie sah erschrocken, dass Daphnes Unterlippe zitterte. Ich glaube, irgendwer hat mir gestern schlechten Stoff untergejubelt. Das ist ja übel, erwiderte Kylie mitfühlend. Ich habe Kopfschmerztabletten und was gegen Menstruationsschmerzen dabei, mehr aber nicht. Kann ich die haben? Welche davon? Beide. Wie bitte? Du kannst ein paar Kopfschmerztabletten haben. Oder hast du Krämpfe? Als Daphne den Kopf schüttelte, kramte Kylie in ihre Handtasche herum und holte zwei Tabletten heraus. Mehr nicht? Mehr kann ich dir nicht mit gutem Gewissen geben, erklärte Kylie. Daphne schnaubte und schüttelte den Kopf, nahm die Tabletten aber dennoch. Sie schluckte sie trocken herunter und Kylie nahm sich vor, die Tabletten in Zukunft zu verstecken, nicht dass Daphne auf der Suche nach mehr noch darauf stieß. Als ihre auch wenn sie ihr in diesem Augenblick nicht besonders sympathisch war. Die Art, wie Daphne Kate behandelt hatte, war widerlich, aber das war nicht ihr Problem. Sie durfte sich da nicht einmischen. Sie musste neutral bleiben, da Daphne ihre Arbeitgeberin war, daher sagte sie nur, es tut mir leid, dass es dir nicht gut geht. Wie lange warst du denn letzte Nacht auf? Ich habe nicht geschlafen, antwortete Daphne und rieb sich wieder die Augen. In diesem Moment sah sie unglaublich jung aus. Glaube ich, ich kann mich nur noch verschwommen an die letzte Nacht erinnern, aber in der Zeitung steht, dass das Konzert gut war, und das ist doch schon mal was. Erinnerst du dich denn an gar nichts? hakte Kylie nach. An die Drogen, erwiderte Daphne und verzog unglücklich das Gesicht. Ich erinnere mich an schlechte Drogen. Sie rieb sich schon wieder die Augen. Mit finsterer Miene kamte Kylie erneut in ihrer Handtasche herum, fand die Augentropfen und reichte sie Daphne. Erinnerst du dich, dass ein alter Freund da war, der dich besuchen wollte? Danke, sagte Daphne und lächelte sie dankbar an. Sie legte den Kopf dann zurück. Und nein, ich war ziemlich weggetreten, aber nicht auf eine angenehme Art. Sie wischte sich die Augenwinkel aus und verschmierte dabei einen Rest schwarzen Eyeliners, der vermutlich noch vom Vorabend stammte. Wie eine Glucke zog Kylie sofort ein Päckchen Abschminktücher hervor und reichte sie Daphne. Die nahm sie kichernd entgegen. Mann, was hast du denn noch Selbstachtung, hätte sie am liebsten erwidert, aber ihr war auch bewusst, dass sie sich eigentlich nur ärgerte, weil Daphne so mit Kate umging und damit sollte sie lieber gar nicht erst anfangen. Schließlich musste sie für Daphne arbeiten und würde Kate vermutlich nie wiedersehen. Ich will einfach auf alles vorbereitet sein, meinte Kylie mit neutraler Stimme. Dann weißt du nicht mehr, dass Kate da war und dich besuchen wollte? Daphne fielen beinahe die Augen aus dem Kopf und sie setzte sich auf. Was? Ach verdammt. Kate Archer, der gut aussehende Kerl, blonde Haare? Er war gestern Abend da, aber du hast ihn ablitzen lassen. Sie gab sich die größte Mühe nicht verurteilen zu klingen. Doch, das tat sie wirklich, aber es gelang ihr beim besten Willen nicht. Zu ihrer Überraschung brach Daphne daraufhin in Tränen aus. Verdammt. Kylie tätschelte ihre Schulter, während alle anderen sie anstarrten. Als Daphne weiter schluchzte, holte Kylie ein Päckchen Taschentücher aus ihrer Handtasche und reichte es Daphne. Ist alles okay? Nein, jaulte Daphne. Kate war hier und ich habe ihn ignoriert. Und du hättest vor seinen Augen beinahe einem anderen Mann einen geblasen, lag es Kylie schon auf der Zunge, aber sie hielt den Mund. Rutschopf, die auf der anderen Seite des Gangs saß, warf ihnen einen besorgten Blick zu, aber Kylie schüttelte nur den Kopf. Du warst einfach zu sehr mit Feiern beschäftigt. Oh mein Gott, stieß Daphne schluchzend aus. Er wird mich hassen. Sie vergrub das Gesicht an Kylies Schulter. Kylie strich ihr Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich hasst. Er ist ein netter Kerl. Vermutlich hasst er niemanden. Himmel, warum versuchte sie Daphnes schlechtes Gewissen zu besänftigen? Immerhin hatte Kylie dadurch erst die Chance bekommen, ihn näher kennenzulernen. Das war ganz übel. Wenn Daphne herausfand, dass Kylie mit Kate geschlafen hatte, würde sie sie bestimmt feuern. Sie musste unbedingt dafür sorgen, dass Daphne nie davon erfuhr. Sie brauchte diesen Job. Sie brauchte das Geld, das sie damit verdiente, denn sonst konnte sie das Pflegeheim für Großmutters Lohn nicht bezahlen. Kate ist mein ältester Freund, sagte Daphne, der noch immer Tränen über die Wangen liefen. Mann, diese Drogen waren so furchtbar. Ich werde nie wieder Drogen nehmen, niemals wieder. Rotschopf, die alles mit anhörte, verdrehte Handy, brüllte Daphne. Snoopy, wo zum Teufel ist mein Handy? Hol mir Kate ans Telefon, ich muss auf der Stelle mit ihm reden. Sie stand auf und taumelte durch den Gang. Kylie atmete erleichtert auf, als Daphne gegangen war. Die ganze Situation war ihr überaus peinlich. Außerdem war jetzt offensichtlich, dass sie nichts über ihre Nacht mit Kate verlautbaren lassen durfte, nicht, wenn sie ihren Job behalten wollte. Was alles noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass Daphne nicht so klang, als würde ihr Kate nichts bedeuten. Was würde sie erst sagen, wenn sie herausfand, dass Kylie mit ihm geschlafen hatte? Sie sog die Luft ein, als sich Daphne auf einmal über die Rücklehne ihres Sitzes beugte. Danke, dicke Marilyn, du bist die Beste. Daphne kniff Kylie in die Wange und zwinkerte ihr zu. Dann drehte sie sich wieder um und brüllte Snoopy zu. Wo bleibt denn mein gottverdammtes Handy? Kylie sackte auf ihrem Sitz in sich zusammen und kämpfte gegen den Drang an ihr Gesicht hinter einer Zeitung zu verbergen. Kate, ja, sagte Rotschopf auf der anderen Seite des Gangs. Ein alter Freund von Daphne? Hört sich ganz danach an, erwiderte Kylie und versuchte möglichst gleichgültig zu klingen. Einer der Beleuchter hat mir erzählt, du wärst gestern Abend mit einem Blonden im Anzug zusammen verschwunden. Kylie spürte, wie sie knallrote Wangen bekam. Bitte erzähl es ihr nicht. Keine Sorge, versicherte ihr Rotschopf, zog die Wolle über die Nadeln und strickte weiter. Aber wenn dir dein Job lieb ist, erwähnst du das lieber nicht vor dem Boss. Sie ist auch bei denen, die sie längst weggeworfen hat, verstanden. Alles klar, sagte Kylie, drehte sich zum Fenster um und starrte auf den Highway hinaus. Konnte es noch viel schlimmer werden? Aber sie versuchte, das Positive an der ganzen Sache zu sehen. Es war nur ein One-Night-Stand gewesen und würde nie wieder passieren. Und hey, wenn Daphne den Drogen wirklich abschwor, dann war das doch etwas Gutes oder etwa nicht? Später am Nachmittag, sie machten gerade eine Pause, klingelte Kylies Telefon. Als sie die Nummer sah, zuckte sie zusammen, ging aber trotzdem ran. Hallo Nana! Kylie Daniels, sagte die zitternde Stimme der alten Frau, die selbst durch die Leitung wütend klang. Wo steckst du? Kylie ging ein paar Schritte, damit nicht Daphnes gesamte Entourage ihr Gespräch mitbekam. Ich arbeite. Jetzt werde hier mal nicht frech, junge Frau. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo ich gerade bin? Oh oh. Im Pflegeheim? Bitte. Sie hoffte verzweifelt, dass ihre Großmutter nicht schon wieder ausgerissen war. Genau, ich hasse diesen Ort. Das habe ich dir auch gesagt, doch du schiebst mich einfach hierhin ab, weil du wütend auf mich bist. Habe ich nicht recht? Der alte vertraute Schmerz wallte in Kylie auf. Du bist nicht im Pflegeheim, weil ich sauer auf dich bin, Nana. Du bist da, weil man sich nur dort vernünftig um dich kümmern kann. Du brauchst jemanden, der dich rund um die Uhr betreut. Alles Lügen. Komm sofort her und hol mich hier raus. Das geht nicht, Nana. Ich bin gerade auf Tour. Du bist auf Tour? Warum? Ihre Großmutter vergaß ständig, womit Kylie ihr Geld verdiente. Ich schminke Sängerin während ihrer Tour, Das habe ich dir doch erzählt. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Fang mir nicht damit an, junge Dame. Ich habe während der letzten zehn Jahre zwei Jobs gleichzeitig gehabt, damit du etwas zu essen hattest. Und bist du mir dankbar dafür? Nein, du isst einfach weiter und bist schon fetter als ein kleines Schweinchen. Es ist ein Wunder, dass wir noch ein Dach über dem Kopf haben. Dein Großvater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie sehr du mir zur Last fällst. Die Stimme der alten Frau zitterte. Also versuch gar nicht erst mir etwas über Verantwortungsbewusstsein zu erzählen. Darüber weiß ich weitaus mehr als du. Da war das Wort wieder. Last. Ihre Großmutter vergaß nie, Kylie vorzuwerfen, dass sie eine Last war. Das schmerzte sie mehr, als es jede andere Beleidigung vermocht hätte. Tja, und jetzt arbeite ich und kümmere mich um dich, Nenna. Genau wie es sein sollte. Wie geht es dir? Ich hasse dieses Heim. Großmutters Lones Stimme schwankte. Komm her und hol mich raus. Auf der Stelle. Das kann ich nicht, Nenna. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich muss arbeiten. Dann hol deine Mutter ans Telefon, Kylie. Ich weiß, dass sie mich rausholen wird. Sie ist nicht so undankbar wie du. Das hast du von deinem Vater geerbt. Das Pochen in Kylies Kopf wurde immer stärker. Sie hasste diese Unterhaltungen. Wenn sie ihrer Großmutter sagte, dass ihre Mutter tot war, würde diese nur noch verwirrter werden oder anfangen zu weinen. Sie ist auf der Toilette, Nenna. Ich sage ihr, dass sie dich zurückrufen soll. Mach das. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Okay, Nenna. Wir hören uns später. Kylies Kehle war wie zugeschnürt, als sie auflegte. Nach einem Telefonat mit ihrer Großmutter fühlte sie sich immer wie der letzte Dreck und als wäre sie ebenso ungeliebt wie undankbar. War ja klar, dass einem die Familie noch mal einen mitgab, wenn man eh schon am Boden lag. Kate zögerte den Anruf bei Audrey Durham so lange wie möglich hinaus. Als ihm keine andere Ausrede mehr einfallen wollte, griff er zum Telefon und rief Reese an, Audreys Mann. Es war ja nicht so, als ob er nicht mit Audrey reden wollte. Die Frau war effizient, praktisch veranlagt und völlig anders als ihre Zwillingsschwester. Aber sie war auch im sechsten Monat schwanger und neigte dank der Hormone zu Heulkrämpfen. Da war es doch sicherer, erst einmal bei ihrem Mann vorzufühlen. Hey Mann, sagte Reese als Begrüßung. Du hast wirklich ein perfektes Timing. Ich habe mich gerade mit einigen der Geschäftsführer getroffen. Wir werden mit den Promikreuzfahrten jetzt richtig loslegen. Das ist ja super, gratuliere. Kate sah aus dem Fenster des Hotelzimmers auf die Skyline von Chicago hinaus. Hast du einen Moment Zeit, um über etwas Privates zu sprechen? Ach du Scheiße, spottete Reese. Hast du etwa eine Frau geschwängert? Kate zuckte zusammen. Das kam der Wahrheit verdammt nahe, wenn er bedachte, dass er ein nicht benutztes Kondom in der Brieftasche hatte. Es geht nicht um mich, sondern um Audrey. Reese war sofort still. Was ist mit Audrey? Kate sah förmlich vor sich, wie sein Freund mit verkrampften Schultern dastand, der immer gleich in die Defensive ging, wenn seine Frau ins Spiel kam. Reese war ein Frauenheld gewesen, aber mit Audrey meinte er es sehr ernst und er wollte sie um jeden Preis beschützen. Eigentlich ist eher was mit Daphne, fuhr Kate fort. Es gibt Probleme. Verdammt, Reese fluchte leise. Wie schlimm ist es? Ich habe sie gestern Abend gesehen und sie war total high und sie sieht schlechter aus als jemals zuvor. Er sah ihre dünnen Arme und leeren Augen vor sich. Es geht ihr vermutlich schlimmer als vor dem Entzug. Verdammt nochmal, sie ist doch erst vor vier Monaten raus gekommen, was stimmt los nicht mit dieser Frau? Alles hätte Kate am liebsten gesagt. Dann war es nicht nur Alkohol. Als ich gestern Nacht gegangen bin, hat sie einen Kerl angefläht, ihr noch was von dem guten Zeug zu geben. Reese fluchte erneut. Ich muss es Audrey sagen, meinte Kate, damit sie im Notfall eingreifen kann, aber ich wollte zuerst mit dir reden, damit du sie entsprechend unterstützen kannst. Augenblick mal, warf Reese ein, du wirst Audrey überhaupt nichts erzählen. Kate starrte sein Handy irritiert an. Wie meinst du das? Ich meine damit, dass meine Frau im sechsten Monat schwanger ist und mit dem Baby und damit Logans Büro für ihre Schwangerschaftsvertretung vorzubereiten schon genug um die Ohren hat. Audrey arbeitete seit vielen Jahren als Logans Assistentin und war ihrem Freund eine unschätzbare Hilfe. Sie hatte sich geweigert, ihren Job aufzugeben, obwohl sie jetzt mit einem sehr reichen Mann verheiratet war. Wir wissen beide, dass Daphne Gift für sie ist, fuhr Reese fort. Ich will nicht, dass Audrey sich noch mehr aufregt, als sie es ohnehin schon tut. Du weißt doch, dass ihr wegen des Babys ständig übel ist, oder? Die Schwangerschaft war bisher nicht leicht für sie. Das wusste Kate. Aber Daphne, ich weiß, dass es Daphne schlecht geht, aber du darfst eins nicht vergessen. Daphne geht es eigentlich immer schlecht, sagte Reese. Seine Stimme klang kalt und unnachgiebig. Ich lasse nicht zu, dass meine Frau durchdreht, nur weil sie sich Sorgen macht, ob ihre Schwester mal wieder außer Kontrolle geraten ist. Rede mit Daphne Leuten, wenn es sein muss. Und rede mit Daphne, denn wenn sie überhaupt auf jemanden hört, dann auf dich. Aber halt Audrey daraus, okay? Kate schwieg. Er wusste, dass Reese seine Frau nur beschützen wollte, aber es schien ihm nicht richtig zu sein. Und was ist, wenn etwas passiert? Dann übernehme ich die volle Verantwortung, erklärte Reese mit schwerer Stimme. Sie hat im Moment schon mehr als genug um die Ohren, verstehst du? Sie kann schon jetzt kaum noch schlafen, hat ständig Kopfschmerzen und übergibt sich andauernd. Ihr Arzt befürchtet, dass sie eine Präeklampsie entwickeln könnte und hat sie auf eine verrückte Diät gesetzt, die ihren Magen noch mehr durcheinander bringt und sie kann keine pränatalen Vitamine nehmen, weil sie sich davon übergeben muss. Daher wird ihr das Zeug gespritzt und sie weint die ganze Zeit und er seufzte. Bitte Kate, sag es ihr nicht, tu es für mich, ja? Ich weiß, dass Audrey sonst immer alles regeln kann, aber können wir sie während der nächsten Monate bitte damit verschonen? Auf einmal bekam Kate Schuldgefühle. Er hatte ja keine Ahnung gehabt, dass Audrey momentan so viel durchmachen musste. Sie wirkte immer so kontrolliert, wenn er sie sah. Reese und sie schienen immer so glücklich zu sein. Das wusste ich alles nicht. Du weißt doch, dass Audrey nicht gerne über ihre Probleme spricht, das wissen wir beide. Da hatte er recht. Dir ist schon klar, dass ich die Hälfte von dem ganzen Schwangerschaftskram, den du mir da gerade um die Ohren geworfen hast, sowieso nicht verstanden habe? Kate versuchte fröhlich zu klingen, weil Reese sich jetzt auch schon gestresst anhörte. Reese kicherte. Ich wünschte wirklich, ich könnte dasselbe sagen, aber ich kann dir versichern, dass ich weit mehr über Babys und Geburten gelernt habe, als ich jemals wissen wollte. Ich könnte dir einen ganzen Vortrag über Schleimpfropfe halten. Großer Gott, das will ich gar nicht wissen, rief Kate schnell. Das willst du wirklich nicht, glaub mir. Kate rieb sich die immer noch schmerzende Stirn. Okay, dann werde ich Audrey nichts davon sagen. Aber wenn sich was ändert oder es schlimmer wird. Ich weiß, ich weiß, unterbrach Reese ihn. Dann ruf mich einfach an und sag mir Bescheid, damit ich Audrey die Nachricht schonend beibringen kann. Einverstanden? Kannst du nicht erst mal mit Daphnees Leuten sprechen? Es muss doch irgendjemand geben, der auf sie aufpasst, oder nicht? Sollte man annehmen. Kate vermutete zwar, dass das genau die Menschen waren, die sie mit Drogen versorgten, aber was sollte er schon anderes sagen? Alles klar, Mann, ich halte dich auf dem Laufenden. Danke, Kate, erwiderte Reese. Kein Problem. Er legte auf und ging auf den Balkon. Dort verschränkte er die Arme vor der Brust, schloss die Augen und hielt das Gesicht in den Wind. In einer Sache hatte Reese voll und ganz recht. Daphne schien immer Ärger im Schlepptau zu haben. Und er war es langsam leid. Diese Erkenntnis überraschte ihn. Er ging zur Balkonbrüstung, lehnte sich dagegen und starrte auf die Autos auf den Straßen hinunter. Dabei fiel ihm wieder ein, dass Kylie am Vorabend die Aussicht bewundert hatte. Sein Gedächtnis war voller Lücken, aber daran erinnerte er sich. Sie hatte bei diesem Anblick regelrecht gestrahlt. Sie wusste die Dinge, die in ihrem Leben geschahen, noch zu schätzen und konnte sich darüber freuen. Das konnte er von Daphne schon lange nicht mehr sagen. Kate war sich nicht einmal sicher, ob der freche Teenager, den er vor so langer Zeit geliebt hatte, der ihn mit witzigen Kommentaren und seiner koketten Art verzaubert hatte, überhaupt noch existierte. Vielleicht hat er sich die letzten zehn Jahre nur an ein Wunschbild, an einen Traum geklammert. Aber jetzt war er endlich bereit loszulassen. Die letzte Nacht mit Kylie hatte ihm die Augen geöffnet. Nicht nur, weil sie sexy und wunderschön war, sie war außerdem auch liebenswürdig, großzügig und nicht nur auf sich selbst fixiert. Er hatte ganz vergessen, wie das war, wenn man sich für jemanden interessierte, dem die Gefühle anderer nicht gleichgültig waren. Ihm wurde bewusst, dass er mental tatsächlich mit Daphne abgeschlossen hatte. Diese Tür war ins Schloss gefallen. Das Mädchen, das er so lange Zeit begehrt hatte, war zu jemand anderem geworden und nicht mehr der Es war nahezu erfrischend, das zu erkennen. Als er da auf dem Balkon stand und sich vom Wind die Haare zerzausen ließ, fühlte er sich auf einmal leicht, gereinigt und wieder ganz. Er fühlte sich wie ein neuer Mensch. Seltsam, dass es ihn derart belastet hatte, an einem Bild der früheren Daphne festzuhalten. Eigentlich müsste er traurig sein, dass er sie aufgab, aber stattdessen fühlte er sich gut. Er fühlte sich frei. Möglicherweise hatte er sie nie wirklich geliebt, sondern sich immer nur darauf konzentriert, wie die Dinge seiner Meinung nach sein sollten, anstatt ihnen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Jedenfalls war es damit jetzt endgültig vorbei. Jetzt musste er nur noch Daphne treffen, um die Sache ein für allemal zu beenden. Und er musste Kylie wiedersehen. sein Handy summte und benachrichtigte ihn, dass er eine neue SMS bekommen hatte. Kate zog es aus der Hosentasche und hoffte, dass sich Kylie vielleicht doch entschlossen hatte, sich bei ihm zu melden. Hey, hab gehört, dass du da warst. Tut mir leid, dass wir uns verpasst haben. Rufst du mich an? Daphne? Sofort war dieses säuerliche Gefühl in seiner Magengrube wieder da. Kate starrte den Text einen Augenblick lang an und löschte ihn dann. Er war mit ihr fertig. Er hatte genug von ihren Spielchen, ihren ständig wechselnden Launen, ihren Drogen, von allem. Lächelnd steckte er das Handy wieder ein und blickte in die Ferne. Warum in aller Welt hatte sie nur diesen Job angenommen, fragte sich Kylie, während sie ihre Make-up Koffer in den Greenroom schleppte. Daphne war in den letzten 24 Stunden wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde gewesen und schrie entweder alle an oder war total anhänglich. Sie hatte beschlossen, dass Kylie ihre neue beste Freundin war und verbrachte den halben Tag auf ihrem Schminkstuhl, wobei sie abwechselnd plapperte und weinte. Marco, der Mann mit den guten Drogen, war offenbar abgemeldet und alle Tänzer machten einen großen Bogen um Daphne, da sie sich vor ihren Stimmungsschwankungen fürchteten. Konzert anstand oder ob sie wirklich versuchte, clean zu werden. Kylie war einfach nur froh, als endlich die nächste Show begann und Daphne auf der Bühne stand und etwas zu tun hatte. Wenigstens ein paar Stunden lang war sie vor ihren Launen in Sicherheit. Momentan schleppte sie gerade ihre vier aufeinander gestapelten Schminkkoffer durch die Gegend. Lass mich dir dabei helfen, sagte eine vertraute warme Stimme und schon nahm jemand Kylie die Koffer aus den Händen. Oh, großer Gott! Sie wurde puterrot und starrte Kate Archer ebenso überrascht wie erschrocken an, während er ihre Koffer auf den beleuchteten Schminktisch stellte. Dann drehte er sich wieder zu ihr um und strahlte sie an. Hallo! Himmel, sah der Mann gut aus. Das war so unfair. Er trug ein dunkles Oberhemd, dessen oberster Knopf geöffnet war und darunter ein weißes Unterhemd. Seine Ärmel waren bis zu den Ellbogen hoch gekrempelt und man sah seine teure Armbanduhr. Er trug wie bei ihrer letzten Begegnung eine Anzughose, hatte aber das Sakko weggelassen und sah damit ebenso attraktiv wie wohlhabend aus. Kylie blinzelte mehrmals, aber er verschwand nicht, also bildete sie sich das wohl zu ihrer One-Night-Stand Theorie. Was machst du denn hier? Ich musste dich wiedersehen, erklärte er und sah sie mit seinen blauen Augen an. Wirklich? Ihre anfängliche Freude verschwand, als sie begriff, dass es noch einen anderen Grund geben konnte, aus dem er sie hier aufsuchte. Er musste sie sehen? Es gab nicht viele Gründe, aus denen ein Mann einen One-Night-Stand wiedersehen musste, und keiner davon Großer Gott, du bist doch nicht gesund, oder? Was hast du? Er riss die Augen auf und lachte dann lautlos, wobei seine Augen amüsiert blitzten. Ich habe keine Geschlechtskrankheit, Kylie. Er schnitt eine Grimasse. Aber ich muss mich wirklich bei dir entschuldigen. Bei diesen Worten beugte er sich näher an sie heran. Normalerweise benutze ich immer ein Kondom. Und ich habe immer ganz benommen. Ich auch nicht, gab er zu. Und darum musste ich dich wiedersehen. Aber warum? Sie runzelte die Stirn. Ich dachte, das sollte eine einmalige Sache sein und habe nicht damit gerechnet, dass ich weiß, unterbrach er sie und verzog amüsiert seine wundervollen Lippen. Und das gehört zu den Dingen, die ich so an dir mag. Aber vielleicht wollte ich dich einfach so Ruhe unterhalten und vielleicht was essen gehen. Er sah sie fragend an. Ihr anfänglicher Schreck über seinen Besuch wich einer ausgemachten Panik. Was? Ich bitte dich nur mit mir auszugehen, stellte er mit betretener Miene fest. Oder bist du schon in festen Händen? Ich bin was? Nein! Sie schüttelte entschieden den Kopf. Ich bin nicht in einer Beziehung. Als sie sich im Greenroom umsah, stellte sie entsetzt fest, dass Rotshop und Snoopy sie gerade beobachteten, wie sie sich mit Kate unterhielt. Daphne würde mit Sicherheit davon erfahren. Sie nahm seinen Arm und führte ihn zu einem der Sofas, die für Daphne's Gäste bereit standen. Daphne ist gerade auf der Bühne, informierte sie ihn laut, aber wenn sie fertig ist, wird sie sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Ich bin nicht hier, weil ich Daphne sehen will, erklärte er und nahm ihre Hand. Du liebe Güte. Kylie schloss die Augen und zwang sich, keinen Panikanfall zu bekommen. Kate, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für einen Ärger bekommen werde. Ärger? Er zog die blonden Augenbrauen zusammen und sah sich um, als ob er erst jetzt bemerkte, dass mehrere Leute sie anstarten. Dann beugte er sich vor. Kannst du hier nicht reden? Das ist noch eine Untertreibung, gab sie zu und lächelte ihn entschuldigend an. Dann geh mit mir essen, sagte er, damit wir uns ungestört unterhalten können. Das kann ich nicht, erwiderte Kylie automatisch. Das wäre ganz, ganz schlimm. Schlimmer als hier mit mir zu reden. Da hatte er nicht Unrecht. Sie schaute sich um und kaute nervös auf ihrer Unterlippe herum. Das Publikum jubelte laut, was bedeutete, dass Daphnes Show gerade angefangen hatte. Ich bringe dich zurück, bevor sie von der Bühne kommt, versprach er ihr. Wieso war sie nur so willensschwach? Komm, ich bringe dich nach draußen, sagte sie laut. Wenn sie ihre Handtasche hier ließ, würde doch niemand bemerken, dass sie weg war, oder? Kate grinste und bei diesem Anblick setzte ihr Herz einen Schlag aus. Danke. Als sie vor der Konzerthalle ankamen, hob er eine Hand und ein Fahrer, der auf dem Bürgersteig stand, nickte ihm zu und öffnete die Tür der bereitstehenden Limousine. Nach dir, sagte Kate. Eine Limousine? Warum hast du hier vorne eine Limousine stehen? Weil jeder der an sich zu sein scheint, dass eine Limousine vor das Gebäude gehört und nicht auf den Parkplatz, erläuterte er mit einem teuflischen Grinsen. Und jetzt steig ein. Das schien eine ziemlich dumme Idee zu sein, aber so langsam gingen ihr die richtig guten Ideen aus. Daher setzte sie sich in die Limousine, denn das war immer noch besser als und setzte sich neben sie. Zum nächsten Restaurant, bitte, sagte er zum Fahrer. Dann drehte er sich um und sah Kylie einige Sekunden lang an. Ich verspüre den unbändigen Drang, dich zur Begrüßung zu küssen. Oh. Sie presste die Beine zusammen und flehte ihren Puls an, doch in ihrem Schritt nicht so deutlich zu spüren zu sein. Du kannst mich nicht küssen, erklärte sie und war der Verzweiflung nah. Wir sollten uns nicht einmal sehen. Daphne Mir ist völlig egal, was Daphne tun oder sagen wird, unterbrach er sie mit ausdrucksloser Stimme. Nein, du verstehst das nicht, flehte Kylie. Sie hat neulich nur irgendwelche schlechten Drogen genommen. Sie erinnert sich nicht einmal mehr daran, dass du da gewesen bist. Als ich ihr davon erzählt habe, war sie sehr sie hat gesagt, sie würde die Drogen aufgeben. Kylie, sagte Kate sanft und beugte sich näher zu ihr. Ich kenne Daphne schon seit vielen Jahren. Frag mich doch mal, wie oft sie mir versprochen hat, von den Drogen loszukommen. Wie oft? fragte sie und war fasziniert von der gebräunten Haut auf seinem Unterkiefer und seinen vollen Lippen, die den ihren so nahe waren. Sie sollten wirklich weiter auseinandersitzen. Dutzende Male, antwortete er. Und jetzt frag mich, wie oft sie es schon geschafft hat. Wie oft? Noch nie. Er schüttelte den Kopf. Daphne verspricht einem immer Dinge, die sie nicht einhält. Das tut sie nie und ich bin es leid, auf einen Tag zu warten, der nie kommen wird. Woher willst du wissen, dass es dieses Mal nicht anders läuft. Daphne hatte auf Kylie so aufrichtig gewirkt. Sie hatte stundenlang geweint und sich so elend gefühlt, dass sie Kylie einfach leid tun musste. Weil ich Daphne kenne, erwiderte er. Und ich will sie heute Abend nicht sehen. Ich wollte nur mit dir reden. Er blickte auf ihre Hand herab, die auf dem Sitz der Limousine lag und nahm sie dann und über das, was zwischen uns passiert ist. Sie errötete. Du meinst unseren Abend voller unglaublich schlechter Entscheidungen? Kate schnitt eine Grimasse, ließ ihre Hand jedoch nicht los. War es so schlimm? Wie betrunken bin ich gewesen? Er wusste das nicht mehr? Sie legte den Kopf schief und betrachtete ihn. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich weiß nur noch Bruchstücke. Dann hast du vergessen, dass du meine Kleider angezogen hast und ich dich schminken musste? Er riss die Augen auf. Was? Oder den Teil, bei dem du wie ein Baby geweint und an deinem Daumen genuckelt hast? Kate warf den Kopf in den Nacken und lachte. Als Kylie das hörte, musste sie lächeln und sie entspannte sich ein wenig. Er schüttelte den Kopf, sah sie kichernd an und drohte ihr mit dem Zeigefinger. Ganz kurz habe ich wirklich geglaubt, das wäre dein Ernst. Dann erinnerst du dich wirklich nicht mehr. Auf mich hast du ziemlich nüchtern gewirkt. Das habe ich schon öfter gehört, murmelte Kate. Auf dem College habe ich meine Freunde immer in den Wahnsinn getrieben, weil ich nie betrunken gewirkt habe, bis ich auf einmal umgefallen bin und mich nicht mehr wecken ließ. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sehr betrunken gewesen bin. So muss es wohl gewesen sein, sonst hättest du mich nicht mit nach Hause genommen. Kate runzelte die Stirn und sah sie an. Dann drückte er ihre Hand. Ich will damit nicht sagen, dass ich es nicht bereue. Ihr Herz schien in tausend kleine schmerzhafte Stücke zu zerspringen. Es tut mir wirklich leid, dass ich so betrunken war und mich an nichts mehr erinnere. Aber es tut mir nicht leid, dass ich die Nacht mit dir verbracht habe. Am meisten bereue ich, dass ich kein Kondom benutzt habe. Das war wirklich sehr unverantwortlich. Er Aber du warst betrunken und dann war es einfach zu schön und ich wollte nicht protestieren. Ich nehme übrigens die Pille. Auf seinem Gesicht zeichnete sich Erleichterung ab. Und ich war gestern beim Arzt. Ich bin kerngesund. Ich auch. Ich hatte seit zwei Jahren keinen Sex mehr und bei der letzten Untersuchung war alles in Ordnung. Damit hätten wir eine Sorge weniger, meinte sie und konnte irgendwie nicht aufhören zu lächeln. Und du erinnerst dich wirklich an kaum noch was? Ich erinnere mich daran, erwiderte er und berührte mit einer Hand eine ihrer Haarsträhnen mit den roten Spitzen. Ich weiß noch, dass sie auf deinen blassen Schultern wie kleine Flammen ausgesehen haben. Und ich erinnere mich daran, wie du ausgesehen hast, als du gekommen bist und wie also habe ich die wichtigen Dinge nicht vergessen. Ihr stockte der Atem. Jetzt hatte sie alles wieder bildlich vor Augen und war ebenfalls erregt. Großer Gott! Und ich wollte dich unbedingt wiedersehen, erklärte er und hob ihre ineinander verschränkten Hände an seinen Mund, um ihren Handrücken zu küssen. Und zwar in nüchternem Zustand. Das ist schön, Kate, begann sie, aber es geht wirklich nicht. Daphne! Sie interessiert mich nicht mehr, erklärte er mit kaum merklichem Kopfschütteln. Dieser Abend hat mir nur noch einmal bestätigt, dass sie sich in einen Menschen verwandelt hat, den ich nicht mehr kenne und von dem ich auch nichts wissen will. Er mochte das zwar so sehen, aber sie war sich ziemlich sicher, dass Daphne in dieser Hinsicht eine andere Meinung vertrat. Aber sie ist wenn sie also herausfindet, dass ich vorhabe, mit dir auszugehen, wird sie sich einfach damit abwenden müssen. Ihr wurde ganz warm und sie biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. Konnte es wirklich so einfach sein? Ich weiß nicht. Dann lass mich dich mit einem Abendessen überzeugen, beharrte er und deutete durch die getönte Fensterscheibe der Limousine. Jedenfalls hoffe ich sehr, dass du Lust auf Pfannkuchen hast. Sie sah nach draußen und hätte beinahe laut losgekichert. Die Limousine stand vor einem billigen Diner, der Waffeln und Pfannkuchen servierte. Ich könnte zumindest einen Kaffee vertragen. Super. Er ließ ihre Hand los, öffnete die Tür und wartete darauf, dass sie ausstieg. Kylie klopfte auf ihre Taschen. Ich habe mein Portemonnaie in der Konzerthalle gelassen. Du bist eingeladen, zumindest wenn sie Kreditkarten akzeptieren. Er deutete auf das schlichte Gebäude. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Wieder musste sie kichern. Ist du öfter in solchen Restaurants? Ich glaube, ich bin seit dem College in keinem mehr gewesen. Das Grinsen, das seine Lippen umspielte, war derart jungenhaft und charmant, dass ihr Herz einen Satz machte. Aber ich freue mich schon darauf. Weil dir fettige Würstchen und Stapel aus Pfannkuchen in deinem Leben gefehlt haben? Nein, nur wegen meiner Begleitung, erwiderte er. Schon schmolz ihr Herz etwas mehr. Wieso wusste er immer genau, was er sagen musste? Sie betraten den Diner und setzten sich in eine Nische. Die Kellnerin brachte ihnen beiden Kaffeetassen und laminierte Speisekarten Reisenangebot so gründlich studierte, als wären sie in einem feinen Restaurant. Was können sie empfehlen? erkundigte er sich bei der Kellnerin. Dass sie woanders essen, antwortete sie und schenkte ihnen Kaffee ein. Kylies Kichern wollte gar nicht mehr aufhören. Aber wenn sie unbedingt hier essen wollen, die Waffeln sind nicht übel, meinte die Kellnerin und zwinkerte Kylie zu. Dann hätten wir gern zweimal die Waffeln, bestellte Kate. Oh nein, protestierte Kylie, ich habe schon gegessen. Und sie wollte auf gar keinen Fall die Dicke sein, die sich bei einem spontanen Date mit einem attraktiven Mann vollstopfte. Ich bestehe darauf, sagte Kate, und die Kellnerin verschwand wieder. Er beugte sich vor und fügte hinzu, sollten wir uns hier eine Lebensmittelvergiftung einfangen, dann habe ich im Krankenhaus wenigstens Gesellschaft. Sie lachte laut auf, schüttelte den Kopf und griff nach ihrer Kaffeetasse. Du bist unverbesserlich. Das habe ich schon öfter gehört. Lächelnd sah sich Kylie im Restaurant um. Es war fast leer, nur ein einsamer Trucker saß in einer Nische am anderen Ende des Raums. Aus irgendeinem Grund wirkte das gemütlich. Sie sah Kate an und beschloss mit den üblichen Kennenlernfragen bei einer ersten Verabredung anzufangen. Warum auch nicht? Was machst du beruflich Kate? Ich bin neugierig, wollte sie wissen und nippte an ihrem Kaffee. Ich bin Milliardär. Sie verschluckte sich, bekam die heiße Flüssigkeit in die Luftröhre und griff schnell nach einer Papierserviette, um sie sich beim Husten vor den Mund zu halten. Ist alles in Ordnung? fragte Kate und beugte sich vor. Soll ich ein Ärzteteam einfliegen lassen? Kylie schnaubte ganz undamenhaft. Du bist schrecklich. Aber ich bin wirklich Milliardär. Er lächelte sie reumütig an. Natürlich bist du das, murmelte sie. Warum auch nicht? Er war in allem anderen schließlich auch perfekt. Dass er jetzt auch noch haufenweise Geld hatte und nicht arbeiten musste, überraschte sie nicht wirklich. Bist du schon immer so reich gewesen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er musste grinsen, als sie ihn erstaunt ansah. Wirklich? Aber ich konnte dank eines Stipendiums aufs College gehen und bin dort den richtigen Leuten begegnet. Nach meinem Abschluss mit Auszeichnung habe ich in der Finanzabteilung eines Technisches Gerät patentieren wollte. Ich habe in ihn investiert und ihn als Investor unterstützt. Zwei Jahre später hat er sein Patent für 700 Millionen Dollar verkauft. Danach habe ich einige aufstrebende Unternehmen finanziert und der Rest ist Geschichte. Und Patente in der Medizintechnik sind ein Vermögen wert. Er schenkte ihr ein schiefes Grinsen. Ich versuche es mir nicht zu Kopf steigen zu lassen. und trank vorsichtig noch einen Schluck Kaffee. Ganz im Ernst, ich gebe mir die größte Mühe, bescheiden zu bleiben. Ja klar, wie viele Autos besitzt du? Sein Grinsen ließ sich nur als jungenhaft bezeichnen. Zwölf, aber einer meiner Freunde ist Autobauer, deshalb ist die Frage unfair. Ist sie nicht, erwiderte sie amüsiert. Und was ist mit dir? Warum bist du Visagistin? Kylie schwieg. Wie sollte sie einem attraktiven Mann mit Unmengen an Geld erklären, dass sie sich in ihrer Jugend nie attraktiv oder geschätzt gefühlt und so notgedrungen gelernt hatte, sich hübsch zu machen? Dass Make-up Macht besaß und ihre Art war, an diese Art von Macht zu gelangen? Sie war sich nicht sicher, ob er es verstehen würde, daher zuckte sie überzeugt aus, bohrte jedoch nicht weiter. Und wo wohnst du, wenn du nicht gerade auf Tour bist? In Malibu, antwortete sie mit einem Achselzucken. Da ist es teuer und heiß und ich mag die Gegend nicht besonders, aber weil es da nun mal die meisten Jobs gibt, bin ich eben hingezogen. Wenn ich nicht auf Tour bin, wohne ich mit einer Freundin zusammen. Und du hast keinen Freund, richtig? Der letzte hat mir vorerst gereicht, vielen Dank auch. Sie schnitt eine Grimasse. Er sah sie fragend an. Mehr willst du mir darüber nicht erzählen? Sie seufzte und bekam rote Wangen, da sie eigentlich nicht ins Detail gehen wollte. Das ist wirklich eine dumme Geschichte, die dich vermutlich überhaupt nicht interessieren wird. Tja, jetzt will ich sie aber unbedingt hören. Kylie rutschte auf ihrem Stuhl herum. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Himmel, sie war während ihrer Zeit mit Jared dermaßen am Ende gewesen, dass sie gar nicht wusste, wie sie von dieser vermasselten, hässlichen Beziehung erzählen sollte, sodass es wenigstens halbwegs okay klang. Ich hatte vor zwei Jahren einen Freund und es war ziemlich ernst. zumindest für mich, aber er wollte eigentlich nur ficken. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und beschlossen, dass es Zeit wäre, zusammenzuziehen und auszuprobieren, wie es mit uns läuft. Jared fand wohl die Vorstellung gut, ein Dienstmädchen zu haben, das er nicht bezahlen musste und jeden Abend einen geblasen zu kriegen, wenn wir zusammen wohnen, daher hielt er es auch für eine gute Idee. Also gab ich meine Wohnung auf, verkaufte alles, was wir nicht mehr brauchten und zog bei ihm ein. Dummerweise verlor ich kurz darauf meinen Job in einem Kaufhaus. Das war wirklich schlechtes Timing. Wieder zog sie mit den Achseln und starrte in ihre Kaffeetasse. Schlechtes Timing war es eher weniger gewesen. Jared hatte sie ständig dazu überredet, nicht zur Arbeit zu gehen, zu spät zu kommen, weil es wichtiger war, ihre Zeit mit ihm zu verbringen. Doch als sie dann schließlich gefeuert wurde, war natürlich alles ihre Schuld. Kate gab ihr zu verstehen, dass sie weiterreden sollte. Okay. Etwa zwei Wochen nachdem ich meinen Job verloren hatte, sagte er, ich müsse meinen Teil der Miete bezahlen. Er hatte sie auch als Last bezeichnet, aber das konnte sie unmöglich über die Lippen bringen. Wir haben uns böse gestritten. Eine Woche danach kam ich nach Hause und stellte fest, dass er meine ganzen Sachen auf den Bürgersteig geworfen und die Schlösser ausgetauscht hatte. Ich konnte nichts dagegen unternehmen, weil ich noch nicht im Mietvertrag stand, also musste ich meine Sachen nehmen und zusehen, wie ich klarkomme. Kate riss die Augen auf. Und was hast du dann gemacht? Sehr viel geweint, gestand Kylie mit schiefem Grinsen. Kate lachte nicht. Sie zuckte mit den Achseln. So schlimm war es nicht. Ich habe nur sehr viel über andere Menschen gelernt. Beispielsweise, dass man niemandem zur Last fallen darf, wenn man seine Liebe behalten will. Ich habe ein paar Nächte unter einer Brücke geschlafen. Unter einer Brücke? brach es aus Kate heraus. Wie bitte? Doch, ich kam bald wieder auf die Beine. Es ist okay, versuchte sie ihn zu besänftigen. Es war, wie gesagt, eine lehrreiche Erfahrung. Wie kannst du das als lehrreiche Erfahrung bezeichnen? Es klingt eher wie ein Albtraum. Rückblickend bin ich ganz froh, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Das war durchaus lehrreich. Sie lächelte rollmütig. Und ich habe auch ein paar Dinge über mich gelernt, unter anderem, dass ich nichts mehr hasse, als jemandem zur Last zu fallen. Er biss die Zähne aufeinander und sah sie bedrückt an. Besteht auch nur die geringste Chance, dass ich diesen Mann jemals kennenlerne? Das bezweifle ich stark. Gut, erklärte Kate. Er sah tatsächlich wütend aus, was sie überraschte. Sie kannten einander doch kaum. Warum wollte er sie unbedingt beschützen? Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Ein unangenehmes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Wie wäre es, wenn wir wieder über unsere Jobs reden, schlug Kylie vor. Bitte. In Ordnung. Er zogte mit den Achseln. Reißt du viel? Allerdings, das ist einer der Vorteile meines Jobs, würde ich behaupten. Reist du gern? Meistens schon. Man bleibt nie lange genug an einem Ort, um sich daran satt zu sehen. Aber manchmal bin ich die Hotels leid. Sie schüttelte den Kopf. Und man hat irgendwann keine Lust mehr nirgendwo Wurzeln zu schlagen. Ich kann mir ja nicht mal ein Haustier zulegen, weil ich ständig weg bin. Meine Adresse ist im Grunde genommen nur ein Briefkasten, in dem die Rechnungen landen, fügte sie mit einem schiefen Grinsen hinzu. Und wo kommst du her? Aus New York, antwortete er. Da ist es ebenfalls teuer, nur nicht so heiß. Und im Sommer riecht es komisch. Aber ich lebe sehr gern dort, es ist immer was los. Ich mag New York, erklärte sie. Immer wenn ich dort auf der Durchreise bin, kommt es mir vor, als wäre es ein guter Ort zum Leben. Die Kellnerin stellte ihre Teller vor ihnen ab und ging wieder. Kate beäugte erst seine Waffel und dann Kylies. Er hob seine Kaffeetasse und prostete ihr zu. Auf das unser Magen das verkraftet. Sie lachte und stieß mit ihm an. Die Waffel schmeckte erstaunlich lecker und Kylie ass alles auf, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Kate genoss das Essen ebenfalls und sie unterhielten sich angeregt. Dabei blieben sie bei unverfänglichen Themen wie dem Wetter, guten Restaurants in New York und an anderen Orten, die er auf seinen Geschäftsreisen besucht hatte. Sie zog ihn damit auf, dass er so viele Häuser hatte, sechs und so viele Unternehmen besaß, neun, und er nahm das gutmütig hin und fragte im Gegenzug unter anderem, wie viele Lippenstifte sie denn ihr Eigentum nannte. Dutzende. Nachdem die Teller abgeräumt und der Kaffee ausgetrunken war, kam die Rechnung. Kylie stellte fest, dass sie eigentlich gar nicht gehen wollte. Es war schön, hier mit Kate zu sitzen. Sogar richtig wundervoll. Er war klug, gut aussehend, erfolgreich und konzentrierte sich ganz allein auf sie. Er lachte über ihre lahmen Witze, fand das, was sie sagte, interessant und okay, er war auch verdammt gut im Bett. Jedes Mal, wenn er sie anlächelte, bekam sie weiche Knie. Ich sollte dich zurückbringen, sagte er nach einem Blick auf die Uhr. Schließlich sollst du keinen Ärger bekommen. In Ordnung, entgegnete sie, da sie eigentlich schon viel zu lange weggeblieben war. Wann sehe ich dich wieder? Morgen? Morgen fahren wir nach Indianapolis, teilte sie ihm mit. Da ist wieder ein Konzert. Und übermorgen reisen wir weiter. Dann sag mir, wann du mal einen Abend frei hast, damit wir uns treffen können. Kylie zögerte. Es war nicht so, dass sie Kate nicht mochte, sie mochte ihn sogar viel zu sehr. Doch die ganze Situation mit Daphne gefiel ihr ganz und gar nicht. Ich weiß es nicht, gab sie zu. Irgendwie ist mir, als sollte ich erst mit Daphne darüber reden. Sie rechnete schon damit, dass er protestieren würde, aber er nickte nur. Ich muss auch mit ihr reden. Seine Augen funkelten auf einmal teuflisch. Dann sehen wir uns Freitag? Sie musste lachen. Ich verspreche hier gar nichts. Während sie mit der Limousine zur Konzerthalle zurückfuhren, tauschten sie ihre Telefonnummern aus. Kylie gab seine in ihr Handy ein und legte in den Einstellungen fest, dass es lautlos klingeln sollte, da sie nicht wollte, dass noch mehr Leute von ihrer sitzen. Als der Wagen schließlich anhielt, gab es keinen Grund mehr, noch länger sitzen zu bleiben. Doch bevor sie die Tür öffnen konnte, hielt er sie auf. Ich habe schon den ganzen Abend darauf gewartet, das tun zu können. Kate beugte sich vor und küsste sie zärtlich. Er drückte die Lippen auf sinnliche Weise auf ihre und küsste sie wieder und wieder, während sie einfach nur war. Sanft schob er seine Zunge in ihren leicht geöffneten Mund und sie hätte beinahe leise gewimmert. Aber sie wagte es nicht, einen Ton von sich zu geben, da sie sich wünschte, dass dies niemals aufhörte. Er liebte sie mit jedem süßen, wundervollen, zärtlichen Kuss. Du hast einen unglaublichen Mund, Kylie, murmelte er zwischen den Küssen. So voll, so rot dich schon die ganze Zeit küssen und du schmeckst noch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Dieses Mal konnte sie ihr leises Willmann nicht unterdrücken. Kate kicherte und schien genau zu wissen, was er bei ihr bewirkte. Mir geht es genauso, murmelte er und bewegte die Lippen an ihren, sodass es ein wenig kitzelte. Es war fast so, als wollte er sich nicht zurückziehen und auch nicht reden. Als sie die Augen aufschlug, sah sie, dass ich in seinen ihr Verlangen widerspiegelte. Allein dieser Augenblick ließ sie feucht werden. Ich sollte dich nicht küssen, murmelte sie, aber sie rückte auch nicht von ihm ab. Das war das Letzte, was sie wollte. Warum nicht? Weil es kompliziert ist. Weil ihr Job davon abhing, weil sie sich nicht sicher war, ob es Ärger mit Daphne geben würde, weil sie Angst hatte, dass Kate sie wie eine heiße Kartoffel fallen ließ, falls Daphne clean wurde und ihn wieder zurück haben wollte. Tja, dann sollten wir es vielleicht lieber langsam angehen lassen, meinte er. Doch er beugte sich vor und küsste sie noch ein letztes Mal. Ich werde mir den Rest der Küsse für unser nächstes Wiedersehen aufheben. Sie war derart benommen, dass sie nur noch nicken konnte. Sein Geruch stieg ihr in die Nase, er presste sich an sie und sie musste ihre ganze Willenskraft aufbringen, um die Tür zu öffnen und aus der Limousine aus zu steigen. Aber dieses Mal hielt er sie nicht auf. Sie betraten die Konzerthalle und Kate ging neben ihr her, während sie sich auf den langen Weg zurück zum Greenroom machten. Dort herrschte ein ziemliches Chaos. Überall liefen Menschen herum und es war offensichtlich, dass die Show gerade zu Ende gegangen war. Kylie bekam augenblicklich Panik. Sie hätte schon längst zurück sein müssen. Wenn Daphne sie suchte, dann würde es Ärger geben und zwar nicht zu knapp. Vor dem Greenroom standen die Presseleute und die Fans und sie starrten Kylie wütend an, als sie Kates Hand nahm und ihn mit hinein nahm. Im Inneren war es etwas ruhiger, aber auch hier hielten sich viel zu viele Leute auf, was nur zu Kate. Bleibst du noch und sag Stephanie Hallo? Ich weiß nicht, erwiderte er. Eigentlich wollte ich heute Abend nur dich sehen. Als sie das hörte, wurde ihr vor Freude ganz warm ums Herz. Sie drehte sich zu ihm um, lächelte ihn an und bemerkte erst jetzt, dass sie ihren Lipgloss auf seinem Mund verteilt hatte. Großer Gott, mit einem alarmierten Keuchen beugte Er kicherte. Kate! kreischte eine Frauenstimme. Großer Gott, du bist hier! Die völlig verschwitzte Daphne drängte sich an Kylie vorbei, warf Kate die Arme um den Hals und bedeckte seine Wangen mit Küssen. Kate schien das Ganze ziemlich peinlich zu sein und er sah Kylie betreten an. Naja, Kylie hätte es sicher denken können. Sie ignorierte den Ärger, der in ihr Aufstieg, ging zum Schminktisch und packte schnell ihre Sachen aus. Daphne wollte bestimmt nachgeschminkt werden, bevor sie sich den Medien stellte. Aber sie warf dennoch hin und wieder einen Blick hinüber zu Kate und Daphne, die einander weiterhin umarmten. Okay, sie war neugierig und auch ein bisschen eifersüchtig. Na und? Sie durfte doch ein paar Besitzansprüche bei einem Mann haben, mit dem sie einen One-Night-Stand gehabt hatte, oder etwa nicht? Das hatte zwar überhaupt nichts zu bedeuten, aber es gelang ihr auch nicht, ihre Gefühle einfach so abzustellen. Sie beobachtete, wie Daphne, die noch immer ihren glänzenden Body mit Leopardenmuster und das schwarze Tütü trug, auf- und abhüpfte und Kates Hand nahm. Ich bin so froh, dass du da bist! Er lächelte sie warmherzig an. Ich freue mich auch, ich hatte zu tun, außerdem beantwortest du meine auch nie, konterte er. Ich war ebenfalls beschäftigt, erwiderte Daphne Coquette. Und warum bist du hier? Er blickte auf und sah Kylie in die Augen. Eigentlich wegen Kylie. Was? Jetzt drehte sich Daphne um und strahlte Kylie an. Du hast ihn für mich hergeholt, dicke Marilyn. Du bist wirklich süß. Ich begann Kylie, aber dann klappte sie den Mund wieder zu. Was sollte sie denn dazu sagen? Dicke Marilyn? fragte Kate und runzelte die Stirn. Komm und setz dich zu mir, sagte Daphne, nahm Kates Hand und ignorierte seine Frage. Dann können wir uns unterhalten. Du hast Pressetermine, schaltete sich Snoopy ein. Fauch mich nicht so an, schnaubte Daphne und Snoopy riss die Augen auf. Kylie staunte ebenfalls. Daphne war in den letzten Tagen sehr reizbar gewesen, aber diese Reaktion auf Snoopys ruhigen Kommentar war durchaus alarmierend. Auf einmal wurde es ruhig im Greenroom. Vielleicht sollte ich lieber gehen, meinte Kate. Nein, schrie Daphne und klammerte sich an Kate. Erschüttert stellte Kylie fest, dass Daphne zu weinen begann. Ich brauche dich hier bei mir, Kate. Ich habe doch niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Bitte geh nicht. Sie schluchzte so heftig, dass ihr dünner Körper bebte. Du weißt nicht, wie schwer das alles für mich ist. schluchst, murmelte Kate beruhigend. Wir setzen uns erst einmal hin. Du musst dich entspannen, Daphne. Du stehst momentan unter großem Stress. Sanft führte er sie zu einem der bequemen Sofas und ließ sie darauf Platz nehmen. Sie klammerte sich weiterhin an ihn, sodass er sich neben sie setzen musste. Sofort vergrub sie das Gesicht an seiner Brust und kuschelte sich wie ein jammerndes Kind daran. Bitte verlass mich nicht, Kate, flehte sie. Ich bin doch da, sagte er und sah zu Kylie hinüber. In seinem Blick lag eine Mischung aus Traurigkeit und Resignation und sie schenkte ihm ein Lächeln, um ihn zu ermutigen und ihn wissen zu lassen, dass alles in Ordnung war. Daphne brauchte ihn jetzt und auch wenn es Kylie schmerzte mit anzusehen, wie sie ihm förmlich auf den Schoß kroch, war es ja noch lange nicht so, als würde ihr dieser Mann gehören. Ich bin so froh, dass du da bist, murmelte Daphne an seiner Brust. Kate streichelte ihr über das Haar. Wie wäre es, wenn wir dir ein Wasser besorgen, damit du etwas trinken kannst und dann versuchen wir, dich für die Pressetermine fertig zu machen, okay? Aber du bleibst hier. Ja, ich bleibe, versprach er ihr. Danach verschwamm alles in einem Wirbel aus Aktivitäten. Irgendwann hatte sich Daphne so weit beruhigt, dass Kylie ihr das alte Make-up abwischen und sie neu schminken konnte. Daphne zappelte ständig herum und kratzte sich, was Kylies Arbeit nicht gerade erleichterte. Kate blieb in der Nähe und als Daphne zu ihren Pressetermin ging, flehte sie ihn noch einmal an, dass er bleiben sollte. Das tat er dann auch und spät in der Nacht gingen irgendwann die Fans, sodass nur noch die Feiernden übrig blieben. Die Background-Tänzer holten den Alkohol heraus und ein paar Leute begannen, Drogen zu nehmen. Kylie packte ihre Sachen zusammen und sah zu Kate und Daphne hinüber. Daphne war immerhin nicht auf der Toilette und setzte sich einen Schuss Stattdessen hatte sie sich auf Kates Schoß gesetzt und trank ein Bier, während sie sich mit jemand anderem unterhielt. Anstatt zufrieden auszusehen, weil Daphne ihn beachtete, warf Kate jedoch immer wieder Blicke zu Kylie hinüber. Sie hätte sich denken sollen, dass so etwas passieren würde. Es war nicht weiter wichtig, wie wunderbar er war und wie gut sie sich während des Essens verstanden hatten. Natürlich war Kate ein toller Mann und da war es doch kein Wunder, dass Daphne ihn auch begehrte. Kylie stellte nur eine vorübergehende Abwechslung dar. Eine Frau, mit der man in angetrunkenem Zustand ins Bett ging, genau wie sie vermutet hatte. Aber eigentlich war das auch in Ordnung. Wenigstens benahm sich Kate nicht wie ein Arschloch. Er wollte Daphne und sein One-Night-Stand starrte ihn mit großen Augen an. Wahrscheinlich kam er sich komisch vor, weil Daphne und Kylie zusammen im Raum waren. Möglicherweise tat ihm Kylie sogar ein bisschen leid, weil sie ganz offensichtlich die zweite Geige spielte. Ich verschwinde, erklärte Rotschopf. Kommst du mit? Ja, antwortete Kylie. Es war vermutlich das Beste für alle Parteien, wenn sie ging. Sie nahm ihre Handtasche, schlang sich den Riemen über die Schulter und ging zusammen mit Daphnes anderen Angestellten hinaus. Kate sah Kylie nach, als sie mit den anderen den Raum verließ und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er sich darüber ärgerte, dass sich Daphne an ihn klammerte und auf seinem Schoß saß. Sie hatte das in der Vergangenheit schon unzählige Male getan und er wusste, dass das nicht das geringste bedeutete. Aber Kylie wusste es vermutlich nicht. Jetzt, da er sich nur noch für Kylie interessierte, kam es ihm außerdem völlig falsch vor, sich von Daphne derart vereinnahmen zu lassen. Irgendwie war es schon seltsam, dass er seine Meinung so schnell geändert hatte. Noch vor einer Woche wäre er außer sich vor Freude gewesen, wenn Daphne ihm nur halb so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte, wie sie es an diesem Abend tat. Aber vor einer Woche war ihm auch noch nicht klar gewesen, dass sich Daphne nicht verändert hatte, dass sie noch immer dasselbe völlig kaputte Mädchen war. Vor einer Woche hatte er noch gehofft, dass sie nach ihrem letzten Entzug clean geblieben war. Außerdem hatte er da Kylie noch nicht gekannt. Ihm war noch nicht bewusst gewesen, wie wohltuend, schön und richtig es sich anfühlte, jemanden in seinem Leben zu haben, der so normal war. Gib mir noch ein Bier, Kate, bat Daphne mit ihrer schüchternen, koketten Stimme. Ich habe nach dieser heißen Performance einen tierischen Durst. Sie klimperte mit den Wimpern und versuchte niedlich auszusehen. Doch er konnte nur daran denken, wie hart Kylie gearbeitet hatte, damit Daphne gut aussah und wie konzentriert sie die falschen Wimpern auf Daphnes Augenlider geklebt und sich vorgebeugt hatte, um Daphnes Mascara sanft trocken zu pusten. Das Schminken war noch nie zuvor so erotisch gewesen. Aber daran durfte er jetzt nicht denken. Nicht, wenn Daphne sich derart an ihn klammerte. Sonst bekam er womöglich noch eine Erektion. Daher schob er Daphne so sacht wie möglich von seinem Schoß. Meinst du nicht, dass du genug getrunken hast? Das geht doch gar nicht, rief ein Mädchen, das neben ihnen auf der Couch saß, lachend. Vermutlich war das eine von Daphnes Background Tänzerin. Er hatte bemerkt, dass sie im Laufe des Abends mehrfach auf die Toilette gegangen war, also litt sie entweder Sie hat für jemanden, der versucht clean zu werden, mehr als genug getrunken, schallt Kate sie mit sanfter Stimme, auch wenn er dem Mädchen am liebsten eine verbale Abreibung verpasst hätte, weil sie Daphnes schlechtes Benehmen auch noch unterstützte. Daphne machte einen Schmollmond. Na gut, dann trinke ich eben Wasser. Wenn mein Mann das so will, dann mache ich das auch. Bei diesen Worten legte sie Kate besitzergreifend eine Hand auf die Brust. Er schob ihre Hand weg. Wir sind nicht zusammen, Daphne. Ihre Augen, die in ihrem schmalen Gesicht riesig wirkten, nahmen einen verletzten Ausdruck an. Wie meinst du das? Die Tänzerin beschloss lieber von der Couch aufzustehen und auf der Toilette zu verschwinden und somit waren Kate und Daphne allein. Ich meine damit, dass ich vorgestern hier war, um dich zu sehen, wie wir es vereinbart hatten, falls du dich daran erinnerst. Du hast mich gebeten, zu deinem Konzert zu kommen. Wir würden Zeit miteinander verbringen und reden. Aber stattdessen habe ich die ganze Nacht mit meinem Drink auf dem Sofa gesessen, während du dich jedem Kerl, der nicht bei drei auf den Bäumen war, an den Hals geworfen hast. Bist du etwa eifersüchtig? Überraschenderweise war er das nicht. Ich bin enttäuscht. Du warst mehr an den Drogen interessiert, als daran, mich zu sehen. Und du hattest irgendwas genommen, das dich komplett aus der Bahn geworfen hat. Mit der Frau, die ich da gesehen habe, möchte ich nichts zu tun haben. Mit ihr möchte ich nicht oben. Ich hätte mich nicht so benehmen dürfen. Nein, das hättest du nicht. Aber manchmal brauche ich was, um wieder in Gang zu kommen, weil ich so müde bin. Sie blinzelte mehrmals schnell, als wäre sie erneut den Tränen nahe. Ich versuche ja clean zu bleiben, aber es ist so schwer. Er kaufte ihr nicht ab, dass sie es überhaupt versuchte, aber er wollte nicht auch noch nachtreten, wo sie ohnehin schon am Boden war. Das weiß ich, Dev, aber du musst mit den Drogen aufhören. Sie sind nicht gut für dich und machen dich kaputt. Ich weiß, ihre Unterlippe zitterte. Ich habe seit zwei Tagen nichts genommen, nicht seitdem man mir erzählt hat, dass du da gewesen bist und ich es nicht einmal mitbekommen habe. Das ist gut, stellte er fest, das ist zumindest ein Anfang. Innerlich stand er kurz davor, ihr den Hals umzudrehen. Sollte er davon beeindruckt sein, dass sie gerade mal zwei Tage nichts genommen hatte? Halte einfach durch. Wirst du mir dabei helfen? Als Freund? Natürlich. Sie lachte, als hätte er etwas Witziges gesagt. Ach, Kate, wir vielleicht früher einmal, aber das war jetzt vorbei. Daher lächelte er sie nur gequält an und wiederholte als Freund. Donnerstag. Kate, ich denke, wir sollten über gestern Abend reden. Kylie, was gibt es da zu reden? Kate, Daphne hat mir erzählt, dass sie seit zwei Tagen clean ist. Zwei Tage, das ist gar nichts. Kannst du für mich ein Auge auf sie haben? Sagst du mir Bescheid, wenn sie oft auf die Toilette geht oder sich heimlich mit den falschen Leuten trifft? Kylie, aber natürlich. Kate, sie ist eine sehr alte Freundin und ich mache mir Sorgen um sie. Kylie, du musst mir nichts erklären. Kate, nicht? Ich hatte den Eindruck, dass du nicht besonders glücklich über mein Verhalten warst, als du gegangen bist. Kylie, warum sagst du das? Es steht mir nicht zu, dein Verhalten zu kritisieren. Ich habe keinen Anspruch auf dich. Kate, nicht? Kylie, nicht im geringsten. Du kannst tun und lassen, was du willst. Kate, ich dachte, es wäre ziemlich offensichtlich, für wen ich mich entschieden habe. Für jemanden mit einem warmen Lächeln, einem herzlichen Lachen und der weichesten Haut, die ich je gestreichelt habe. Sie, flirtest du etwa mit mir? Er, kann schon sein, funktioniert es? Sie, Kate, ich mag dich wirklich, sehr sogar, aber ich kann mich nicht mit Daphne um dich streiten. Er, niemand wird sich hier streiten, wir unterhalten uns nur, okay? Wie Freunde. Wir können doch Freunde sein, oder nicht? Sie? Ich schätze schon. Sagst du all deinen Freunden, dass sie weiche Haut haben? Nur denen, mit denen ich schlafe. Wieso muss ich darüber lachen? Keine Ahnung, aber es ist offensichtlich, dass ich dich öfter zum Lachen bringen muss, damit du meine SMS auch liest. Smiley. Ich muss los, Smiley. Freitag. Kate. Und, wie war das Konzert heute? Kylie? Gut, Dev hat Standing Ovations bekommen, sie schien überrascht zu sein, dass du nicht im Greenroom auf sie gewartet hast. Ich hatte heute keine Zeit, versuche aber nächstes Mal wieder dabei zu sein. Wirst du auch da sein? Blöde Frage. Wieso das? Ich werde nicht wegen dir da sein, sondern weil ich für Dev nie arbeite, Dummerchen. Er? Stimmt ja. Wie geht es, Dev? Sie? Ich glaube, sie ist clean, aber das ist schwer zu sagen. Manchmal hat sie gute Laune und dann wieder nicht. Er? Ich bin jedenfalls froh. Sie? Ich freue was ist mit uns? Sie? Es gibt kein uns. Er? Ich finde, es sollte aber eins geben. Sie? Ich finde, ich sollte Kleidergröße 38 tragen, aber wir kriegen nun mal nicht immer, was wir uns wünschen. Ich weiß wirklich nicht, was du mit Kleidergröße 38 willst. Du bist so, wie du bist, wunderschön. Du bist nur von meiner weichen Haut und den gigantischen hellen Flächen geblendet. Ja, das stimmt. Jetzt sehe ich dich vor meinem inneren Auge und kann mich kaum noch konzentrieren. Gern geschehen. Du flirtest mit mir. Ich reiße deine Schutzmauern ein. Gute Nacht, Kate, Smiley. Jetzt ist sie es. Hä? Eine gute Nacht. Samstag 1 Uhr. Daphne. Hey, Kate. Ich hab dich heut vermisst, Süßer. Kommst du zu mir? Ich halte meinem Lieblingsmann einen Platz im Greenroom frei. XO 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 X. Kate, ich kann heute nicht kommen, Dev, habe zu tun. Wir sehen uns bald, okay? Daphne, okay. Kate, bleibst du für mich clean? Daphne, ja, ja, hör auf dich wie meine Mom zu benehmen. Samstag Nacht Kate, hey, Kylie, hallo. Kate, wo seid ihr heute Abend? Kylie, das Konzert ist in Louisville, Kentucky. Kommst du vorbei? Würd ich gern, aber ich bin in Botswana. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Warum in aller Welt bist du in Botswana? Das ist nördlich von Südafrika, ein sehr schönes Land. Eine meiner Organisationen eröffnet eine neue HIV-Klinik und ich wollte dabei sein. Das ist eine gute Sache. Wow, sehr nobel von dir. Ach was, ich helfe eben, wo ich kann. Ich kann ja nicht wie Dagobert Duck einfach auf meinem Geld rumhocken. Hast du dich gerade mit einer Zeichentrick- ente verglichen? Das hängt davon ab. Lachst du? Ja. Dann ja. Genau das habe ich getan. Smiley. Du bist so nobel. Eine Klinik, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So nobel bin ich gar nicht. Im Moment stelle ich mir vor, wie es ist, dich wieder zu küssen. Wie sich deine Lippen angefühlt haben. Wie sich der Rest von dir angefühlt hat. Ich bin ganz besessen. Das ist nicht gut, traurige Smiley. Warum nicht? Wir sind beide erwachsen. Möchtest du, dass ich dich in Ruhe lasse? Eigentlich nicht, aber da ist auch die Sache mit Daphne. Das macht mich nervös. Du weißt, dass sie dich will. Und ich will meinen Job behalten. Aber ich will sie nicht. Wirklich? Als sie neulich auf deinem Schoß saß, machte es einen anderen Eindruck. Erstens hat sie sich einfach dahingesetzt und zweitens ist das etwa Eifersucht, die ich da in deiner süßen Stimme höre? SMS. Der korrekte Begriff, den du suchst, ist SMS. Lenk nicht vom Thema ab. Tu ich doch gar nicht. Du hast es schon wieder getan. Und was Daphne betrifft, ich versuche nur, ihr ein Freund zu sein. Sie braucht dringend Freunde, die nicht bereit sind, sie mit Drogen zu versorgen. Und genau aus diesem Grund sollten wir nicht zusammen sein. Es fällt mir schwer, ihre Freundin zu sein, wenn ich sie an den Haaren ziehen will, weil sie auf deinem Schoß sitzt. Smiley. Also bist du doch eifersüchtig. Ich verweigere die Aussage. Smiley. Du fehlst mir. Ich wünschte, du wärst der eine Visagistin braucht? Mich, aber nicht aus den offensichtlichen Gründen. Ich habe nur den Wunsch, einen gewissen jemand wieder vor Lust zum Schreien zu bringen. Großer Gott, warum schreibst du mir so schmutzige Dinge? Weil ich dann lächeln muss und ich bin jetzt seit 18 Stunden unterwegs. Außerdem stelle ich mir vor, wie rot deine Wangen jetzt sind. Was hast du gesagt, wann wir uns wieder sehen? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe viel um die Ohren. Ich habe mir Daphnes Tourplan online angesehen und sie scheint diesen Mittwoch kein Konzert zu geben. Dienstag tritt sie in Vegas auf, aber der Mittwoch ist frei. Ich kann hinfliegen, damit wir uns sehen können. Das sollten wir lieber nicht tun, Kate. Nur ein Treffen unter Freunden. Sie muss nichts davon erfahren. Ich werde darüber nachdenken. Sonntag Daphne Kommst du mich heute Abend besuchen? Kate Ich bin leider außer Landes. Daphne Auch gut. Arschloch, ich dachte, wir wären Freunde. Kate Du weißt, dass ich arbeiten muss, Dev. Du arbeitest doch auch. Das hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Kate Hallo? Kate Seufz, ich hoffe, du bleibst clean, Dev. Nicht für mich, sondern um deinet Willen. Montag Kate Denkst du noch darüber nach? Kylie Das ist ein langer, komplizierter Prozess, ganz im Ernst. Was kann ich tun, um dich zu überzeugen? Versprich mir, dass Stephanie nicht durchdreht, wenn sie es herausfindet. Nein, versprich mir lieber, dass sie es nie herausfinden wird. Sie wird es nie herausfinden. Ja, klar. Aber wir reden noch darüber und das kann nur bedeuten, dass du trotz allem mit mir ausgehen möchtest. Hier geht es nicht um das, was ich will. Es ist eine Frage der Machbarkeit, wie beispielsweise, ist es machbar für mich, mit dem Mann auszugehen, den meine reiche und berühmte Chefin auch begehrt, dass ich dafür meinen Job riskiere? Ich habe heute Morgen meine magische Glaskugel befragt und alle Anzeichen deuten auf Nein. Die Dinger lügen, meine hat mir verraten, dass du Ja sagen wirst. Die lügen ja wirklich. Was wäre, wenn ich dir anbiete, ein Waisenhaus in einem dritten Weltland zu kaufen, wenn du mit mir ausgehst? Jetzt spielst du nicht fair. Das muss ich auch nicht. Ich bin reich. Ist ja gut. Ich gehe mit dir aus. Wenn es denn sein muss, Smiley. Großartig. Dann sehen wir uns Mittwochabend. Okay. Ich sage dir noch Bescheid, in welchem Hotel ich bin, okay? Daphne sollte möglichst keinen Wind davon bekommen. Sie soll nicht mal wissen, dass du in der Stadt bist. Das halte ich auch für das Beste. Ich werde ihr sehen. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Nur zu deiner Information. Wir werden nicht miteinander schlafen. Damit habe ich kein Problem. Ich möchte dich nur sehen und dich vielleicht küssen. Vielleicht? Ich dachte, es ängstigt dich womöglich, wenn ich schreibe, dass ich vorhabe, jeden Zentimeter deines Körpers wenigstens zweimal zu küssen. Wer hat denn hier Angst, Smiley? Dienstag. Daphne, kommst du heute Abend zur Show? Kate, ich kann nicht, habe zu tun. Wie läuft's mit dem Cleanbleiben? Kate, hallo? Kylie summte leise vor sich hin, während sie die Farben für Daphne's Foundation anrührte. Es war lächerlich, dass sie so gute Laune hatte, aber so war es nun mal. Sie würde Kate morgen Abend sehen und sie konnten sich stundenlang unterhalten und eine wundervolle Zeit miteinander verbringen. Sie würde nicht einmal mit ihm schlafen, wenn auch nur, um sich zu beweisen, dass sie das gar nicht tun musste. Aber auf die Küsse freute sie sich schon sehr. Und sie würde sich sexy Dessous anziehen. Nur für den Fall. Sie sah zum millionsten Mal an diesem Tag auf ihr Handy, aber Kate schien beschäftigt zu sein. Er hatte ihr nur kurze SMS geschickt, wie einen gelegentlichen Smiley oder Ich denke an dich. Sie hatten die ganze letzte Woche per SMS geflirtet. Es wäre zwar ebenso leicht gewesen, einfach zum Telefon zu greifen und anzurufen, aber das SMS-Schreiben war irgendwie lustiger und entspannter. Allerdings hielt sie sich mit ihren Antworten zurück. Nicht, dass er noch dachte, sie würde stundenlang mit dem Handy in der Hand dasitzen und auf seine Nachrichten warten. Auch wenn sie das im Grunde genommen tat. Doch das musste er ja nicht wissen. Sie summte noch immer, als sich Daphne vor Kylie auf den Schminkstuhl fallen ließ und auf ihr Gesicht deutete. Dann wollen wir mal loslegen, was? Ich muss heute schließlich den Pöbel unterhalten. Kylie beäugte den Popstar misstrauisch. War das die angenehme oder die fiese Daphne? Manchmal war das schwer zu erkennen. In letzter Zeit war fast nur die fiese Daphne zu sehen gewesen. Okay, erwiderte Kylie mit möglichst neutraler Stimme. Hast du irgendwelche besonderen Wünsche? Ich mochte dieses Make-up mit Glitzer und Strasssteinen an den Schläfen, wie du es für die letzte Show gemacht hast, erklärte Daphne und presste die Fingerspitzen an die Stirn. Die haben wirklich gut gehaftet. Aber können wir die falschen Wimpern dieses Mal weglassen? Ich hasse die Dinger und sie fallen immer mitten während der Show ab. Dann habe ich immer das Gefühl, als würde ich von einer Spinne Problem. Danke, dicke Marilyn. Daphne strahlte sie an. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber du bist echt in Ordnung. Wow, danke. Daphnes Kompliment rührte sie wirklich. Diese Promis waren immer schwer zufriedenzustellen, daher kam so etwas nur selten vor. Sie würde den Spitznamen dicke Marilyn einfach weiter ignorieren. Anscheinend war heute die nette Daphne an der Reihe. Wie geht es dir? fragte Kylie vorsichtig, da sie Kate ja schließlich versprochen hatte, ein Auge auf Daphne zu haben. Du siehst super aus. Wirklich? Aber klar, flunkerte Kylie. Daphne sah eigentlich immer gleich dünn und blass aus, aber sie verhielt sich heute netter, also war das nicht ganz verkehrt. Bist du immer noch clean? Daphne knifft die Augen zusammen und Kylie glaubte schon zu weit gegangen zu sein. Sie schaltete ihr Airbrush Gerät ein und tat, als wäre alles in bester Ordnung. Du hast neulich mir gegenüber erwähnt, dass du versuchen willst clean zu bleiben, nur deshalb habe ich gefragt. Es läuft super, ich fühle mich richtig gut. Das ist ja großartig, erwiderte Kylie und meinte es auch so. Sie holte eine Flasche Grundierung und einen Make-up Schwamm aus ihrem Koffer und tupfte Daphnes Gesicht ab. Das freut mich für dich. Ich bin jetzt seit einer Woche clean, berichtete Daphne, schloss gehorsam die Augen und legte den Kopf in den Nacken, damit Kylie ihr ganzes Gesicht und ihren Hals bearbeiten konnte. Kate wird sehr stolz auf mich sein. Das kann ich mir Beziehung mit jemandem führen, der Drogen nimmt. Kylie erstarrte. Daphne hatte die Augen noch immer geschlossen, daher benetzte Kylie schnell den Schwamm ein weiteres Mal und betupfte weiter Daphnes Gesicht. Dann habt ihr beide eine Beziehung? Ja, antwortete Daphne und lächelte. Er ist ein richtig toller Kerl, nicht wahr? Der Beste, entgegnete Kylie leise. Sie räusperte sich und blinzelte die Tränen weg, die ihr vor Wut in die Augen stiegen. Und jetzt halt still, wir müssen die Foundation auftragen, sobald die Grundierung trocken ist. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis Daphnes Bühnenmakeup fertig war. Um die Einstichlöcher an den Armen zu verbergen, wurden sie mit Airbrush Makeup übersprüht und ebenfalls mit Glitzer bedeckt. Kylie teilte dann Glitzer neben den Augen. Mit schwarzem Eyeliner malte sie ihr übertriebene Katzenaugen, damit die fehlenden falschen Wimpern nicht so auffielen und setzte kleine Strasssteine an die Ränder der Augenbrauen, um die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Als alles fertig war, reichte sie Daphne einen Spiegel. Alles zu deiner Zufriedenheit? Wunderbar, verkündete Daphne triumphierend. Vielen Dank. Sie zwinkerte Kylie zu, als wären sie die besten Freundinnen und sprang vom Stuhl auf. Während sie zum Umkleidezimmer des Rotschops schlenderte, packte Kylie das Bühnenmake-up wieder ein. Ihre Hände zitterten, als ihr Daphnes Worte durch den Kopf gingen. War Daphne in einer Beziehung mit Kate? Wurde Kylie nur für dumm verkauft? Wie auch immer die Sache aussah, sie war auf unangenehmer Gedanken, als sie alles wegpackte und nur um sich auf andere Gedanken zu bringen, frischte sie ihr Make-up auf. Nicht, dass es irgendjemand zu sehen bekommen würde, aber sie war irgendwie selbstbewusster, wenn sie gut aussah. Kurze Zeit später ging Daphne in ihrem Kostüm für die Eröffnungsnummer auf die Bühne zum Soundcheck und Rotschopf kam mit einem Tütü vom Vorabend rein. und verdrehte die Augen. Und wenn sie nicht auf den Saum tritt, dann muss ich irgendwas anderes nähen. Sie blieb neben Kylie stehen und sah sie an. Was ist denn los, Kleines? Himmel, war es denn so offensichtlich? Kylie blinzelte mehrmals schnell. Nichts. Blödsinn, ich bin Mutter, meine Jüngste ist jetzt 23, aber ich erkenne noch immer auf den ersten Blick, wenn jemand unglücklich ist. Sie deutete mit dem Kinn in Richtung Tür. Na los, lass uns zusammen eine rauchen. Ich rauche nicht, erwiderte Kylie. Komm einfach mit raus, beharrte Rotschopf und sah Kylie vielsagend an. Okay. Es gab offensichtlich etwas zu besprechen, das man nicht hier drin bereden konnte. Rotschopf schenkte ihr ein gequältes Lächeln, nahm ihre Handtasche und ging zum Notausgang. Kylie folgte ihr und sie zeigten dem Wachmann ihre Ausweise und gingen dann an der Rückseite des Gebäudes entlang zu den Mülltonnen. Rotschopf lehnte sich an, nahm eine Zigarette aus ihrer Tasche und zündete sie an. Möchtest du wirklich keine? Ist auch mein Tool. Ich habe diese E-Zigaretten probiert, aber die schmecken einfach nicht. Nein, danke, sagte Kylie. Sie verschränkte die Arme und sah zur anderen Seite des Gebäudes hinüber, wo sich immer Menschen anstellten, um hineinzukommen. Die Türen würden bald geöffnet werden und dann würde das Konzert anfangen. Dev scheint in letzter Zeit gute Laune zu haben, findest du nicht auch? Ich schätze schon. Sie hat mir alles über ihren neuen Freund erzählt. Rutschopf musterte Kylie vielsagend. So ein Blonder, der schon seit lange mit ihr befreundet ist. Kylie zuckte zusammen und wandte den Blick ab. Mhm. Was mich gewundert hat, ich dachte, komisch, habe ich Kylie am ersten Tour Abend nicht mit einem Mann, auf den diese Beschreibung passt rausgehen sehen, da war doch ein Mann, der Daphne sehen wollte und blond war er auch. Kylie schwieg. Was sollte sie dazu auch schon sagen? Und ich fand, dass ich dir das hier zeigen sollte, fuhr Rutschopf fort. Sie kramte in ihrer Handtasche herum und zog eine zusammengerollte Klatschzeitschrift heraus, die sie Kylie reichte. Auf dem Cover war ein Starlet, das gerade ein Baby bekommen hatte und an der Seite wurde die Story eines Stars angekündigt, der beim Ehebruch erwischt worden war. Ganz unten in der Ecke war ein Foto unter dem Stand Daphne Patty neue Tour neue Liebe mehr auf Seite 12. Weil sie einfach nicht anders konnte, schlug Kylie Seite 12 auf und überflog sie. Da war ein Foto von Daphne auf der Bühne, auf dem sie von ihren Tänzern umgeben war und das Mikrofon in die Luft reckte. Darunter stand Ein neuer Anfang für die geplagte Sängerin? Der allseits beliebte Popstar steht gerade am Beginn der ersten Tour nach ihrem Entzug im letzten Jahr und den Gerüchten zufolge gibt es bei ihr auch in der Liebe Neuigkeiten. Uns wurde zwar versichert, dass Patty sehr darauf bedacht ist, während der Tour ihr Bestes zu geben, aber den Gerüchten zufolge wurde Patty mehrmals in der Gesellschaft des Milliardärs und Philanthropen Kate Archer 30 gesehen. Es heißt, sie würden die Sache langsam angehen, wären aber sehr vertraut miteinander. Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet, sagte eine Quelle. Kate versteht Daphne besser als jeder andere und er unterstützt sie sehr. Er ist schon seit Jahren in Daphne verliebt und hat nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um ihr seine Liebe zu gestehen. Es macht ganz den Anschein, als wäre dieser Zeitpunkt jetzt gekommen. Oh, Kylie klappte das Heft zu und reichte es der Garderobiere zurück. Ein widerliches Magazin war's, meinte Rotschopf und zog erneut an ihrer Zigarette. Alles erstunken und erlogen, wenn du mich fragst, und man weiß genau, dass die meisten Storys nur von den Pressesprechern dort platziert werden, damit ihre Klienten in einem guten Licht dastehen. Glaubst du, das ist ebenfalls nicht wahr? Wollte Kylie wissen und schaffte es nicht, ihre Stimme nicht hoffnungsvoll klingen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, gab Rotschopf zu, aber er war schon oft hier, sie sind wirklich seit einer Ewigkeit befreundet und jetzt erzählt Daphne auch noch, dass sie zusammen sind. Sieh den Tatsachen ins Gesicht, Kleines. Letzten Endes sind wir beide nur Angestellte und sie ist der Star der Show. Wenn er sich entscheiden muss, ob er sie oder dich will, dann wird er sie nehmen, beendete Kylie mit leiser Stimme den Er würde versuchen, Kylie auf die freundlichste Art abzuservieren, aber er würde sich definitiv für Daphne entscheiden. Wie konnte Kylie auch mit jemandem mithalten, den Kate schon seit Jahren begehrte? Danke für die Warnung. Gern geschehen, Kleines. Ich möchte doch nicht, dass du verletzt wirst. Dafür war es etwas zu spät, dachte Kylie. Mit dem One-Night-Stand hätte sie kein Problem gehabt, wenn sie Kate nie wieder gesehen hätte. Doch dann hatte er sie in der Limousine geküsst, ihr beim Abendessen schöne Augen gemacht und ihr die ganze Woche witzige SMS geschrieben. Jetzt musste sie sich eingestehen, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Sie wollte mehr und wenn die Sache jetzt den Bach runterging, würde ihr das sehr wehtun. Aber es war besser, es jetzt zu beenden, solange sie es noch konnte, bevor ihr Herz richtig gebrochen wurde. Sie nahm ihr Handy aus der Tasche. Was machst du? erkundigte sich Rotschopf und steckte sich noch eine Zigarette an. Ich will mir nur den Wetterbericht ansehen, log Kylie. Schon klar. Kylie, es ist was passiert und wir können uns morgen nicht treffen. Kate, das ist sehr schade. Kann ich was für dich tun? Kate, oder sollen wir uns am Donnerstag nach der Show treffen? Kate, Kylie, Kylie, bin beschäftigt, muss gehen. Kate, hast du später Zeit? Kylie, nein, muss weg. Okay, was war jetzt wieder passiert? Kate starrte mit finsterer Miene auf sein Handy. Kylie, die süße, lachende Kylie zeigte ihm die kalte Schulter. Hatte er was Falsches gesagt oder getan? Verdammt, sie hatten sich doch seit einer Woche nicht mehr gesehen. War irgendwas mit Daphne? Anstatt eine weitere SMS zu schicken, versuchte er Kylie anzurufen. Sie ging nicht ran. Frustriert starrte er sein Handy an und schrieb dann eine SMS an jemanden, der eine ganze Menge über Frauen wusste. Kate, was würdest du denken, wenn du eine Frau bittest, mit dir auszugehen, sie zustimmt und dann einen Tag später doch absagt? Reese, wer ist da? Kate, sehr witzig, ich meine es ernst. Reese, du musst es verdammt ernst meinen, wenn du nicht mal über meinen Witz lachen kannst. Es geht hier nicht um Daphne, oder? Bitte sag mir, dass es nicht um Daphne geht. Kate, es geht nicht um Daphne, das ist vorbei. Es geht um Daphnes Visagistin. Reese, das ist auch nicht gut, ich würde meinen Schwanz von allen fernhalten, die mit dieser Frau zu tun haben. Kate, Kylie ist da anders, vertrau mir. Reese, okay. Kate, und hilf mir, wir haben bereits miteinander geschlafen, die ganze Woche geflirtet, wir wollten morgen Abend ausgehen und vor fünf Minuten hat sie plötzlich geschrieben, dass sie keine Zeit hat. Reese, ouch, Kate, das ist nicht hilfreich. Reese, dann hat ihr anscheinend eine ihrer Freundinnen ins Gewissen geredet. Kate, im Ernst? Reese, ja, oder hast du ihr was hinterlassen? Kate, wie meinst du das? Reese, du weißt schon, die Art von Geschenk, die man nur dank eines Arztes und mithilfe von Medikamenten wieder los wird. Kate, um Himmels Willen, ich habe ihr keine Geschlechtskrankheit angehängt, wieso habe ich dich überhaupt gefragt? Reese, weil du weißt, dass ich recht habe. Wenn es das nicht ist, dann hat sie eine ihrer Freundin davon überzeugt, die Finger von dir zu lassen. Kate, und wie ändere ich ihre Meinung wieder? Reese, überzeugt sie vom Gegenteil. Kate, wie denn? Sie will ja nicht mit mir reden. Reese, dann mach was, wobei du nicht reden musst. Kate, ich bereue es, dich überhaupt gefragt zu haben. Reese, das war nicht schweinisch gemeint, allerdings funktioniert das auch. Ich meinte, wenn sie dich nicht sehen will, schick ihr Geschenke oder bring sie dazu, sich die Geschenke abzuholen. Sie braucht vermutlich einen Beweis dafür, dass du sie wirklich willst. Kate, und das wäre? Reese, Schmuck? Kate, ich weiß nicht, ob sie der Typ dafür ist. Reese, Audrey ist es auch nicht, aber Frauen, die Schmuck mögen, lassen sich leichter beschenken. Was mag sie denn? Kate, Make-up? Reese, puh, da bin ich schmalen. Also soll ich sie aus der Reserve locken und mit Geschenken überhäufen? Reese, genau, und dann, du weißt schon, vögel sie richtig durch, sodass sie dir nie wieder einen Korb geben kann. Mach es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Kate, ich beende diese Unterhaltung jetzt. Eine Lieferung für die Visagistin von Daphne Petty, sagte die Rezeptionistin am Telefon zu Kylie. Mehr steht auf der Schachtel nicht. Ich habe ein paar andere Leute von der Show angerufen und wurde an sie verwiesen. Habe ich die falsche Person am Apparat? Nein, antwortete Kylie und starrte mit gerunzelter Stirn die Wände ihres kleinen Zimmers an. Steht da, von wem es ist? Nein, vielleicht von einem Händler? Es sieht aus wie eine Lieferung oder etwas in der Art. Okay, ich komme runter. Kylie zog sich Flipflops an, schaltete den Fernseher aus und ging zum Fahrstuhl. Sie erwartete kein Paket, aber Make-up Proben von größeren Firmen fanden manchmal den Weg zu Daphnes Leuten. Und hey, gegen Gratis Artikel hatte sie nichts, denn sie war schließlich pleite und musste sparen. Solange es keine Drogenlieferung war, die sie für Daphne verstecken sollte, wäre sie mit allem einverstanden. Eine leise Stimme in ihr murmelte, dass es vielleicht etwas von Kate war, und ihr Herz machte einen verräterischen kleinen Satz, aber sie tat diesen Gedanken sofort wieder ab. Gähnend verließ Kylie die Fahrstuhlkabine und ging zur Rezeption. Da sie sich in Las Vegas aufhielten, war hier trotz der späten Stunde noch eine Menge los. Sie stellte sich an und wartete, bis sie an der Reihe war. Als die Frau hinter der Empfangstheke sie ansah, zeigte sie ihren Ausweis vor. Ich bin Daphnes Visagistin, Sie haben etwas für mich? Ja, in der Tat. Die Rezeptionistin lächelte Kylie an und holte eine große Kiste hervor. Sie ist ziemlich leicht. Dabei sah sie Kylie interessiert an und Kylie stellte die Kiste auf den Tresen und nahm sie unter die Lupe. Die Absenderadresse war ihr unbekannt und sie war per Luftpost hergeschickt worden. Haben sie vielleicht eine Schere? Die Frau reichte ihr eine und sah ihr dann aufmerksam zu. Von einem heimlichen Verehrer? Das will ich doch nicht hoffen, entgegnete Kylie, aber ihr Herz schlug trotzdem schneller. Sie nahm die Schere, schlitzte das Paketband auf und klappte den Karton auf, um hineinzusehen. Ein rosafarbener Ballon stieg daraus hoch und prallte gegen ihre Nase. Überrascht schob Kylie ihn beiseite und er schwebte noch etwas höher, um dann wackelnd in der Luft zu hängen. Am Ballon war ein Band mit einer Nachricht befestigt und außerdem hing daran noch, etwas zu essen. Ähm, ist das eine Waffel? fragte die Rezeptionistin, als Kylie die Nachricht abnahm. Die an einem Ballon befestigt ist? Kylie gab ihr keine Antwort. Sie war zu sehr damit beschäftigt, die Nachricht zu lesen. Liebste Kylie Ich weiß, dass du unsere Verabredung abgesagt hast, aber ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Du hast gesagt, du wärst beschäftigt, aber ich werde auch nur fünf Minuten deiner Zeit beanspruchen, versprochen. Triff mich vor dem Hotel, dann können wir reden. Kate PS Wenn du nicht in fünf Minuten draußen bist, lasse ich eine Blaskapelle aufmarschieren und organisiere ein Feuerwerk, das die Worte Kylie geht mit Kate ausbildet, nur als Vorwarnung. PPS, das mit den fünf Minuten war mein Ernst. Sie riss die Augen auf und zerknüllte die Nachricht. Warum schickt Ihnen jemand eine Waffel, wenn Sie mir die Frage erlauben, wollte die Rezeptionistin wissen. Weil er verrückt ist, antwortete Kylie. Völlig verrückt. Sie griff noch einmal nach der Schere, stach sie in den Ballon, sodass er zerplatzte und stürmte nach draußen, um herauszufinden, ob Kate tatsächlich vor der Tür stand. Glaubte er wirklich, er könnte sie unter Druck setzen? Sie würde ihm gleich die Meinung sagen. Aber ihre ganze Wut verrauchte, als sie die Limousine sah, die vor dem Hotel parkte. Kate lehnte an der Tür und hatte einen Blumentopf unter dem Arm. Kylie sah sich um, aber sie konnte nirgendwo eine Blaskapelle sehen. Tatsächlich war da überhaupt niemand, mit Ausnahme von Kylie und Kate. Er grinste breit, als er sie sah und stellte sich aufrecht hin. Dann hast du meine Waffel bekommen? Wo ist die Blaskapelle? wollte sie wissen und stemmte die Hände in die Hüften, als sie sich vor ihm aufbaute. Wo ist das Feuerwerk? Die Blaskapelle hat Schnupfen bekommen, antwortete Kate. Und das mit dem Feuerwerk war gelogen. Erreichte ihr die Topfpflanze? Für dich. Sie nahm ihm verblüfft die Pflanze ab. Wofür ist die? Ich wollte dir etwas schenken, erklärte er. Zuerst dachte ich an ein Haustier, da du davon gesprochen hast, dass du keins haben kannst, aber mir wollte keins einfallen, mit dem man gut verreisen kann und dass man nicht Gassi führen muss, höchstens Urzeitkrebse. Kylie verkniff sich ein Grinsen. Daher dachte ich, ein schönes Pfeilchen sollte vorerst reichen. Man hat mir erzählt, dass die nur sehr schwer tot zu kriegen sind und ich wollte, dass du Gesellschaft hast. Ich hätte dir aber auch einen Schia-Igel mitbringen können. Er grinste schief, aber die scheinen seltsamerweise gerade überall ausverkauft zu sein. Sie starrte erst das Pfeilchen und dann ihn an und seufzte. Ich versuche, wütend auf dich zu sein. Sein Grinsen wurde noch breiter, sodass sich seine Grübchen zeigten. Ich weiß, und da ich mir nicht sicher bin, was ich getan habe, um dich zu verärgern, versuche ich, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Darin bist du viel zu gut, knurrte sie. Aber du solltest wirklich gehen, Kate. Ich soll gehen? Warum denn? Er streckte eine Hand aus und schob ihr eine Haarsträhne von der Schulter. Ich bin doch gerade erst angekommen und hatte kaum Gelegenheit, dich anzusehen. Jemand könnte dich hier sehen, beharrte sie. Du musst verschwinden. Nicht bevor du mir gesagt hast, was ich falsch gemacht habe. Kate sah sie ernst an. Sag mir, wo ich Mist gebaut habe und ich werde dich nicht länger belästigen. Kylie umklammerte den Blumentopf. Am liebsten wäre sie wutentbrannt weggerannt, hätte laut gerufen, du weißt ganz genau, was du gemacht hast und ihn stehen gelassen. Aber das wäre kindisch gewesen. Erwachsene unterhielten sich und sie war eine Erwachsene verdammt noch mal. Du hättest mir sagen müssen, dass du mit Daphne in einer Beziehung bist. Er legte den Kopf schief und sah ihr in die Augen. Das ist ein gutes Argument. Das hätte ich auch getan, wenn es dann stimmen würde. Aber wir sind nicht in einer Beziehung. Wie kommst du auf die Idee? Aus den Zeitungen, den Klatsch Zeitschriften und weil Daphne ständig beteuert, dass sie nur clean ist, weil du das so willst. Er zog die Augenbrauen zusammen und sah kurz völlig verwirrt aus. Aber woher haben die denn diese Informationen? Ich habe keine Beziehung mit Daphne und ich habe sie auch seit letzter Woche nicht mehr gesehen. Nein, sie hat mir ein paar SMS geschrieben, aber ich habe lieber dir als ihr geantwortet. Er zog die Augenbrauen hoch. Du siehst sie vermutlich öfter als ich. Sie hat dir also SMS geschrieben, ja? fragte Kylie und hätte die Worte dann am liebsten zurückgenommen. Das klang ja ganz so, als wäre sie höllisch eifersüchtig. Wir haben uns schon früher manchmal Nachrichten geschrieben, sagte Kate, aber die einzige, von der ich letzte Woche Liebesbotschaften bekommen habe, bist du. Kylie schnaubte und wurde immer defensiver. Ich habe dir keine Liebesbotschaften geschrieben. Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen, oder? Er holte sein Handy aus der Tasche, tippte auf das Display und wischte darauf herum. Dann reichte er es ihr. Hier, sieh doch selbst nach. Sie wusste, dass sie nicht so misstrauisch sein sollte, dass es besser wäre, das Angebot abzulehnen, ihm zu vertrauen und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber weil sie so ein armseliger Kleingeist war, der nicht glauben konnte, dass ein Mann wie Kate sie einem Megastar wie Daphne vorziehen könnte, nahm sie das Handy und sah sich die SMS an. Er hatte nicht gelogen, der Großteil war von ihr. Da nichts, das nach einer Beziehung aussah. Und weil sie so neugierig war, schaute sie sich auch noch seine Anrufliste an. Er hatte seit Wochen nicht mehr mit Daphne telefoniert. Hast du was Spannendes gefunden? erkundigte sich Kate grinsend. Sie gab ihm das Telefon zurück. Nein, es tut mir leid, dass ich so misstrauisch gewesen bin, Kate, aber du weißt ganz genau, dass ich weiß nichts derartiges, stellte er klar und kam einen Schritt näher. Himmel, jetzt war er ihr so nah, dass sie sein Aftershave riechen konnte und er roch unfassbar gut. Er beugte sich zu ihr herunter und murmelte, warum gehst du nicht mit mir aus? Nur heute Abend. Wir gehen was essen, trinken ein Glas Wein und sehen, ob anderenfalls lasse ich dich in Ruhe. Bei ihm klang das alles so einfach. Kylie zögerte und blickte dann auf ihre Füße hinunter. Sie wackelte in ihren Flipflops mit den Zehen. Ihre Kleidung ließ sich doch gut als Ausrede heranziehen. Ich bin nicht fürs Ausgehen angezogen. Dann suchen wir uns eben ein Restaurant, in dem das nicht weiter schlimm ist, erklärte er, drehte sich um und öffnete die Wagentür. Ich sollte nach oben gehen und mich umziehen, versuchte Kylie Zeit zu gewinnen. Auf gar keinen Fall, ich lasse dich erst wieder aus den Augen, wenn du zugestimmt hast, sagte er und deutete auf die wartende Limousine. Es war fast so, als könnte er ihre Gedanken lesen, dachte sie amüsiert. Sie zögerte nur noch einen Augenblick länger. Jemand könnte dich hier mit mir sehen, spottete Kate. Im Wagen ist es viel sicherer. Ach, verdammt, murmelte Kylie und lachte. Sie umklammerte ihre Topflume und stieg in den Wagen. Kaum dass sie sich hingesetzt hatte, saß Kate auch schon neben ihr. Er musterte sie mit einem durchdringenden Blick von oben bis unten. Du siehst toll aus. Wie ein albernes Mädchen fuhr sie sich mit einer Hand in die Haare und versuchte ihre Frisur zu richten. Sie hatte eine alte Jeans und ein ausgeblichenes T-Shirt an und ihr Haar war völlig zerzaust. Außerdem wuchs die Farbe langsam raus. Natürlich hatte sie auch gar nicht vor gehabt an diesem Abend auszugehen. Großer Gott, sie mochte gar nicht daran denken, dass sie ihre älteste Unterwäsche anhatte. Aber Danke. Du siehst auch ziemlich gut aus. Es tut mir wirklich leid, dass ich unsere Verabredung abgesagt habe. Mir tut es auch leid, dass du abgesagt hast, meinte er grinsend, sodass seine Worte nicht mehr beleidigt klangen. Möchtest du an einen bestimmten Ort? Such du was aus, erwiderte sie. Eigentlich war es ihr egal, wo sie den Abend verbrachten, solange sie ungestört blieben und sie sich mit ihm unterhalten konnte. Es hätte ihr noch nicht einmal etwas ausgemacht, wenn er die ganze Zeit reden würde und sie ihn nur anstarren musste. Er sah so hinreißend aus, dass sie auch damit zufrieden gewesen wäre. Tja, wir sind in Las Vegas, erklärte er. Es muss doch irgendwas geöffnet haben. Er grinste sie an und ihr Herz schlug bat sie ihn. Sie wusste, dass Daphnes Leute auch in der Stadt unterwegs waren und wollte ihnen auf gar keinen Fall in einem der besser bekannten Restaurants oder Clubs begegnen. In Ordnung, magst du Meeresfrüchte? Ich kenne da ein tolles Restaurant mit einer umwerfenden Weinkarte. Eine umwerfende Weinkarte klang nach einem noblen Lokal. Da sie Jeans und Flipflops trug, konnte sie sich nicht kühlen. Kennst du denn kein zwangloseres Restaurant? Mal überlegen. Er dachte kurz nach. Wie wäre es mit Fondue? Das habe ich noch nie gegessen, gab sie zu. Dann ist es entschieden. Wir gehen Fondue essen. Und was genau ist Fondue? Käse und kleine Töpfe? Er zuckte mit den Achseln. Ich weiß es doch auch nicht. Das war nach dem Fischrestaurant das nächstbeste auf der Restaurantliste dieser Gegend. Du hast gegoogelt? fragte sie lachend. Kennst du dich in Las Vegas denn nicht aus? Nicht so gut, wie du zu denken scheinst. Mein Freund Ries Ries viel öfter hier als ich. Leider kenne ich die Krankenhäuser und Pharmafirmen in dieser Gegend besser als das Nachtleben. Das klingt aufregend. Oh, es gibt nichts aufregenderes als über das Material eines besonders revolutionären Kolostomiebeutels zu sprechen, das kann ich dir versichern. Wieder musste sie kichern. Bei dir klingt das so, als wäre dein Leben unglaublich langweilig. Er schenkte ihr ein aufrichtiges und umwerfendes Lächeln. Das ist es auch, Kylie. Genau das will ich dir damit sagen. Ich bin nicht aufregend. Ich verbringe 90% meiner Zeit bei der Arbeit. Ich gehe nicht aus, ich hatte nur wenige Freundin, ich weiß nicht mal genau, was Fondue eigentlich ist. Sie verzog die Lippen, verkniff sich das Lachen aber mit Mühe und Not. Dann hast du es wirklich gegoogelt. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich muss mich vor einer Verabredung doch vorbereiten. Aber du bist Milliardär, meinte sie kichernd. Und? Das brachte sie aus dem Konzept. Milliardäre machten doch nicht das, was normale Menschen taten. Daher kommt es mir seltsam vor, dass du Dinge googelst. Hast du für so etwas denn keinen Assistenten? Doch, aber ich habe auch zwei gesunde Hände und bin durchaus in der Lage, das Internet ohne Hilfe zu benutzen. Er wackelte mit den Fingern. Darf ich denn kein normaler Mann sein und Sachen machen, ohne um Hilfe zu bitten? Ich schätze schon. Sie dachte an Daphne mit ihrer eingeschüchterten Assistentin und ihrer ganzen Entourage. Himmel, es war Kylies einzige Aufgabe, Daphne vor ihren Auftritten und Presseterminen zu schminken. Aber noch unvorstellbarer war es, so viel Geld zu haben wie Kate und dann mitzubekommen, dass er sich wie ein stinknormaler Mann benahm. Das gefiel ihr. Es war vielleicht überraschend, aber auch angenehm. Er drückte auf einen Knopf an der zwischen ihnen und dem Fahrer wurde heruntergelassen. Zum Fonduehaus, sagte Kate zum Fahrer und fuhr die Scheibe dann wieder hoch, damit Kylie und er ungestört waren. Sie musterte ihn. Und was ist, wenn wir beide kein Fondue mögen? Dann müssen wir wieder einmal auf unseren guten Magen hoffen, oder? Erwiderte er und grinste sie schelmisch an. Wenn wir uns eine Schale teilen, dann bekommen wir im Zweifelsfall auch beide eine Lebensmittelvergiftung. Und ich kenne wie gesagt die Krankenhäuser in der Gegend sehr gut. Das ist eine ziemlich negative Art, ein Essen anzugehen. Mag sein, aber wenn es dazu führt, dass wir Betten Nachbarn im Krankenhaus sind, dann gehe ich das Risiko ein, erklärte er, nahm ihre Hand und streichelte ihren Handrücken. Du solltest nicht schon vor der Verabredung darüber nachdenken, wie du ein Mädchen ins Krankenhaus bringen kannst, schallt ihn Kylie spielerisch. Das könnte den ganzen Abend überschatten. Seine Finger strichen über ihre Haut und sie erschauerte. Ich habe die ganze Woche an dich denken müssen, weißt du. Es hat mich fast verrückt gemacht, dass du unsere Verabredung abgesagt hast, ohne dass ich den Grund dafür kannte. Jetzt bekam sie tatsächlich Schuldgefühle. Liest du denn keine Klatsch Zeitungen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Ich halte nicht besonders viel von diesem Lebensstil. Das war nachvollziehbar, schließlich war er mit Daphne befreundet. Kylie wusste aus eigener Erfahrung mit Megastars, wie unangenehm diese sein konnten. In einer steht ein Artikel darüber, dass Daphne jetzt mit dir zusammen ist. Das muss von ihrem Team gestreute Publicity sein, erwiderte er und streichelte sie weiter. Wahrscheinlich wollen sie so einige Gerüchte über das, was sie sonst so treibt, vergessen lassen, indem sie behaupten, sie wäre in einer festen Beziehung. Möchtest du, meine Presseleute eine diesbezügliche Erklärung abgeben? Es fiel Kylie schwer, sich zu konzentrieren, wenn er sie so zart berührte. Sie benötigte einen Augenblick, um über seine Frage nachzudenken, dann schüttelte sie den Kopf. Sie konnte sich vorstellen, dass das die Sache nur noch schlimmer machen würde. Daphne würde sich höllisch aufregen, wenn Kate öffentlich erklärte, dass sie nicht zusammen waren. Das würde nur Aufmerksamkeit erregen, und das wollte doch keiner von ihnen. Nein. Er rieb mit dem Daumen über ihre Fingerknöchel. Und für die Zukunft, wenn Daphne wieder irgendwelche hirnrissigen Behauptungen aufstellt, dann rede zuerst mit mir, okay? Ich werde immer ehrlich zu dir sein. Kylie nickte. Entschuldige, dass ich dir nicht vertraut habe. Wir kennen uns noch nicht besonders gut, erwiderte Kate. Daher ist das verständlich. Er sah ihr in die Augen. Aber täusche dich nicht. Ich habe vor, dich so gut kennenzulernen, wie es nur geht. Ein heißer Schauer lief ihr über den Rücken. Bist du bei Frauen immer so direkt? Nur bei dir, gab er zu. Normalerweise gebe ich mich damit zufrieden, den Dingen ihren Lauf zu lassen, aber je mehr du dich vor mir zurückgezogen hast, desto näher wollte ich dir kommen. Dann sollte ich mich wohl geschmeichelt fühlen. Ihre Stimme klang etwas zittrig und das ärgerte sie. Wahrscheinlich war sein Streicheln daran schuld. Seine Finger erschwerten es ihr ungemein, sich zu konzentrieren. Ich möchte nicht, dass du dich geschmeichelt fühlst, murmelte er und hob ihre Hand an seinen Mund. Ich möchte nur, dass du ja sagst. Dann küsste er ihre Fingerspitzen. Ja, wozu? In seinen blauen Augen stand Leidenschaft. Zu allem, worum ich dich bitte. Oh, großer Gott, jetzt hätte sie einen Fächer gut gebrauchen können. Und worum bittest du mich? Noch um nichts, aber der Abend ist ja noch jung. Ja, so ein Fächer wäre ungemein hilfreich. Das Fondue Restaurant lag direkt um die Ecke und als sie es betraten, stellte Kylie erleichtert fest, dass es darin recht schummrig war und auch nicht besonders voll. Perfekt. Sie konnten sich hier verstecken und einen schönen Abend verbringen. Als sie daran dachte, dass sie Daphne in Bezug auf diesen Abend anlügen musste, bekam sie Schuldgefühle. Aber eigentlich war dies ja nur ein Essen, bei dem sie sich unterhalten wollten. Es würde nichts Ernstes daraus werden. Sie würden sich alles von der Seele reden und ihr Leben danach fortsetzen. Er würde zurück zu Daphne gehen und sie naja, zu ihrem Make-up. Trotz allem fühlte sie sich gerührt, als sie an die Topfpflanze dachte, die er ihr mitgebracht hatte, damit sie während der Tour nicht so einsam war. Das war so mitfühlend. Er war der Einzige, der sich je die Mühe gemacht hatte, sich danach zu erkundigen, ob sie sich auf den Reisen einsam fühlte. Kein anderer hatte sich je dafür interessiert. Aber sie durfte sich nicht ablenken lassen. Sie hatte Verpflichtungen. Sie konnte ihr Leben drastisch verschlimmern, wenn sie mit einem Mann flirtete, den ihre Chefin für sich beanspruchte. Doch Kates Zuvorkommenheit lenkte sie ab. Er stellte ihr all die Fragen, die sie sich selbst nicht zu stellen wagte. Er brachte ihre Sorgen, Ängste und Unsicherheiten ans Licht und schaffte es, dass sie sich deswegen nicht schlecht fühlte. Er gab ihr zu verstehen, dass sie eigentlich einen ganz guten Job machte. Genau das war es, was sie völlig aus der Bahn warf und sie verletzlich machte. Kate unterhielt sich einige Minuten lang mit der Kellnerin, während Kylie in der Nähe wartete. Sie sah, dass er einige Male auf den Tischplan deutete und dieses strahlende Lächeln aufsetzte, bei dem Kylie immer ganz feucht wurde, daher konnte sie sich gut vorstellen, wie benommen die arme Frau sein musste. Als die Frau schließlich nickte und zwei Speisekarten in die Hand nahm, schien Kate zufrieden zu sein. Hier entlang! Kylie ging voraus und Kate legte ihr eine Hand auf den Rücken, was sich ein wenig besitzergreifend, gleichzeitig aber auch sehr gut anfühlte. Sie errötete, als sie eine Nische im hinteren Teil des Restaurants betraten, die zwischen vier anderen lag, die alle leer waren. Die Kellnerin zündete Viel Spaß! Kate bedeutete Kylie, dass sie sich zuerst setzen sollte und sie entschied sich für eine Seite und nahm Platz. Zu ihrer Überraschung setzte sich Kate neben sie. Sein Arm streifte den ihren und er grinste. Hallo! Auf einmal war sie dankbar für die schwache Beleuchtung, da sie puterrot geworden war. Willst du mir nicht gegenüber setzen? Nicht wenn ich auch neben dir sitzen kann. Sie sah ihn fragend an. Und was ist, wenn ich Rechtshänderin bin und du Linkshänder? Dann werden wir uns ständig anstoßen, wenn wir in den Käsetopf greifen. Erwiderte Kate gelassen. Aber ich hätte auch eine Ausrede, um deine Hand zu nehmen. Er strich mit den Fingern über ihre. Kylie wusste, dass sie sich ziehen sollte, aber sie konnte sich einfach nicht dazu überwinden. Als er seine Finger mit ihren verschränkte, genoss sie dieses Gefühl. Dieses Opfer werden wir wohl bringen müssen. Sieht ganz danach aus, murmelte er. Einige Augenblicke später kam die für sie zuständige Kellnerin. Hallo, willkommen im Fondue-Haus. Sie reichte Kate eine Karte. Das ist die Weinkarte für heute, falls sie Interesse haben. Er sah Kylie an. Trinkst du gern Wein? Sie zuckte mit den Achseln. Wenn ich nicht fahren muss, trinke ich gern mal ein Glas Wein, aber mir wäre auch ein Wasser recht. Vergiss es, erklärte er und gab der Kellnerin die Karte zurück. Den ersten Weißwein aus der Liste bitte. Bringen Sie gleich eine ganze Flasche. Die Kellnerin strahlte. Ich bin sofort wieder da. Kate sah Kylie mit spöttischem Kopfschütteln an. Wasser? Wirklich? Wasser passt zu allem, konterte sie. Außerdem kostete Wasser nicht viel und das war ein Punkt, dem Kylie in letzter Zeit zunehmend Beachtung schenken musste. Großmutters Lohns Behandlung war die beste, die sie sich leisten konnte und sie riss ein gewaltiges Loch in Kylis Finanzen. Außerdem weiß man nie, wann man mal einen betrunkenen Milliardär nach Hause fahren muss. Anstatt wegen ihrer Stichelei beleidigt zu sein, schenkte er ihr nur ein umwerfendes Lächeln. Dann solltest du wissen, dass das die beste Nacht seit verdammt langer Zeit gewesen ist. Dasselbe galt für sie. Sie starrte ihre Hände an und löste ihre dann von seiner. Vielleicht war es das, was ihr die Sache so erschwerte. Kate, ich bin nur mitgekommen, um dir zu sagen, dass wir nicht miteinander ausgehen können. Wir dürfen wirklich nichts miteinander anfangen. Ich brauche meinen Job und du weißt, dass Daphne stinksauer sein wird, wenn sie herausfindet, dass wir zusammen sind. Es ist einfach nicht gut für mich bei dir zu sein. auch wenn sich alles in mir danach sehnt, dass das nie mehr aufhört. Ich sagte doch bereits, dass ich mich um Daphne kümmern werde. Kylie bezweifelte stark, dass das überhaupt möglich war. Sie wollte ihm aber auch nicht ständig widersprechen. Die Kellnerin kehrte mit dem Wein und einem silbernen Kübel voller Eis zurück, entkorkte die Flasche unter großem Gehabe und ratterte dabei die Speisekarte und die Tagesgerichte herunter. Kate und Kylie schwiegen, bis der Wein eingeschenkt war. Dann griffen sie nach ihren Gläsern, stießen etwas unbeholfen an und kosteten den Wein. Er schmeckte großartig, schwer, vollmundig und leicht süß. Sie nahmen noch einen Schluck, weil er so gut schmeckte. Der ist köstlich. Danach bestellten sie Fisch und Fleisch, da sie beide keine Ahnung von Fondue hatten, und schließlich stellte die Kellnerin einen mit Käse gefüllten Topf auf einem Brenner vor sie auf den Tisch und platzierte daneben eine Platte mit Brot und Gemüsestücken zum Dippen sowie mehreren Spießen. Kylie versuchte eine Babykarotte aufzuspießen und scheiterte. Ich glaube, ich kann das nicht besonders gut. Kate kicherte, spießte ein Stück Brot auf und hielt es in den Topf. Wie wäre es, wenn ich dich stattdessen füttere? Sie wandte sich verlegen auf ihrem Platz. Der heiße Kerl wollte die Dicke füttern? Wie würde das denn bitte schön aussehen? Ach, als sie sich umsah, wurde ihr zum ersten Mal richtig bewusst, dass auf dieser Seite des Restaurants außer ihnen niemand saß. Mann, hier ist aber nicht viel los, was? Ich habe ihnen ein saftiges Trinkgeld versprochen, wenn sie diese Tische nicht besetzen, gab Kate zu, tauchte das Brot in den Käse und hielt es Kylie dann vor den Mund. Schön aufmachen. Kate, protestierte sie, das geht doch, wenn du nicht mitspielst, ziehe ich meine Finanzierung für ein Waisenhaus in China zurück. Sie musste wieder erwarten lachen. Versuchst du diesen Trick jetzt jedes Mal? Ja. Und jetzt mach den Mund auf. Gehorsam tat sie es, um dann überrascht mit anzusehen, wie er das Brotstück vom Spieß nahm und ihr zärtlich zwischen die Lippen schob, wobei seine Finger sie berührten. Okay, das war heiß. Gänzlich unerwartet überkam sie eine Woge des Verlangens. Sie schluckte schwer und griff rasch nach ihrem Weinglas. Dabei schoss ihr durch den Kopf, dass sie das alles eigentlich gar nicht tun sollte. Auf gar keinen Fall. Als er versuchte, ihr noch ein Stück in den Mund zu stecken, winkte sie ab und tat so, als wollte sie erst etwas trinken, was ihr auch nicht schwer fiel, da der Wein sehr gut schmeckte. Dieser Wein ist unglaublich köstlich. hast du gerade 500 gesagt? Du liebe Güte, kein Wunder, dass er so wunderbar schmeckte. Sie beäugte die Flasche. Kates Glas war noch voll, er hatte kaum etwas getrunken. Sie wäre sich schäbig vorgekommen, wenn sie alles allein trank, daher griff sie zur Flasche und füllte beide Gläser auf. Dann musst du mit mir trinken. Er hob sein Glas. Zum Wohl. Prost. Sie stieß mit ihm an und trank noch einen großen Schluck. So, meinte er, nachdem er getrunken hatte. Wie läuft die Tour? Auf oder hinter der Bühne? Die Tatsache, dass du das unterscheiden musst, gefällt mir gar nicht. Kate verzog das Gesicht. War ihr in letzter Zeit oft übel? Ob ihr übel war? Kylie nippte wieder an ihrem Wein. Er schmeckte so gut. Ich kann mich nicht daran erinnern. Raucht sie viel? Witzig, auch daran erinnerte sie sich nicht. Das weiß ich nicht, warum fragst du? Sie raucht eigentlich immer viel, wenn sie versucht, von den Drogen runterzukommen. Hat ihr Arzt nach ihr gesehen? Kylie zuckte mit den Achseln. Das müsste ich Snoopy fragen. Snoopy? Kates Lippen zuckten. Heißt sie wirklich so? Eigentlich nicht, gestand Kylie. Wusstest du nicht, dass Daphne all ihren Leuten Spitznamen gibt? Was denn für Spitznamen? Sie kann sich keine Namen merken, daher denkt sie sich für jeden einen Spitznamen aus. Kylie griff geistesabwesend nach einem Stück Brot. Ich glaube, Snoopy hat diesen Namen bekommen, weil Daphne oft meint, dass sie sie wie einen Hund behandelt. Das ist ja furchtbar. Er sah schockiert aus. Das dachte ich auch, aber da alle anderen das akzeptieren, konnte ich sie war ein wenig überrascht, dass er nichts von Daphnes schlechtem Benehmen wusste. Wenn sie sich so nahe standen, wie sie gedacht hatte, dann hätte er doch mehr darüber wissen müssen, wie sie sich während der Tour verhielt, oder nicht? Und dass sie so gut wie täglich Wutanfälle bekam. Aber er machte noch immer eine finstere Mine und sah sie betreten an. Sie gibt wirklich allen Spitznamen? Kylie nickte und tauchte das Brot in den Käse. Und wie nennt sie dich? Auf einmal war sie verlegen und starrte das mit Käse überzogene Brotstück an ihrem Spieß an. Ähm, naja, sie nennt mich dicke Marilyn. Wie bitte? Betreten ließ sie das Brot auf ihrem Teller fallen. Dicke Marilyn. Ich schätze, das liegt daran, dass ich sie aufgrund meiner Kleidung an Marilyn Monroe erinnert habe. Und Dick ist ja wohl offensichtlich. Er malte mit dem Kiefer. Sie hatte ich neulich so genannt, aber ich dachte, ich hätte mich verhört. Warum stört dich das nicht? Wer hatte behauptet, es würde sie nicht stören? Aber man widersprach Daphne nun einmal nicht. Nicht, wenn sie der Star der Medien war. Das ist doch keine so große Sache. Doch, das ist es. Er strich sich mit einer Hand über das Kinn. Ich werde mich mal mit ihr unterhalten. Sie hat kein Recht, dich wegen etwas, das sie als Makel ansieht, so zu nennen. Nein, tu das bitte nicht. Sie wollte auf gar keinen Fall, dass Daphne ihr noch mehr Aufmerksamkeit schenkte. Aber als seine Nasenflügel zitterten, wurde ihr erst bewusst, dass er richtig wütend war. Wow. Kate, bitte. Sie legte ihre Hand auf seine. Tu es für mich, okay? Sie sah, wie er mit den Zähnen knirschte, als müsste er den Gedanken, nichts dagegen zu unternehmen, erst einmal verdauen. Schließlich nickte er angespannt. Na gut. Ihr Magen hatte sich vor lauter Angst zusammengezogen und sie trank schlug Wein, um ihn wieder zu beruhigen. Je mehr ich über sie erfahre, desto schlimmer wird mein Bild von ihr, murmelte Kate und schüttelte den Kopf. Sie ist wirklich nicht so, wie ich gedacht habe. Ich weiß nur nicht, wieso ich so lange gebraucht habe, um das zu erkennen. Es ist keine einfache Situation. Sie ist in einem sehr anfälligen Gemütszustand und ich und wenn man sie verärgert, bekommt man es noch Tage danach zu spüren. Marco war noch immer in Ungnade, weil Daphne davon überzeugt war, dass er ihr schlechte Drogen gegeben hatte. In letzter Zeit war es nicht besonders schwer, Daphne's Gunst zu verlieren. Die Dinge änderten sich von einem Augenblick zum anderen und jeder fühlte sich in der Gegenwart des Stars unwohl. Vielleicht sollte ich doch einschreiten, meinte Kate mit grimmiger, entschlossener Miene. Wenn sie nicht auf mich hört, dann wird sie auf niemanden hören. Ich denke, Kylie schenkte ihnen beiden noch Wein nach. Wir sollten etwas trinken und aufhören, über Daphne zu reden, solange wir zusammen sind. Darauf trinke ich, erklärte er und stieß sie mit einem Fuß an. Sie nippte an ihrem Wein und musterte ihn spöttisch. War nackten Fuß? Füßelst du etwa unter dem Tisch mit mir? Das tue ich nicht. Wie schade, sagte sie und zog einen ihrer Flipflops aus. Sie rieb mit dem nackten Fuß an seinem Bein und war gespannt darauf, wie er reagieren würde. Möglicherweise lag es am weinen, okay, es war vermutlich der Wein, aber sie wollte auf einmal flirten. Er schloss die Augen und stöhnte laut. Du weißt, dass ich mehr als deinen Fuß spüren möchte. Ja, neckte sie ihn, aber mehr als meinen Fuß bekommst du nicht und jetzt trink deinen Wein. Er stieß wieder mit ihr an. Im Nachbarzimmer warf ein Zimmermädchen den Staubsauger an und Kylis Kopf pochte im Einklang mit dem Lärm. Sie stöhnte und presste eine Hand an ihre schmerzende Schläfe. Selbst das Kissen schien ihr viel zu hart zu sein. War es nicht viel zu früh zum Staubsaugen? Es musste doch irgendeine Hausordnung geben, die so etwas regelte. Mann, ihr Kopf tat höllisch weh. Sie hatte zu viel Wein getrunken. Nur von Wein bekam sie so einen Kater. Kali schmatzte, da sie einen trockenen Mund hatte und zog sich das Kissen über ihren Kopf. Etwas an ihrer Hand blieb am Kissen hängen und im selben Moment legte sich ein warmer Arm um ihre Taille. Ganz langsam wurde ihr bewusst, dass hier irgendwas nicht stimmte. Ungeachtet ihrer Kopfschmerzen zwang sich Kylie, sich im Bett umzudrehen, was ihr schwerer fiel als erwartet. Schon lag sie Nase an Nase mit dem schlafenden Kate Archer. Kylie zuckte schockiert zurück. Scheiße 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 Aber Kate schlief weiter. Er hatte offenbar einen tiefen Schlaf. Wenigstens etwas. Außerdem sah er hinreißend aus mit dem leicht geöffneten Mund und der gebräunten Haut, war er etwa nackt, die unter der weißen Bettdecke hervorlugte. Sie nutzte die Gelegenheit, um seine unfassbar langen blonden Wimpern und seine perfekte Nase genauer in Augenschein zu nehmen. Was in aller Welt wollte so ein Mann von einer Frau wie ihr? Und warum lag sie mit einem Mann im Bett, dem sie doch angeblich aus dem Weg gehen wollte? Vorsichtig rutschte sie seitlich vom Bett und wickelte sich die Decke um den Körper. Sie war nackt. Ach, großer Gott, das hatte sie jetzt davon, dass sie sich mit einer 500 Dollar teuren Flasche Wein betrunken hatte. Sie hätte am Glas nippen, sich bedanken und es dabei belassen sollen. Stattdessen hatte sie nur noch vage Erinnerungen daran, wie sie schmelzende Schokolade von Kates Fingern geleckt hatte, taumelnd zurück zur Limousine gewankt war und ... Okay, danach verschwand alles unter einer dichten Nebeldecke. Sie wusste beim besten Willen nicht, was danach geschehen war. Was war hier eigentlich los? War sie vor kurzem unter einer Leiter hindurchgelaufen? Hatte sie einen Spiegel zerbrochen? Warum hatte sie nur so ein schreckliches Pech? Sie ging zum Badezimmer. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, sagte sie sich. Wahrscheinlich waren sie beide schrecklich betrunken und nackt gewesen, hatten aber nicht miteinander geschlafen. Ja, das war durchaus denkbar, wenn man zwölf Jahre alt war. Dennoch klammerte sie sich an diese Hoffnung, als sie ins Bad ging. Doch als sie in den Spiegel blickte, sagten ihr die Knutschflecken auf ihrer Haut etwas ganz anderes. Sie griff sich zwischen die Beine und stöhnte. Sie war feucht und wund. Das sprach nicht dafür, dass sie keinen Sex gehabt hatten. Sie hatte einen blauen Fleck auf der rechten Brust und als sie diesen berührte, zuckte sie zusammen und bemerkte erst jetzt den riesigen Ring an ihrer Hand. Bei dem Anblick wäre Kylie beinahe in Ohnmacht gefallen. Großer Gott, was war denn das? Kylie starrte ihre Hand an. Sie konnte den Blick einfach nicht abwenden. Da war ein riesiger Doppelreif an ihrem Ringfinger, der so breit war, dass er das ganze Gelenk bedeckte. Der Stein war ein leuchtendes rotes Rechteck, das von Dutzenden kleiner, funkelnder, gelber Steine umgeben war, von denen sie nur hoffen konnte, dass sie nicht echt waren. Der Reif war silbern und mit weiteren gelben Steinen besetzt und ringsherum war ein Muster eingraviert. Alles in allem sah er richtig kostbar und überhaupt nicht nach einer Fälschung aus. Oh Gott, großer Gott, sie atmete schneller. Es war schon schlimm genug, dass sie mit Kate geschlafen hatte, obwohl sie doch die Finger von ihm lassen wollte. Noch schlimmer war, dass sie sich anscheinend betrunken hatte, um ihn wild zu besteigen, obwohl sie wusste, dass sie damit ihren Job gefährdete. Aber mal im Ernst, wie betrunken musste sie gewesen sein, dass sie ihn geheiratet hatte? Sie presste die Decke eng an ihren Körper, verließ das Bad und bemerkte zum ersten Mal, dass sie sich gar nicht in ihrem Hotelzimmer aufhielt. Dafür war dieses Zimmer viel zu groß und opulent. Wo in aller Welt war sie eigentlich? Sie lief zum Nachttisch und las den Aufdruck auf dem Telefon. Bellagio. Okay, okay, okay. Laut der Uhr war es elf Uhr dreißig, also hatte sie noch genug Zeit, zu ihrem Hotel zurückzufahren, auszuchecken und zur Arbeit zu gehen, als wäre nicht das Geringste passiert. Sie musste nur schnell duschen, etwas gegen ihre schrecklichen Kopfschmerzen nehmen und den Ring und den Ehemann loswerden, die sie sich über Nacht im Rausch angeschafft hatte. Eins nach dem anderen, sagte sie sich und versuchte den riesigen Ring abzunehmen. Aber es ging nicht. Panisch drehte Kylie an dem gigantischen Stein und versuchte den Reif über ihren Fingerknöchel zu bekommen. Er rührte sich nicht. Wie hatte sie das Ding überhaupt auf den Finger bekommen? Sie zarrte noch etwas daran, rannte dann ins Badezimmer, bespritzte den Ring mit Handseife und rieb wie eine Wilde daran. Dabei fiel ihr eine Delle auf der Rückseite auf. Das weiche Metall war während der vergangenen Nacht gegen irgendetwas gestoßen und hatte sich verbogen. Daher ging der Ring nicht ab. Ein Juwelier konnte sie wahrscheinlich davon befreien. Aber das Ding bewegte sich nicht, so sehr Kylie auch daran drehte und rüttelte. Nach ihren ganzen Bemühungen war die Haut an ihrem Finger schon ganz rot und aufgeschabt und schwoll an. Sie schluchzte und lief durch das Hotelzimmer. Kate, wach auf! Er wurde ruckartig wach und seine blonden Locken standen zu Berge. Die Decke rutschte herunter und enthüllte seinen Oberkörper, der mit Kratzern und Knutschflecken übersät war. Was ist? Es stimmt was nicht. Das hier, rief sie und hielt ihr Hand mit dem riesigen Ring hoch. Das hier stimmt nicht. Haben wir letzte Nacht etwa geheiratet? Kate rieb sich müde die Augen. Erinnerst du dich wirklich nicht mehr daran? Wie viel Wein habe ich denn nur getrunken? Sie wusste abgesehen vom Fondue so gut wie gar nichts mehr. Und das Fondue war zwar ganz lecker gewesen, aber keine Grundlage für größere Alkoholmengen. Er strich sich durch das Haar, das dadurch noch mehr abstand. Das hätte hinreißend ausgesehen, wenn sie nicht gerade so panisch gewesen wäre. Dir hat der Wein so gut geschmeckt, dass wir noch eine Flasche bestellt haben. Er verzog amüsiert die Lippen. Du hast sogar darauf bestanden. Großer Gott! Warum hast du das zugelassen? Jetzt umspielte dieses umwerfende Lächeln wieder seine Lippen. Weil ich dir nun mal nichts abschlagen kann. Sie starrte auf den Ring an ihrem Finger. Habe ich auch darum gebeten? Wenn ich mich recht erinnere, und ich muss zugeben, dass mein Gedächtnis da auch etwas zu wünschen übrig lässt, sind wir an einem Juwelier vorbeigekommen. Ich habe es vorgeschlagen und du hast die Arme um meinen Hals geworfen und angefangen, mich zu küssen. Jetzt grinste er breit, dieser Mistkerl. Gefällt dir der Ring? Wir waren der Meinung, dass er gut zu deinem Haar passt, Rubine und gelbe Diamanten. Die Steine waren also tatsächlich echt. Sie waren teuer und real. Und er reif? fragte sie matt. Platin. Er hielt eine Hand hoch, genau wie meiner. Ich habe ihn verbeult, teilte sie ihm mit und ging auf das Bett zu. Ihre Stimme klang genauso schwach und zittrig, wie sie sich fühlte. Seht ihr die Rückseite an? Ich habe ihn verbeult. Er klopfte auf das Bett und da ihre Knie sowieso bald nachgeben würden, setzte sie sich neben ihn, zog ihre Decke enger um sich und zeigte ihm ihre Hand. Er geht nicht ab, sagte sie und schniefte, da sie den Tränen nahe war. Sie wollte nicht vor ihm weinen, aber ihr dummes Gehirn schien anderer Meinung zu sein. Ich dachte, Platin wäre so ein hartes Metall. Schuss, murmelte er und nahm ihre Hand. Lass mich mal sehen. Kylie schniefte leise, während er ihre Hand untersuchte, ihre Finger auseinander drückte und das verzierte Band begutachtete. Er nahm das alles in allem sehr gelassen auf. Dann schüttelte er den Kopf. Sieh dir nur deine armen Finger an, meinte er und beugte sich vor, um einen zu küssen. Du hast sie ganz wund geschrubbt, Kylie. Aber der Ring wird noch eine Weile dranbleiben, raunte er ihr ins Ohr. Er sah sie mit verschleiertem Blick an und küßte erneut ihre Fingerspitze. Ich kann nicht behaupten, dass ich traurig wäre, dich heute Morgen in meinem Bett vorzufinden. Sie erschauerte, als sie seinen Mund auf ihren Fingern spürte. Himmel, das war keine gute Idee. Sie sollte ihm ihre Hand lieber entziehen. Er küsste ihre Handfläche. Jetzt würde sie die Hand wirklich gleich wegnehmen. Jetzt gleich. Doch dann knabberte er an ihrem Handballen und sie unterdrückte ein Stöhnen. Doch dann knabberte er an ihrem Handballen und sie unterdrückte ein Stöhnen. Könntest du dich bitte konzentrieren? Sie klang, als wäre sie außer Atem und unglaublich erregt, was auch der Wahrheit entsprach. Aber dies war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir müssen darüber reden, was wir jetzt tun wollen. Tun? Er zog eine Augenbraue hoch und knabberte weiter an ihrer Hand. Wegen dieser Ringe, wegen dem, was wir getan haben. Ach, ich weiß schon, was ich jetzt tun will. Sie wappnete sich. Und was wäre das? Er biss sie noch einmal zärtlich und sie erbebte. Ich möchte diese Decke von deinen vollen Brüsten ziehen und meinen Mund darauf pressen. Ich möchte dich stundenlang lecken, bis du am ganzen Körper zitterst und mich anfließt, wieder in dich einzudringen. Ich möchte meinen Schwanz so tief in dich hineinbohren, wenn du kommst, dass ich spüre, wie du jeden Zentimeter deines Körpers um mich herum verkrampfst. Er ließ die Zunge über ihre Handfläche schnellen. Wie schon einmal. Ihre Brustwarzen reagierten darauf und wurden hart, diese verräterischen kleinen Dinger. Aber verheiratet. Ich habe gehört, dass verheiratete Paare den besten Sex haben sollen. Er küsste die dünne Haut auf der Innenseite ihrer Handgelenke und bahnte sich langsam einer Spur aus Küssen ihren Arm hinauf. Aber wir sollten eigentlich nicht verheiratet sein. Warum hörte er ihr denn nicht zu? Interessierte ihn das alles überhaupt? Das war das Schlimmste, was ihnen passieren konnte. Für ihn war es auf jeden Fall eine Katastrophe. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war, an eine dicke, unsichere, bankrotte Visagistin gebunden zu sein. Sie entzog ihm ihren Arm, als ihr die Konsequenzen ihrer nächtlichen Entscheidung durch den Kopf gingen. Großer Gott, haben wir letzte Nacht einen Ehevertrag unterschrieben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide viel zu betrunken waren, um irgendetwas zu unterschreiben, antwortete er kichernd. Er rückte näher an sie heran, schob ihr eine Haarsträhne über die Schulter und küsste sie dann an der Stelle. Aber keine Sorge, ich bin nicht auf dein Geld aus. Sollte das etwa witzig sein? Das konnte sie in diesem Augenblick nicht verkraften. Nicht, wenn er sie küsste, ihre Brustwarzen schmerzten, weil sie dort unbedingt gestreichelt werden wollte und ihre Scheide sich nach etwas sehnte, an das sich Kylies Gehirn nicht mehr erinnern konnte. Nicht, wenn sie solche Kopfschmerzen hatte und ihr Gewissen irid, sofort aufzustehen. Auf der Stelle! Kate, sagte sie und schob ihn von sich weg. Hör mir bitte zu! Ich bin ganz ohr, murmelte er und zarrte an der Decke, die sie sich um den Leib geschlungen hatte. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Wir dürfen nicht verheiratet sein, protestierte sie und versuchte, die Decke festzuhalten, doch er hatte schon eine Brustwarze entblößt und liebkoste sie mit den Fingern. Ihr Verlangen wurde fast schon übermächtig und sie unterdrückte ein Stöhnen, als er die Unterseite der Brustwarze auf eine Art und Weise rieb, die sie fast um den Verstand brachte. Wir hätten gestern Abend nicht einmal miteinander ausgehen dürfen. Du und ich, das sollte eine einmalige Sache sein, nichts weiter. Keine Pflichten, keine Beziehung, wir sollten einander nie wiedersehen. Aber wir haben uns wiedergesehen, murmelte er und rieb ihre schmerzende Brustwarze mit dem Daumen, während er weiter ihre Schulter küsste. Und? Du bist so wunderschön, wenn du nackt bist. Mein Penis schmerzt schon, wenn ich dich nur ansehe. Dieses Mal stöhnte sie wirklich. Kate, wir sollten das nicht tun. Oh doch, das sollten wir. Auf jeden Fall sogar. Seine Finger liebkosten ihre Brustwarze, die immer steifer wurde. Er zog ihr die Decke mit der anderen Hand ganz herunter, bis sie sich um Kylis Talie bauschte und sie mit nacktem Oberkörper vor ihm saß. Dann nahm er erneut ihre Hand, küßte ihre Handfläche und legte sie auf seinen Penis, der prall und vollständig erigiert war. Sie sog die Luft ein und war fasziniert von dieser intimen Berührung. Sanft fuhr sie mit den Fingern um die Eichel herum und war überrascht, dass diese bereits mit Prä-Ejakulat benetzt war. Bist du so erregt? Machst du Witze? Er nahm ihre große, schwere Brust in die Hand und hob sie hoch, bis die Brustwarze vor seinem Mund war, um genüsslich darüber zu lecken. Wenn ich dich nur ansehe, werde ich schon so hart, dass ich es kaum ertragen kann. wieder stöhnte sie. Sie legte die Finger fester um seinen Penis und drückte zu, als er die Lippen auf ihre Brust presste. Wir müssen über diese Ehe reden. Wir reden später. Deine Brüste sind jetzt wichtiger. Aber du hörst mir nicht zu, sagte sie und war hin- und hergerissen zwischen Frustration und Begierde. Wir sollten nicht verheiratet sein. Ich wüsste nichts, was dagegen spreche, murmelte er. Ich will dich. Er legte eine Hand auf ihre, die noch immer seinen Penis umfing. Siehst du, wie sehr ich dich begehre? Er schob die Hand zwischen ihre rundlichen Oberschenkel und drückte sie gegen ihre Scheide. Und ich kann spüren, dass du schon ganz feucht bist. Langsam ließ er seine Finger zwischen ihre feuchten Schamlippen gleiten. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du würdest mich nicht wollen, Kylie? Denn ich kann dir das Gegenteil beweisen. Er hob die Hand, die mit ihrer Feuchtigkeit benetzt war und zeigte sie ihr. Sie schüttelte den Kopf und war noch immer ganz benommen. Das geht doch nicht, Kate. Schst, beruhigte er sie und presste ihr die feuchten Finger an die Lippen. Als sie das salzige Aroma schmeckte, war das seltsam erotisch und sie stöhnte wieder. Das sieht köstlich aus, sagte er, beugte sich vor, küßte sie und saugte dann leicht an ihren Lippen, um den Geschmack zu kosten. Mh, Kate, stieß sie stöhnend aus. Oh Gott, er machte sie ganz verrückt. Sie konnte nicht klar denken, wenn er so etwas tat. Alles, was jetzt noch zählte, war seine Hand, die wieder zwischen ihren Beinen lag und ihre Hand an seinem Penis. Auch wenn das falsch war und sie sich nicht danach sehnen sollte, von ihm berührt zu werden, konnte sie nicht leugnen, dass sie ihn tief in ihrem Inneren unglaublich begehrte. Kondome, sagte er auf einmal, küßte ihr Kinn und ihren Hals und rückte widerstrebend von ihr ab. Wir brauchen Kondome. Er beugte sich über das Bett, wobei sie seinen großen, geschmeidigen, gebräunten Körper bewundern konnte und sie umklammerte sein Glied, als hinge ihr Leben davon ab, dass sie sich daran festhielt. Nachdem er die Nachttischschublade aufgezogen hatte, fluchte er leise. Ich habe doch hier irgendwo Kondome. Er setzte sich auf und küßte sie schnell. Bin sofort wieder da. Schon löste er sich aus ihrem Griff, sprang auf und lief durch die Suite ins Badezimmer, sodass sie seinen knackigen Hintern bewundern konnte. In dem Augenblick, in dem er das Zimmer verließ, wurde ihr die Realität schlagartig wieder bewusst. Was in aller Welt machte sie hier? Sie musste diese Ehe sofort annulieren lassen und vergessen, dass es jemals geschehen war. Außerdem durfte sie auf gar keinen Fall noch einmal mit ihm schlafen. Es hatte doch nur ein One-Night-Stand sein sollen, verdammt nochmal. Wenn das so weiterging, würde sie die Sache nie vor Daphne geheim halten können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Job verlor, wurde immer größer. Und was dann? Sollte sie sich von Kate aushalten lassen? Damit er noch dachte, sie wäre eine Goldgräberin? Sollte sie ihm zur Last fallen? Ihr Magen zog sich zusammen. Sie hörte, wie er im Bad herumkramte. Nur einen Moment, rief er. Es muss hier irgendwo sein. Ihre Jeans lag neben dem Bett und sie zog sie schnell an und schob die Füße in ihre Flipflops. Sie griff nach ihrem Shirt, zog es sich über den Kopf, schnappte sich ihre Handtasche und rannte zur Tür, die sie leise hinter sich zu zog. Dann war sie eben ein Feigling und lief weg. Na und? Sie sagte sich, dass Kate ein netter Kerl war. Er würde verstehen, warum sie gegangen war. Warum sie so schnell weggemusst hatte, dass sie ihn mitten während des Vorspiels zurückließ und weder ihren BH noch ihr Höschen mitnahm. Sie hämmerte wie wild auf den Knopf des Fahrstuhls und warf immer wieder einen Blick zurück zur Tür des Hotelzimmers. Komm schon! Einen endlosen Augenblick später ertönte das Ping und im gleichen Moment hörte sie Kate schreien. Kylie? Verdammt! Die Fahrstuhltüren öffneten sich und ein älteres Paar stand in der Kabine und sah sie verblüfft an. Sie musste auch einen seltsamen Anblick abgeben mit ihren Brüsten, die wackelten, da sie keinen BH trug, ihrem fleckigen Shirt und ihrem zerzausten Haar. Wangen drückte sie wieder und wieder auf den Türen schließen Knopf. Während die Fahrstuhltüren langsam zuglitten, wurde Kates Zimmertür geöffnet und er rannte auf den Flur und hielt sich die Hose mit den Händen an der Taille zu. Sie sahen einander in die Augen, kurz bevor die Türen sich schlossen und sie hauchte lautlos tut mir leid. Aber sie konnte noch die Wut in seinen Augen erkennen. Dann waren die Türen zu und der Fahrstuhl fuhr nach unten. Sie drückte auf den Knopf für die Lobby und holte tief Luft, während sie versuchte die Tränen zu unterdrücken, die ihr in die Augen stiegen. Kate würde schon irgendwann begreifen, dass es für sie beide besser so war. Ganz bestimmt. Im Sobald der Fahrstuhl im Erdgeschoss ankam, lief Kylie zur Tür. Vor ihrem inneren Auge sah sie den halbnackten Kate schon die Treppe herunterstürmen, daher sprang sie ins erstbeste Taxi. Fahren Sie los, schrie sie. Bitte fahren Sie einfach. Klick, machte das Taxameter und sie war in Sicherheit. Seufzend sah Kylie durch das Heckfenster, aber es stand kein Kate auf dem Bürgersteig, der ihr betroffen hinterherblickte. Das war gut, sagte sie sich. Sie nannte dem Fahrer die Adresse ihres Hotels und versuchte während der Fahrt ihr Erscheinungsbild mit einem Kamm und etwas Make-up halbwegs passabel zu machen. Dann war sie in ihrem Hotel. Sie bezahlte den Fahrer, ging hinein und fuhr auf ihr Stockwerk. Dabei ging sie mit gesenktem Kopf und vermied jedweden Blickkontakt, um ja niemandem zu begegnen, den sie kannte. Sie stand bereits vor ihrer Zimmertür und fummelte mit dem Schlüssel herum, als die Tür des Nachbarzimmers geöffnet wurde. Rotschopf kam heraus und zog ihren kleinen Rollkoffer hinter sich her. Einen langen Augenblick starrten sie einander nur an und dann schüttelte Rotschopf langsam den Kopf. Heiße Nacht gehabt, Kylie? Natürlich nicht, log Kylie und hoffte, dass ihr Lipgloss ihre geschwollenen Lippen verdeckte und dass ihr Haar die schlimmsten Knutschflecken verbarg. Und wieso trägst du dann keinen BH? Darauf hatte Kylie nicht sofort eine Antwort. Als sie schwieg, schüttelte Rotschopf nur den Kopf. Du spielst mit dem Feuer, Kleine, und du wirst sowas von gefeuert, wenn du nicht höllisch aufpasst. Ich bin vorsichtig, versicherte Kylie ihr. Aber Rotschopf schnaubte nur, da sie Kylis Protest offenbar nicht glaubte und zog ihren Koffer durch den Flur. Als Daphne auf die Bühne ging, um ihre zweite Show in Las Vegas zu absolvieren, hatte sich Kylie fast wieder beruhigt. Aber nur fast. Sie hatte geduscht und ihr Haar geschickt hochgesteckt, sodass ihre frisch gefärbten Haarspitzen gut zur Geltung kamen. Auch die Haarwurzeln waren nachgefärbt worden und sie hatte sich gründlich geschminkt, um die Ringe unter ihren Augen und ihre vom Kater bleiche Haut zu verbergen. Wenn sie normal aussah, würde auch niemand Fragen stellen. Sie trug ein niedliches marineblaues Kleid mit gestreiftem Oberteil und bauschigem Rock, das einen roten Saum hatte und dazu rotblaue Sandalen. Heute sah sie vermutlich wirklich aus wie eine dicke Marilyn. Sie hoffte, dass sich niemand danach erkundigen würde, warum sie an jedem Finger einen Ring trug, wenn sie sich rundum herausgeputzt hatte, oder warum sie einen der Ringe verkehrt herum trug, sodass der Stein nur zu sehen war, wenn sie die Hand öffnete. Aber niemand fragte danach und als Kylie Daphne schminkte, fühlte sie sich langsam wieder besser. Kate würde schon alles verstehen, wenn er nur erst mal ein paar Stunden darüber nachgedacht hatte, sagte sie sich. Er würde schon wieder zu Verstand kommen und dann konnten sie wie normale, erwachsene Menschen darüber reden, die nur für eine Weile die Finger vom Alkohol lassen sollten. Viele Leute begingen in Las Vegas Fehler, sagte sie sich, während sie das Bühnenmakeup verstaute und die Paletten herausholte, die sie für Daphnes spätere Interviewtermine brauchen würde. Während Daphnes Auftritt begann und die Musik in den Backstage-Bereich drang, saß Kylie auf ihrem Stuhl und rieb sich die schmerzende Stirn. Sie konnte sich beinahe einreden, dass alles normal wäre. Aber nur beinahe. Denn immer wenn sie sich an den Kopf fasste, hatte sie den riesigen gelbroten Ehering vor Augen, den sie nach innen gedreht hatte. Den Ring, der nicht abgehen wollte, wie sehr sie es auch versuchte. Außerdem war ihr Handy verschwunden. Sie hatte es bei ihrer wilden Flucht aus Kates Hotelzimmer zurückgelassen. Aber das war nicht so schlimm. Sie würde sich einfach ein neues kaufen, wenn sie ihren nächsten Gehaltscheck bekam. Rothschopp wollte offenbar nicht mehr mit Kylie reden. Immer wenn sie Kylie sah, schürzte sie nur missbilligend die Lippen und verließ den Raum. Sie nahm Snoopy anstelle von Kylie mit zu ihren Raucherpausen und Kylies Magen verkrampfte sich jedes Mal, wenn sie sah, dass sich Rothschopf und Daphne unterhielten. Aber Daphne drehte nie durch und ihre Stimmung war eher gedämpft, daher ging Kylie davon aus, dass Rothschopf ihr nichts verraten hatte. Also war fast alles normal. Geistesabwesen drehte sie an dem Ehering herum, starrte in den Spiegel und fragte sich, was Kate wohl gerade tat. Flog er zurück nach Botswana? Nahm er an weiteren medizinischen Konferenzen teil? Oder war er zurück nach Hause, zurück nach New York geflogen? Vielleicht saß er in diesem Augenblick bei seinem Anwalt und ließ ihre Ehe annulieren. Sie ignorierte die Schuldgefühle, die dieser Gedanke in ihr hervorrief, und auch diese seltsame, vage Traurigkeit. Es sollte einfach nicht sein. Sie musste an ihre Prioritäten denken. Vielleicht sollte sie ihre Großmutter anrufen und herausfinden, ob sie noch immer bei klarem Verstand war. Sich bei den Pflegern vergewissern, dass alle Rechnungen bezahlt waren und dass alles gut lief. Sich erkundigen, ob Nana noch immer alle anschrie und ob sie Kylie weiterhin als eine Last ansah. Aber sie hatte ihr Handy ja nicht dabei. Das lag noch bei Kate. Als hätten ihre Gedanken ihn heraufbeschworen, wurde die Tür des Greenrooms geöffnet und Kate Archer stürmte herein. Er sah unfassbar attraktiv und extrem wütend aus. Kylie erstarrte auf ihrem Stuhl vor dem Schminktisch und zuckte zusammen, als er sich zornig umsah und sie dann anstarrte. Kylie wollte nicht fair spielen, dann würde er ihr beweisen, wie unfair er werden konnte. Zum ersten Mal seit langer Zeit war Kate so wütend, dass er nicht mehr klar denken konnte. Er wurde nicht wütend, wenn eines seiner Patente illegal kopiert wurde oder wenn man Kunden, die glaubten, vernünftige Produkte zu erhalten, billige und minderwertige Ausrüstung verkaufte. Diesen Leuten schickte er einfach seine Anwälte auf den Hals. Er wurde nicht wütend, wenn eine große Spende medizinischer Güter in einem vom Krieg zerrütteten Land gestohlen wurde, sondern schickte alles noch einmal los und ließ die Waren von Wachleuten beschützen, damit sie auch wirklich bei den Menschen ankamen, die sie brauchten. Er war nicht einmal wütend geworden, als er herausgefunden hatte, dass Daphne wieder Drogen nahm, sondern hatte nur Enttäuschung empfunden. Aber bei Kylie war das anders. Er war stinksauer. Warum konnte sie nicht einfach akzeptieren, dass sie verheiratet waren? Gut, sie waren bei der Eheschließung betrunken gewesen, aber er kam mehr und mehr zu dem Schluss, dass diese unter Alkoholeinfluss herbeigeführten Situationen zu den besten gehörten, die ihm je passiert waren. Die erste Nacht hatte Kylie zu ihm geführt. In der zweiten hatte er sie geheiratet. Nichts davon war seiner Meinung nach ein Problem. Er konnte ihre Panik nicht im geringsten nachvollziehen. Hatte sie Angst, dass Daphne sie entlassen würde? Um Daphne würde er sich schon kümmern. War Kylie besorgt, dass Kate sich über sie ärgerte? Nein, das konnte nicht sein, sonst hätte sie ihn nicht so berührt und mit ihren sanften, begierigen Blicken derart verschlungen. Daher begriff er es einfach nicht. Und als sie dann noch feige weggelaufen war, konnte er sie erst recht nicht verstehen. Mitten beim Sex weglaufen, wo sie doch beide heiß aufeinander waren. Wo er ihren Geschmack noch auf der Zunge hatte. Nur um der Gefahr, aus dem Weg zu gehen, dass sie einen Streit mit ihm verlieren könnte? Das war mehr als nur frustrierend. Er hatte Jerome an diesem Nachmittag erneut angerufen. Ich brauche noch ein Ticket für Daphnes Show in Las Vegas heute Abend und einen Backstage-Pass. Ähm, ist alles okay, Boss? Hatte Jerome gefragt. Wollen Sie darüber reden? Obwohl Jerome und Kate eher Freunde als Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren, wollte er auf gar keinen Fall darüber reden. Besorgen Sie mir einfach die Tickets, ich werde Ihnen alles erklären, wenn ich bessere Laune habe. In Ordnung, aber ich werde auf dem Schwarzmarkt ein ordentliches Sümmchen dafür hinlegen müssen, da das Konzert seit Wochen ausverkauft ist. Es ist mir völlig egal, wie viel es kostet, erwiderte Kate. Rufen Sie mich einfach zurück, wenn es erledigt ist. Verstanden. Eine halbe Stunde später hatte Jerome zurückgerufen und ihm mitgeteilt, für welche exorbitante Summe er die Tickets erworben hatte. Danach hatte Kate geduscht und versucht, seinen Zorn durch Arbeit zu besänftigen, was ihm jedoch nicht gelungen war. Beim Umziehen für die Show hatte er Kylies Handy gefunden, war gleich wieder wütend geworden und dann schließlich zu der riesigen Konzerthalle gefahren, in der Daphne Patty auftrat. Überall liefen Fans herum, sodass die Limousine nur im Schritttempo zum Eingang fahren konnte, was Kates Wut noch weiter gesteigert hatte. Als er endlich seine Tickets in der Hand hatte und den Backstage-Pass um den Hals trug, war seine Laune ganz im Keller, was für ihn ausgesprochen ungewöhnlich war, da er unter seinen Freunden doch als der ausgeglichene Friedensstifter galt. Doch Kylie hatte seine Geduld überstrapaziert. Wenn sie sich nicht freiwillig anhören wollte, was er sich wünschte, dann würde er sie wohl dazu zwingen müssen, verdammt noch mal. Er ging in den Backstage-Bereich und hatte die Hände tief in den Taschen seines blauen Sportsakos vergraben. Der Ehering befand sich noch immer an seinen Fingern und dort sollte er auch bleiben, verdammt noch mal. Kylie würde schon erkennen, dass es gut war, mit ihm verheiratet zu sein, verdammt noch mal. Jeden Morgen neben ihr aufzuwachen, jeden Abend mit dieser hinreißenden, wundervollen Frau zu schlafen, ihr Lachen jederzeit hören zu können, diese Aussichten gefielen ihm besser, als er es sich je hätte erträumen können. Als er zum Greenroom kam, hielt er vor allem nach zwei Personen Ausschau. Nach Daphne, damit er ihr aus dem Weg gehen konnte, und nach Kylie, mit der er ein Hühnchen zu rupfen hatte. Musik heilte durch den Raum, und als er Daphnes Stimme hörte, wurde ihm klar, dass er sich ihretwegen vorerst keine Sorgen machen musste. Tja, da hatte er zumindest eine Sorge weniger. Sein Blick wanderte zum Schminktisch, der normalerweise in einer Ecke des Raumes stand, und da sah er sie. Kylie. Sie sah gut aus und war perfekt geschminkt. Ihre üppige Figur kam in dem engen, weiß-blau gestreiften Oberteil, das ihre wundervollen Brüste und ihre schmale Taille betonte, hervorragend zur Geltung, und ihr blauer Rock reichte ihr bis zu den Knien. Sie trug bunte Sandalen und sehr viel Schmuck und sah umwerfend und bei weitem nicht so verkatert aus, wie er sich fühlte, was ihn noch frustrierter und wütender machte. Hatte sie das Ganze nicht so mitgenommen? Oder war sie irgendwie in der Lage, dieses irrsinnige Verlangen, das sie beide nacheinander hatten, abzuschütteln und einfach weiterzumachen? Er konnte das jedenfalls nicht. Sie riss die Augen auf, als sie ihn sah, nahm einen ihrer schäbigen Make-up-Koffer und drückte ihn sich an die Brust. Dann ging sie mit gesenktem Kopf weg und hin zu einer Tür, die mit »Nur für Mitarbeiter« gekennzeichnet war. Oh nein, so leicht wurde sie ihm nicht davon kommen. Er lief ihr hinterher und packte ihren Arm, bevor sie durch die Tür verschwinden konnte. »Lass mich in Ruhe«, zischte sie und warf ihm einen wütenden Blick zu. »Das ist mein Ernst, Kate!« Er sollte sie in Ruhe lassen? Sie war seine Frau, ob es ihr nun gefiel oder nicht. Und er würde sie ganz bestimmt nicht in Ruhe lassen. Zwei Leute von der Security standen vor einer Tür in der Nähe, hinter der sich vermutlich Daphnes private Garderobe befand. Sie beäugten ihn kritisch, als er Kylie folgte. Das konnte Ärger geben. Er musste also in die Vollen gehen. »Kylie«, sagte er leise, »wir sollten an einen ruhigen Ort gehen und uns unterhalten.« »Nein, ich will das nicht!« »Wenn du dich weiter weigerst, gehe ich wieder nach nebenan und erzähle allen, dass wir gestern betrunken geheiratet haben. Und dann verschwinde ich einfach, damit du allein mit den Konsequenzen fertig werden musst.« Ihr klappte die Kinnlade herunter. Sie sah sich noch einmal misstrauisch um, klemmte sich dann den Make-up-Koffer unter den Arm und packte mit der anderen Hand seinen Ärmel. »Komm mit!« »Na, das war doch schon mal was.« Hoffentlich bekam er jetzt ein paar Antworten. Kylie lächelte die Wachleute nervös an und nahm die Hand lange genug von Kates Ärmel, um ihren Ausweis vorzuzeigen. Dann zerrte sie in den leeren Korridor entlang. Sie liefen etwa 30 Meter weit, ohne einen Ton zu sagen, und steuerten dann auf eine nicht gekennzeichnete Tür zu. Sie öffnete die Tür, schaltete das Licht im Raum dahinter ein und bedeutete Kate, ihr zu folgen. Das tat er, und als er den Raum betrat, stellte er fest, dass es eine Abstellkammer war. In einer Ecke standen Mob und Besen, und ein Regal an der Wand war voll mit unterschiedlichen Putzmitteln. Auf dem untersten Regalbrett stand ein Stapel Eimer. Kylie schloss die Tür hinter ihnen und verriegelte sie. Dann drehte sie sich wieder zu Kate um, starrte ihn wütend an und drückte den Make-up-Koffer wie einen Schild an ihre Brust. Was machst du hier, Kate? Ihr Gesicht wirkte schuldbewusst. Daphne kommt frühestens in einer Stunde von der Bühne. Er versuchte, sich seine Frustration nicht anmerken zu lassen. Wir wissen doch beide, dass ich nicht wegen Daphne hier bin. Tja, ich will dich aber nicht sehen. Du sollst mich in Ruhe lassen. Bist du aus diesem Grund heute Morgen beim Sex einfach abgehauen? Denn ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass ich dir zwischen die Beine gefasst habe und du ganz heiß auf mich gewesen bist. Sie bekam puterrote Wangen und wandte den Blick ab. Das war kein Verlangen. Wie bitte? Was war es denn dann? Sie reckte das Kinn in die Luft. Es war ein Fehler. Kates mühsam gewahrte Fassade bröckelte. Ein Fehler, wiederholte er mit ausdrucksloser Stimme. Ist das so? Sie riss die Augen auf und nickte. Er machte einen Schritt auf sie zu, auch wenn er wusste, dass das gefährlich war, und sie drückte den Rücken an die Wand. Als er das sah, kniff er die Augen zusammen. Was glaubte sie, dass er vorhatte? Andererseits hatte sie rote Wangen. Was hoffte sie, dass er tun würde? Ein Fehler, sagte er noch einmal, um es zu betonen. Er nahm ihr den Make-up-Koffer aus der Hand und stellte ihn beiseite, damit sie die Hände frei hatte. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, schenkte er ihr ein kaltes, bedrohliches Lächeln. Wollte sie, dass er ihr das Gegenteil bewies? Denn genau das würde er jetzt tun. Er trat näher an sie heran und stand jetzt so dicht vor ihr, dass sich ihre Brüste, ihre großen, wundervollen Brüste gegen sein Hemd drückten. Sie riss die Augen noch weiter auf, als er sie gegen die Wand drückte. Sprechen wir über diesen Fehler, murmelte er. Du warst feucht, und das war ein Fehler? Er beobachtete, wie sie sich nervös mit der Zunge die Lippen benetzte, aber sie sagte keinen Ton. Er fragte sich, ob sie überhaupt sprechen konnte oder ob ihre Sinne ebenso überwältigt waren wie seine. Du warst unglaublich feucht, sagte er mit heiserer Stimme und beugte sich so weit vor, dass seine Nase sanft gegen ihre stieß, als wollte er sie gleich küssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich danach gesehnt hast, mein Schwanz in dir zu spüren. Sie öffnete den Mund, und er konnte spüren, wie sie schneller atmete. Ihre Brustwarzen stießen gegen sein Hemd, als sie keuchte, und er verspürte den unbändigen Drang, sie zu berühren. Er legte eine Hand an ihr Knie und schob ihr ganz langsam den bauschigen Rock hoch. Denn, murmelte er und berührte ihre Lippen sanft mit seinen, Ich erinnere mich noch genau daran, dass du meinen Penis angefasst hast, als müsstest du mich unbedingt berühren. Ein leises Wimmern entrang sich ihrer Kehle. Du hast die Finger um die Eichel gelegt und mich gestreichelt. Erinnerst du dich daran, Kylie? Hast du mich auf deinen Fingern schmecken können, als du weggerannt bist? Sie starrte ihm gebannt ins Gesicht und er ließ die Hand unter ihrem Rock etwas höher wandern. Mit der anderen Hand stützte er sich über ihrer Schulter an der Wand ab, sodass sie zwischen ihm und der Wand gefangen war. Was natürlich nicht hieß, dass sie nicht trotzdem gehen konnte. Ihre rechte Hand lag noch immer auf dem Türgriff, und sie musste die Tür bloß öffnen und hinausgehen. Die Tatsache, dass sie es nicht tat, sprach Bände. Ebenso wie die Tatsache, dass sie ihn nicht bat aufzuhören und dass sie immer schneller atmete, je höher seine Hand unter ihren Rock wanderte. Das alles sagte ihm nur zu deutlich, dass ihr Protest nicht ernst gemeint war. Das wollte er ihr beweisen. Und wenn er das nur tun konnte, indem er ihr einen unvergesslichen Orgasmus in der Abstellkammer verschaffte, dann sollte es wohl so sein. So, Kylie, raunte er ihr zu und saugte an ihrer vollen Unterlippe, da diese so verlockend nah war. Dabei spürte er, dass sie ein Wimmern unterdrückte, was ihn wiederum ermutigte, noch dreister zu werden. Er strich mit der Hand an der Innenseite ihres Oberschenkels entlang, der sich seidenweich und glatt anfühlte, und bewegte sie immer weiter nach oben. Wenn ich dein Höschen berühre, werde ich dann feststellen, dass du feucht bist. Sie schloss die Augen und atmete immer flacher. Willst du mich nicht bitten, aufzuhören? wollte er wissen und rieb erneut seine Nase an ihre. Sag mir, dass ich deine süße Muschi nicht berühren soll, die formlich darum bettelt, gestreichelt zu werden. Sie bewegte die Lippen und bildete damit ein kleines O, aber es kam nur ein leiser Atemzug aus ihrem Mund. Denn ich werde dich gleich dort berühren, fuhr er fort, und herausfinden, ob du feucht bist. Inzwischen berührten seine Finger den Saum ihres Höschens. Schon jetzt war offensichtlich, dass sie feucht war. Oh, Süßer, murmelte er. Das gefällt dir nicht, wahr? Sie biss sich auf die Unterlippe, sagte aber nichts und starrte nur seinen Mund an. Aber sie musste auch gar nichts sagen. Sie mussten beide nicht reden. Solange er sie berühren konnte, würden sie beide wissen, wie die Wahrheit aussah. Dass er ganz wild vor Verlangen wurde, wenn sie ihn anfasste, und dass sie die Kontrolle verlor, sobald er sie streichelte. Ganz langsam schob er mit den Fingern den feuchten Stoff ihres Höschens zur Seite und spürte ihr Schamhaar. Und sie war feucht. Sehr feucht sogar. Er bewegte die Finger zwischen ihre Schamlippen und streichelte sie dann dort. Kylie legte den Kopf in den Nacken und stöhnte. So ist es richtig, Süße, murmelte er, während seine steinharte Erektion seine Hose ausbeulte. Zeig mir, was du magst. Zeig mir, wie du berührt werden möchtest. Sie legte ihm eine Hand an die Brust und ihre Augenlider flatterten. Er hatte schon Angst, dass sie ihn wegstoßen würde, ihn aufhalten wollte, aber stattdessen rieb sie seine Brust. Berühre mich, Kate, flehte sie atemlos und so unglaublich süß, dass es seine Begierde noch mehr anstachelte. Du möchtest, dass ich deine Klieb berühre, fragte er leise und ließ die Finger zwischen ihren feuchten Schamlippen hin- und hergleiten, bis er den kleinen, empfindlichen Nervenknoten gefunden hatte. Sie drückte sich gegen seine Finger und nickte, um dann das Becken anzuspannen und sich im gleichen Rhythmus wie seine Finger zu bewegen. Er wollte ihr geben, was sie brauchte. Als sie die Hüften drehte, tat er es ihr gleich und ließ die Finger um ihre Klitoris kreisen. Er genoss es, wie sie sich an ihn drückte und den Mund in einer lautlosen Bitte öffnete. Himmel, sie war so wunderbar. Am liebsten hätte er ihre großen, schweren Brüste umfangen und ihre Brustwarzen gestreichelt. Nein, eigentlich wollte er sie überall berühren und das, was sie fühlte, noch intensivieren, aber er befürchtete, dass sie sich ihm entziehen würde, wenn er die Hand von der Wand nahm. Also rieb er nur etwas fester und steigerte seine Intensität und Geschwindigkeit. Sie stöhnte wieder. Spreiz die Beine etwas weiter für mich, Kylie, verlangte er leise und liebkoste sie zwischen den Schamlippen. Sie war so feucht, dass er die Bewegung seiner Finger hören konnte. Wie gern hätte er sie mit den Fingern penetriert, sie vorn übergebeugt, sodass sie ihm ihren runden Hintern entgegenstreckte und seinen Penis in ihre warme, enge Scheide eingeführt. Aber hier ging es vor allem darum, ihr etwas zu beweisen, rief er sich ins Gedächtnis. Er wollte Kylie demonstrieren, dass sie ihn ebenso begehrte, wie er sie. Daher streichelte er sie weiter, umkreiste ihre Klitoris und rieb an ihrer Öffnung, wo sich die empfindlichsten Nervenenden befanden. Sie hatte ihm die Arme um den Hals gelegt und auf einmal packte sie den Kragen seiner Jacke und seines Oberhemds. Oh Gott, Kate, ich muss dich in mir spüren. Das hörte er gern, aber in diesem Moment ging es um sie und ihren Orgasmus und nicht darum, dass er mit ihr schlief. Doch er konnte ihr zumindest etwas geben. Nachdem er ihre Klitoris ein letztes Mal gerieben hatte, drang er mit zwei Fingern in sie ein. Er stöhnte ebenso auf wie sie. Breit meine Hand, Kylie, murmelte er und stieß die Finger tief in sie hinein. Spreiz deine Beine für mich und reit meine Hand, Süße. Ja, stieß sie stöhnend aus und klammerte sich an ihn. Schieb sie in mich rein. Fick mich. Ach, verdammt. Sie drehte den Spieß einfach um. Sie versuchte, ihn dazu zu bringen, die Kontrolle zu verlieren. Er drückte das Gesicht an ihren warmen Hals und presste die Finger fester in sie hinein, wobei er auf die Bewegungen ihrer zitternden Beine achtete. Jedes Mal, wenn er sie so penetrierte, rieb er mit dem Handballen über ihre Klitoris, um sie ebenso wild zu machen, wie er längst war. Ich brauche mehr, verlangte sie atemlos. Sie hob ihr linkes Bein und stemmte es gegen das Regal neben sich, um die Beine noch weiter spreizen zu können. Oh Gott, bitte. Ich bin so kurz davor. Möchtest du, dass ich mein Gesicht in deinem Schritt vergrabe, Kylie? Sie erschauerte und presste die Lippen fest aufeinander. Willst du, dass ich die Lippen auf deine schmerzende Glied lege und daran sauge, bis du kommst? Sie zitterte immer heftiger und nickte. Dann bitte mich darum, Süße. Sag mir, was du willst. Ich will dein Gesicht reiten, erklärte sie, drückte den Rücken durch und presste sich fest auf seine Hand. Er unterdrückte ein lustvolles Stöhnen. Die Vorstellung, das Gesicht zwischen Kylies Beine zu pressen, während sie auf ihm ritt und sie zu lecken, war das heißeste, was er sich vorstellen konnte. Willst du, dass ich dich mit meiner Zunge kommen lasse? Wieder erbebte sie und nickte heftig. Bitte, Kate, ich brauche dich. Er nahm die Hand von der Wand und legte sie unter ihr Kinn. Sieh mich an, Kylie. Sieh mich an. Ganz langsam öffnete sie ihre wunderschönen Augen. Ihre Pupillen waren vor Erregung geweitet und ihre Augenlider schwer. Sie sah heiß aus und wunderschön. Und sie war die Seine. Du musst mir zusehen, verlangte er und beugte sich vor, um sie zu küssen und über ihre Lippen zu lecken, wie er es gleich auch bei ihren Schamlippen tun würde. Du wirst mir dabei zusehen, wie ich dich zum Höhepunkt bringe, nicht wahr? Sie nickte ruckartig. Kate ging vor ihren gespreizten Beinen auf die Knie. Er nahm die Hände aus ihrem Schritt, was er nur sehr ungern tat, und schob ihr mit beiden Händen den Rock bis zum Gürtel hoch, bis ihr Unterleib ganz entblößt war. Danach griff er nach ihrem heißen, kleinen Höschen, das ganz feucht war, und zog es herunter. Als sie herausgestiegen war, steckte er sich das Höschen in die Tasche, da er nicht vorhatte, es ihr zurückzugeben. Kylie bekam ohnehin nichts davon mit. Sie hatte die Augen erneut geschlossen und atmete schwer, während sie die Muskeln am ganzen Körper anspannte. Er beugte sich vor, bis ihm der Duft ihrer Erregung in die Nase stieg, und sie roch einfach köstlich. Er konnte es kaum noch erwarten, sie zu schmecken. Siehst du auch zu, Kylie? Sie stöhnte wieder, aber er bewegte sich nicht, sondern wartete, bis sie flatternd die Augenlider öffnete und auf ihn herabsah. Er schaute ihr in die Augen, beugte sich dann vor, schob die Zunge zwischen ihre Schamlippen und ließ sie über ihre Klitoris schnellen. Kylie stieß zischend den Atem aus, und er spürte, wie ihre Oberschenkel zitterten. Sieh genau hin, sagte er, ohne den Mund von ihrer wundervollen Scheide zu nehmen. Ich mache nur weiter, wenn du mir auch zusiehst. Er sah, wie sie sich auf die Unterlippe biss und spürte ihr Wimmern mehr, als er es hörte, aber sie wandte den Blick nicht ab. Sie würde zusehen. Gut. Er stemmte die Hände gegen ihre weichen Oberschenkel, vergrub das Gesicht in ihrem Schritt und saugte und leckte. Mit einer Hand spreizte er ihre Schamlippen, damit die Klitoris etwas weiter hervorragte, und dann nahm er den kleinen erhobenen Nervenknoten in den Mund und rollte die Zunge darüber. Kylies Wimmern wurde lauter. Während er ihre Schamlippen weiterhin spreizte, genoss er den Anblick ihrer rosafarbenen, glänzenden Vagina, die er jetzt nach Belieben erkunden konnte. Er drang mit zwei Fingern in sie ein und penetrierte sie und leckte ihre Klitoris und saugte daran, was sie alles mit ansah. Er spürte, wie ihre Beine zitterten, und im nächsten Augenblick wurde sie noch viel feuchter und stieß ein ersticktes Schluchzen aus, als sie von ihrem Orgasmus übermannt wurde. Dabei sah sie so unglaublich sexy aus. Ihr Blick ruhte weiter auf ihn, und er hörte nicht auf, mit den Fingern in sie einzudringen und ihre Klitoris zu lecken, während er ihre Feuchtigkeit im Mund hatte. Als sie sich langsam beruhigte, sackte sie gegen die Wand und holte Tiefluft. Kate leckte noch ein letztes Mal über ihre Schamlippen und zog sich dann widerstrebend zurück. Er hätte das noch stundenlang fortsetzen können, aber er hatte seinen Standpunkt ja jetzt eindeutig klargemacht. Das war nicht fair, stieß sie keuchend hervor. Fairness interessiert mich nicht mehr, erklärte Kate und stand auf. Sein Penis pochte und war schmerzhaft steif, was ihn daran erinnerte, dass er noch keine Befriedigung gefunden hatte, aber aus diesem Grund hatte er sie auch nicht liebkost. Vielmehr hatte er sie damit zwingen wollen, zuzugeben, dass sie ihn begehrte. Dennoch würde es ihm sehr schwer fallen, mit dieser gewaltigen Erektion die Abstellkammer zu verlassen. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Tür, womit er ihr gleichzeitig den Fluchtweg versparte, schloss die Augen und versuchte nicht, die Kontrolle zu verlieren. Er hatte den Geschmack von Kylis Lust noch auf den Lippen und im Mund, daher fiel es ihm sehr schwer, sich zu konzentrieren. Zu seiner Überraschung spürte er auf einmal eine warme Hand in seinem Schritt, die sich auf seinen Penis legte. Du magst zwar auf Fairness verzichten wollen, murmelte Kylie und lehnte sich an ihn. Sie drückte kurz die Brust an seine Brust, bevor sie in die Knie ging. Aber ich glaube fest daran. Dann öffnete sie seinen Gürtel. Und großer Gott, das war etwas, das er sich schon so oft ausgemalt hatte. Kylis roter Mund in der Nähe seines schmerzenden Glieds und wie sie vor ihm hockte, um ihn zu befriedigen. Gleichzeitig wollte er nicht, dass sie das nur aus reinem Pflicht gefühlt hat. Daher schüttelte er den Kopf. Ich habe das nicht getan, damit du dich hinterher verpflichtet fühlst, dasselbe für mich zu tun. Denkst du, das weiß ich nicht? Ein verführerisches Lächeln umspielte ihre vollen Lippen. Denkst du, ich würde den Unterschied nicht marken, ob ein Mann mich wirklich lecken will oder ob er nur auf eine Gegenleistung aus ist? Dabei geht es um Enthusiasmus und du bist ein sehr enthusiastischer Mann. Sie lächelte ihn an. Daher habe ich sehr viele gute Gründe, dasselbe für dich tun zu wollen. Ist das so? Dann ist das eher eine Wechselwirkung. Mhm. Außerdem will ich dir nichts schuldig sein. Und so etwas wie der Orgasmus, den ich gerade gehabt habe, muss einfach belohnt werden. Wenn du dir sicher bist. Ich bin mir sicher. Und jetzt sei still. Sie zog den Reißverschluss seiner Hose herunter und drückte seine Hose und gleich darauf seine Boxershorts nach unten. Somit war sein Penis befreit, der vollständig erigiert wenige Zentimeter vor ihrem Mund hing. Die Eichel war mit Prä-Ejakulat benetzt und vor Erregung dunkel-lila geworden. Während Kate sie beobachtete, nahm sie sein Lied in die Hand, umfing die ganze Länge und strich mit ihren unglaublich roten Lippen über die Eichel. Wirst du mir dabei zusehen? Wollte sie wissen. Ihre Stimme war ganz tief und glich einem Säuseln. Als ob ich den Blick abwenden könnte, stieß er mit heiserer Stimme hervor. Er würde noch jahrelang von diesem Anblick träumen. Sie benetzte die Lippen mit seiner Feuchtigkeit und leckte dann auf äußerst sündige Weise über seine Eichel. Kate öffnete den Mund, als sie die Eichel in den Mund nahm und mit der Zunge neckend darüber strich. Seine Hoden zogen sich zusammen und er ballte die Fäuste und drückte sie an die Wand, während er sich die größte Mühe gab, nicht auf der Stelle zu kommen. Nicht, wenn sie ihm so bereitwillig Lust bereitete. Kylie ließ die Eichel wieder aus dem Mund gleiten und drückte die Lippen dagegen. Sieh genau hin, murmelte sie und nahm seinen Penis erneut in den Mund. Sie saugte daran und er spürte den Druck, als sie ihn tiefer in den Mund nahm und mit ihrer Zunge über die Unterseite legte. Himmel, sie machte das verdammt gut. Dann begann sie, ihn mit dem Mund zu bearbeiten, wobei sie fest saugte und sein Glied immer wieder fast aus dem Mund gleiten ließ. Gleichzeitig legte sie eine Hand an die Peniswurzel und ihr Mund war so heiß und feucht, dass es sich fast so gut anfühlte, wie ganz in ihrer Scheide zu versinken. Aber nur fast. Kylie, murmelte er und hätte am liebsten eine Hand unter ihr Kinn gelegt, die andere in ihrem Haar geballt und sie wild in den Mund gefickt, aber er ballte nur die Fäuste und unterdrückte diesen Drang. Zieh ihn raus, Süße, ich komme gleich. Ihre Augen leuchteten zufrieden auf und sie nahm sein Glied aus dem Mund. Doch anstatt von ihm abzulassen, rieb sie die Eichel über ihre vollen roten Lippen und neckte ihn mit der Zungenspitze. Es war offensichtlich, was sie ihm anbot und das war das obszönste und unfassbarste, was er sich vorstellen konnte. Er nahm seinen Penis in die Hand und brachte sich dem Höhepunkt immer näher, während sie mit den Lippen an seiner Eichel herumspielte. Dann kam er und spritzte seinen Samen auf ihre Zungenspitze und ihre Lippen. Sein Sperma zog milchige Fäden an ihrem Kinn und ihrem sinnlichen roten Mund und sie streckte die Zunge aus und leckte und leckte, während er stöhnte und eine gefühlte Ewigkeit lang kam. Keuchend sah er zu, wie sie mit den Fingern die Überreste seines Spermas in ihrem Gesicht wegwischte. Dann leckte sie sich die Finger ab und, großer Gott, er hatte noch keine Frau gesehen, die so etwas tat. Diesen Anblick würde er nie wieder vergessen. Sie schien ihn zu genießen, seinen Samen, den er über ihrem wundervollen Mund, ihrer Zunge und ihrem Kinn vergossen hatte. Großer Gott, murmelte er. Er beschloss, sich auf gar keinen Fall von dieser Frau scheitern, zu lassen. Okay, die Abstellkammer würde als der seltsamste Ort, an dem Kylie je Sex gehabt hatte, in die Annalen eingehen. Das hätte sie nicht tun sollen. Sie hätte Kate nicht mit dem Mund befriedigen dürfen, da sie ihn dadurch nur noch mehr verwirrt hatte. Und dennoch fühlte sie sich in diesem Augenblick unglaublich gut. Sie hatte noch Kates Geschmack im Mund, ihre Scheide war feucht und sie fühlte sich durch und durch befriedigt. War sie die Königin der falschen Entscheidungen? Definitiv. Aber befriedigt war sie dennoch. Kylie zog ihren Rock wieder herunter und strich ihn glatt. Sie sah sich auf dem Boden um, konnte ihr Höschen aber nirgends entdecken. Weißt du, wo mein Slip geblieben ist? Ich finde, wir sollten reden, teilte ihr Kate mit leiser Stimme mit, der seinen Penis wieder in seiner Hose verstaute und sich anzog. Wir können später reden. Jetzt sollte ich mich lieber anziehen und von hier verschwinden, bevor noch jemand merkt, dass ich weg bin. Aber dazu brauche ich meinen Slip. Hat er sie ihn weggeworfen, als er angeboten hatte, sie zu lecken? Das war durchaus möglich. Was bedeutete, dass sie ihn unbedingt finden musste, bevor ein armer Hausmeister später darauf stieß? Sie ging um Kate herum und schaute in einen der Eimer, die in der Nähe standen, aber sie konnte ihr Höschen nicht finden. Kylie, sagte Kate und griff nach ihrem Handgelenk. Sieh mich an. Sie runzelte die Stirn und schaute ihn an. Was ist? Wir müssen über uns beide reden. Seine Augen sahen so hell aus und seine Lippen waren voll und rot, nachdem er sie damit befriedigt hatte. Und seine schönen blonden Locken waren zerzaust. Er sah sie mit finsterer Miene an. Was meinst du damit? Sie entzog ihm ihre Hand. Es gibt kein uns, trotz dem hier. Sie deutete auf die Abstellkammer und wurde rot. Er erstarrte. Fängst du wirklich wieder damit an? Nach allem, was wir gerade getan haben, nachdem du mich angefläht hast, dich zu lecken? Er packte ihren Rock. Muss ich dir noch einmal beweisen, dass es sehr wohl ein uns gibt? Denn ich bin durchaus bereit, dir mein Gesicht erneut in den Schritt zu pressen und erst beim Morgengrauen damit aufzuhören. Sie musste die Oberschenkel zusammenpressen, um nicht allein bei der Vorstellung zu erschauern. Stattdessen entriss sie ihm ihren Rock. Hör auf damit! Oder was? Sein Mund wirkte härter, als sie ihn je gesehen hatte. Willst du dich dann von mir trennen? Du versuchst doch schon die ganze Zeit, mich loszuwerden. Deine Drohungen haben kein Gewicht. Aber ich bin es leid, immer nett zu dir zu sein und mich an die Regeln zu halten, Kylie. Ich habe versucht, dir Freiraum zu lassen, aber je mehr Raum ich dir gebe, desto weiter schubst du mich weg. Daher ist damit jetzt Schluss. Ich nehme dir diesen Freiraum wieder weg. Oh nein! Wie meinst du das? Er schenkte ihr ein eiskaltes Lächeln. Anscheinend kann ich mich bei dir nur durchsetzen, wenn ich mich wie ein Arschloch benehme, also werde ich das auch tun. Er beugte sich etwas vor. Du wirst heute deine Arbeit beenden und dann nach Hause kommen, zu mir. Und wir werden uns bis zum Morgengrauen lieben und ich werde dir ein Dutzend Orgasmen schenken und danach werden wir in einem Bett schlafen, wie es verheiratete Paare nun einmal tun. Nein! Du kannst nicht länger Nein sagen, Kylie. Ich will dich. Und wenn ich etwas will, dann kriege ich es auch. Ach, wirklich? Sie schnaubte. Daphne hast du nicht gekriegt. Er erstarrte und Kylie fragte sich, ob sie damit zu weit gegangen war. So habe ich das nicht gemeint, versuchte sie schnell, die Wogen zu glätten. Doch, das hast du, erwiderte er und lächelte sie ganz kurz an. Aber die Sache ist die, mir wird langsam klar, dass ich Daphne nie so sehr begehrt habe, wie ich es immer glaubte, da mich die Vorstellung, von ihr eine Abfuhr zu bekommen, nicht im Geringsten kratzt. Aber allein bei dem Gedanken, du könntest mich abweisen, drehe ich beinahe durch. Er musterte sie von oben bis unten und sie hatte das Gefühl, er würde sie mit seinem Blick verbrennen. Daher wirst du heute nach der Arbeit zu mir kommen. Auf gar keinen Fall! Er zuckte mit den Achseln. Dann gehe ich jetzt da raus und erzähle allen, dass wir miteinander schlafen. Glaubst du, es interessiert mich, ob Daphne wütend auf mich ist? Was denkst du, auf wen wird Daphne wütender sein, auf dich oder auf mich? Kylie kannte die Antwort auf diese Frage. Das ist so verdammt unfair. Stimmt, aber das ist mir egal. Er grinste sie an. Und es wird funktionieren, oder nicht? Weil es einen von uns sehr stören würde, wenn diese Tatsache bekannt würde, den anderen jedoch überhaupt nicht. Sie fühlte sich hilflos und konnte ihn nur zornig anstarren. Wir können diese kleine Scharade fortsetzen, wenn du das möchtest, sagte er mit sanfter, leiser Stimme. Er strich ihr eine Locke aus der Stirn und fuhr mit einem Daumen über ihre Unterlippe. Ich werde dich ignorieren, bis wir gehen, aber wenn wir in diese Limousine steigen, wirst du mich in mein Zimmer begleiten. Hier gingen langsam die Optionen aus. Daphne wird uns sehen! N-n-nein! Wieder rieb er ihre Unterlippe mit dem Daumen. Das wird sie nicht. Sie sieht nur, was sie sehen will. Und ich werde artig sein, bis wir allein sind. Bis sie allein waren? Kylie erschauerte. Und dann? Dann werde ich mit meiner Frau schlafen, murmelte er. Und ich werde erst Ruhe geben, wenn sie meinen Namen schreit. Und wenn deine Frau Nein sagt? Das wird sie nicht tun, versicherte er ihr mit sanfter Stimme, trat näher und küsste sie. Eigentlich hätte sie sich abwenden müssen, aber sie erwiderte seinen Kuss. Woher weißt du, dass sie nicht protestieren wird? Sein Kuss wurde noch zärtlicher, weil sie meinen Penis im Mund haben wird, hauchte er an ihren Lippen. Sie konnte das leise Stöhnen nicht unterdrücken, das sich ihrer Kehle entrang. Das Bild, das vor ihrem inneren Auge entstand, war einfach zu schön. Nur eine Nacht, gab Kylie nach. Nur eine, stimmte Kate zu. Kylie musste ohne ihr Höschen zurück zur Arbeit gehen. Das störte sie gewaltig, da ihr Rock nicht gerade eng war. Immer wenn jemand an ihr vorbeiging, hielt sie den Rocksaum fest, da sie befürchtete, er könnte hochgeweht werden und sie würde dann halbnackt dastehen. Sie stand auf und brachte ihre Frisur und ihr Make-up vor dem Spiegel wieder in Ordnung, wobei sie versuchte, ihre angeschwollenen Lippen zu verbergen. Dann sprühte sie sich mit Parfum ein und tupfte auch etwas auf die Handgelenke und hinter die Ohren, damit niemand den moschusartigen Geruch von Sex riechen konnte. Aber eigentlich wollte sie bloß eine Beschäftigung haben. Kate saß auf der Couch im Greenroom, die bei jeder von Daphnes Shows dort aufgestellt wurde. Er hielt sein Wort und schenkte Kylie nicht die geringste Beachtung. Stattdessen starrte er auf sein Handy und nippte an dem Whisky, den er sich an der Bar geholt hatte. Zumindest bildete sie sich ein, dass er sie ignorierte. Zwischendurch ging sie auf die Toilette, da sie die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen noch immer spüren konnte und schrubbte sich dort ab, so gut es eben ging, wobei sie versuchte, nicht gleich wieder erregt zu werden bei dem Gedanken, dass Kate sie jeden Augenblick wieder in die Abstellkammer zerren würde, um ihr zu beweisen, dass er sie im Handumdrehen kommen lassen konnte. Ein geheimer, ungezogener Teil von ihr hoffte sogar, dass er das tun würde, aber sie versuchte, diesen Bereich ihres Verstandes zu ignorieren. Als sie jedoch zum Schminktisch zurückkehrte, lag ihr Handy darauf. Sie hob es überrascht auf und strich mit einem Finger über das Display. Natürlich hatte sie nicht vergessen, dass sie es an diesem Morgen in Kates Zimmer liegen gelassen hatte. Eine neue Nachricht wurde angezeigt. Kate, ich habe dein Höschen. Es ist noch feucht und wenn ich die Hand in die Tasche stecke und wieder rausnehme, riecht sie nach dir. Es ist wirklich verlockend, das immer wieder zu tun, weil ich deinen Duft so sehr liebe. Großer Gott, ihre Brustwarzen wurden schon wieder hart. Kylie sog die Luft ein und schrieb eine Antwort. Kylie, bitte gib es mir wieder. Kate, überzeuge mich. Sie leckte sich nervös die Lippen und schmeckte den Erdbeer-Lipgloss, den sie gerade erst aufgetragen hatte. Kylie, wie? Kate, werde kreativ. Kylie, ich werde dir in der Limo anblasen, sobald wir hier raus sind. Sie presste die Oberschenkel gegeneinander, da sie allein bei dieser Vorstellung wieder feucht wurde. Warum gefiel ihr der Gedanke, so sehr vor ihm auf die Knie zu gehen? Wenn er sie nur anlächelte, wollte sie ihm am liebsten schon die Hose aufmachen. Kate, das ist verlockend, reicht mir aber nicht. Dieses Höschen ist wirklich sehr feucht. Kylie kämpfte gegen ihre Frustration an und warf einen Blick zu ihm hinüber, weil sie wissen wollte, ob er sie beobachtete. Der Mistkerl hockte lässig und entspannt auf dem Sofa, während sie hier mit steifen Brustwarzen saß und schon wieder feucht wurde und sie trug noch nicht mal einen Slip. Als sie ihn ansah, hob er unauffällig eine Hand und hielt sie sich vor den Mund. Er roch daran, um ihren Geruch wieder in der Nase zu haben. Himmel, wenn das so weiterging, war sie gleich wieder so feucht, dass sie auf die Toilette gehen und sich trockentupfen musste. Hör auf damit, schrieb sie ihm. Kate, oder was? Diese neue Seite von Kate machte sie ganz verrückt. Einerseits war sie fast wild vor Verlangen, andererseits ärgerte sie sich aber auch über ihn. Sonst schicke ich dir Nacktselfies, antwortete sie. Kate, das ist ein verlockender Vorschlag. Wie wäre es, wenn ich dir das Höschen zurückgebe, sobald ich die Fotos erhalten habe? Kylie knirschte mit den Zähnen. Ich schicke dir die Fotos später, aber mein Höschen brauche ich sofort zurück. Wem schreibst du? Wollte Rotschopf wissen, die plötzlich neben ihr stand. Kylie zuckte zusammen und hätte beinahe ihr Handy fallen lassen. Was? Rotschopf musterte sie misstrauisch. Was zum Henker ist denn nur los mit dir? Du bist ja fast so nervös wie Daphne. Entschuldige, erwiderte Kylie und legte sich eine Hand an die Brust. Du hast mich erschreckt. Das habe ich gemerkt, brummelte Rotschopf. Du hast schon seit einer Weile so einen komischen Gesichtsausdruck und hörst gar nicht auf zu tippen. Wem schreibst du denn da? Die war aber neugierig. Kylie zwang sich Rotschopf mit einer Unschuldsmine anzulächeln. Nur einer alten Schulfreundin, die versucht, Tickets zu bekommen. Schon klar. Rotschopf klang nicht so, als kaufte sie ihr das ab, aber sie bohrte auch nicht weiter nach. Stattdessen zeigte sie Kylie einen von Daphnes Seiden-Kimonos, die für einen ihrer Songs mitten im Set gebraucht wurden. Sieh mal, sie hat lilafarbenen Lippenstift auf dem Kragen beider Ersatz-Kimonos verschmiert und ich kriege ihn nicht raus. Weißt du, wie man den Stoff wieder sauber bekommt? Oder hast du einen guten Make-up-Entferner? Ich würde alles ausprobieren, da ich den Kragen ansonsten abtrennen und einen neuen annähen muss. Lass mich mal sehen, meinte Kylie, sperrte den Bildschirm ihres Handys, damit niemand die ungezogenen SMS sehen konnte, die Kate und sie sich schrieben und ließ das Telefon in ihre Handtasche fallen. Ihre Finger zitterten, als sie Rotschopf das Kleidungsstück abnahm. Ich habe einen cremefarbenen Fleckenentferner, mit dem wir es versuchen können. Sie legte den Kimono auf den Tisch und kramte in dem Koffer mit ihren Make-up-Entfernern herum. Sie war für den Rest der Show damit abgelenkt, die Flecken aus den Bühnenkostümen zu beseitigen und als das Publikum während der Zugabe jubelte, hatte sie alles für Daphnes Presse-Make-up bereitgestellt. Während der ganzen Zeit hatte sie gar nicht mehr an Kate gedacht. Okay, so gut wie gar nicht. Na gut, er spukte ihr schon im Kopf herum, aber wenigstens hatte sie sich wieder unter Kontrolle. Als Daphne in ihren hochhackigen Schuhen die Stufen herunterkam, sah sie sich im Greenroom um, kreischte und riss sich die pinkfarbene Perücke vom Kopf. Kate, Baby, du bist hier! Kylie sah mit an, Kylie sah mit an, wie der Milliardär aufstand und sich Daphne in Kates Arme warf, in die Arme von Kylies Ehemann, um sein Gesicht dann mit Küssen zu bedecken. Möglicherweise hatte Kylie den Kajalstift zerbrochen, den sie gerade in der Hand hielt, aber sie redete sich ein, dass er sowieso schon porös gewesen war und ersetzt werden musste und steckte ihn wieder weg. Immer diese billigen Kosmetikartikel. Sie kramte in ihren Sachen herum und versuchte nicht auf Daphne und Kate zu achten, denn im Grunde genommen war es ihr doch egal, ob sie sich küssen und nahe kamen oder nicht. Sie würde zwar an diesem Abend mit Kate mitgehen, aber nur, weil er sie erpresste. Es wäre nur für eine Nacht. Danach konnte sie ihn davon überzeugen, die Ehe annulieren zu lassen und sie würden getrennte Wege gehen. Kate ließ sich von Daphne nur auf die Wangen küssen, weil er Kylies Reaktion darauf sehen wollte. Zwar versuchte sie, ihre Beziehung geheim zu halten, aber man konnte ihr deutlich ansehen, wie sehr sie sich über Daphne's Benehmen ärgerte. Dabei tat Daphne nur, was typisch für sie war und war wie immer überschwänglich, albern und charmant. Sie drückte ihm noch einen schmatzenden Kuss auf die Wange. Seh dich nur an, Mr. Sexy, was für ein heißer Anzug. Daphne grinste und rieb über den rosafarbenen Lippenstift Fleck, den sie auf seinem Hemdkragen hinterlassen hatte. Dann zuckte sie mit den Achseln und warf ihm erneut die Arme um den Hals. Du hast mir gefehlt. Es und Kylie starrte sie wütend an und warf Make-up in einen ihrer großen Behälter, als wären es Gift Fläschchen. Er freute sich seltsamerweise diebisch darüber, dass Kylie zur Abwechslung mal verstimmt und eifersüchtig war. Schließlich war sie diejenige, die Daphne nichts von ihrer Beziehung sagen wollte. Nur aus diesem Grund musste er die Farce aufrechterhalten und so tun, als Daher setzte er ein gequältes Lächeln auf. Ja, wie war die Show? Hast du sie dir nicht angesehen? Ich musste zwei Zugaben geben. Sie schmollte und löste sich von ihm. Jetzt brauche ich erst mein Handtuch, ich tropfe ja förmlich vor Schweiß. Soll ich dich abschminken? fragte Kylie mit so neutraler Stimme, dass Kate grinsen musste, weil er genau wusste, wie es Schatz, ihr stört es nicht, wenn ich ein wenig verschwitzt bin, nicht wahr, Babe? Sie zwinkerte Kate zu. Verdammt, sie hatte sie schon wieder dicke Marilyn genannt. Daphne, dieser Spitzname ist nicht besonders nett und das weißt du auch. Welcher denn, Babe? Sie legte den Kopf schief und musterte ihn. Bevor er sie korrigieren konnte, verzog sie auf einmal das Gesicht und fing an zu schluchzen. Kylie warf ihm einen alarmierten Blick zu und Snoopy eilte sofort an Daphnes Seite. Im ganzen Greenroom breitete sich Schweigen aus. Alle warteten angespannt, während sich Daphne das Gesicht rieb und weiter weinte. Keiner wusste, was zu tun war. Ihr Gefühlsausbruch kam für alle völlig unerwartet. Außerdem zögerten alle, weil sie Angst hatten, dass ein falsches Wort Daphnes Tollkrampf in einen Wutausbruch verwandeln könnte. Irgendwann schritt ihre Assistentin ein. Was ist denn? fragte Snoopy und legte Daphne eine Hand an die Stirn. Fühlst du dich nicht gut? Daphne schüttelte den Kopf. Nein, ganz und gar nicht. Es geht mir überhaupt nicht gut. Überall wurden alarmierte Blicke ausgetauscht. Was ist los? erkundigte sich Snoopy. Ich bin so müde, stieß Daphne schluchzend hervor und klammerte sich an Snoopys Hand. Ich brauche Kopfschmerztabletten. Kannst du mir welche geben? Sie sah ihre Assistentin flehentlich an. Snoopy zögerte und musterte einen Mann, der ganz in der Nähe stand und von dem Kate annahm, dass es sich um den Tourmanager handelte. Dieser Blick gefiel ihm ganz und gar nicht. Ja, ich hole dir deine Kopfschmerztabletten, sagte Snoopy nach einem Augenblick. Bin gleich wieder da. Die doppelte Dosis, rief ihr Daphne schniefend hinterher. Unauffällig reichte Kylie Daphne ein Tuch und die Sängerin wischte sich das verschwitzte Gesicht ab. Kylie warf Kate einen besorgten Blick zu und legte den Kopf leicht schief, als wollte sie ihm damit sagen, siehst du, das ist genau der Grund, aus dem wir ihr nichts sagen sollten. Geht es dir gut, Daphne, erkundigte sich Kate und trat wieder näher an sie heran. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter und bemerkte, wie dünn sie unter ihrem wattierten Kostüm war. Unter ihrem Make-up sah sie blass und ausgelaugt aus, und sie hatte eindeutig Akneflecken auf der Stirn. Alles in allem entsprach weder ihr Aussehen noch ihr Benehmen dem eines Menschen, der dabei war, clean zu werden, und das machte ihm noch viel größere Sorgen. Daphne wedelte verärgert mit einer Hand in der Luft herum. Rück mir nicht so auf die Pelle, verdammt, ich bin nur müde und dann werde ich eben launisch. Kann ich dir was bringen? bot er an, vielleicht eine Flasche Wasser oder eine Zigarette. Snoopy besorgt mir alles, was ich brauche, erwiderte Daphne. Du benimmst dich ja wie eine Glucke. Das passte schon eher zu Daphne. Er entspannte sich, steckte eine Hand in die Tasche und erstarrte, als er den feuchten Stoff berührte. An Kylis Höschen hatte er gar nicht mehr gedacht und jetzt wollte er die Hand lieber nicht herausnehmen. Ihm fiel scheinend hatte sie ihn beobachtet. So, meinte er zu Daphne, dann erzähl mir mal von der Show. Du musstest zwei Zugaben geben? Daphne lächelte ihn müde an, stellte den linken Fuß auf einen Stuhl und begann ihre hochhackigen Stiefel aufzuschnüren. Du hättest das sehen müssen, Kate. Es war, als wäre ganz Vegas heute hier gewesen. Er kicherte. Vermutlich stimmt das sogar. Sie sind nur Freunde, sagte sich Kylie immer wieder, während sie Daphne schminkte. Freunde, die nett zueinander waren und Zeit miteinander verbrachten. Das war alles. Kate hatte Kylie versichert, dass er an ihr und nicht an Daphne interessiert war. Es gab keinen Grund dafür, eifersüchtig zu sein. Aber so sehr sie sich das auch sagte, so spürte Kylie trotzdem, wie sich im Magen zusammenzog, wann immer sie sah, dass Daphne einen zweiten Stuhl herangezogen hatte, damit Kate neben ihr sitzen konnte. Dieses Gefühl trat auch immer dann auf, wenn sie sah, dass die beiden die Köpfe zusammensteckten und über etwas lachten. Und es hörte auch nicht auf, als Daphne darauf bestand, Kate mit durch den Raum zu schleifen, wenn sie sich mit anderen Leuten unterhielt oder sie begrüßte. Daphne ihn den ganzen Abend mit Beschlag belegte, stellte Kylie geknickt fest. Sie war erleichtert, als die Presseleute nach und nach gingen und auch die ersten Angestellten von Daphne Feierabend machten. Die Tänzer, die allesamt Feiersüchtige waren, standen an der Bar und machten Party. Der Rest der Crew, Daphne's Personal, ihr Koch, ihre Assistentin, ihre Garderobiere und so weiter, fuhren meist zurück ins Hotel, wenn sie nicht mitfeiern wollten. Kylie war müde, bekam immer schlechtere Laune und wollte eigentlich nur noch nach Hause und ins Bett, um sich in einem Pyjama einzukuscheln und ihre Wunden zu lecken. Dummerweise war sie aber nicht zu Hause, sondern in Las Vegas. Und sie konnte nicht nach Hause gehen, weil sie einen Ehemann hatte. Und dieser Ehemann bestand darauf, dass sie ihn begleitete. Aber eines stand fest. Was immer Snoopy Daphne gegen ihre Kopfschmerzen besorgt hatte, war auch in der Lage gewesen, ihre Stimmungsschwankungen zu beseitigen. Sie war an diesem Abend in Bestform, charmant, witzig und der Mittelpunkt der Party. Alle lachten über Daphnes Witze und sie neckte ihre Lieblingstänzer und lachte mit ihnen. Snoopy allerdings schien nicht glücklich darüber zu sein. Aber Snoopy war äußerst diskret und selbst wenn ihr nicht gefiel, was Daphne tat, so hielt sie doch trotzdem den Mund. Kylie versuchte Daphne im Laufe des Abends zu beobachten. Sie achtete darauf, ob Daphne viele Zigaretten rauchte, da Kate gesagt hatte, dass sie das immer tat, wenn sie versuchte, clean zu werden. Aber sie sah nicht einmal, wie Daphne den Raum verließ. Sie zündete sich auch keine Zigarette an. Ebenso wenig übergab sie sich, hielt sich den Bauch oder machte auch nur den Anschein, als ob ihr übel wäre. Stattdessen sah Daphne glücklich aus. Fast schon übertrieben glücklich, fand Kylie. Sie überlegte, ob sie Kate darauf ansprechen sollte. Oder würde das nach Kleinlichkeit und Eifersucht und nicht etwa nach Besorgnis aussehen? Wir fahren zurück zum Hotel, sagte Rotschopf irgendwann und riss Kylie aus ihren Gedanken. Kommst du mit? Äh, nein, ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Sie stellte peinlich berührt fest, dass sie bei diesen Worten errötete. Aha, erwiderte Rotschopf und schien ihr die Lüge nicht abzukaufen. Dann bis morgen. Ja, meinte Kylie energisch und reckte beide Daumen in die Luft. Bis morgen. Rotschopf verdrehte nur die Augen, nahm ihre Handtasche und ging zusammen mit den anderen hinaus. Jetzt saß Kylie in der Klemme. Wie sollte sie sich rausschleichen, ohne dass Daphne, die sich gerade an Kylies Mann klammerte, etwas davon mitbekam? Und was stimmte eigentlich nicht mit Kylie, dass sie ihn als ihren Mann ansah? Er schenkte ihr nicht die geringste Beachtung, sondern stand auf der anderen Seite des Raumes bei Daphnes Leuten. Sie bezweifelte, dass er es überhaupt bemerken würde, wenn sie jetzt verschwand und in ihr Hotel fuhr. Das mit dem Höschen war doch bestimmt auch nicht sein Ernst gewesen, oder? Sie wusste es nicht. Noch während sie darüber nachdachte einfach zu gehen, summte ihr Handy. Sie sah auf das Display. Kate, geh nach draußen und zur Limousine. Mein Fahrer erwartet dich. Ich komme in fünf Minuten nach. Wenn ich zum Wagen komme und du noch nicht da bist, zeige ich Daphne dein feuchtes Höschen. Himmel, er spielte wirklich nicht fair. Doch noch während ihr dieser Gedanke durch den Kopf schoss, flackerte Erregung in ihr auf. Warum fühlte sie sich von diesem Mann nur dermaßen angezogen? Warum schaltete sich ihr gesunder Menschenverstand bei der Aussicht darauf, mit ihm zu schlafen oder auch nur in seiner Nähe zu sein einfach aus? Das war doch zum verrückt werden. Sie sollte einfach ihren Mut zusammennehmen und Daphne gestehen, dass sie mit Kate geschlafen hatte. Zweimal. Und dass sie ihn vergangene Nacht versehentlich geheiratet hatte. Und dass sie einander in der Abstellkammer oral befriedigt hatten. Aber nein, jetzt waren sie fertig miteinander. Wirklich. Und sie begehrte ihn auch überhaupt nicht, obwohl sie ihm versprochen hatte, ihm schmutzige Selfies zu schicken. Sie machte alles richtig, wenn sie es Daphne einfach erzählte. Oder nicht? Vielleicht konnte sie dann sogar ihren Job behalten. Möglicherweise wäre Daphne ja noch immer in ihrer manischen Stimmung und würde einfach darüber lachen. Eventuell war der beste Zeitpunkt, um Daphne etwas Schlimmes zu erzählen, genau jetzt, da sie offenbar gerade ihre Aufputschmittel genommen hatte. Kylie bekam sofort bessere Laune und schaute zu der kleinen Gruppe hinüber, die sich um Daphne geschart hatte. In diesem Augenblick schlug Daphne jemandem einen Drink aus der Hand und zeigte ihm den Mittelfinger. Verschwinde von meiner Party Arschloch! Alle um sie herum sahen schockiert aus. Es wurde wieder totenstill im Raum, was ein urtrügliches Zeichen dafür war, dass Daphnes Ausbruch alle überrascht hatte. Kylie schluckte schwer. Okay, dann war das jetzt wohl doch nicht der richtige Zeitpunkt. Während sie hinüberblickte, beugte sich Kate zu Daphne und raunte ihr etwas ins Ohr. Dabei sah er Kylie quer durch den Raum hinweg an und deutete ganz unauffällig in Richtung Tür. Ja, ja, vorerst würde sie gehen und großartigen verbotenen Sex mit dem heißen reichen Kerl haben. Als ob das so etwas Schlimmes wäre. Sie durfte nur nicht an die schlimmen Dinge denken, die passieren konnten. Dass sie beispielsweise die Abwärtsspirale der Drogensüchtigen Daphne noch beschleunigte oder dass sie ihren Job verlor und man ihre senile Großmutter aus dem Pflegeheim hinauswarf. Nicht, dass Kate, Dagobert Duck höchstpersönlich so etwas je zulassen würde. Vermutlich würde er einschreiten, versuchen, all ihre Rechnungen zu bezahlen und Kylie retten. Aber verdammt noch mal, sie wäre wirklich ein schlechter Mensch, wenn sie das einfach geschehen ließe, wenn sie nur die Hände in die Taschen steckte und zuließe, dass sie ihm zur Last fiel. Sie musste nicht gerettet werden. Sie musste nur lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie zuließe, dass er eingriff und alles bezahlte, was hielt ihn dann noch davon ab, ihr das später vorzuwerfen? Es war ja schon schlimm genug, dass er ihr Höschen hatte. Würde er ihr dann später bei jedem Streit vorwerfen, dass er ihr das Geld gegeben hatte und sie daran erinnern, dass sie ihm was schuldete? Würde er ihr vorhalten, dass sie eine Last war? Wenn er irgendwann keine Lust mehr hatte, sie zu unterstützen, würde er sie dann ebenfalls auf die Straße werfen, wo sie erniedrigt und einsam zurückblieb? Nein, es war besser, dass Kate gar nichts von ihrer Großmutter und allem, was damit zusammenhing, wusste, auch wenn es noch so einfach schien, ihm ihre Sorgen zu gestehen und sie von ihm regeln zu lassen. Daher schlüpfte sie unauffällig aus dem Raum und ging zum Eingang der Konzerthalle. So langsam hatte sie sich an den Anblick der vor dem Gebäude wartenden Limousine gewöhnt. Der Fahrer lehnte am Wagen und richtete sich auf, als Kylie auf ihn zukam. Ich gehöre zu Mr. Archer, teilte sie dem Mann mit. Er sah sie überrascht an und Kylie wurde wütend. Wollte er ihr damit etwa zu wie sie es hasste, diesen Gesichtsausdruck bei anderen Leuten zu sehen? Vielleicht wehrte sie sich deshalb so sehr gegen Kates Annäherungsversuche. Würde er irgendwann aufwachen und erkennen, dass sie doch nicht so attraktiv war, um sie dann fallen zu lassen? Alle anderen schienen nur darauf zu warten, dass er es tat. Und wieso sollte es bei ihm anders sein? Als sie in die Limousine einstieg, hatte sie ziemlich schlechte hatte, war auch nicht gerade ermutigend. Vielleicht hatte er seine Meinung geändert und wollte doch lieber bei Daphne bleiben. Selbst wenn er nicht an ihr interessiert war, gab sie doch eine angenehmere Gesellschaft ab als die dicke Marilyn, oder etwa nicht? Vielleicht bereute er längst, Kylie so bedrängt zu haben. Er konnte jede Frau haben. Wieso strengte er sich dann so an, ausgerechnet sie zu in ihr brodelte, starrte ihr Handy an und wartete darauf, dass sie eine weitere SMS bekam. Als aus fünf Minuten zehn geworden waren und dann zwanzig überlegte sie schon, ihm eine freche Nachricht zu schicken und ihn zu fragen, ob er sie vergessen hatte. Aber sie kannte Daphne und wusste auch, wie schwer es manchmal war, sich von ihr zu verabschieden, wenn sie einen in ihrer Nähe haben wollte. Daher war sie geduldig, zumindest so gut sie konnte. Als auch ihre Geduld schon fast an ihre Grenzen gestoßen war, wurde die Tür der Limousine geöffnet und Kate stieg ein. Der Fahrer setzte sich hinter das Lenkrad und bevor Kylie auch nur eine Bemerkung darüber machen konnte, dass das viel zu lange gedauert hatte, nahm Kate sie auf einmal in den Arm bat er sie. Sofort war Kylies Ärger verraucht, denn mit diesen Worten hatte sie nun am wenigsten gerechnet. Sie nickte und erlegte die Arme enger um sie und drückte das Gesicht an ihren Hals. Sie saß ganz still und wusste nicht, was sie tun sollte. Daphne nimmt wieder Drogen, murmelte Kate an ihrer Haut und Kylie entging die Traurigkeit in seiner Stimme nicht. Das merke ich schon an ihrem Benehmen. Sie behauptet, sie wäre clean, aber sie hat irgendwas genommen und jedes Mal, wenn ich das Thema angeschnitten habe, hat sie schnell über etwas anderes gesprochen. Kylie strich ihm über das Haar. Auch wenn ihre Beziehung zu diesem Mann überaus turbulent und seltsam war, konnte sie seine Frustration und seine Traurigkeit nachempfinden. Jemand, der ihm am Herzen lag, war drauf und dran, sich selbst zu zerstören. Das habe ich mir schon gedacht. Man kann momentan nicht einmal mit ihr reden. Sie weigert sich schlichtweg zuzuhören. Sie will nichts davon wissen. Sie tut so, als wäre alles in bester Ordnung, aber sie ist nicht die alte Daphne. Er zog sie enger an sich. Die Frau, die heute Abend dort war, kam mir vor wie eine Fremde. Und es sollte mich eigentlich nicht überraschen, aber trotzdem, du hoffst noch immer das Beste, das kann ich verstehen. Genauso ging es ihr bei ihrer Großmutter. Immer wenn sie sie besuchte, hatte sie die Hoffnung, dass ihre Nana dieses Mal lächeln würde, wenn sie sie sah, dass sie wirkliche Liebe und Zuneigung für sie empfinden würde. Dass sie sie als ihre Enkelin erkannte und einen Menschen, den sie liebte und nicht nur als schreckliche Last, die sie Geld kostete und als Erinnerung an all das, was sie verloren hatte. Sie wusste, wie verheerend es war, jedes Mal aufs Neue zu hoffen, wenn die Hoffnung doch nur wieder zerstört wurde. Du darfst dir nicht vorwerfen, dass du noch Hoffnung hast, Kate. Sie fuhr ihm mit den Fingern durch das weiche Haar. Du kannst traurig sein, weil du mehr für sie willst, als sie es selbst möchte, aber du darfst nicht wütend werden, weil du noch immer darauf hoffst, sie würde sich ändern. Ich denke, der Tag, an dem wir aufhören, zu hoffen, ist der Tag, an dem wir aufhören, uns für den jenigen zu interessieren. Er nahm den Kopf von ihrer Schulter und sah ihr in die Augen. Das klingt, als würdest du aus Erfahrung sprechen. Vielleicht tue ich das. Sie versuchte sich an einem halbherzigen Achsel zucken. Er musste ja nichts über ihre persönliche Leidensgeschichte wissen. Nicht heute Abend, daher war es Zeit für eine Ablenkung. Heißt das, dass ich jetzt mein Höschen wieder kriege? In seinen Augen erschien wieder dieses freche Glitzern, das sie schon in der Abstellkammer gesehen hatte. Vergiss es. Kylie hielt es vor Spannung kaum noch aus, als die Limousine vor dem Hotel hielt, aus dem sie an diesem Morgen geflüchtet war. Vor gerade mal zwölf Stunden hatte sie Kate mitten beim Sex verlassen, aber sie vermutete, dass das kein zweites Mal passieren würde. Ehrlich gesagt war sie sich nicht einmal sicher, ob sie es je wieder tun wollte. Der Zwischenfall in der Abstellkammer hatte ihr ziemlich gut vor Augen geführt, dass Kate im Grunde genommen nur mit den Fingern schnippen musste, damit sie ihr Höschen verlor und die Beine für ihn breit machte. Sie begehrte ihn mehr, als sie je zuvor einen Mann begehrt hatte. Das lag nicht nur daran, dass der Sex gut war. Er war sogar großartig, aber bei Kate fühlte sie sich, nun ja, wunderschön. Er musterte sie nie mit diesem seltsamen, fragenden Blick, wie es der Fahrer getan hatte. Bei ihm hatte sie nie das Gefühl, hässlich zu sein. Vielmehr schaffte er es, dass sie sich an seiner Seite begehrenswert und perfekt fühlte. Natürlich war das auch genau das, was ihr diese merkwürdige Beziehung mit ihm so erschwerte, denn je mehr sie versuchte, ihn wegzuschieben, desto mehr begehrte sie ihn, desto mehr sehnte sie sich nach ihm. Er hielt sie noch immer im Arm, als die Limousine anhielt. Sie hatten seit einigen Minuten nichts mehr gesagt und Kylie vermutete, dass Kate bestimmt müde war. Sie war es auf jeden Fall. Außerdem hatte sie den ganzen Tag lang Kopfschmerzen gehabt und versucht, ihren Kater durch das Trinken von Unmengen an Wasser zu bekämpfen. Ihr neuer Ehering fühlte sich noch immer sehr schwer an ihrem Finger an und sie konnte nicht widerstehen, hin und wieder daran zu drehen, als müsste sie sich daran erinnern, dass er wirklich real war und dass sie Kate tatsächlich geheiratet hatte. Selbst wenn das eine spontane, unter Alkoholeinfluss getroffene Entscheidung gewesen war. Sie erinnerte sich nicht an die Hochzeit. Okay, gelegentlich blitzten Bilder von Blumen und einer Drive-In Hochzeitskapelle auf, zu der auch ein Elvis gehörte, aber das war auch schon alles. Im Großen und Ganzen war da nichts als Leere und sie vermutete, dass das auch für Kate galt. Überdies störte es sie ein wenig, dass er jetzt schon zweimal betrunken mit ihr geschlafen hatte. Offenbar wurden ihre Begegnungen vom Alkohol bestimmt, mit Ausnahme des Intermezzos in der Abstellkammer heute, die eher von Wut geprägt gewesen war. Was bedeutete das für die kommende Nacht? Aber Kylie behielt ihre Gedanken für sich, da der Fahrer die Wagentür auf ihrer Seite öffnete. Sie stand auf, wartete auf Kate und presste ihre große Handtasche an sich. Kate stieg einen Augenblick später aus und drückte dem Fahrer ein Bündel Geldscheine in die Hand. Vielen Dank, Sir, wir brauchen sie erst um … Er sah Kylie an. Um wie viel Uhr fährt der Tourbus los? Um zehn. Okay, wir brauchen sie erst um acht Uhr dreißig wieder, teilte er dem Fahrer mit und musterte Kylie erneut. Dann hast du noch genug Zeit, um in dein Hotel zu fahren, alles zu packen und rechtzeitig mit den anderen am Bus zu sein. Danke, murmelte sie und war sehr erfreut, als Kate besitzergreifend den Arm um sie legte und sie ins Hotel führte. Sie fuhren schweigend zu Kate Sweet hinauf und sie fragte sich, mit welchem Kate sie in dieser Nacht im Bett rechnen musste. Mit dem gnadenlosen Mann, den sie in der Abstellkammer kennengelernt hatte, oder dem lachenden fröhlichen, der er sonst immer war. Aber als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, wang. Dann küsste er sie sehr sanft und zärtlich. Das warf Kylie völlig aus der Bahn und tief in ihrem Innern spürte sie plötzlich eine große Sehnsucht. Auf einmal wollte sie Dinge, die sie besser nicht begehren sollte. Bitte, murmelte er zwischen den Küssen, ich möchte mich nicht mit dir streiten, ob du heute bei mir bleibst oder nicht. Lass mich dich einfach lieben, Kylie. Lass mich dich berühren und mich in dir verlieren. Genau das ist es, was ich heute brauche. Wieder küsste er sie und schloss die Augen und sie sah die Anspannung in seinem Gesicht und seine Sorge und Traurigkeit wegen Daphne. Kylie mochte eifersüchtig auf sie sein, aber sie war auch Kates langjährige Freundin, die noch immer auf dem besten Weg war sich selbst zu zerstören und wenn Kate Trost brauchte, dann wollte Kylie diejenige sein, die ihn tröstete. Sie legte ihm die Arme um den Hals und erwiderte seinen Kuss, indem sie die ganze Sehnsucht hineinlegte, die sich im Laufe des Abends in ihr aufgestaut hatte. Er stöhnte an ihrem Mund und sie taumelten in Richtung Bett, während Kate gleichzeitig sein Sakko auszog. Sie zerrte an seinem Hemd und dann knöpften sie es gemeinsam auf, da sie es nicht erwarten konnten, ihn auszuziehen. Wenige Augenblicke später war Kate nackt und Kylie war an der Reihe. Sie zog die Schuhe aus, zerrte das Oberteil über ihren Kopf und ließ ihren BH und den Rock gleich folgen. Dann standen sie nackt voreinander. Kate drückte sie nach hinten auf das Bett und starrte ihre Brüste fast schon ehrfürchtig an. Himmel, wie ich dich liebe, sagte er und liebkuste die rechte Brustwarze, die sofort steif wurde. Kylie erschauerte und blickte zu Kate auf, der sich auf sie legte. Er drückte ihre Beine mit einem Knie auseinander und sie spreizte sie noch weiter. Du hast so wunderschöne Brüste, murmelte er, umfing sie mit den Händen und beugte sich vor, um ihre Brustwarzen zu küssen. Ich möchte mein Gesicht die ganze Zeit dazwischen vergraben. In diesen wundervollen Titten könnte ich mich verlieren. Er schaffte es, dass sie sich schön fühlte, dass sie sich einbildete, sexy und nicht etwa dick zu sein. Das gefiel ihr ungemein und so hob sie die Arme über den Kopf und verschränkte die Finger, weil sie wusste, dass ihre Brüste so besonders gut zur Geltung kamen. Kate stöhnte bei diesem Anblick und küßte das Tal zwischen ihren Brüsten. Du bist so wunderschön, Kylie, so weich und wunderbar und du gehörst mir. Er hob den Kopf. Wenn ich jetzt ein Kondom holen gehe, läufst du dann wieder weg? Sie schüttelte den Kopf. Das hätte sie nicht einmal gekonnt, selbst wenn sie es gewollt hätte. Und es war das Letzte, was sie jetzt wollte. Sie sehnte sich nur danach, Kate zwischen ihren Beinen und tief in sich zu spüren. Ich brauche dich, flüsterte sie. Wieder küsste er sie und stand dann auf. Bin sofort wieder da. Sie musterte seinen knackigen Hintern, als er ins Bad ging und kam sich wie eine Idiotin vor, da er sich noch einmal umsah, als wollte er sich vergewissern, dass sie auch wirklich nicht weglief. Das war wirklich eine miese Nummer, die sie da an diesem Morgen abgezogen hatte. Aber heute Nacht brauchte er sie. Er musste getröstet werden und sich im Sex verlieren. Daher würde sie ganz bestimmt nicht weg gehen. Als Kate mit einer Handvoll Kondome zurückkehrte, lächelte er sie an und Kylie ging das Herz auf. Er war so durch und durch wundervoll und perfekt. Sie schickte innerlich ein Dankes Gebet zum Himmel, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen war, als er betrunken nach Hause gebracht werden musste. Kylie leckte sich die Lippen und Kate warf alle Kondome bis auf eins auf den Nachttisch. Er riss das Päckchen auf und zog das Kondom vorsichtig über. Sie sah ihm fasziniert und voller Vorfreude zu und als er aufblickte streckte sie die Arme nach ihm aus. Er kam zu ihr und legte sich auf sie und als sie ihm das rechte Bein um die Hüfte legte drang er mit einer schnellen Bewegung in sie ein sodass sie überrascht aufkeuchte. Sie hatte geglaubt dass das Vorspiel noch länger dauern würde dass sie sich küssen und lecken würden aber als er das Gesicht wieder gegen ihre Brüste presste und noch einmal heftig in sie hinein stieß verstand sie es. In dieser Nacht ging es nicht um ihr Vergnügen es ging um Trost er brauchte sie und die Ablenkung die ihm der Sex bot tja aber er würde nicht ohne sie kommen sie winkelte das Becken etwas an und bewegte sich im Einklang mit seinen Stößen sie war noch immer feucht daher hatte es nicht wehgetan als er sie so plötzlich penetriert hatte aber sie brauchte mehr wenn sie ebenfalls zum Höhepunkt kommen wollte daher leckte sie die Finger ihrer rechten Hand ab und diese Bewegung erregte Kates Aufmerksamkeit er sah ihr in die Augen und sie schenkte ihm ein sinnliches Lächeln um die Hand dann auf ihre Scheide zu legen und ihre Klitoris zu stimulieren Kate stöhnte auf er bohrte die Finger in Kailies Oberschenkel und legte sich ihren Schenkel auf die Schulter so dass dadurch öffnete sie sich noch weiter für ihn was es ihm erlaubte noch fester und wilder in sie einzudringen seine Küsse waren eben noch zärtlich gewesen aber seine Stöße waren es nicht sie waren grob heftig und begierig und bei jeder Bewegung bebten Kailies Brüste sie stemmte die Arme in die Seiten damit sie nicht so sehr herum wackelten dass es schmerzte und rieb weiter ihre Klitoris verdammt ist das heiß knurrte Kate warum bist du so unglaublich sexy Kylie sie gab ihm keine Antwort stattdessen steckte sie sich die Finger in den Mund benetzte sie noch einmal mit ihrem Speichel führte sie erneut zwischen ihre Beine und rieb sich noch wilder Kate rammte sich in sie hinein und schob ihren Rücken gegen die Kopfkissen aber die Reibung zwischen ihren Körpern bewirkte auch dass ihre Lust noch schneller stieg nur wenige Augenblicke später kam sie explosionsartig schrie auf und rubbelte wie wild über ihre Klitoris während sich ihre Scheide um seinen Penis zusammen zog Kate stöhnte und umfing ihre rechte Brust und dann spürte Kylie wie er am ganzen Körper zitterte und ebenfalls heftig kam er pumpte sich noch zweimal in sie hinein wobei seine Bewegungen ruckartiger wurden und sackte dann schwitzend und ermattet auf sie sie seufzte und war selbst erstaunt dass sie so schnell gekommen war aber es hatte ihr gefallen es war auch sehr angenehm sein Gewicht auf sich zu spüren er drückte sie in die Matratze und sie schob die Finger in seine langen jungenhaften Locken und spielte damit herum da sie sein Haar wie immer faszinierend fand bin ich dir zu schwer murmelte er fasste ihr an die linke Brust und spielte geistesabwesend daran herum nein bist du nicht dann hast du nichts dagegen wenn ich noch etwas länger so liegen bleibe und es genieße sie lächelte ihn zärtlich an genieße es solange du willst sie blieben noch einige Minuten lang so ineinander verschlungen Kylie spielte mit seinen Haaren und spürte seinen Atem auf ihrer Haut er streichelte ihre Brustwarze auf fast schon ehrfürchtige Weise obwohl sie die Berührung erregte war sich Kylie nicht sicher ob er noch mehr als das tun würde ich muss für zwei Wochen weg murmelte Kate und riss sie damit aus ihren was er nickte an ihren Brüsten ich treffe mich mit einer Gruppe von UNICEF um über Finanzierung zu sprechen und danach muss ich eine ganze Woche lang an den jährlichen Vorstandssitzungen in New York teilnehmen es wird unglaublich langweilig er hob den Kopf und lächelte sie entschuldigend an aber das steht schon seit sechs Monaten fest daher kann ich jetzt nicht einfach absagen oh hauchte sie was sollte sie auch sonst sagen es war ja nicht so als könnte sie über seine zeiteinteilung bestimmen eigentlich sollte sie erleichtert sein dass er zwei wochen lang weg sein würde da sie sich in der zeit auf ihre arbeit konzentrieren konnte ohne sich sorgen machen zu müssen dass er während einer show auftauchte und sie in eine Abstellkammer zerrte um unzüchtige Dinge mit ihr anzustellen oder dass er darauf bestand die Nacht mit ihr zu verbringen wieder und immer wieder aber sie war nicht erleichtert tatsächlich war sie eher traurig die vorstellung ihn zwei wochen lang nicht zu sehen betrübte sie worüber sie sich wiederum ärgerte bedeutet das dann dass ich mein höschen zurück kriege seine mundwinkel zuckten erst wenn ich die versprochenen fotos von dir bekommen habe ich brauche doch etwas das mich bei den vorstand sitzungen ablenkt er beugte sich vor und leckte genüsslich über ihre linke brust warze etwas auf das ich mich freuen kann du weißt doch dass wir nur eine nacht vereinbart hatten kate murmelte sie nur diese nacht ich habe gelogen erwiderte er und knabberte an ihrer brust warze ich will nicht nur eine nacht mit dir kylie daniels ich will jede nacht mit dir sie schnappte nach luft was sollte sie dazu schon sagen sie wollte ihn ja auch aber sie war erst wirklich frei wenn daphnis tour zu ende war erst danach wurde sie bezahlt und sie brauchte das geld tja die die nächsten beiden wochen geht das aber nicht stellte sie fest und zwang sich möglichst unbeschwert zu klingen dann müssen wir alle küsse der nächsten beiden wochen eben in dieser nacht vorziehen erklärte er und leckte noch einmal sinnlich über ihre brust sieht ganz danach aus erwiderte sie und zog ihn an sich um den ersten von vielen küssen einzufordern kylie hatte die finger mit kalt verschränkt als sie am nächsten morgen mit der limousine zu ihrem hotel fuhren sie verbarg hinter der anderen hand ein gähnen und errötete als kalt kicherte sie hatten sich die ganze nacht geliebt manchmal zärtlich und liebevoll dann wieder wild und fast schon brutal aber jedes mal war kylie sehr heftig gekommen und es war immer wunderschön gewesen zwischendurch hatten sie geschlafen sich unterhalten und manchmal auch gekuschelt ihr war klar dass sie dabei war sich in kate archer zu verlieben und das machte die sache kompliziert aber sie beschloss dass sie damit leben konnte solange sie den mund hielt und kate während der nächsten beiden monate viel beruflich unterwegs war konnte das ganze sogar funktionieren sie würde sich zwischen den shows wegschleichen um ihn zu treffen und daphne und die anderen würden nichts davon mitbekommen wenn die tour vorbei war konnte sie großmutter sloanes pflegeheimrechnungen für den rest des jahres bezahlen und dann würde sie versuchen einen langfristigen job in new york zu finden damit sie bei kate sein konnte vielleicht irgendwas am broadway das würde ihr gefallen ihre beziehung konnte doch funktionieren viel zu schnell kam die limousine bei ihrem hotel an als der fahrer kylees tür öffnete stieg sie widerstrebend aus und schlang sich den riemen ihrer handtasche über die schulter kate stand ebenfalls auf und sie drehte sich zu ihm um und schenkte ihm trotz ihrer gedrückten stimmung ein strahlendes lächeln er stand vor ihr und hatte die Hände in den Taschen sie legte ihm die Hände an die Brust nur um ihn zu berühren und seine Wärme zu spüren eigentlich vermisste sie ihn schon jetzt zwei Wochen sind eine lange Zeit du wirst mich doch nicht vergessen oder verdammt sie hatte das locker und neckend aussprechen wollen aber es klang dummerweise sehr zittrig natürlich nicht versicherte kate ihr und gab ihr einen Kuss auf die nasenspitze ms so oft es geht du wirst noch das gefühl bekommen ich wäre ein stalker sie grinste ihn an und dann schickst du mir mein höschen zurück sein blick ließ sich nur als ungezogen bezeichnen du weißt ganz genau was du tun musst um es zurück zu bekommen kalli biss sich auf die unter lippe du bist unverbesserlich nein nur entschlossen diese fotos von dir zu bekommen Augen glitzerten frech ich werde sehen was ich tun kann murmelte sie und ließ sich von ihm küssen tatsächlich dachte sie längst darüber nach was für Fotos sie ihm schicken wollte er war fasziniert davon ihr beim schminken zuzusehen daher musste sie sich unbedingt fotografieren wie sie nackt lippenstift auflegte und vielleicht bekäme er auch ein Bild auf dem nur ihre Brüste zu sehen waren es gab unendlich viele Möglichkeiten er saugte leicht an ihrer Unterlippe als sie versuchte den Kuss zu beenden und zögerte ihn dann weiter hinaus als sie sich endlich voneinander lösten gestand er ihr du fehlst mir jetzt schon es ängstigte sie ein wenig dass es ihr genauso ging nachdem sie in den Tourbus eingestiegen war gab Kylie ihren Koffer ab und drückte ihre Handtasche an sich während sie zu ihrem üblichen Platz im vorderen Teil des Busses ging sie hatte ihr Pfeilchen in einer Hand und stellte es vorsichtig auf den Sitz neben sich die Raucher also die Tänzer hielten sich weiter hinten auf und rauchten Zigaretten oder Gras um die stundenlange Fahrt zu überbrücken heute roch der Bus nach Gras was Kylie nicht leiden konnte sie stand auf und öffnete das Fenster neben sich um frische Luft herein zu lassen dann warf sie einen wütenden Blick in den verrauchten Bereich sie hatte ziemlich schlechte Laune die Vorstellung Kate zwei Wochen lang nicht sehen zu können stört sie jetzt schon gewaltig dabei hatten sie sich erst halten als hätte er ihre Gedanken gelesen summte ihr Handy und informierte sie über eine neue Nachricht auf dem Display war ein Smiley zu sehen und Kylie musste grinsen die zwei Wochen würden vielleicht doch nicht so schlimm werden wenn sie sich ständig SMS schrieben und wenn er Fotos von ihr bekam wollte sie auch welche von ihm haben es mussten ja keine Nacktfotos sein sie würde sich auch mit Bildern von seinem zerzausten Haar nach dem Aufstehen zufrieden geben da sie bei diesem Anblick immer weiche Knie bekam sie wollte gerade antworten als jemand den Blumentopf hochhob und sich neben sie auf den Sitz fallen ließ hey sagte Daphne die noch immer die Perücke von der Show am Vorabend trug und auch das Make-up wenn Kylie den Lidschatten richtig identifizierte überhaupt nicht geschlafen Kylie steckte das Handy in die Handtasche hi dev ich bin froh dass du hier bist dicke Marilyn ich wollte dich was fragen Daphne zündete sich einen Joint an zog daran und schnippte die Asche in den Gang was denn Kylie wedelte mit einer Hand in der Luft herum da sie den Rauch nicht einatmen wollte Daphne warf ihr einen verärgerten Blick zu du kennst doch den blonden Kerl im Anzug der nach einigen meiner Shows in den Backstage Bereich gekommen ist Kate Kylie erstarrte und war sofort alarmiert ja wieso Daphne verschränkte die Beine setzte sich aber sofort wieder anders hin und wippte mit einem Fuß Kylie sah dass ihre Pupillen erweitert waren also hatte sie offenbar irgendetwas genommen so früh am Morgen oder waren das noch die Nachwirkungen von gestern Abend Daphne sahen geschwollen aus und sie zog immer wieder an dem selbst gedrehten Joint und hast du gestern Abend gesehen wie er gegangen ist Kylie zwang sich Daphne wieder ins Gesicht zu sehen was zornig schnippte die Sängerin mit den Fingern vor Kylies Gesicht herum hör mir gefälligst zu dicke Marilyn hast du gestern Abend gesehen ob Kate mit irgendjemandem weggegangen ist Kylie hatte auf einmal einen trockenen Mund versuchte Daphne sie aus der Reserve zu locken sie zu einem Geständnis zu zwingen ja denn ich war es die in seiner Limousine gesessen hat wir sind zurück in sein Hotel gefahren und hatten stundenlang schmutzigen Sex ich kann seinen Penis noch immer an meinem Gaumen schmecken ähm ich erinnere mich nicht flunkerte Kylie ich glaube ich bin vor ihm gegangen Daphne wippte noch schneller mit dem Fuß wieder schnippte sie Tasche auf den Boden und dann sah sie Kylie wütend an ich glaube der Mistkerl trifft sich hinter meinem Rücken mit einer anderen wirklich vor nervosität drehte sich Kylie der Magen um Daphne nickte ruckartig er reagiert nicht auf meine SMS vielleicht ist er beschäftigt es ist mir scheißegal ob er beschäftigt ist fauchte Daphne und blähte vor Wut die Nasenflügel auf sie beugte sich vor und drückte ihre Zigarette vor sich auf dem Ledersitz aus wobei es ihr völlig egal war dass sie ihn dadurch beschädigte als würde man jemanden als Alkoholiker bezeichnen, der nur Bier trinkt. Kylie korrigierte sie nicht. Daphne stieß einen Stoßseufzer aus. Entschuldige, dass ich dich mit meinen Problemen belästige, dicke Marilyn. Du hast bestimmt genug eigene. Nein, ist schon okay, erwiderte Kylie und drückte ihre Handtasche an sich, die summte, da sie anscheinend noch eine SMS von Kate erhalten hatte. Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Das muss ich gar nicht sein, oder? überlegte Daphne laut und schien auf einmal bessere Laune zu bekommen. Er wird die Schnalle, die er gerade vögelt, sowieso fallen lassen, sobald ich ihm sage, dass ich ihn will. Wahrscheinlich, flüsterte Kylie, deren Magen sich wieder zusammenzog. Aber dann fiel ihr der Ring an ihrem Finger wieder ein und die süßen Dinge, die Kate ihr gesagt hatte. Und sie ignorierte Daphnes schmerzhafte Worte. Tja, ich trete jedenfalls erst wieder auf, wenn Kate sich bei mir entschuldigt hat, erklärte Daphne. Meine Fans können mir gestohlen bleiben, solange mein Privatleben nicht wieder in Ordnung ist. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und tippte wütend eine Nachricht, wobei ihr zuckender Fuß gar nicht mehr zur Ruhe kam. Kylie starrte sie schockiert an. Das solltest du nicht tun. Denk doch mal an deine Fans, Daphne, und daran, was es kosten wird, wenn du die Auftritte absagst. Daphne presste sich eine Hand an die Stirn. Ich kann nicht auftreten, wenn ich mich so aufrege. Ich brauche meine Kopfschmerztabletten. Sie stand auf und warf dabei Kallis Topfpflanze um. Snoopy, wo sind meine Pillen? Du hast erst vor ein paar Stunden welche genommen, erwiderte Snoopy leise. Ach, hatte ich dich etwa gebeten, mir wieder Worte zu geben? fauchte Daphne und wurde immer lauter. Oder wollte ich einfach nur meine gottverdammten Pillen haben? Sie stürmte durch den Gang nach hinten. Kylie beugte sich vor und schaufelte die Erde wieder in den winzigen Blumentopf aus Plastik. Das arme Pfeilchen würde die zweimonatige Tour niemals überleben. Gut, dass er ihr kein Kätzchen geschenkt hatte. Du musst dich endlich zusammenreißen, verdammt nochmal, zischte eine Stimme. Kylie sah Rotschopf über den Gang hinweg an. Die ältere Frau hatte ihr Nähzeug in der Hand und musterte Kylie kopfschüttelnd, während sie einen Knopf an einem glitzernden Kostüm annähte. Ich mag dich, Kylie, aber diese Frau wird langsam unerträglich und ich weiß nicht, wie lange ich dein Geheimnis noch für mich behalten kann. Bitte tu das nicht, flehte Kylie. Daphne ist doch nur eine verwöhnte Göre. Mag sein, aber diese verwöhnte Göre ist gleichzeitig meine Chefin, erwiderte Rotschopf. Und wenn sie herausfindet, dass du heimlich mit ihrem Freund schläfst, dann wird sie noch viel unerträglicher sein. Und ganz im Ernst, wenn ich mich entscheiden muss, dann rette ich lieber meine Haut als deine. Rotschopf sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. Also zwing mich nicht dazu, diese Entscheidung zu treffen, okay? Kylie nickte und drückte ihre Topfpflanze an sich. Ich habe mich von ihm getrennt, weißt du, log sie. Letzte Nacht. Nach der Show. Rotschopf hob einen Daumen in die Luft. Braves Mädchen. Sobald sie wieder von ihm gehört hat, wird sie sich wieder beruhigen. Ja, murmelte Kylie. Sie hätte Kate am liebsten per SMS über das informiert, was ihr gerade vor sich ging, aber Rotschopf beobachtete sie. Irgendwie schien sie sie immer im Auge zu haben. Kylie schaute sich um und ging dann mit ihrer Handtasche in der Hand zur Toilette. Die Kabine war winzig, noch kleiner als auf den meisten Flughäfen, und es stank darin nach Gras. Aber dies war der einzige Ort, an dem sie momentan etwas Privatsphäre hatte. Sie setzte sich auf den Toilettendeckel, holte ihr Handy aus der Tasche und schrieb Kate. Daphne ist stinksauer. Sie glaubt, du hast eine andere und will erst wieder auftreten, nachdem du dich bei ihr gemeldet hast. Bitte beruhige sie und sage ihr, dass du nicht in der Stadt bist. Vielleicht wird sie das besänftigen. Ich muss aufhören. Man beobachtet mich. Sie starrte die Nachricht an und fragte sich, was er davon halten würde. Glaubte er, sie wollte ihn erneut loswerden? Aus einem Impuls heraus fügte sie hinzu, Ich schicke dir dann später ein paar scharfe Fotos. XOXO Danach steckte sie ihr Handy wieder in die Handtasche, nachdem sie es auf lautlos gestellt hatte, und desinfizierte sich vorsorglich die Hände, bevor sie die Toilette wieder verließ. Kate Hey Mann, ich kann heute nicht zum Treffen der Bruderschaft kommen. Bin momentan auf Geschäftsreise in England. Reese Cheerio Kate Ich stelle mir gerade vor, wie du das mit einem lächerlichen Akzent gesagt hast. Reese Du hättest den Blick meiner Frau sehen sollen. Kate Wie geht es ihr? Reese Ihre Fußknöchel sind inzwischen genauso dick wie ihr Bauch. Wenn sie erfährt, dass ich dir das gesagt habe, bringt sie mich um. Reese Aber sie ist wunderbar. Aber das habe ich schon mal erwähnt, oder? Im Moment isst sie alles mit sauren Gurken. Wenn ich mit ihr schlafen will, muss ich meinen Schwanz in Gurkensaft tauchen. Aber sie ist wunderschön. Sie strahlt förmlich. Momentan sind wir bei der Namenssuche. Kate Das freut mich für euch. Reese Dann willst du nicht wissen, was wir in der engeren Auswahl haben? Übrigens wirst du bei dem Treffen nicht viel verpassen. Meine Schwägerin wird dort sein. Und Griffin bringt seine Frau auch mit. Irgendjemand hat die schrecklichen Worte Brautjungfernkleider erwähnt. Kate Seit wann ist aus unserer Männerbande eigentlich ein Weiberverein geworden? Reese Seitdem wir alle in festen Händen sind. Das passiert jedem irgendwann. Kate Schätze schon. Reese Und Wie läuft es mit Daphne? Kate Sie ist völlig am Ende und immer noch abhängig. Reese Hast du die andere ins Bett bekommen? Kate Besser Ich habe sie geheiratet. Reese Bruder, wir müssen mal darüber reden, was man als Playboy so macht. Du gehst die Sache völlig falsch an. Kate Ich gebe mein Leben als Playboy nur zu gern auf, wenn ich sie behalten kann. Reese Ich würde dich ja als Idioten bezeichnen, aber Audrey sitzt neben mir und macht lauter lustige Geräusche, weil du geheiratet hast. Also halte ich lieber die Klappe. Aber ich verstehe dich. Kate Sag Audrey, dass es ein Geheimnis ist. Daphne darf es nicht wissen. Aus gutem Grund. Reese Scheiße. Ich lasse mir was einfallen. Geht klar, Bruder. Kate Bis später, Mann. Viel Spaß beim Aussuchen der Kleider. Reese Arschloch Kate Hey, Daph, bist du da? Kate Daph Antworte mir. Kate Ach, komm schon. Ich weiß, dass du da bist. Sei doch nicht so. Daphne Vielleicht Kate Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Wie läuft die Tour? Daphne Alles gut. Kate Ich werde in den nächsten Wochen leider nicht vorbeischauen können. Ich habe geschäftlich im Ausland zu tun. Im Moment bin ich gerade in London. Daphne Traurige Smiley Kate Ich verspreche, dass ich dich besuche, sobald ich zurück bin. Daphne Du fehlst mir. Dreimal traurige Smiley Kate Du fehlst mir auch, Daph. Du bist eine gute Freundin. Leg ein paar tolle Shows hin, okay? Daphne Geht klar Smiley Kate Ich musste Daphne gerade sagen, dass sie mir fehlt. Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht. Kylie Was immer du gesagt hast, es war das Richtige. Jetzt lächelt sie und sieht glücklich aus. Aber das kann auch an dem Gras liegen, das sie raucht. Kate Ach Kylie Ich weiß genau, was du denkst. Kate Es kommt mir vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit weg. Kylie Es sind auch schon drei Stunden. Smiley Kate Es kommt mir trotzdem wie eine Ewigkeit vor. Kylie Ich muss aufhören. Rotschopf kommt wieder nach vorn. XOXO Später an diesem Abend Kate Kannst du reden? Kylie Es ist schon sehr spät. Bist du noch auf? Ich bin gerade aufgewacht. In London ist es sieben Uhr früh. Vermisst du mich? Vielleicht Ein bisschen. Ich vermisse dich sehr. Dich und deine wundervollen Brüste. Das Kissen unter meinem Kopf fühlt sich nur halb so gut an wie sie. Ist das deine Art, mir ein Foto von meinen Brüsten abzuschwatzen? Funktioniert es? Kriege ich dafür mein Höschen? Das muss ich leider noch eine Weile behalten. Es hat mir letzte Nacht Gesellschaft geleistet. Du unanständiger Kerl. Du bringst meine unanständige Seite zum Vorschein. Allein für diesen süßen Satz hänge ich dir ein Foto an. Hast du es bekommen? Großer Gott, das ist unglaublich. Ich brauche einen Augenblick, muss ungestört sein und vielleicht eben kalt duschen. Es sind nur Brüste. Große, nackte Brüste. Smiley Das sind nicht nur Brüste. Es sind die Brüste. Die besten Brüste, die ich je gesehen habe. Wenn du so weitermachst, schicke ich dir morgen noch ein Foto. Aber ich will auch eins von dir haben. Aber meine Brüste sind nicht so schön wie deine. Ich will ja auch kein Foto von deinem Oberkörper, sondern von deinem Gesicht. Geht klar, ich schicke es dir später, nachdem ich noch eins von deinem schönen Gesicht und deinen Brüsten bekommen habe. Wird erledigt, Smiley. Am nächsten Tag Daphne Meine Show war heute super. Gern geschehen. Kate Gut gemacht. Daphne Und wann sehen wir uns? Kate Bald dev. Erstmal muss ich arbeiten. Daphne Ach, du und deine Arbeit. Warum frage ich überhaupt? Du betrügst mich doch nicht, oder? Hallo? Kate Kate Zwei Tage später Daphne Entschuldige Rede mit mir Kate Manchmal weiß ich nicht, was ich dir sagen soll Daphne Manchmal weiß ich selbst nicht, was in mir vorgeht. Sei einfach für mich da, okay? Kate Daphne Du weißt, dass du mir wichtig bist. Aber du weißt auch, dass wir nicht zusammen sind. Daphne Noch nicht, aber ich gebe mir große Mühe. Ich bin sowas von clean. Jawohl, ja! Kate Das ist super. Hat dir dein Manager dabei geholfen? Daphne Nee, das habe ich auch so geschafft. Kate Bist du bereit, einen Test zu machen, um es zu beweisen? Hallo? Daphne? Daphne Wir reden später, muss los. Mach's gut. Die letzten beiden Wochen waren die längsten in Kates Leben, soweit er sich erinnern konnte. Noch nie zuvor hatte er die endlosen Sitzungen gefolgt von Geschäftsessen und Cocktailpartys dermaßen verabscheut. Noch nie zuvor hatte er das unbändige Verlangen gespürt, einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, Verdammt nochmal, eure Pläne sind doch super, wir machen das einfach so, dazu braucht es keine weiteren Treffen mehr. Doch das konnte er natürlich nicht tun. Es gab immer noch mehr Besprechungen, weitere Händler, die umgarnt werden mussten, weitere wohltätige Organisationen, mit denen er reden musste, weitere Ärzte, die es zu konsultieren galt, weitere zu überprüfende Verträge und unzählige weitere Dinge, bei denen Kates Meinung gefragt war. Wenn er nicht gerade in einer Besprechung saß, musste er Präsentationen und Dokumente überarbeiten, Materialien, Zahlen, Erkenntnisse und Projekte sorgfältig aufarbeiten, anzweifeln und dann bei weiteren Sitzungen durchsprechen. Ohne sein Privathandy wäre er vermutlich durchgedreht und hätte den Verstand verloren. Wohin soll ich sie bringen, Mr. Archer? fragte der Fahrer der Limousine, nachdem er eingestiegen war. Kate sah auf die Uhr. Es war fast Mitternacht. Er war direkt von New York nach Dallas geflogen, nachdem er herausgefunden hatte, wo Daphne an diesem Abend auftrat. In diesem Augenblick musste Kylie gerade ihre Sachen packen und sich bereit machen, zusammen mit den anderen den Backstage-Bereich zu verlassen und zurück ins Hotel zu fahren. Zum American Airlines Center, antwortete er. Wollen Sie sich eine Show ansehen? erkundigte sich der Mann. Nein, jemanden abholen, der dort arbeitet, erwiderte Kate. Der Wagen verließ das Flughafengelände und bahnte sich den Weg durch das Labyrinth der Straßen von Dallas. Kate holte sein Handy aus der Tasche und sah sich die Fotos der letzten beiden Wochen noch einmal an. Kylie hatte ihm jeden Tag ein Selfie geschickt und jedes war heißer als das letzte. Das von heute hatte er nach dem Aufwachen entdeckt und als Masturbationsvorlage benutzt. Zweimal. Das gehörte auch zu der Wirkung, die Kylie auf ihn ausübte. Er öffnete das Foto und starrte es an. Darauf kniete sie in einem durchsichtigen schwarzen Spitzen-BH auf dem Bett. Sie hatte die Beine verschränkt, sodass er ihre Scheide nicht sehen konnte, aber es war offensichtlich, dass sie keinen Slip trug und ihre Beine waren mit schwarzen Seidenstrümpfen bekleidet. Auf dem Bild war vor allem ihr Körper zu erkennen. Nur in einer Ecke erhaschte man noch einen Blick auf ihren roten Lippenstift. Aber er mochte alle Fotos, die sie ihm geschickt hatte. Er ging sie durch und bekam bei jedem Einzelnen eine Erektion. Auf dem ersten Bild waren nur ihre vollen, prallen Brüste zu sehen, deren rosafarbene Brustwarzen ihn zu verspotten schienen. Das nächste hatte sie von ihrem schönen Gesicht gemacht, und darauf streckte sie die Zunge aus und leckte an einem Lutscher, wobei er sich immer vorstellte, es wäre sein Penis. Danach war eine bunte Mischung aus Gesichts- und Körperaufnahmen gekommen, und auf jedem Einzelnen sah sie wunderschön aus. Kate konnte es kaum erwarten, sie zu packen, in sein Hotelzimmer zu schleifen und mit ihr zu schlafen, bis sie nicht mehr konnte. Er hatte das Gefühl, dass die letzten beiden Wochen seine Begierde noch mehr angestachelt hatten und befürchtete, dass er sie auf der Stelle nehmen musste, sobald er sie sah. Eigentlich klang diese Vorstellung ziemlich verlockend. »Bist du da?« schrieb er ihr und wartete gespannt auf ihre Antwort. Sie wusste, dass er heute zurückgekommen war und vorhatte, nach Dallas zu kommen. »Ja«, antwortete sie sofort. »Kate, ich bin in Dallas, komme gerade zur Halle. Treffen wir uns davor?« Kylie, »Aber klar, Smiley.« »Wie lange dauert es, bis wir da sind?«, wollte er vom Fahrer wissen. »Zehn Minuten.« »Kate, ich bin in zehn Minuten da. Bist du dann schon fertig?« Kylie, »Ja, Daphne betrinkt sich mit ein paar Fans, daher sollte ich mich problemlos rausschleichen können.« Sein ganzer Körper verspannte sich plötzlich. »Kate, weiß sie, dass ich in der Stadt bin?« Kylie, »Natürlich nicht!« Kate lachte. Gott sei Dank, er wollte sich jetzt nicht mit Daphne und ihrem Mist abgeben. Nicht heute Nacht. Jetzt wollte er einfach nur Kylie. »Kate, ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen.« Kylie, »Dito, XO.« Er sah, wie der Highway an ihm vorbeiflog, und um sich die Wartezeit zu verkürzen, rief er Jerome an. »Es ist schon spät, Boss,« sagte Jerome. »Sie waren trotzdem nach dem ersten Klingeln dran,« erwiderte Kate. »Das liegt daran, dass Sie mich dafür bezahlen. Haben Sie mir für heute Nacht ein Hotel besorgt?« »Wie Sie es verlangt haben,« bestätigte Jerome. Er nannte Kate die Einzelheiten. »Und eine Suite, die anderen beiden Suiten auf der Etage wurden auch unter Ihren Namen gemietet. Sie werden völlig ungestört sein.« »Gut, und der... der Wein, den Sie verlangt haben, steht bereit, ebenso wie etwas zu essen.« »Und eine ganze Schachtel Kondome.« »Perfekt, Sie sind der Beste.« »Ich weiß,« bestätigte Jerome selbstbewusst und legte auf. Kate grinste. Nach der gefühlt längsten Fahrt der Menschheitsgeschichte bog die Limousine auf den Parkplatz des American Airlines Centers ein. Es standen noch einige Autos und mehrere Busse in der Nähe, als der Wagen vor dem Gebäude hielt. Kate konnte keine Musik hören und wusste daher, dass die Show längst vorbei war. Auf dem Gehweg stand eine einsame Gestalt und drückte sich eine riesige Handtasche gegen die Brust. Sie trug einen kurzen Mantel, der ihr bis zu den Knien ging, obwohl sie August hatten. Es war trotz der späten Stunde noch warm und ihre Beine waren nackt, was nur bedeuten konnte, dass sie einen dieser altmodischen Röcke tragen musste, die ihn so verrückt machten, weil sie ihre Stundenglasfigur so herrlich betonten. »Halten Sie dort an«, sagte Kate zu dem Fahrer, »ich sehe Sie.« Die Limousine wurde langsamer und blieb stehen, und Kylie sah zu ihnen herüber. Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem rundlichen Gesicht aus. Sie hüpfte vom Bordstein, sah sich um und kam dann über die Straße zum Wagen gelaufen. Bevor der Fahrer aussteigen konnte, hatte sie auch schon die Tür geöffnet. »Hey«, sagte Kylie atemlos und setzte sich neben ihn. Er griff an ihr vorbei, schloss die Tür und zog sie auf seinen Schoß. Dann küssten sie sich, und sie berührte seinen Hals, sein Haar und sein Gesicht. Und seine Lippen lagen auf ihren, und sie gab diese sanften, gierigen, kehligen Geräusche von sich. Und, verdammt, sie war so wunderschön. Es war offensichtlich, dass er nicht der Einzige war, der die letzten beiden Wochen als unerträglich lang und einsam empfunden hatte. »Du hast mir gefehlt«, hauchte sie zwischen den Küssen und schob ihm immer wieder die Zunge in den Mund. »Himmel, ich hab dich so vermisst.« »Ich hab dich auch vermisst, Mrs. Archer«, murmelte er und zerrte an ihrem Mantel. Sie kicherte und zeigte ihm ihre Hand, an der sie unzählige Ringe trug. Darunter war auch der riesige Ehering, den sie nach innen gedreht hatte, sodass er wie ein Schlichter reif wirkte. »Unser Geheimnis ist noch gewahrt.« Er hielt seine Hand hoch, um ihr zu beweisen, dass er seinen Ehering ebenfalls trug, und sie verschränkte die Finger mit seinen. »Ich war ein wenig besorgt«, gestand sie ihm und biss sich auf die volle rot geschminkte Unterlippe, »dass du nach den zwei Wochen ohne mich zu der Ansicht gelangt sein könntest, du möchtest nicht mehr mit mir verheiratet sein.« »Ganz im Gegenteil«, erwiderte Kate und schob sie auf seinem Schoß etwas zur Seite, sodass sie auf seinem Penis saß. Sie schien einen Rock zu tragen, da er unter dem Mantel ihre nackten Beine durch den Stoff seiner Hose spüren konnte. »Wenn überhaupt, dann habe ich dich noch mehr vermisst.« Sie lächelte ihn ebenso scheu wie verführerisch an. »Das freut mich«, gab sie zu und griff nach den Verschlüssen ihres Mantels. »Denn ich habe mich umgezogen, bevor ich rausgekommen bin, in der Hoffnung...« »Du weißt schon, nur für den Fall.« Bei diesen Worten öffnete sie ihren Mantel. Großer Gott, sie war darunter nackt. Ihre großen prallen Brüste waren unbekleidet und schienen auf seiner Berührung zu warten, und weiter unten konnte er erkennen, dass sie auch kein Höschen trug. Unglaublich. »Wohin jetzt, Mr. Archer?«, rief der Fahrer und erinnerte sie damit daran, dass er auch noch da war. Kylie sog die Luft ein, machte ihren Mantel wieder zu und wandte sich auf Kates Schoß. Ihm war klar, dass er es unmöglich bis zum Hotel aushalten konnte. Nachdem er diese nackten Brüste gesehen hatte und die süße Kylie unbekleidet auf dem Schoß sitzen hatte, musste er sie jetzt haben. »Fahren Sie eine Stunde lang durch die Stadt«, wies Kate den Fahrer mit erstaunlich ruhiger Stimme an. »Meine Frau möchte Dallas bei Nacht sehen.« »Verstanden«, bestätigte der Fahrer und ließ die getönte Scheibe rauffahren, die die beiden Bereiche trennte. »Guter Mann«, dachte Kate. »Er musste dem Fahrer ein besonders hohes Trinkgeld geben, wenn sie fertig waren.« Wieder zog er Kylie an sich und küsste sie. »Ich will dich«, murmelte er an ihrem Mund. »Und ich will dich«, sagte sie. »Ich bin schon den ganzen Tag heiß auf dich.« »Hast du dich selbst befriedigt«, wollte er wissen und zog ihren Mantel wieder auf, damit er diese unglaublichen Brüste sehen konnte. Er umfing sie und stöhnte, als er ihr Gewicht in den Händen hielt. »So wundervoll«, Kylie schüttelte den Kopf. »Ich wollte auf dich warten.« »Haben dir meine Fotos gefallen?« »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut sie mir gefallen haben«, entgegnete er, küsste ihren Hals und zog sie an sich. »Deine Brüste haben allerlei Fantasien in mir ausgelöst.« »Was für Fantasien?«, fragte sie atemlos. »Ich habe mir ausgemalt, sie zu ficken«, gestand er ihr offen, »und das sehr oft.« Ihre Augen strahlten und sie sah ihn mit einem kecken Lächeln auf den Lippen an. »Ach ja?« Sie griff nach ihrer großen Handtasche und kramte darin herum. Er beobachtete sie und war schon zufrieden damit, ihre herrliche Gestalt zu betrachten, die mit Ausnahme des Mantels nackt war und Rittwings auf ihm saß. Ihr Mund war tiefrot und ihr weiß-rotes Haar fiel ihr in wilden Locken auf die Schultern. Obwohl sie ihm Tag und Nacht nicht aus dem Kopf gegangen war, kam ihm die Realität noch tausendmal schöner vor als seine Tagträume. Langsam streckte er eine Hand aus und streichelte ihre rechte Brust. Die Brustwarze wurde sofort steif und er genoss es wie immer, dass sie so empfindlich war und so schnell auf seine Berührung reagierte. Dann hielt sie triumphierend eine kleine Tube hoch. »Was ist das?«, wollte er wissen. »Lotion natürlich«, antwortete sie und hob die Augenbrauen. Während er sie gebannt ansah, schraubte sie die Tube auf und gab etwas Lotion auf ihre linke Handfläche. Dann sah sie ihm in die Augen und rieb das Tal zwischen ihren Brüsten und die Seiten ein, bis alles glänzte. Bei dem Anblick musste er einen Stöhnen unterdrücken. »Was hast du vor?« Sie warf ihm jedoch nur einen weiteren Keckenblick zu und ließ sich auf den Boden gleiten, bis sie vor ihm kniete. Jetzt befanden sich ihre mit Creme benetzten Brüste direkt vor seinen Knien. Sie drückte seine Beine auseinander, packte seinen Gürtel und zog ihn ein Stück weit nach vorn. Langsam öffnete sie seine Hose und als sie sein Glied aus den Boxershorts befreite, sah sie ihn erneut mit glänzenden Augen an. Schon beugte sie sich vor und presste seinen Penis zwischen ihre wundervollen Brüste, um ihn dort vor und zurück zu bewegen. Das Gefühl, über ihre schlüpfrige, warme Haut zu gleiten, glich reinster Ekstase. Der Anblick war sogar noch besser. Er spannte die Hüften an und sah mit an, wie sich seine Eichel zwischen ihre Brüste schob, bis sie beinahe ihr Kinn berührte. Sie umklammerte ihre Brüste und drückte sie zusammen, um die Reibung dazwischen zu erhöhen, und dieses Gefühl war überwältigend. Kate legte den Kopf in den Nacken und öffnete den Mund. Großer Gott! Fühlt sich das gut an? Wollte Kylie wissen. Unglaublich! Gestand er ihr mit heiserer Stimme. Er legte seine Hände auf ihre, presste ihre großen Brüste zusammen und schob sein Glied immer wieder in das enge, cremige Tal dazwischen. Der Anblick seiner Eichel, die bis fast an ihr Kinn hineinglitt, war fast schon obszön und überaus faszinierend. Er bewegte sich immer schneller, wobei er durch seine heftigen Bewegungen schon gar nicht mehr richtig auf dem Sitz saß, und während er zusah, streckte Kylie die Zunge heraus und versuchte, seinen Penis damit zu berühren, wann immer er in die Nähe ihres Mundes kam. Bei diesem Anblick verlor er die Kontrolle. Er kam mit einem gedämpften Stöhnen und spritzte seinen heißen Samen über ihren Hals, ihr Kinn und ihre Brüste. Auch das war ebenso obszön wie wunderschön. Kylie grinste ihn an. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Besser, als du dir vorstellen kannst, stieß er keuchend hervor, und sein Penis pochte noch nach der kraftvollen Entladung. Er sah sich um, entdeckte jedoch nichts, womit er sie abwischen konnte, aber da holte sie auch schon ein Päckchen Taschentücher aus ihrer Handtasche. Gut, dass du alles dabei hast. Sie lachte. Das könnte man durchaus als Wortwitz verstehen. Er half ihr, ihren Oberkörper und seinen Penis abzutrocknen, und als sie ihren Mantel schließlich wieder schloss, lag ein Haufen benutzter Taschentücher neben ihnen, die sie in einer Plastiktüte verstauten, die sie hinten in der Limousine entdeckt hatten und in ihre offenbar bodenlose Handtasche steckten, um sie später im Hotel zu entsorgen. Dann setzte sie sich neben ihn auf den Sitz und er zog sie an sich. Es fühlte sich gut an, sie wieder neben sich zu spüren, den Duft ihres Haars zu riechen und ihren Atem zu hören. Während sie auf die Skyline von Dallas hinaus sahen, griff Kate nach Kylies rechter Hand und verschränkte die Finger mit ihren. Mit Kylies zusammen zu sein, fühlte sich so gut und so richtig an. Es war völlig anders als früher, als er mit Daphne zusammen sein wollte und ständig gestresst und unglücklich gewesen war. Erst dank Kylies wusste er, was wahre Zufriedenheit, wahres Glück und wahre Lust waren. Jetzt musste er sie nur noch davon überzeugen, dass diese verrückte Beziehung, die sie hatten, auch Bestand haben konnte. Aber wenn er an ihre Begrüßung an diesem Abend dachte, schien sie das auch nicht mehr so abwegig zu finden. Kate grinste und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel. Kylie genoss eine wundervolle, perfekte Woche in ihrem ansonsten eher trostlosen Leben. Die Tour verlief reibungslos oder zumindest so glatt, wie sie bei einem manisch-depressiven Junkie laufen konnte. Daphne ging noch immer jeden Abend auf die Bühne und sang aus Leibeskräften, damit ihre Manager zufrieden waren und Geld verdienten. Solange die Einnahmen stimmten, waren alle anderen Beschwerden nicht weiter wichtig. Das war zwar ziemlich traurig, aber auch nicht weiter verwunderlich. Kylie hingegen schwebte auf Wolke sieben. Gab es noch höhere Wolken? Vielleicht schwebte sie auch auf Wolke acht, denn sie fühlte sich so unglaublich gut. Die Rechnungen für das Pflegeheim ihrer Großmutter waren größtenteils bezahlt. Der Job war ziemlich vorhersehbar und das war gut. Kate entführte Kylie im Laufe der Woche noch zweimal in ein abgeschiedenes Hotelzimmer, wo sie miteinander schliefen und ging mit ihr irgendwo essen. Wenn sie sich nicht sehen konnten, weil er geschäftlich zu tun hatte, dann schrieben sie sich ständig SMS und schickten einander alberne Nachrichten. Sie war glücklich. Und besser noch, sie war verliebt. Selbst wenn Daphne reizbar war oder schimpfte, weil es Kylie nicht gelang, eine ihrer vielen Blessuren zu verbergen und natürlich aussehen zu lassen, focht Kylie das nicht an. Es ging vorüber. Es würde besser werden. Und in zwei Monaten wäre die Tour vorbei. So lange konnte sie das doch noch durchstehen. Nicht diese Farbe, dicke Marilyn, schimpfte Daphne und schlug Kylie einen Lippenstift aus der Hand, bevor sie damit etwas anfangen konnte. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich will rote Lippen. Bist du denn vollkommen bescheuert? Kylie beugte sich vor und hob den Lippenstift auf, bevor er wegrollen konnte. Sie versuchte, nicht wütend zu werden. Es war für alle offensichtlich, dass Daphne einen schlechten Tag hatte. Selbst auf Kylies Schminkstuhl schwitzte sie stark. Kylie musste sie immer wieder abwischen, um sie schminken zu können, was die Sache nicht einfacher machte. Sie stellte den tomatenroten Lippenstift beiseite. Dann zeig mir, welche Farbe du willst, verlangte sie mit geduldiger Stimme. An manchen Tagen kam es ihr vor, als hätte sie es mit einem Kleinkind zu tun. Daphne deutete auf einen Terracotta-farbenen Lippenstift. Die gefällt mir, aber mit mehr Rot. Sie deutete auf einen lilafarbenen. Misch die beiden. Das ergibt aber kein Rot. Dann wird es eben kein verdammtes Rot. Mach es einfach, hast du verstanden? Wer ist hier der gottverdammte Star? Sie griff nach Kylies Sudoku-Rätsel und fächelte sich damit Luft zu. Himmel noch eins, es ist kochend heiß hier drin. Kann mal jemand die Klimaanlage hochdrehen? Ich kümmere mich darum, sagte Snoopy, sprang auf und lief los. Kylie vermutete, dass sie nur auf einen Grund gewartet hatte, um ihrer gereizten Chefin für ein paar Minuten entfliehen zu können. Okay, stieß Kylie so freundlich, wie sie konnte, zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Rotbraun und lila. Sie nahm die beiden Stifte und nutzte ihren winzigen Make-up-Spatel, um kleine Mengen der schrecklichen Farbe auf ihren Spiegel zu geben und danach mit einem Pinsel zu vermengen. Die resultierende Farbe sah regelrecht giftig aus, aber hey, was Daphne wollte, das bekam sie auch. Machst du bitte den Mund auf? Daphne öffnete die Lippen und legte den Kopf in den Nacken und Kylie stellte besorgt fest, dass sie schon wieder schweißnass war und dass ihr ein Schweißtropfen die Schläfe herunterlief. Ihre Lippen waren trocken und rissig. Am schlimmsten war jedoch ihr Atem. Daphnes Atem roch, als wäre irgendetwas in ihrem Mund gestorben und Kylie musste die Luft anhalten, um ihr die Lippen schminken zu können. So, meinte Kylie, als sie fertig war. Wie findest du die Farbe? Sie trat zurück und Daphne sah in den großen beleuchteten Spiegel. Kylies Handy summte, da sie eine SMS bekam und sie konnte nicht widerstehen und las sie schnell. Kate, ich denke an dich, Süße. Ich habe dein Höschen in der Hand und träume von deinem Geschmack. Du glaubst gar nicht, wie ich mich auf heute Abend freue. Wirst du mich wieder mit einem Outfit überraschen? Kylie wurde puterrot und steckte ihr Handy schnell in ihre Handtasche, die am anderen Tischende stand. Sie würde ihm antworten, sobald Daphne gegangen war. Daphne betrachtete ihren seltsam verfärbten Mund im Spiegel. Das sieht scheiße aus, ganz im Ernst, sie kicherte. Vielleicht sollten wir es doch mit einer anderen Farbe versuchen. Okay, erwiderte Kylie und reichte Daphne die Abschminktücher. Jemand klopfte an die Tür am anderen Ende des Raumes, die nur für Mitarbeiter war. Kylie blickte auf. Niemand machte Anstalten, die Tür zu öffnen. Das muss Snoopy sein, meinte Daphne, nippte an ihrem Drink und sah Kylie erwartungsvoll an. Okay, gab Kylie nach, ich bin gleich wieder da. Sie lief zur Tür und natürlich stand Snoopy davor und hatte die Arme voll mit Daphnes Lieblingswassermarke. Danke, sagte Snoopy und taumelte unter dem Gewicht der Wasserflaschen. Die haben wieder alles durcheinander gebracht, daher kriegen wir unser Zeug innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden nach und nach. Sie drückte Kylie eine Wasserkiste in die Hand. Hilfst du mir, die in den Kühlschrank zu stellen? Nachdem alle Wasserflaschen verstaut waren, sah Snoopy Kylie dankbar an. Kylie hastete zurück zum Schminktisch. Daphne hasste es zu warten und Kylie wollte nicht, dass sie sich langweilte und womöglich teure Kosmetikartikel zerstörte. Aber als sie sich dem Schminktisch näherte, zog sich ihr Magen vor Angst zusammen. Daphne hatte den grässlichen Lippenstift verschmiert, als wäre sie während des Abschminkens abgelenkt worden. In ihren Händen prangte ein Handy in einem knallroten Handycase. Kylies Handy. Während sie Kylies SMS las, war ihre Miene unergründlich. Daphne wischte langsam mit dem Daumen über das Display und wirkte, als würde sie sich ein Fotoalbum ansehen. Wenn sie das tatsächlich machte, dann würde sie bald auf die Fotos von Kate im Bett stoßen, die er ihr letztens geschickt hatte. Darauf war er nackt und hielt ein Kissen mit der Aufschrift »Du fehlst mir« in die Kamera. Kylie schnappte nach Luft und wartete auf die unausweichliche Explosion. Daphne hob den Kopf und sah Kylie an. Ihre Lippen zitterten. »Du... Schlampe!« Die Sängerin hob eine Hand und nahm etwas von Kylies Tisch. Ein grünes Objekt flog durch die Luft. Kylie sah noch, dass es der schwere Keramikblumentopf war, bevor er ihr direkt neben der Augenbraue gegen die Schläfe prallte. »Du widerliche Schlampe!« schrie Daphne, während Kylie auf dem Boden zusammensackte. Ihre Welt bestand nur noch aus verschwommenem Rot und Schwarz und aus Schmerzen. Sie griff sich mit einer Hand an den Kopf und stellte fest, dass sie stark blutete. »Direkt vor meinen Augen!« kreischte der Popstar. »Vor meinen gottverdammten Augen!« Kylie starrte bloß blinzelnd an die Decke. Diese war mit kleinen, explodierenden Sternen bedeckt und der Rand ihres Blickfelds verfärbte sich schwarz. In ihrem Kopf herrschte ein wirres Durcheinander und sie konnte sich nicht konzentrieren. Außerdem war überall Blumenerde und ihr Pfeilchen hatte die Aktion vermutlich nicht überlebt. Hände berührten sie am Arm und halfen ihr, sich aufzusetzen. »Großer Gott!« sagte Snoopy dicht neben ihr. »Geht es dir gut? Sie hat dich direkt an der Schläfe getroffen.« »Sie ist eine verdammte Schlampe und hat mir den Mann weggenommen!« schrie Daphne. Die ordentlich sortierten Make-up-Koffer knallten auf den Boden. Als nächstes flog das Handy gegen Kylies Schulter. »Hör auf damit, Daphne!« brüllte Snoopy. »Sie hat ihn mir weggenommen! Verdammt!« kreischte Daphne. Einige der Tänzer eilten an ihre Seite und einen Augenblick später fing Daphne lautstark an zu weinen. Kylie hörte, dass sie sich unterhielten, aber alles drang nur wie ein Rauschen zu ihr durch. Snoopys leise Stimme war mal lauter und mal leiser zu hören. Vor ihren Augen verschwamm alles. Ihr Kopf tat höllisch weh und sie konnte sich einfach nicht mehr konzentrieren. »Es geht mir gut«, sagte sie leise zu Snoopy. »Hilf mir auf.« Aber als sie sich aufrichten wollte, gaben ihre Knie nach und sie wäre beinahe erneut gestürzt. »Holt die Security her«, sagte Snoopy laut. »Ich glaube, wir brauchen einen Arzt.« Als Kylie das nächste Mal erwachte, lag sie in einem Krankenhausbett. In ihrem Kopf pochte es jetzt auf andere, schreckliche Art. »Au!« Sie hatte einen trockenen Mund und als sie vorsichtig eine Hand an den Kopf legte, der Schmerz schien sich auf eine einzige Stelle direkt neben ihrer Augenbraue zu konzentrieren, stellte sie fest, dass er bandagiert war. »Hey!« Snoopy tauchte neben ihr auf und lächelte sie matt an. »Kann ich dir was holen? Eiswürfel? Einen heißen Krankenpfleger? Eine Bettpfanne?« Kylie kicherte und stöhnte dann, weil das Lachen wehtat. »Was ist passiert?« »Na ja, man kann jemandem offensichtlich eine Gehirnerschütterung verpassen, indem man ihn an der richtigen Stelle am Kopf mit einem Blumentopf trifft. Wer hätte das gedacht?« Snoopy schnitt eine Grimasse. »Die Ärzte mussten dich mit zwei Stichen nähen und sie behalten dich über Nacht hier, damit sie dich im Auge behalten können.« »Gehirnerschütterung?« wiederholte Kylie verblüfft. »Kein Wunder, dass sich ihr Kopf anfühlte, als hätte man ihn gespalten.« »Wie spät ist es?« »Ziemlich spät, gegen zehn.« Vorsichtig betastete Kylie den Verband. Jede Berührung rief eine neue Welle aus Schmerz hervor. »Wer hat Daphne heute geschminkt?« »Tja, die Sache ist die«, meinte Snoopy. »Daphne hat die Grippe.« Sie malte Anführungszeichen in die Luft. Der Auftritt wurde auf Übermorgen verschoben. »Verstehe. Wo ist mein Handy?« »Das ist kaputt«, antwortete Snoopy. »Ich glaube, dass Daphne darauf herumgetrampelt ist, als sie mit ihr fertig war.« Sie war stinksauer. »Aber das Management bezahlt ihr bestimmt ein neues.« Das mochte sein, aber Kate machte sich bestimmt Sorgen, warum sich Kylie nicht gemeldet hatte. Großer Gott, ihr kam ein ganz schrecklicher Gedanke. »Das landet doch nicht in den Klatschbalken, oder?« »Nein«, versicherte ihr Snoopy, die auf ihrem Handy herumtippte. »Das Management wird eine Erklärung herausgeben, dass du betrunken gestürzt bist. Es ist dir allseits bekannt, dass alle, die mit Daphne auf Tour sind, gern mal feiern.« Snoopys Stimme klang ausdruckslos, und ihr Lächeln wirkte gequält. Kylie schnaubte und zuckte dann zusammen, weil das ebenfalls wehtat. »Natürlich ist das alles Blödsinn«, meinte Snoopy. »Wir können Daphnes Eskapaden alle längst nicht mehr ertragen, tun es aber trotzdem, weil...« Sie stockte und stand dann auf. »Das Management kommt jetzt rein. Ich muss verschwinden.« Sie sah Kylie an und drückte die Daumen. »Viel Glück. Ich bin draußen, falls du was brauchst.« »Viel Glück?« Kylie starrte Snoopy hinterher und war verwirrt. Einen Augenblick später wurde die Tür des Krankenzimmers erneut geöffnet und ein großer, dünner Mann in einem teuren Anzug kam herein. »Mr. Powers von der Plattenfirma.« Kylie erkannte ihn und sein verbittertes Lächeln wieder. »Hallo«, sagte sie und betastete erneut ihren Verband. »Miss Daniels«, sagte er anstelle einer Begrüßung. »Wie geht es Ihnen?« »Na ja, mein Kopf tut weh«, antwortete sie geknickt. Sie hätte ihn am liebsten gefragt, was er hier wollte, aber sie hatte so ein Gefühl, dass er ihr das schon sehr bald verraten würde. Also wartete sie. »Das tut mir leid«, antwortete er mit völlig emotionsloser Stimme. Er trat ans Bettende und stellte seinen Aktenkoffer ab. Dann öffnete er den Koffer, nahm einen Stapel Papier heraus und reichte ihn Kylie. »W-was ist das?« »Das ist Ihr Vertrag«, erklärte er mit eisiger Stimme. »Ich möchte, dass Sie ihn noch einmal durchlesen, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen.« Kylie starrte die Seiten an, aber die Buchstaben waren so winzig und verschwammen vor ihren Augen, dass sie nicht das Geringste lesen konnte. Sie ließ die Papiere einen Moment später sinken und schüttelte den Kopf. »Ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. Können Sie mir vielleicht zusammenfassen, worauf Sie hinaus wollen?« »Ich werde es in vier Worten zusammenfassen.« »Sie können nicht klagen.« Das Pochen in ihrem Schädel wurde bei seinen Worten noch intensiver. Kylie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Wie bitte?« »Ich werde es noch einmal wiederholen.« »Sie können nicht klagen, Miss Daniels. In ihrem Vertrag steht ausdrücklich, dass die Plattenfirma für alle Verletzungen und Unfälle während der Tour aufkommt. Wir übernehmen die Krankenhauskosten. Wir bezahlen alle Medikamente und die Arztkosten für das Ziehen der Fäden. Aber das ist auch alles. Und in ihrem Vertrag steht ausdrücklich, dass sie Miss Patty nicht verklagen können. Nicht, dass Kylie das auch nur in Erwägung gezogen hätte, aber dieser Mann gab ihr das Gefühl, als wäre das alles ihre Schuld. Und das gefiel ihr gar nicht. »Sie wissen schon, dass sie mich mit einem Blumentopf beworfen hat? Und dass ich sie dabei erwischt habe, wie sie in meiner Handtasche herumgekramt hat?« Er steckte den Vertrag wieder in seinen Aktenkoffer und raschelte mit Papieren herum. Bei diesem Geräusch wurden Kylies Kopfschmerzen noch schlimmer. »Ich habe mit Daphne gesprochen, bevor ich hierhergekommen bin. Miss Patty sagte, dass sie sie provoziert hätten.« »Wie bitte?« Kylie konnte es nicht fassen. »Soll das ein Witz sein?« »Sie haben sie verärgert, Miss Daniels. Laut der anderen Angestellten haben sie sich mit ihr wegen des Make-ups gestritten, bevor sie ihr Handy gefunden hat, und das hat ihr dann den Rest gegeben.« »Sie hat herumgeschnüffelt. Und wenn wir schon davon sprechen, was ihr den Rest gibt, warum geben wir dann nicht lieber den Drogen die Schuld daran?« protestierte Kylie schockiert. Ihre Kopfschmerzen wurden noch schlimmer. »Wir reden hier über Lippenstiftfarben. Das kann man wohl kaum als Streit bezeichnen.« Sie schüttelte den Kopf. »Sie wissen, dass sie sich momentan alles Mögliche einwirft, nicht wahr? Ihre Stimmungsschwankungen sind kaum zu ertragen.« »Das ist ein weiterer Grund, aus dem ich hier bin. Sie haben Miss Patty verärgert.« »Ich habe was?« meinte der Mann das ernst. »Das konnte doch alles nicht wahr sein.« »Ja, Sie haben eine Benimmklausel unterschrieben.« Ihre Kopfschmerzen wurden langsam aber sicher unerträglich. Vor ihren Augen verschwamm alles, und sie hätte sich am liebsten die Schläfen gerieben, vermutete allerdings, dass das die Sache noch schlimmer machen würde. »Ich kann Ihnen nicht folgen. Was für eine Benimmklausel.« »Diese Klausel haben wir kürzlich in alle Angestelltenverträge aufgenommen, und ich vermute, dass Sie sie unterschrieben haben, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden.« Als Kylie schwieg, fuhr er fort. »Die Klausel besagt, dass Sie für die Schäden aufkommen, wenn sich Ihr Verhalten auf die Tour oder Miss Pattys Fähigkeit aufzutreten auswirken, und dass Sie zu Schadenersatz verpflichtet sind.« Kylie wurde übel. »Schadenersatz?« »Das ist korrekt. Im Moment weigert sich Miss Patty, heute Abend aufzutreten. Wir haben die Show um 48 Stunden verschoben, aber wenn sie dann immer noch nicht bereit ist, aufzutreten, müssen wir das Geld für die Tickets zurückzahlen. Natürlich wird die Plattenfirma versuchen, diese Verluste irgendwie aufzufangen, und da Sie in Ihrem Vertrag zugesichert haben, dass Ihr Verhalten keine Auswirkungen auf die Show haben wird.« Wieder blitzte dieses furchtbare, dünnlippige Lächeln auf. »Sie begreifen, worauf ich hinaus will.« Sie würde sich gleich übergeben müssen. Ihr Magen revoltierte, und vor ihren Augen erschienen kleine schwarze Punkte. Dabei hämmerte es in ihrem Kopf, als würde Daphnes Drummer hinter ihr stehen und Vollgas geben. »Ich habe kein Geld,« flüsterte sie. »Allein die Verlegung des Konzerts kostet das Studio mehrere tausend Dollar. Wir haben diese Summe von Ihrem Gehalt abgezogen. Ich lasse die Belege hier auf dem Nachttisch liegen.« Er holte weitere Dokumente aus seinem Koffer. »Sie werden feststellen, dass wir sehr fair gewesen sind.« »Ist... ist das dann alles?« »Nein. Ich werde mein Bestes tun, um Miss Petty davon zu überzeugen, die Tour fortzusetzen. Im Moment will sie am liebsten alles hinwerfen. Sie werden mir gewiss zustimmen, dass das in niemandes Interesse wäre. Da Sie sich vertraglich verpflichtet haben, Miss Petty durch ihr Verhalten nicht aufzuregen, gehe ich davon aus, dass Sie den Kontakt zu Mr. Archer abbrechen werden?« »Sie meinen, bis die Tour vorbei ist?« »Nein. Endgültig.« Er drückte Kylie ein weiteres Schriftstück in die Hand. »Dies ist die Summe der Einnahmen, mit denen die Plattenfirma durch die Tour rechnet.« Es folgte ein weiteres Blatt Papier. »Und diese Summe wird es uns kosten, wenn Daphne die Tour abbricht. Was sie augenblicklich androht.« Kylie knifft die Augen zusammen. Aber sie konnte die genaue Summe nicht erkennen, nur dass sie sehr, sehr viele Nullen hatte. Das war weitaus mehr Geld, als auf Kylies Bankkonto vorhanden war. Ihr Magen protestierte noch mehr. »Im Angesicht der Lage ist die Plattenfirma bereit, ihnen alle mit diesem Zwischenfall verbundenen Kosten zu erlassen, solange sie versprechen, den Kontakt zu Mr. Kate Archer für immer abzubrechen und Daphne dadurch zu beruhigen.« Um Kylie drehte sich alles. Man wollte sie zwingen, Kate aufzugeben? »Er hätte längst von mir hören müssen. Wir können Ihnen ein neues Handy besorgen. Sie können ihm eine SMS schicken und ihm mitteilen, dass Sie ihn nie wiedersehen wollen.« Als ob Kate ihr das abkaufen würde. Aber es fiel ihr so schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Ihr Kopf pochte wie verrückt und auf ihrem Bett lagen lauter Papiere voller Zahlen und Drohungen. Wie sollte sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln, wenn man derart viel Geld von ihr verlangte? Wie würde sie es verhindern können, anderen erneut zur Last zu fallen? Wenn das so weiterging, musste sie bald wieder in einem Pappkarton unter einer Brücke schlafen. Sie befingerte ihren Ehering, der noch immer da war, obwohl man ihr jeglichen anderen Schmuck abgenommen hatte. Natürlich hatte man das. Sie drehte den Ring um, sodass der wunderschöne Rubin zu sehen war und zeigte ihn Mr. Powers mit betretener Miene. »Ich habe ihn geheiratet.« »Sie haben was?« Sie zuckte zusammen und griff sich an den Kopf. »In Las Vegas. Wir haben in Las Vegas geheiratet.« »Oh«, »Mr. Powers entspannte sich wieder. Das lässt sich leicht korrigieren. Ich lasse die Papiere für die Annullierung aufsetzen. Das ist bei Eheschließungen in Las Vegas an der Tagesordnung.« Er starrte sie an. »Daphne muss nichts davon erfahren. Haben Sie verstanden?« »Okay«, hauchte sie und hätte am liebsten gleichzeitig geweint und sich übergeben. »Gut. Ich komme morgen wieder, dann können Sie ein paar Papiere unterschreiben. Daphnes Assistentin wird bei Ihnen bleiben und dafür sorgen, dass Sie keinen Besuch bekommen und mit niemandem telefonieren.« Er schenkte ihr ein angespanntes Lächeln. »Ich bin froh, dass wir die Sache regeln konnten, Miss Daniels.« »Ja«, erwiderte sie matt. Ihr Kopf tat so weh, dass sie schreien wollte. »Perfekt«, meinte Mr. Powers. Er sammelte seinen Papierkram zusammen, steckte ihn wieder in seinen Aktenkoffer und Kylie schloss die Augen und wünschte sich, dass er endlich verschwand. Sie wünschte sich, diese ganze Situation würde sich einfach in Luft auflösen. Aber als sie die Augen wieder aufschlug, war Mr. Powers weg und Snoopy blickte unglücklich auf sie herab. »Ich habe alles gehört«, sagte sie mit mitfühlender Stimme. »Die Plattenfirma will dich fertig machen, weil Daphne sich wie ein verzogenes Kind benimmt, was?« Sie zupfte Kylis Decke zurecht und hielt ihr dann einen Becher mit Eiswürfeln hin. »Und das auch noch, während du im Krankenhaus liegst? Das ist echt mies!« Kylie nahm das Eis dankbar entgegen und steckte sich einen Eiswürfel in den Mund, der sich unglaublich trocken anfühlte. Zwar war ihr noch immer übel, aber sie wusste nicht, ob das an der Gehirnerschütterung lag oder an ihrer prekären Lage. »Und«, begann Snoopy, »Hast du den Kerl wirklich geheiratet?« Kylie nickte und kämpfte gegen die Tränen an. »Entschuldige, dass ich das frage, aber ist er nicht reich? Kannst du nicht einfach zu ihm gehen, ihm erzählen, wie fies dich die Plattenfirma behandelt und ihn um Hilfe bitten? Würde er das nicht tun?« »Das ist nicht so einfach«, flüsterte Kylie. »Die Plattenfirma wird mich verklagen, wenn Daphnes Tour ausfällt und ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen die dann von mir haben wollen.« »Großer Gott«, murmelte Snoopy, »vermutlich eine Menge.« Sie nickte. »Und wir kennen uns doch kaum, verstehst du? Wir waren betrunken, als wir geheiratet haben und es war ein großer Fehler.« Kylie drehte an dem Ring herum. Sie wollte nicht glauben, dass es ein Fehler gewesen war, aber anders ließ es sich doch nicht bezeichnen, oder? »In nüchternem Zustand hätten sie diese Entscheidung nicht getroffen.« »Mir wäre nicht wohl dabei, mit Geldproblemen zu ihm zu gehen und erst recht nicht, wenn es um Millionen oder Abermillionen geht.« »Warum nicht?« »Weil«, »weil ihm dann aufgehen könnte, dass er mich zwar mag, so sehr aber nun auch wieder nicht und weil ich ihm immer etwas schuldig wäre. Er hätte immer etwas, das er gegen mich in der Hand hat, genau wie die Plattenfirma jetzt und wenn die Sache schief geht, was so oder so irgendwann passieren wird, muss ich auf eigenen Beinen stehen können. Weil ich es leid bin, anderen zur Last zu fallen. Weil ich es leid bin, anderen etwas schuldig zu sein.« »Verstehe«, sagte Snoopy und ließ sich auf den Stuhl neben dem Bett fallen. »Ich weiß nicht, wie es dir geht, dicke Marilyn, aber mir hängt diese ganze verdammte Tour zum Hals raus.« Kylie zuckte zusammen und legte die Hände an die Schläfen. Dummerweise hatte sie schon bei dieser sanften Berührung das Gefühl, als würde ihr Kopf explodieren. »Kylie.« »Bitte nenn mich Kylie.« »Du hast recht.« »Dicke Marilyn ist ein ebenso beschissener Spitzname wie Snoopy.« Snoopy sah Kylie in die Augen. »Ich heiße Carmela.« Sie zuckte mit den Achseln. »Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass sie mich nicht Schweinchen genannt hat.« Lachen tat weh. Kylie kicherte, aber das schmerzte bald zu sehr und ihr kamen erneut die Tränen. Sie schloss die Augen und wünschte sich, die Welt würde einfach verschwinden. Ihre Beziehung zu Kate war vorbei. Sie konnte ihn nicht einmal anrufen und ihm alles erklären, ihm sagen, dass er wunderbar war, sie ihm aber nicht zur Last fallen wollte. Nicht so, wie sie Jared zur Last gefallen war oder ihrer Großmutter. Das wollte sie keinem anderen Menschen mehr antun. Möglicherweise war das Sturheit oder Stolz oder beides. Aber sie hatte keine andere Wahl. Großmutter Sloane brauchte einen sicheren Ort, an dem man auf sie aufpassen und sich um sie kümmern konnte. Und Kylie war ihr einziges noch lebendes Familienmitglied. Daher fiel ihr diese Aufgabe zu. Das war das Mindeste, was sie für die Frau tun konnte, die zwei Jobs gemacht hatte, die sie beide verabscheute, nur damit Kylie ein Dach über dem Kopf hatte, auch wenn sie ihr keine Liebe schenken konnte. Aber vielleicht war es auch gut, dass Großmutter Sloane Kylie nie geliebt hatte. Manchmal kam es ihr so vor, als bestünde die Liebe auch nur aus Pflichten. War es vielleicht sogar ihr Glück, dass die Plattenfirma einen Schritt und ihr die Verantwortung für diese Beziehung abnahm? Aber so sehr sie es auch versuchte, glücklich war sie bei diesem Gedanken nicht. Zum zwölften Mal innerhalb einer halben Stunde sah Kate auf sein Handy. Keine Nachrichten, keine SMS, keine E-Mails. Er runzelte die Stirn, steckte das Handy wieder ein und versuchte, sich auf den Philanthropen auf dem Podium zu konzentrieren, der mit trockener Stimme über die Unterschiede zwischen Solar- und Windenergie referierte und wie beide für neu erbaute Krankenhäuser in entlegenen Gebieten wie beispielsweise Fula oder McMurdo in der Antarktis genutzt werden konnten. Das waren interessante Informationen und alle um ihn herum schienen fasziniert zu sein, aber Kate konnte nur an sein Telefon denken, das rätselhafterweise keine Nachrichten für ihn anzeigte. Es passte gar nicht zu Kylie, sich überhaupt nicht zu melden. Nicht einmal einen Smiley zu schicken, um ihn wissen zu lassen, dass sie an ihn dachte. Bei der Tour gab es sehr oft Phasen, in denen sie einfach nur herumsaß und meist meldete sie sich dann bei ihm, um kurz zu plaudern. Aber seit 24 Stunden hatte er keinen Ton von ihr gehört. Er hatte sie angerufen, aber direkt die Mailbox dran gehabt. Vielleicht war ihr Handy kaputt. Möglicherweise war der Akku leer und sie konnte es erst in ihrem Hotelzimmer wieder aufladen. Er sah auf die Uhr und überlegte, wie spät es jetzt in Portland sein mochte, wo Daphne als nächstes auftreten würde. Er hielt sich gerade in Stockholm auf und war somit neun Stunden weiter. Okay, es musste dort schon spät sein, aber Kylie war während der Tour meist sehr lange wach. War sie etwa eingeschlafen? Er würde noch etwas warten und sie dann noch einmal anrufen. Acht Stunden später war die Konferenz für diesen Tag beendet. Er schüttelte vielen Leuten die Hand und unterhielt sich mit ihnen. Bald würden sie alle zum Abendessen gehen und die Arbeit wurde bis spät in die Nacht fortgesetzt. Das war der perfekte Zeitpunkt, um Kylie anzurufen. Er entschuldigte sich, bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge innerhalb des Konferenzzentrums und fand eine relativ ruhige Ecke, in der er sogar Empfang hatte. Aber sie ging auch jetzt nicht ans Telefon und er kam wieder nur bis zur Mailbox durch. So langsam machte sich Kate Sorgen. Er rief Jerome an. Hey Boss, sagte Jerome, ich wollte sie auch schon anrufen. Ach ja? erwiderte Kate und runzelte die Stirn. Jerome rief ihn äußerst selten an, weil er Kate nur im Notfall belästigte. Wo brennt's denn? Es brennt nirgends, antwortete Jerome. Aber sie haben heute Morgen einen Brief bekommen, der von einer Anwaltskanzlei abgeschickt wurde und als sehr vertraulich gekennzeichnet ist. Ich musste dafür unterschreiben, wollte ihn aber nicht öffnen, da ich nicht wusste, ob sie irgendwelche geheimen Unterlagen erwarten, die ich nicht sehen darf. Ich erwarte nichts in der Art, sagte Kate, der immer ungeduldiger wurde. Machen Sie ihn ruhig auf. Außerdem müssen Sie ein paar Informationen für mich raussuchen über ... Hm? sagte Jerome und unterbrach Kates Redefluss damit. Was ist? Das ist ja seltsam. Es sind Annullierungspapiere. Kate wollte seinen Ohren nicht trauen. Wie bitte? Das sind Unterlagen, mit denen die Ehe zwischen Mr. Kate Christian Archer und Miss Kylie Ann Daniels annulliert werden soll. Grund dafür? Eingeschränkte geistige Fähigkeiten aufgrund von Drogen und oder Alkohol. Er konnte es nicht fassen und war am Boden zerstört. Sie ruft mich nicht an, sie schickt mir keine SMS, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was überhaupt los ist. Hier ist auch eine Nachricht, berichtete Jerome und Kate konnte das Rascheln von Papier hören. Mal sehen, sie wurde am Computer geschrieben, nichts Handschriftliches und keine Unterschrift und auf dem Briefpapier der Anwaltskanzlei. Da steht, lieber Kate, ich kann das nicht mehr, wir wissen beide, dass unsere Ehe ein Fehler war. Es hätte bei der einen Nacht bleiben sollen. Ich lasse die Annullierungspapiere aufsetzen, bitte respektiere meinen Wunsch und versuche nicht Kontakt zu mir aufzunehmen. Alles Gute, Kylie. Blödsinn, fauchte Kate. Hey, hey, rief Jerome überrascht. Es ist Blödsinn, betonte er. Jemand muss sie dazu gezwungen haben. Man drängt sie, die Ehe annullieren zu lassen. Wir haben schon oft gesagt, es wäre nur eine Nacht, aber dabei bleibt es nie. Er schüttelte den Kopf und presste sich das Handy ans Ohr, während er durch den Korridor in Richtung Fahrstuhl stürmte. Kylie würde wenigstens mit mir reden, eine SMS schreiben, auf irgendeinem Weg Kontakt aufnehmen. Die Tatsache, dass sie nicht mal ans Telefon geht, sagt mir, dass da was nicht stimmt. Ich muss persönlich mit ihr reden. Können Sie mir einen Rückflug buchen? Wie bald? So schnell es geht. Dann sollten Sie vielleicht lieber ein Flugzeug chartern. Erledigen Sie es einfach, brummte Kate und hämmerte auf die Fahrstuhlruftaste. Ich will meine Frau sehen, bevor ich irgendwas unterschreibe. 16 Stunden später kam ein völlig erschöpfter Kate in Seattle, Washington an. Daphne Petty würde als nächstes in der Key Arena auftreten und er döste auf dem Rücksitz der Limousine, während er darauf wartete, dass die Kasse geöffnet wurde und er sein reserviertes Ticket und den Backstage-Pass abholen konnte. Als der Schalter endlich offen war, wartete er ziemlich ungeduldig in der Schlange und rannte fast schon in den Backstage-Bereich, als er die Tickets endlich hatte. Dort wurde er jedoch von einem Wachmann aufgehalten. Daphne Petty möchte vor der Show niemanden hinter der Bühne sehen, sagte der Mann. Sie muss sich konzentrieren. Nach der Zugabe ist ein Treffen mit den Fans angesetzt. Kate knirschte mit den Zähnen und wollte sich schon an dem Mann vorbeidrängen. Ich bin ein persönlicher Freund von Daphne Petty, erklärte er und nutzte ihren Namen, obwohl er sie gar nicht treffen wollte. Sie möchte mich ganz bestimmt sehen. Ich bedauere, Sir, erwiderte der Mann. Wir haben unsere Anweisungen. Keinen Einlass vor oder während der Show. Verdammt nochmal. Er war lange genug geduldig gewesen. Knurrend marschierte er einen anderen Korridor entlang, verließ das Gebäude und machte sich auf die Suche nach dem Lieferanteneingang. Kylie hatte ihm erzählt, dass die Angestellten oft in der Nähe der Müllcontainer ihre Raucherpausen machten. Und da stand auch schon eine Frau mit einem Mitarbeiterausweis in der Nähe der Mülltonnen und unterhielt sich mit einer zweiten. Sie hatten beide eine Zigarette in der Hand und erstarrten, als sie ihn sahen. Ermutigt ging er näher heran. Die Frauen drückten rasch ihre Zigaretten aus und versuchten, durch eine Tür zu verschwinden. Warten Sie, rief Kate, als sie davon eilten. Er lief ihnen hinterher und konnte die Tür gerade noch erwischen, bevor sie ins Schloss fiel. Er stemmte sich dagegen und sagte nur ein einziges Wort. Kylie? Die beiden Frauen sahen sich an. Sie darf niemanden empfangen, sagte die Jüngere. Die Plattenfirma setzt sie ziemlich unter Druck. Ich bin gerade aus Schweden hergeflogen, erklärte er und war der Verzweiflung nahe. Und wenn ich meine Frau nicht bald sehe und erfahre, was hier eigentlich los ist, drehe ich noch durch. Bitte. Ich gebe Ihnen auch Geld, so viel Sie wollen. Ich kaufe Ihnen Autos, Privatinseln, was immer Ihnen einfällt. Lassen Sie mich nur rein, okay? Wieder sahen sich die beiden Frauen an. Nein, Snoopy, meinte die Ältere. Du weißt ganz genau, dass wir nicht in diese Sache verwickelt werden wollen. Snoopy, rief Kate und nutzte die Gelegenheit. Er drückte sich fester gegen die Tür, nicht dass die beiden noch versuchten, ihn rauszudrängen. Sie kennen doch meine Kylie, oder? Sie machte ein betretenes Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie würden es mir doch sagen, wenn sie unglücklich ist, oder nicht? Denn sie antwortet nicht auf meine Nachrichten und ich mache mir große Sorgen um sie. Ich möchte nur wissen, ob es ihr gut geht. Die ältere Frau starrte ihn mit versteinerter Miene an, aber er konnte erkennen, dass die andere zögerte. Nach einem Augenblick sagte Snoopy, sie konnte ihn nicht schreiben, weil ihr Handy kaputt ist. Die Ältere warf die Hände in die Luft. Ihr Handy ist kaputt? fragte er und konnte es nicht fassen, dass es so eine einfache Erklärung geben sollte. Wenn das alles war, was sollte dann der andere Vorwand? Warum wollte sie die Ehe annulieren? Daphne ist draufgetreten, sprudelte es aus Snoopy heraus, nachdem sie Kylie mit dem Blumentopf beworfen hat. Er verspannte sich am ganzen Körper. Was? Großer Gott, jetzt hat sie es geschafft, murmelte die Ältere. Vergiss es Snoopy, den wirst du jetzt nicht mehr los. Sie starrte die jüngere Frau wütend an und schüttelte den Kopf. Ich gehe wieder rein, diese Sache ist mir sowas von egal. Wenn du mit ihm reden willst, dann geht das allein auf deine Kappe. Snoopy sah der anderen Frau unsicher nach, blieb jedoch stehen. Als die Ältere nicht mehr zu sehen war, schaute sie Kate an. Mein Name ist Carmilla und nicht Snoopy und in den letzten Tagen war hier ziemlich die Kacke am Dampfen. Was ist los? Was ist mit Kylie passiert? Angst und Zorn rangen in ihm um die Vorherrschaft. Warum hat sie Kylie mit einem Blumentopf beworfen? Daphne war einfach unkontrollierbar, gab Snoopy, nein, Carmilla zu. Sie hat einen Arzt, der mir Kopfschmerztabletten für sie gegeben hat. Sie malte Anführungszeichen in die Luft und verdrehte die Augen. Aber ich bezweifle, dass die Pillen wirklich Schmerztabletten sind. Das Problem ist, dass sie bis letzte Woche praktisch davon gelebt hat. Aber jetzt bittet sie mich überhaupt nicht mehr darum, was nur bedeuten kann, dass sie irgendwas anderes nimmt und das Zeug lässt sie förmlich durchdrehen. Sie schüttelte den Kopf. Neulich hat sie, nun ja, ich glaube, sie hat sich einfach Kylies Handy geschnappt und darin herumgeschnüffelt. Dann hat sie Kylie mit allem beworfen, was ihr in die Finger kam. Aber Kylie geht es gut, es waren nur zwei Stiche nötig. Was? stieß er hervor. Sie musste genäht werden? Und die Gehirnerschütterung war nicht so schwer. Was? Sie hatte eine Gehirnerschütterung? Hatten denn jetzt alle den Verstand verloren? Sein Schreck darüber, dass Daphne ihre privaten Fotos und SMS gesehen hatte, verblasste bei der Vorstellung, dass Daphne auf Kylie losgegangen war. Er hatte vermutet, dass sie eifersüchtig sein würde, wenn sie von ihrer Beziehung erfuhr, hätte sich aber nie träumen lassen, dass sie Kylie wehtun könnte. Seine Hilflosigkeit stachelte seinen Zorn noch weiter an. Während seine Frau angegriffen worden war, hatte er sich im Ausland auf einer Konferenz herumgetrieben. Er kam sich vor wie ein egoistisches Arschloch. Nur seinetwegen war sie überhaupt verletzt worden. Wollte sie die Ehe aus diesem Grund annulieren? Er deutete auf die Tür, während er vor Zorn zitterte. Wenn Sie mich jetzt nicht reinlassen, dann… Snoopy schüttelte den Kopf. Keine Sorge, ich lasse sie rein. Es kann sein, dass ich dann Ärger mit der Plattenfirma bekomme, aber ich habe nichts zu verlieren. Und ich kann es nicht länger ertragen, was sie alles machen. Außerdem sind Sie nicht der Einzige, der Daphnes Mist nicht mehr aushält. Mit diesen Worten zog sie ihren Ausweis durch das Kartenlesegerät an der Tür und bedeutete Kate, dass er ihr folgen sollte. Er stürmte durch das Gebäude, da er Kylie unbedingt sehen musste. Er musste wissen, ob es ihr gut ging und ob sie nicht schlimmer verletzt war, als man ihm gesagt hatte. Seine Sorge brachte ihn fast um den Verstand. Es war absolut untypisch für ihn, dass er vor Zorn kaum noch klar denken konnte, aber in diesem Augenblick war er nicht länger der ruhige, umgängliche Typ, als den ihn seine Freunde kannten. Seine Frau war bedroht worden und nichts anderes hatte für ihn noch eine Bedeutung. Dann bog er um eine Ecke und betrat den Raum. Da war Kylie, die mit dem Rücken zu ihm vor dem Schminkspiegel saß. Daphne war nirgendwo zu sehen und im Raum herrschte Totenstille. Die Leichtigkeit und Fröhlichkeit, die dort sonst üblich war, schien völlig verpufft zu sein. Kylie, sagte er und trat näher. Sie drehte sich zu ihm um und er sah die riesige Beule auf ihrer Stirn und den Verband, der die genähte Wunde verbarg. Obwohl sie geschminkt war, sah sie blass aus und sie schaute ihn zögerlich an. Bei ihrem Anblick brach ihm beinahe das Herz. Seine liebevolle, süße, offene Kylie sah ihn an, als hätte sie Angst, als hätte sie jeglichen Mut verloren. Kate wurde noch wütender. Als Kylie ihn sah, erstarrte sie und das tat sogar noch mehr weh. Als könnte sie sich ihm nicht nähern. Als wäre es ihr verboten. Er breitete die Arme aus und wartete, wie sie reagieren würde. Wurde sie zu ihm kommen oder hatte er sie wirklich für immer verloren? Sie starrte ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann verzog sie das Gesicht und warf sich weinend in seine Arme. Unglaublich erleichtert streichelte er ihr über das Haar und den Rücken. Ich habe dich, Liebes, murmelte er. Ich habe dich. Es fühlte sich unglaublich an, Kylie in den Armen zu halten. Auf einmal war es ihm völlig egal, dass sie die Formulare zur Annullierung ihrer Ehe unterschrieben hatte. Auch ihr vorheriges Zögern machte ihm nichts mehr aus. In dem Augenblick, in dem sie in seine Arme stürzte und sich an ihn klammerte, wusste er, dass sie noch eine Chance hatten. Er wusste, dass sie ihn immer noch genauso brauchte, wie er sie. Weine nicht, Liebes, murmelte er. Er legte ihr die Hände auf die Wangen und sah sich die hässliche Wunde auf ihrer Stirn genauer an. Sie hatte sich an den Rändern lila Farben und Gelb verfärbt, was bedeutete, dass sie noch schlimmer ausgesehen haben musste und jetzt langsam verblasste. Wenn er nur darüber nachdachte, wallte die Wut schon wieder in ihm auf, aber er zwang sich, ruhig zu bleiben. Ich bin hier, ich werde mich um dich kümmern. Aber sie schüttelte den Kopf und ihr liefen erneut Tränen über die Wangen. Ich kann dich nicht haben, Kate. Warum nicht? Was spricht dagegen? Sie biss sich auf die Unterlippe und sah für einen Augenblick so unfassbar traurig aus, dass es ihm fast das Herz brach. Erzähl es mir, bat er sie leise. Vertrau mir. Kylie sah aus, als wäre sie hin- und hergerissen. Dann sah sie sich um und klammerte sich an sein Hemd, als könnte sie ihn unmöglich loslassen. Kate, ich, ich soll dir sagen, dass du dich nicht für mich entscheiden darfst. Du musst dich für Daphne entscheiden, okay? Sie schniefte jämmerlich. Wir beide, das darf einfach nicht sein. Fing sie jetzt schon wieder mit Daphne an? Kates Zorn flackerte wieder auf. Geht es mal wieder darum, dass sich Daphne wie eine verwöhnte Göre aufführt? Kylie schwieg und wandte den Blick ab. Aber ihre Reaktion sagte ihm alles, was er wissen musste. Hat jemand von unserer Beziehung erfahren, Kylie? Hast du deshalb die Annullierung beantragt? Meldest du dich aus diesem Grund nicht mehr? Setzt man dich unter Druck und zwingt dich, die Sache mit mir zu beenden, weil Daphne deswegen unglücklich ist, vermutete er. Eine Träne lief Kylies Wange herunter. Ich darf nicht darüber reden, flüsterte sie. Das steht so in meinem Vertrag. Seine Wut, die immer größer wurde, drohte sich Bahn zu brechen. Das ist es also. Es ist nicht etwa so, als hättest du beschlossen, dich von mir zu trennen. Vielmehr hat Daphne entschieden, dass niemand ihr Spielzeug haben kann, wenn sie es nicht kriegt. Kylies Blick spiegelte ihr Elend und ihren Herzschmerz wieder. Ich sitze in der Klemme, gab sie zu. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Er streichelte ihr über die Wangen. Dann lass mich das regeln, sagte er mit sanfter Stimme und küsste ihren süßen Mund. Lass zu, dass dein Ehemann sich darum kümmert. Die Tatsache, dass sie noch immer skeptisch aussah, tat ihm in der Seele weh. Oder willst du, dass ich mich für Daphne und nicht für dich entscheide? Das wird nie passieren, nicht jetzt und nicht in ferner Zukunft. Und weißt du auch, warum? Warum? fragte Kylie ganz leise. Weil sie dir nicht das Wasser reichen kann. Er war jetzt umso entschlossener, sie zu überzeugen. Als ich jünger war, habe ich Daphne geliebt. Sie war mutig und brillant und konnte mit ihrem Lächeln einen ganzen Raum verzaubern. Als alle sagten, sie würde mal ein Superstar, habe ich ihnen geglaubt, weil sich jeder sofort in Daphne verliebt hat, sobald er sie kennenlernte. Sie war der charmanteste Mensch, der mir je begegnet ist. Und ich war bis über beide Ohren in sie verliebt. Seitdem ich ein armer, 15-jähriger Junge war, habe ich darauf gewartet, dass Daphne meine Gefühle bemerkt und erwidert. Mein halbes Leben lang habe ich darauf gewartet. Er verzog das Gesicht und grinste schief. 15 vergeudete Jahre. Und warum? Kylie schwieg. Weil sie sich verändert hat, während ich damit beschäftigt war, mich in jemanden zu verwandeln, der ihrer würdig ist. Sie ist jetzt ein gemeiner Mensch. Jemand, der seinen Angestellten dumme, boshafte Spitznamen gibt, weil er sich nicht die Mühe machen will, sich ihren richtigen Namen zu merken. Sie ist verwöhnt, launisch und egoistisch. Jemand, der anderen schadet, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre in Ordnung, dass es nur eine Phase wäre, dass sie es irgendwann überwunden hätte und wir dann zusammen sein könnten. Kylie schloss die Augen. Ihr sonst immer so perfektes Make-up war in den Augenwinkeln verschmiert und drohte ihr die Wangen herunterzulaufen. Für ihn hatte sie nie schöner ausgesehen. Und dann ist mir in der Nacht, in der Daphnis Tour angefangen hat, klar geworden, dass sie sich nie ändern wird. Dass sie jetzt so ist und dass ich die ganze Zeit blind gewesen bin. Und weißt du, warum ich das gemerkt habe? Weil ich jemanden kennengelernt habe. Jemanden, der so mitfühlend ist, dass er meinen Schmerz bemerkte und versucht hat, mir Gesellschaft zu leisten, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Eine Frau, die mich nach Hause gefahren hat, um sicherzustellen, dass mir nichts passiert, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Eine Frau, die sich mir so süß hingegeben hat, als ich sie darum gebeten habe und die nichts dafür verlangt hat. Er streichelte ihre weiche Wange und legte ihr eine Hand unter das Kinn. Dann zwang er sie, ihm in die Augen zu sehen. Und da ist mir klar geworden, dass ich mein ganzes Leben lang hinter dem falschen Menschen hergejagt bin. Er sah, wie ihre Lippen zitterten und wie sie die Augen schloss. Doch er sprach weiter, weil er es loswerden musste, damit sie es verstand. Ich habe mir eingebildet, ich würde eine egoistische, verwöhnte Göre wollen, weil ich mich daran erinnert habe, wie sie früher gewesen ist und immer gehofft habe, dass sie unter dieser glamourösen Schale noch immer derselbe Mensch ist. Ich hatte vergessen, dass Menschen sich ändern. Und vielleicht habe ich das ja auch getan. Denn, obwohl ich doch angeblich von Daphne besessen war, musste ich immer wieder an Kylie denken. An Kylies Küsse und die Art, wie sie mich lächeln lässt, selbst wenn ich in Melancholie versenken will. Wie Kylie selbst dann, als ich sie bedrängt habe, nie grausam oder gemein geworden ist. Sie ist immer freundlich, großzügig und liebevoll. Und dann habe ich mich gefragt, was ich tun würde, wenn Kylie mich verlässt. Und weißt du, was ich dann tun würde? Was? Ihre Stimme klang ganz leise und so voller Hoffnung. Ich würde den Rest meines Lebens darauf warten, dass sie zu mir zurückkehrt. Er nahm ihre Hand und küsste ihre Handfläche. Ich habe 15 Jahre meines Lebens für jemanden vergeudet, der es nicht wert war. Dann kann ich auch ein ganzes Leben lang auf jemanden warten, der das verdient. Oh, Kate, sagte Kylie mit zittriger Stimme. Ich liebe dich, Kylie. Ich weiß, dass das Timing schlecht ist. Ich weiß, dass ich nicht immer fair gewesen bin, aber ich liebe dich. Nicht Daphne. Daphne habe ich nie wirklich geliebt. Ich liebe dich, weil du alles bist, was sie nicht ist. Du bist diejenige, mit der ich mein Leben teilen möchte. Du bist diejenige, neben der ich jeden Morgen aufwachen möchte. Du bist diejenige, die ich bei mir haben und jede Nacht in meinen Armen halten möchte. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass unsere Ehe annuliert wird. Aus irgendeinem Grund bewirkten seine Worte, dass ihm Kylie ihre Hand entzog. Sie verzog erneut das Gesicht. Ich will auch keine Annullierung, aber mein Vertrag. Sie wollen dich vertraglich dazu zwingen? Wieder explodierte dieser sengend heiße Zorn in Kate. Dann war Kylie überhaupt nicht das Problem, sondern Daphne. Es lag wie immer an Daphne. Diese verwöhnte Göre soll verdammt sein. Sie ist der schrecklichste Mensch, dem ich je begegnet bin. Wahrscheinlich will sie nur nicht, dass andere Menschen glücklich sind, weil sie es nicht ist. Mach dir wegen Daphne keine Sorgen. Um sie werde ich mich schon kümmern. Das ist nicht nötig, sagte eine seltsam-ausdruckslose Stimme hinter ihnen. Die verwöhnte Göre hat alles mit angehört. Kylie verspannte sich in Kates Armen. Nein, er würde nicht länger zulassen, dass sie terrorisiert wurde. Weder durch Taten noch durch Worte. Er legte die Arme fester um Kylie und sah sich zu Daphne um. Sie hatte bereits das Kostüm für die Eröffnungsnummer an, ein flatterndes Kleid, das an Meereswellen erinnerte und sie trug eine grelle, platinblonde Perücke. Unter den dicken Locken wirkte ihr Gesicht jedoch kränklich und ihre Augen waren leer. Sie hatte die dürren Arme um ihren Oberkörper gelegt und Kate stellte fest, dass sie dünner war, als er sie jemals zuvor gesehen hatte. Möglicherweise bin ich eine verwöhnte Göre, sagte Daphne, und auch gemein und egoistisch. Vielleicht brauche ich aber auch nur die Gewissheit, dass jemand für mich da sein wird, egal wie schrecklich ich mich benehme. Ihre glitzernden Lippen bebten. Aber da habe ich mich wohl geirrt, was? Sie drehte sich um, ging weg und riss die Doppeltür auf, die in ihren privaten Backstage-Bereich führte. Auf einmal herrschte Totenstille. Hey, sollen wir hinterhergehen? fragte eine der Tänzerinnen. Sie soll in fünf Minuten auf der Bühne sein. Ich werde ihr nicht hinterherlaufen, erklärte Snoopy Carmela. Sonst kriege ich auch noch wie Kylie eine Vase an den Kopf. Kate konnte es ihr nicht verdenken. Lasst sie einfach in Ruhe, soll sie doch schmollen. Ihm war in diesem Augenblick völlig gleichgültig, was Daphne tat. Die Beule an Kylies Stirn, an der Stirn der Frau, die immer nur freundlich und mitfühlend war, hatte es geschafft, jeden Rest von Zärtlichkeit, den er für Daphne empfand, zu zerstören. Daphne hatte eine Angestellte angegriffen, und dafür sollte man sie verklagen. Doch stattdessen setzte man Kylie unter Druck, damit sie ihn verließ, nur damit Daphne zufrieden war. Diese Ungerechtigkeit war kaum zu ertragen. Ebenso wenig wie Kylies nächste Worte. Du solltest ihr hinterhergehen, Kate. Er sah sie ungläubig an und schüttelte den Kopf. Ich bin heute wegen dir hier und nur wegen dir. Das weiß ich, sagte Kylie leise. Aber du weißt nicht, wie sich Daphne in den letzten Wochen verhalten hat. Sie zerbricht, Kate, sie ist völlig am Boden zerstört und keiner weiß, was man dagegen unternehmen kann. Nein, sie hatte ihre Chance. Sie hätte sich bei dir entschuldigen sollen, sie hätte versuchen sollen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Stattdessen lässt sie dich von ihren Leuten unter Druck setzen. Ich werde mich jedenfalls nicht von ihr schikanieren lassen. Aber Kylie schüttelte den Kopf und umklammerte sein Revers. Es geht hier nicht ums Schikanieren. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Kate, aber ich finde trotzdem, dass du ihr hinterhergehen solltest, verstehst du? Sie steht in letzter Zeit wirklich neben sich. Das ist offensichtlich, erwiderte er und strich mit einem Daumen über Kylies Augenbraue, ohne dabei die Schwellung zu berühren, deren Anblick ihn immer noch wütend machte. Kylie sah ihn mit großen, flehenden Augen an. Es geht hier nicht mehr darum, was sinnvoll ist oder wer wen begehrt. Ich, ich mache mir einfach Sorgen, dass sie sich etwas antun könnte, verstehst du? Sie hat sich nicht mehr unter Kontrolle und du warst der Einzige, auf den sie überhaupt noch hören wollte. Und jetzt, wo sie dich auch nicht mehr hat, weiß ich nicht, was sie tun wird. Bitte rede einfach mit ihr, okay? Er zögerte, seufzte dann aber. Das ist einer der Gründe, aus denen ich dich liebe, Kylie Daniels, sagte er und küsste sie zärtlich, weil du dir immer dein weiches Herz bewahrst. Ich liebe dich auch, flüsterte sie. Sehr sogar, auch wenn ich es nicht tun sollte. Das ist doch Blödsinn. Natürlich solltest du mich lieben. Es ist mir völlig egal, was die Plattenfirma sagt oder wozu sie dich zwingen will. Was immer sie auch glauben, gegen dich in der Hand zu haben, damit werde ich schon fertig. Vertraust du mir? Sie nickte langsam. Wir werden später darüber reden. Erstmal, ja, erstmal gehe ich zu Daphne. Aber das tue ich nur für dich. Kate küsste Kylie noch einmal, drehte sich dann um und ging zu der Tür, durch die Daphne verschwunden war. Ihm fiel auf, dass ihn keiner ihrer Angestellten begleitete und das sprach Bände. Jegliche Loyalität oder Zuneigung, die sie Daphne gegenüber einmal empfunden haben mochten, war längst verraucht. Es war schon traurig, dass sie eigentlich glücklich und zufrieden sein sollte bei dem, was sie erreicht hatte und es jetzt niemanden mehr gab, dem etwas an ihr lag. Am Ende des Flurs stand ein einsamer Wachmann vor einer Tür, hinter der Daphnes Garderobe sein musste. Kate marschierte mit grimmiger Entschlossenheit darauf zu. Ich bin hier, um Daphne zu sprechen, sagte Kate zu dem Mann, auch wenn das eigentlich offensichtlich war. Sie muss auf die Bühne und ihre Assistenten machen sich Sorgen, dass sie sich etwas antun könnte. Ich soll niemanden reinlassen, erwiderte der Mann langsam. Tja, meinte Kate und zückte sein Portemonnaie. Er nahm einige Hunderte heraus und reichte sie dem Mann. Ich bin mir sicher, dass das bei ihren Fans auch durchaus ratsam ist. Aber ich bin kein Fan. Ich bin ein Freund, der sich Sorgen um sie macht. Uns bleiben daher zwei Möglichkeiten. Entweder tun wir so, als hätte ich sie überwältigt und wäre gewaltsam eingedrungen, oder sie nehmen das Geld und haben die Gewissheit, dass sie bei mir einen Job bekommen, falls Daphne sie feuern sollte. Ich werde auf jeden Fall durch diese Tür gehen. Die Methode hängt ganz allein davon, ab, wie sie sich entscheiden. Der Mann zögerte, nahm Kate dann die Banknoten aus der Hand und steckte sie sich in die Tasche. Ich kriege nicht genug Geld für diesen Scheißmann. Wenn man sich mit diesem ganzen Scheiß rumschlagen muss, sollte man deutlich mehr Kohle bekommen. Er schüttelte den Kopf und trat beiseite. Ich mach mal ne Pinkelpause. Danke, murmelte Kate und versuchte, die Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Er klopfte an, während der Wachmann langsam wegging. Daphne, lass mich rein, ich bin's, Kate. Schweigen. So langsam machte er sich wirklich Sorgen. Hatte Kylie vielleicht recht und Daphne hatte sich etwas angetan? Sie hatte ja schon einmal in seiner Gegenwart eine Überdosis genommen. Daphne, fragte er und klopfte etwas lauter. Lass mich rein, das ist mein Ernst, du musst auf die Bühne, da draußen stehen 2000 Fans und warten auf dich. Er bekam keine Antwort. Die Tür bestand aus schwerem Metall und würde sich nicht so einfach auftreten lassen. Er dachte kurz nach, holte seine schwarze Kreditkarte aus dem Portemonnaie und schob sie in den Türspalt, um das Schloss damit zu öffnen. In den Filmen sah das immer ganz leicht aus. Fünf Minuten später war seine Karte völlig verkratzt, aber die Tür ging schließlich auf. Kate stürzte in den Raum und sah sich nach Daphne um. Am anderen Ende des Raums stand ein knallrotes, altmodisches Sofa, auf dem Daphnes schmale Gestalt zu sehen war. Kate ging auf sie zu. Daph? Keine Antwort. Er rannte den Rest des Weges und drehte Daphne dann auf den Rücken. Sie hatte die Augen verdreht und neben ihr standen drei leere Medikamentendöschen. Eine Tablette steckte noch in ihrem Mundwinkel und ihr lief Speichel am Kinn herunter. Verdammt! Kylie hatte richtig vermutet. Er steckte sich die Döschen in die Tasche und hob Daphnes zerbrechlichen Körper hoch. Halte durch, Daphne! Dann trug er sie in den Backstage-Bereich, um von dort einen Krankenwagen zu rufen. Schuldgefühle waren überhaupt nicht schön, stellte Kylie fest. Sie saß neben Kate im Wartezimmer der Notaufnahme. Ansonsten waren nur Snoopy und Daphnes Manager aufgetaucht. Alle anderen riefen ihre Kontakte an und ließen ihre Beziehungen spielen, denn sobald bekannt wurde, dass Daphne Patty ihre Nordamerika-Tour abbrechen musste, waren sie arbeitslos und mussten sich neue Jobs suchen. Kate saß schweigend da, hatte ein Buch auf dem Schoß und notierte sich etwas auf einem Zettel. Kylie rieb geistesabwesend seine Schulter, da sie für ihn da sein, ihn aber nicht mit Beschlag belegen wollte. Seltsamerweise fühlte sie sich schuldig, weil sie hier bei ihm saß. Weil sie sich darüber freute, dass er da war, obwohl Daphne gerade der Magen ausgepumpt wurde und man um ihr Leben kämpfte. Kylie kam es bei nahe so vor, als würde sie von Daphnes Problemen profitieren. Schließlich bekam sie doch den Mann, oder nicht? Während Daphnes Karriere vermutlich vorüber war. Das kam ihr irgendwie nicht richtig vor. Ein Arzt kam herein und Kate sprang gleichzeitig mit Daphnes Manager auf. Sie schläft jetzt, teilte ihnen der Arzt mit. Wir behalten sie noch ein paar Stunden auf der Intensivstation, aber sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Kylie beobachtete, wie Kate erleichtert die Schultern sinken ließ. Daphnes Manager nickte nur und zückte sofort sein Handy. Kate sah den Mann an und schürzte angewidert die Lippen. Kopfschüttelnd setzte er sich wieder neben Kylie und vergrub das Gesicht an ihrem Hals. Sie umarmte ihn und sah zu Snoopy hinüber, die sich von ihnen abgewandt hatte und vermutlich ebenso hin- und hergerissen war wie Kylie. Keiner von ihnen wollte, dass sich Daphne zugrunde richtete, nur damit Kylie glücklich sein konnte. Nicht einmal Kylie selbst. Geht es dir gut? murmelte Kylie und strich Kate mit den Fingern durchs Haar. Er nickte und sie spürte seinen Atem auf der Haut. Ich sollte Daphs Familie anrufen und sie wissen lassen, dass keine Gefahr mehr besteht. Sie sollten es lieber von mir hören, bevor sie es aus den Nachrichten erfahren. Er richtete sich auf, zog sein Handy aus der Tasche und fluchte leise. Kein Empfang. Kylie stieß ihn sacht an. Dann geh nach draußen. Ich warte hier und hole dich, falls sich etwas ändert. Er warf ihr einen dankbaren Blick zu, küsste sie, stand auf und ging dann durch den Flur in Richtung Parkplatz, wie Kylie vermutete. Der Manager folgte ihm, der sein Handy durch die Luft schwenkte und offenbar ebenfalls keinen Empfang hatte. Jetzt waren nur noch sie und Snoopy da. Carmela, großer Gott, sie war ja schon genauso schlimm wie Daphne. Carmela sah Kylie an. Sie zögerte kurz, stand dann auf und setzte sich neben sie. Können wir reden? Aber natürlich, erwiderte Kylie und versuchte, sie anzulächeln. Sie konnte sich schon denken, worum es ging. Die Sache ist die, Carmela rutschte unruhig auf ihrem Stuhl herum. Sie kaute kurz auf ihrer Unterlippe und fuhr dann fort. Daphne ist mir nicht besonders sympathisch, vermutlich geht das im Moment fast jedem so und ich finde es schrecklich, was sie mit dir gemacht hat. Das hier. Sie deutete auf Kylies Stirn und ihre Beule. Aber, hakte Kylie nach, die schon ahnte, was jetzt kommen würde. Aber ich fühle mich auch sehr unwohl dabei, wenn du und dieser Mann so rumknutschen, während Daphne im Krankenhaus liegt. Es fühlt sich, ich weiß nicht, irgendwie respektlos an. Ich weiß, erwiderte Kylie und seufzte. Ihr ging es genauso und sie kam sich vor, als wäre sie ein widerlicher Mensch, weil sie glücklich war. Ich meine, konntet ihr nicht einfach warten, bis die Tour vorbei ist, bevor ihr miteinander glücklich werdet? Ihr wusstet doch beide, wie schwach sie ist. Es ist ja nicht so, als ob das hier, sie machte eine umfassende Armbewegung, irgendjemanden überraschen würde. Kylie nickte und ihre Schuldgefühle wurden immer größer. Benahm sie sich Daphne gegenüber wirklich derart unfair? Niemand stellte in Frage, dass die Sängerin labil war. Aber war es fair, dass alle anderen ihr Glück erst einmal zurückstellen sollten, nur damit der kostbare Popstar sich nicht aufregte? Aber hatte sie nicht einen Vertrag unterschrieben, der sie genau zu dieser Handlungsweise verpflichtete? Irgendwie tut sie mir auch leid. Ich habe fast das Gefühl, dass sie im Augenblick gar niemanden mehr hat. Carmela rang die Hände. Und einerseits denke ich, dass sie es verdient hat, andererseits aber auch wieder nicht. Verstehst du das? Das verstehe ich sogar sehr gut, sagte Kylie leise. Sie dachte ja genau dasselbe. Bei jedem Klingeln des Telefons sackte Kates Magen weiter in Richtung Kniekehlen. Himmel, wie er es hasste, Audrey anrufen und ihr die schlechte Nachricht überbringen zu müssen. Niemand hatte es verdient, so etwas per Telefon zu erfahren. Er dachte an das letzte Mal, als Audrey, Daphne und er zusammen gewesen waren, ebenfalls in einem Krankenhauszimmer. Daphne hatte eine Überdosis genommen, nachdem sie mit ihm geschlafen hatte. Um Audrey zu verletzen und an die Tabletten heranzukommen, die Kate vor ihr versteckt und nur in den vom Arzt verschriebenen Mengen ausgegeben hatte. Aber Daphne hatte sich noch nie an die Regeln gehalten. Nach dem vierten Klingeln ging Reese dran. Es ist verdammt früh, knurrte er ins Telefon. Ich hoffe für dich, dass es wichtig ist. Es geht um Daphne, sagte Kate ruhig. Kannst du Audrey ans Telefon holen? Sie sollte wissen, dass ihre Schwester letzte Nacht wieder eine Überdosis genommen hat. Verdammt! Reese fluchte so laut, dass Kate zusammenzuckte. Diese egoistische kleine Schlampe, wenn sie wüsste, was Audrey … Neben ihm war eine leise Frauenstimme zu hören und dann raschelte es, weil das Telefon weitergegeben wurde. Hallo? Selbst über das Telefon klang Audrey völlig kontrolliert. Eisern. So völlig anders als die schwache, labile Daphne. Hey, Odd, murmelte er. Wie geht's dem Baby? Dem Baby geht es gut, Kate. Und dir? Wie geht es dir? Auch gut. Wie wäre es, wenn du jetzt aufhören würdest, um den heißen Brei herumzureden? Was immer es auch ist, ich werde es schon aushalten. Irgendwie war er sowieso davon ausgegangen. Sie wurde damit vermutlich besser fertig als ihr Mann. Wenn es jemanden gab, der während einer Krise stark blieb, dann war das Audrey. Es geht um Daphne. Sie hat sich gestern vor ihrem Konzert schrecklich aufgeregt, eingeschlossen und einen Haufen Tabletten geschluckt. Am anderen Ende der Leitung herrschte Totenstille. Daher sprach er schnell weiter. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, man hat ihr den Magen ausgepumpt und sie wird es überleben. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, damit du dir keine Sorgen machst. Danke, erwiderte sie mit ausdrucksloser Stimme. Einen Moment lang klang sie beinahe so wie Daphne. Sie wird in ein paar Stunden von der Intensivstation entlassen und ich gehe zu ihr, sobald sie Besuch empfangen darf. Aber wenn du herkommst, dann kannst du bestimmt... Ich werde nicht kommen, Kate. Wegen des Babys? Darfst du nicht fliegen? Lass mich mal mit Reese reden, dann können wir einen Fahrer arrangieren und... Nein, unterbrach Audrey ihn mit entschlossener Stimme. Das heißt, dass ich nicht kommen werde. Ich habe Daphne klipp und klar gesagt, dass ich nichts mehr von ihr wissen will, wenn sie sowas noch einmal macht. Ich kann das nicht mehr. Ich werde nicht jedes Mal zu ihr geeilt kommen, wenn Daphne mal wieder nicht mit der Realität klarkommt und beschließt, Tabletten zu nehmen um andere Menschen daran zu erinnern, wie verletzlich sie ist. Daher werde ich nicht zu ihr fahren, ihre Hand tätscheln und ihr sagen, dass alles in Ordnung ist, damit sie das alles immer wieder machen kann. Ich habe ihr beim letzten Mal geschworen, dass ich es nicht mehr tun werde und das war mein voller Ernst. Ihre Stimme zitterte, als würde sie kurz die Kraft verlassen. Hast du Gretchen schon angerufen? Daphne's große Schwester? Ich... Nein, noch nicht. Gut, überlass das mir. Ich rede mit Gretchen. Bist du sicher? Das war eine ziemliche Aufgabe für eine schwangere Frau. Ich bin mir sicher, antwortete Audrey. Wir wissen beide, dass sie in einer Krise nicht zu gebrauchen ist. Sie wird nur plappern wie ein Baby und eine Menge Dinge sagen, die sie gar nicht so meint und damit alles nur noch schlimmer machen. Kate musste unwillkürlich grinsen. Audrey hatte nicht Unrecht. Gretchen neigte dazu, erst den Mund aufzumachen und dann nachzudenken. Kann ich irgendwas für dich tun, Odd? Von Freund zu Freund. Sie dachte kurz nach. Ja, jetzt schwankte ihre Stimme wieder. Du kannst meiner Zwillingsschwester eine Heidenangst anjagen, damit sie so etwas ja nie wieder tut. Ich werde sehen, was sich machen lässt, erwiderte er leise. Versprochen. Ich weiß, dass das nicht nett ist, Kate, fügte Audrey hinzu. Aber wir dürfen das nicht länger mitmachen. Ich kann es jedenfalls nicht mehr. Ihre Stimme klang erstickt. Es raschelte erneut und er hatte wieder Reese am Apparat, dessen sonst so nonchalante Stimme sanft klang. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast, Mann. Audrey wird sich melden, wenn was ist, okay? Okay. Willst du uns auf dem Laufenden? Klar, versicherte Kate ihm. Verdammt. Warum war Daphne bloß derart entschlossen, gleich das Leben so vieler Menschen zu ruinieren? Er wusste, dass Audrey das unglaublich schwer fiel. Aber gleichzeitig beneidete er sie auch um ihre konsequente Haltung. Es wurde Zeit, dass er es ihr nachtat. Einige Stunden später erlaubte Daphnes Arzt, dass man sie besuchte. Kylie war in ihr Hotelzimmer zurückgefahren, um ein wenig zu schlafen, nachdem sie die ganze Nacht gewartet hatte, aber Kate wollte noch bleiben. Irgendjemand musste für Daphne da sein. Warum also nicht er? Als sie ihn endlich zu ihr ließen, stellte er erleichtert fest, dass Daphne nicht mehr auf der Intensivstation lag, sondern in ein privates Krankenzimmer verlegt worden war. Sie drehte sich mit schwachem Lächeln zu ihm um und sah ihn mit verwundetem Blick an. Hey, du. Hey, Daph, erwiderte er, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben das Bett. Wie fühlst du dich? Wie ausgekotzt. Er schüttelte den Kopf. Du erwartest jetzt bestimmt, dass ich dir Vorhaltungen mache, aber deswegen bin ich nicht hier. Daphne zupfte an der Infusion in ihrer Hand herum. Das überlässt du lieber Audrey, was? Nein, Audrey wird nicht kommen. Daphnes von Venen überzogene, klauenartige Hand erstarrte. Sie... Was? Sie wird nicht kommen. Sie sagte, sie hätte dich beim letzten Mal gewarnt, dass sie das nicht mehr tun würde. Er kam sich schrecklich vor, Daphne diese schmerzhafte Botschaft überbringen zu müssen, aber was blieb ihm anderes übrig? Und Gretchen wird auch nicht herkommen. Als er Daphne ansah, flatterten ihre Augenlider und sie schniefte laut, um sich dann mit dem Handrücken die Nase abzuwischen. Ach, scheiß doch auf sie. Sie unterstützen ihre leidende Schwester nicht? Wie sie meinen. Sollen sie mir doch beide den Buckel runterrutschen? Die perfekte Audrey hat ihr bestimmt auch einen Vortrag darüber gehalten, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin, richtig? Das hat sie nicht, antwortete Kate. Sie war sehr besorgt. Du weißt doch, dass sie dich liebt. Und das ist auch für sie eine sehr stressige Zeit. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie schwer es mir gefallen ist, einer schwangeren Frau mitzuteilen, dass ich ihre Schwester erneut das Leben nehmen wollte? Daphne schniefte. Wenigstens habe ich dich. Da irrst du dich, korrigierte Kate sie. Nicht nach dem heutigen Tag. Sie riss die Augen auf. Ich habe dich immer geliebt und als Freundin betrachtet, Daph, immer. Aber ich sehe jetzt nach vorn und wollte dich das nur wissen lassen. Außerdem wollte ich dir das hier zeigen, damit du informiert bist. Er reichte ihr den Zettel, auf dem er den ganzen Abend herumgekritzelt hatte. Sag mir, was du davon hältst. Sie nahm das Blatt, überflog die ersten Zeilen und rümpfte die Nase. Ich bin mit Daphne Patty aufgewachsen und kannte sie schon, als sie noch ein rothaariges Mädchen mit Sommersprossen war, das gern im Mittelpunkt stand. Das hat sich in all den Jahren, die ich sie kannte, nie geändert. Sie ließ das Blatt sinken. Was ist das für ein Quatsch? Das ist die Rede, die ich auf deiner Beerdigung halten werde. Es sieht ja ganz danach aus, als könnte es innerhalb der nächsten Jahre soweit sein. Daher wollte ich mich vergewissern, dass du mit dem einverstanden bist, was ich sagen werde. Ihre Hände begannen zu zittern. Und da wir uns heute vermutlich das letzte Mal sehen, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, fuhr er mit sanfter Stimme fort. Du lässt mich auch im Stich. Ihr liefen die Tränen die Wangen herunter und ihre Hände zitterten immer heftiger. Dann habe ich niemanden mehr. Das hast du davon, dass du alle Menschen von dir weggestoßen hast, Daphne. Waren die Drogen die Sache wenigstens wert? Hat es sich gelohnt, heil zu werden und zu feiern? Seine Stimme klang selbst in seinen eigenen Ohren unglaublich eisig, aber Daphne hörte ihm zu. Sie rieb sich mit einer Hand die Augen und sah für einen Augenblick sehr jung aus. Ich hasse die Drogen. Das weißt du doch, oder? Ich hasse die Drogen so sehr und ich hasse es, dass ich sie brauche. Ihre Stimme wurde giftig. Ich hasse mich selbst, Kate. Ich hasse alles an mir. Ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle. Und alle anderen hassen mich auch. Armes Mädchen. Zum ersten Mal sah Kate Daphne so, wie sie wirklich war. Er sah nicht den naiven Teenager, nachdem er sich gesehnt hatte, nicht das verstörte Mädchen, das auf der Bühne stand. Sie war nur eine junge Frau, die sich unglaublich unsicher und alleingelassen fühlte, die nicht wusste, was sie mit sich anstellen sollte, die nicht wusste, wem sie vertrauen konnte. Er nahm ihre Hand und drückte sie. Du bist krank, Daphne. Ich sage dir das als Freund. Du brauchst Hilfe. Sie lachte tränenerstickt auf. Noch mehr dieser verdammten Idioten, die mit mir Pilates machen, einen Baum pflanzen und über meine verletzten Gefühle reden wollen. Entzugskliniken sind der reinste Witz. Das weißt du doch, oder? Wusstest du, dass mir mein letzter Krankenpfleger während des Entzugs Drogen besorgt hat? Er war ein großer Fan von mir. Sie klang verbittert. Ich kann nicht einmal clean werden, wenn ich in eine Entzugsklinik gehe. Ich rede nicht davon, dass du nur clean werden sollst, stellte Kate klar. Ich rede davon, wie du bist. Die Daphne, mit der ich aufgewachsen bin, hat jeden angezogen. Sie war liebenswert und nie gemein. Aber die Frau, die du heute bist, das ist eine völlig andere. Du gibst deinen Angestellten beleidigende Spitznamen, Daph. Du hast eine von ihnen sogar verletzt. Sie haben alle große Angst vor dir. Er schüttelte den Kopf. Das liegt nicht nur an den Drogen. Du musst dein ganzes Leben umkrempeln. Das würde ich wahnsinnig gern tun, erwiderte sie und klang kurz so reumütig, dass es ihm in der Seele wehtat. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Ich bin Daphne Petty so leid. Keiner mag mich wirklich. Alle mögen nur die, die ich darstelle oder das, was ich für sie tun kann. Sie drückte seine Hand. Ich wusste das die ganze Zeit und habe mir nur immer eingeredet, dass es mich nicht stören würde. Aber weißt du was? Es stört mich doch. Wieder liefen ihr Tränen über die Wangen. Vielleicht ist das Problem eher, dass es mich zu sehr stört. Dann unternimm etwas dagegen. Sie nickte und blickte nachdenklich auf ihre ineinander verschränkten Hände. Weißt du, ich habe immer geglaubt, du würdest für mich da sein und alles wieder in Ordnung bringen. Dass ich mich noch so schlecht oder hemmungslos benehmen und mich trotzdem immer auf dich verlassen kann. Dass du mein Rettungsanker bist. Sie schurzte die Lippen. Der Rettungsanker Kate, der Daphne vor sich selbst rettet. Aber du bist weitergezogen, nicht wahr? Zur dicken Marilyn. Er konnte es nicht mehr hören. Möglicherweise hatte er ihre Hand etwas zu fest gedrückt. So heißt sie nicht, Daph. Sie starrte kurz ins Leere. Richtig. Dann schnitt sie eine Grimasse. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an ihren richtigen Namen. Nur, dass sie dick, nett und hübsch ist. Und daran, dass ich sie im Moment abgrundtief dafür hasse, dass sie dich hat. Ich liebe sie, erwiderte Kate nur. Sie ist alles, was ich mir je gewünscht habe und ein wundervoller Mensch. Du liebst sie, wiederholte Daphne mit Tränen erstickter Stimme. Sie ist dick und ein Niemand und ich bin berühmt und dünn, aber mich liebt keiner. Er würde sie jetzt nicht bedauern. Das war doch nur, worauf Daphne aus war. Stimmt, Kylie ist nicht dünn. Na und? Das ist mir egal. Sie ist unglaublich sexy und ich liebe ihre Figur. Es gefällt mir, dass sie so üppig ist und dass sie das Leben derart genießt. Vor allem mag ich, wie großzügig und wunderbar sie ist. Ich bin unglaublich gern in ihrer Nähe. Sie ist für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, ebenso wie ich es für sie bin. Genau das ist Liebe, Daphne. Liebe hat nichts damit zu tun, dass man um sich schlägt und dann hofft, dass der andere trotzdem bei einem bleibt. Vielmehr versucht man, ein möglichst guter Mensch zu sein, um den anderen glücklich zu machen. Sie drehte ihre Hände. Und? Wollt ihr beide heiraten? Er zeigte ihr seinen Ehering, den er noch immer nicht abgenommen hatte. Das haben wir schon getan. Riesige Tränen liefen Daphne über die Wangen. Dann habe ich jetzt niemanden mehr. Nein, hätte er am liebsten gesagt. Aber er beschloss, nicht ganz so gemein zu sein. Mach einen Entzug, Daphne. Werde clean. Nicht für deine Plattenfirma, nicht für deine Fans und nicht für deine Schwestern. Auch nicht für mich. Ganz allein für dich. Ich werde dir helfen, wenn du das willst. Ich werde Pfleger bezahlen, die nicht von deiner Seite weichen. Die werden doch nur wieder von der Plattenfirma weich gekocht, stellte sie trübsinnig fest. Nicht, wenn sie für mich arbeiten, erklärte Kate entschieden. Er nahm erneut ihre kleine Hand. Aber ich habe nicht vor, in ein aussichtsloses Unterfangen zu investieren. Du musst das selbst wollen. Und du musst diese Menschen anständig behandeln. Keine Spitznamen mehr, keine Tricks hinter ihrem Rücken. Denn sie werden mir Rechenschaft ablegen und jede Woche Bericht erstatten. Und wenn ich höre, dass du gemein oder unfreundlich bist, dann ziehe ich den Stecker und du kannst sehen, wie du zurechtkommst. Ihre Unterlippe zitterte. Warum bist du nur so gemein zu mir, Kate? Weil man bei dir mit Freundlichkeit und Geduld nicht weiterkommt, Daphne. Sein Lächeln war entschuldigend, aber entschlossen. Und ich möchte auf gar keinen Fall in absehbarer Zeit eine Rede auf deiner Beerdigung halten müssen. Sie sah den Zettel auf ihrem Schoß noch einmal an und holte tief Luft. Okay. Okay. Ich schaffe das. Es wird nicht leicht werden, warnte Kate sie. Sie warf ihm einen stechenden Blick zu. Als ob irgendwas in meinem Leben leicht wäre. Falls du das glaubst, dann kennst du mich vielleicht doch nicht so gut, Kate. Da konnte er ihr nicht widersprechen. Ich werde dann jetzt gehen. Mein Angebot steht. Du bekommst jede Hilfe, die du brauchst. Kate deutete in Richtung Tür. Carmilla wartet draußen und würde dich gern sehen. Daphne sah ihn fragend an. Wer? Deine Assistentin? Du hast sie, glaube ich, Snoopy genannt. Ihre Miene wurde sanfter. Sie hat draußen gewartet? Wirklich? Stell dir das mal vor. Es gibt doch noch jemanden, der sich um dich sorgt. Er schenkte ihr ein Lächeln. Sie fuhr sich mit den Fingern durch das zerzauste Haar und lächelte ihn unsicher an. Na, dann schick sie rein. Im Hotel hatten die Mitarbeiter der Tour bereits Kontakt mit der Plattenfirma aufgenommen, um ihr letztes Gehalt zu bekommen und einen Flug nach Hause zu buchen. Die Nachricht von Daphnes Überdosis war in aller Munde und einer nach dem anderen trafen sich die Angestellten mit dem Management in einem Konferenzraum im Erdgeschoss, wo sie eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen mussten, bevor sie ihren letzten Scheck bekamen. Als Kylie aus ihrem Hotelzimmer kam, begegnete sie auf dem Gang Rotschopf, die sie auf den neuesten Stand brachte. Ich dachte, ich lasse dich das wissen, sagte Rotschopf schlecht gelaunt, da du ja kein Handy mehr hast. Kylie lächelte sie zögerlich an. Danke, Rotschopf. Ich heiße Carol, korrigierte Rotschopf sie und starrte Kylie wütend an. Und du musst mir nicht danken, weil ich im Gegensatz zu dir ein anständiger Mensch bin. Deinetwegen muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du Daphne in den Wahnsinn getrieben hast, weil du ihr unbedingt den Mann ausspannen musstest. Sie schüttelte den Kopf und rollte ihren Koffer durch den Flur, wobei sie leise vor sich hin murmelte. Ich hätte den Mund aufmachen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Autsch, schockiert sah Kylie der älteren Frau nach. Sie konnte nicht leugnen, dass das alles irgendwie auch ihre Schuld war. Zumindest indirekt. Sie war mit Kate ausgegangen, aber sie hatten auch versucht, unauffällig zu bleiben. Es war nicht ihre Schuld, dass Daphne sie mit einem Blumentopf beworfen und dann beschlossen hatte, einen Haufen Tabletten zu nehmen, nachdem sie erfahren hatte, dass Kate sie nicht wollte. Aber als sie nach unten ging, sah sie noch einige andere Mitarbeiter der Tour in der Lobby, die alle den Blick abwandten. Einer zeigte ihr sogar den Mittelfinger, als sie an ihm vorbeiging. Okay, dann gaben ihr also alle die Schuld. Kylie war nervös, als sie sich dem Konferenzraum näherte. Einige andere Angestellte warteten an der Tür und Kylie erkannte zwei Background-Sängerinnen und einen Beleuchter wieder. Sie alle warfen ihr zornige Blicke zu. Sie ignorierte sie, was ihr jedoch sehr schwer fiel. Aber ein paar verärgerte Leute, damit wurde sie fertig. Der arme Kate musste sich mit Daphne und ihrer Familie herumschlagen. Als Kylie an der Reihe war und den Konferenzraum betrat, war sie das Flüstern und die verstohlenen Blicke langsam leid. Sie hatte sogar hier und da das Wort Hure vernommen. Auch das ignorierte sie. Denn was sollte sie anderes tun? Alle glaubten, Kylie hätte Daphne den Freund ausgespannt. Sie kannten Kate und seine Seite der Geschichte nicht, sondern nur Daphnes Version. Und in Daphnes Fassung spielte Koks die Hauptrolle. Oder Meth. Oder Oxy. Was auch immer in dieser Woche gerade angesagt gewesen war. Warum hätten sie Daphne auch nicht glauben sollen? Daphne war berühmt, schön und reich. Kylie war dick, pleite und schminkte andere Leute, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie unterschrieb auf dem Klemmbrett im Wartebereich und betrat dann den Konferenzraum. Sie würde sich einfach ihren Scheck abholen, mit Kelt reden, die Stadt verlassen und die ganze Sache vergessen. Vielleicht konnten sie später, wenn Gras über die Sache gewachsen war, wieder an der Stelle weitermachen, an der sie jetzt waren und herausfinden, ob sich ihre Gefühle verändert hatten. Aber im Moment kam es ihr mehr und mehr wie ein Fehler vor. Als würde sie nach den Sternen greifen. Sie wusste, dass das auch an ihrem geringen Selbstwertgefühl lag, aber es war schwer, nicht an sich zu zweifeln, wenn man der Grund dafür war, dass ein Popstar im Krankenhaus lag und wenn man von allen Angestellten hinter vorgehaltener Hand als Hure bezeichnet wurde. Aber es sollte noch schlimmer werden. Mr. Powers saß zusammen mit dem Tourmanager und einer Frau, die Kylie nicht kannte, am Tisch. Vor ihnen lagen mehrere Papierstapel und die Frau hatte eine Schachtel mit Schecks vor sich stehen. Bitte setzen Sie sich, Miss Daniels, sagte Mr. Powers und deutete auf den Stuhl auf der anderen Tischseite. Kylie setzte sich und kam sich vor wie eine Schülerin im Büro des Rektors. Das ist Miss Draper, stellte Mr. Powers die Frau zu seiner Rechten vor. Sie ist dafür verantwortlich, dass Daphnes Angestellte ihr Gehalt bekommen. Bevor Sie Ihren letzten Scheck erhalten, möchten wir von Ihnen wie von allen anderen Angestellten auch eine unterschriebene Verschwiegenheitserklärung haben, damit nicht noch mehr an die Medien durchdringt. Er lächelte sie angespannt an. Aber natürlich, murmelte Kylie und nahm den Stift entgegen, den er ihr reichte. Man schob ihr ein Dokument zu, das mit einer winzig kleinen Schrift übersät war. Am unteren Rand war eine Unterschriftszeile und sie überflog das Dokument. Bla bla wird nicht mit den Medien reden, bla bla stillschweigen über alle Geschehnisse während der Tour, bla bla bla. Sie unterschrieb und gab das Dokument zurück. Ich werde mit niemandem reden. Sie erntete nur einen unheilvollen Blick und Miss Draper kramte in den Umschlägen in einer Schachtel herum und suchte nach dem mit Kylis Namen darauf. Einen Augenblick später hatte sie ihn gefunden und reichte ihn Kylie. Das ist ihr Nettogehalt. Sie erhalten einen Zuschuss für ein Rückflugticket sowie das restliche Geld, das wir ihnen für die Tour schulden, abzüglich aller Vertragsstrafen. Was für Vertragsstrafen? Sie nahm den Umschlag und da sie ohnehin schon angestarrt wurde, öffnete sie ihn und holte ihren Scheck heraus. Zwölf Dollar und 37 Cent. Ihre Hände begannen zu zittern. Man schuldete ihr mehrere tausend Dollar, mehrere zehntausend Dollar. Ähm, warum... Daphne musste zwei Shows absagen und das ist ihr Anteil an den Kosten. Überdies schicken wir ihnen noch eine Rechnung über die weiteren Kosten, die sie uns schulden. Ihr wurde ganz flau im Magen. Sie können mir nicht die Schuld an den abgesagten Shows geben. Ich hatte nichts mit ihrer Überdosis zu tun. Ich habe sie nicht gezwungen, diese Tabletten zu schlucken. Aber ihr Verhalten hat sie dazu getrieben. Bitte werfen Sie einen Blick in ihren Vertrag, falls Sie noch Fragen haben. Mr. Powers schenkte ihr ein angespanntes Lächeln. Guten Tag. Kylie starrte die drei an. Sie konnte hier sitzen bleiben und sich mit diesen Leuten streiten. Aber das würde ohnehin nichts bringen, oder? Sie konnte sich wehren, Anwälte konsultieren und jede einzelne Klausel auf den Kopf stellen, Dinge anders interpretieren, vor Gericht gehen und versuchen, einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Aber das alles würde Zeit und Geld kosten. Zeit hatte sie jetzt zwar zur Genüge, aber kein Geld. Kate hat Geld, schoss ihr durch den Kopf. Er kann dir helfen. Und was dann? In seiner Schuld stehen? Jemand anderem gestatten, ihr Leben zu kontrollieren, weil sie finanziell nicht über die Runden kam? Ihnen zur Last fallen wie früher Großmutter Sloan? Daher verließ sie nur den Raum und fuhr nach oben, um ihre Sachen zu packen. Sie rief über das Zimmertelefon ihre Freundin Star an. Star hatte schon mehrmals dafür gesorgt, dass Kylie in L.A. ein Dach über dem Kopf hatte, in dem sie sie zwischen den Touren auf ihrer Couch schlafen ließ. Gelegentlich borgte sie Kylie auch Geld. Oder sie verkaufte Kylies Sachen auf Ebay und leitete die Beträge an Kylie weiter. Es war einfacher, alten Familienschmuck und Erbstücke zu verkaufen, als sich von jemandem Geld zu leihen, der ihr das später vorwerfen konnte. Daher rief sie Star an. Burger King, meldete sich Star. Bei uns gibt's die besten Burger. Ich bin Star, sagte Kylie. Star meldete sich nie mit ihrem Namen, wenn sie den Anrufer nicht kannte. Sie war in der Hinsicht etwas eigen. Süße, wie geht es dir? Wie läuft die Tour? Du wirst nicht glauben, was ich in den Nachrichten gehört habe. Wusstest du? Ja, ich weiß, unterbrach Kylie ihre Freundin müde. Und ich darf nicht darüber reden. Du musst mir einen Gefallen tun. Erinnerst du dich an die Kisten, die ich bei dir untergestellt habe? Ja, warum? In einer davon liegt der alte Nerzmantel meiner Nana. Kannst du ihn für mich bei Ebay verkaufen und mir das Geld schicken? Augenblick, meinte Star und legte das Telefon weg. Kylie wartete ungeduldig und verdrehte den Finger im Telefonkabel. Star besaß ein gutes Auge für Wertgegenstände und konnte auf den ersten Blick erkennen, womit sich Geld verdienen ließ. Wenn sie sich den Mantel ansah, war sie in der Lage, ziemlich präzise vorherzusagen, wie viel man dafür noch bekommen konnte. Hoffentlich würde es reichen. Einige Augenblicke später war sie wieder am Apparat. Okay, ich habe ihn mir angesehen. Der ist recht alt, mindestens 80 Jahre. Das ist gut, denn die Leute mögen Pelz, aber das Tier muss schon lange tot sein, wenn du verstehst, was ich meine. Anscheinend ist es okay, wenn es vor 100 Jahren gestorben ist, aber nicht vor 10. ist mal wieder typisch. Und er hat eine gute Größe, ich sollte ihn also verkaufen können. Wahrscheinlich kann ich bei der Auktion einen oder anderthalb Riesen dafür rausschlagen. Soll ich dir schon mal was vorab überweisen? Das hatten sie schon häufiger getan, daher fragte Star inzwischen gar nicht mehr nach dem Grund für den Verkauf. Kylie hätte Star dafür küssen können. Ja, bitte, mit 1000 müsste ich nach Hause kommen können. Geht klar, Süße. Du klingst irgendwie nicht gut. Ist alles okay? Kylie lächelte und kämpfte gleichzeitig gegen die Tränen an. Ich hatte nur eine harte Woche. Dann warte die nächste Woche ab. Erst dann steht der Merkur im Krebs, erwiderte Star, die auf Horoskope schwor. Alles klar, schick mir einfach das Geld, okay? Sie vereinbarten die Details und Kylie bedankte sich ausgiebig bei Star. Ihre Freundin war eine Exzentrikerin, aber auch loyal und zuverlässig und dafür liebte Kylie sie. Danach rief sie im Pflegeheim an und sagte Bescheid, dass sich die nächste Zahlung ein wenig verspäten würde, sie sich aber darum kümmerte und bat darum, ob man ihr nicht einfach eine Verspätungsgebühr aufbrummen konnte, bis alles geregelt wäre. Als man ihr die neue monatlich fällige Summe nannte, zuckte sie zusammen, aber sie hatte keine andere Wahl als zuzustimmen. Sie konnte ja schließlich nicht zulassen, dass man ihre Großmutter auf die Straße setzte, auch wenn sie das Heim noch so viel kostete. Irgendwann würde sie einen neuen Job finden, hoffentlich eher früher als später. Als alles erledigt, der Flug gebucht und ihre Großmutter versorgt war, setzte sich Kylie kurz auf die Bettkante, kniff sich in den Nasenrücken und gab sich größte Mühe nicht zu weinen. In diesem Augenblick hätte sie der Ernst der Lage beinahe überwältigt. Es wäre so leicht, einfach zu Kate zu gehen, ihm alles zu erzählen und ihn machen zu lassen. Sollte er doch mit Geld um sich werfen und all ihre Probleme verschwinden lassen. Aber was dann? Stünde sie dann in seiner Schuld? Musste sie warten, bis er ihr einen Knochen hin warf? Musste sie ständig mit ihrem Geld aufpassen, sich bewusst sein, wie viel sie ihm schuldete und sich den Kopf zermartern, wie sie es zurückzahlen sollte? Musste sie sich dann immer fragen, wann er es leid war, sich um ihre Schwierigkeiten zu kümmern und sie verließ? sie würde einfach alles durchstehen und einen anderen Ausweg finden und wenn Kate dann nicht mehr Teil ihres Lebens war, würde sie das auch überleben. Ihr Timing war einfach schlecht. Sie wischte sich die Augen und wollte die Entscheidung eigentlich nicht treffen, wusste aber doch, dass es sich nicht vermeiden ließ. Dennoch war sie nicht darauf vorbereitet, als sie die Tür ihres Hotelzimmers öffnete und Kate davor stand, müde und zersaust zwar, sie aber dennoch anlächelte. »Heil Liebes«, sagte er, kann ich reinkommen? Wieder zögerte sie. Am liebsten hätte sie sich in seine Arme geworfen, gesagt, ja, bitte halt mich Kate und mach, dass alles wieder gut wird. Doch stattdessen schüttelte sie den Kopf. Ich muss zum Flughafen. Er sackte in sich zusammen. Was? Warum Kylie? Ich fahre nach Hause. Sie brachte die Worte kaum heraus, da es ihr die Kehle zuschnürte. Kate stellte sich in die Tür und versperrte ihr den Weg. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, zwischen uns wäre alles geklärt. Ich dachte, letzte Nacht, als Es geht nicht, Kate. Man droht mir mit einem Prozess und das Timing ist schlecht. Außerdem will ich dir nicht zur Last fallen. Warum nicht? Weil wir ständig anderen schaden, wenn wir versuchen, zusammen zu sein, fauchte sie. Als du dich in aller Öffentlichkeit für mich entschieden hast, wollte Daphne sich umbringen. Sein Gesicht wurde ganz rot vor Zorn. Wir tragen keine Schuld an dem, was sich Daphne antun wollte. Und jetzt sind jede Menge Leute, die von dieser Tour abhängig waren, arbeitslos. Und für meine Großmutter muss ich innerhalb der nächsten beiden Wochen 10.000 Dollar aufbringen, sonst setzt man sie auf die Straße. Ich kann nicht ständig egoistisch sein, vor allem dann nicht, wenn ich so viele andere damit unglücklich mache. Und was ist mit nicht? Oh doch, und wie er zählte? Er zählte so sehr. Aber sie hatte den ganzen Tag den Hass und den Abscheu der anderen ertragen und die Plattenfirma hatte dafür gesorgt, dass ihr Konto leer war, daher musste sie in Bezug auf Kate vernünftig sein. Sonst würde sie im letzten Endes nur zur Last fallen. Sie wäre eine Last. Jemand, für den Geliebte, sondern ein Mühlstein um seinen Hals, der immer nur Geld kostete. Und das war das Letzte, was sie wollte. Daher schüttelte sie den Kopf. Es tut mir leid, Kate. Ich kann das nicht. Du bedeutest mir sehr viel. Letzte Nacht hast du gesagt, du würdest mich lieben. Der Schmerz in seinen blauen Augen war nicht zu übersehen. Ich liebe dich auch, bestätigte Kylie. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit dir zusammen sein kann. Nicht jetzt. Möglicherweise nie. Es tut mir leid. Ich verstehe das nicht, Kylie. Er schüttelte den Kopf und sah sie erschüttert an. Bitte tu das nicht. Wir sollten uns nicht wieder trennen. Was immer es ist, das dir auf der Seele liegt, lass dir von mir helfen. Welche Last du auch trägst, wir können sie gemeinsam tragen. Aber sie war bereits bei dem Wort Last erstarrt. Es tut mir leid, sagte sie noch einmal. Dann drückte sie ihm die welke Topfblume in die Hand, zwängte sich an ihm vorbei, ging durch den Flur und betrat die Fahrstuhlkabine, bevor sich die Türen wieder schließen konnten. Er lief ihr nicht nach. Kylie kniff die Augen zu und hoffte, dass sie erst weinen musste, wenn das Taxi, das vor der Tür wartete, auf dem Weg zum Flughafen war. Beinahe hätte sie es geschafft. Eine Woche später Wie geht es Stephanie, erkundigte sich Kate per Handy bei Carmela, als Lebt sie sich ein? Es geht ihr wirklich gut, antwortete Carmela fröhlich. Sie raucht wie ein Schlot, aber wir gehen ein Problem nach dem anderen an. Ach ja, und sie ist reizbar und nervös, dass es kaum zu ertragen ist, aber im Großen und Ganzen geht es ihr gut. Sie hielt kurz inne. Sie würde ja ans Telefon kommen, aber sie hat gerade den Kopf in der Toilettenschüssel. Bei diesen Worten musste er grinsen. Wenigstens einer von ihnen schaffte es, sein Leben in die Hand zu nehmen. Sag ihr, die Übelkeit wird bald vergehen und dann wird sie sich besser fühlen. Kurze Pause. Sie sagt, sie sollen sich verpissen und dass sie schon damit fertig wird, berichtete Carmela und kicherte. Aber ganz im Ernst, es läuft gut, größtenteils zumindest. ist. Ja, ich hole neue Zigaretten, Daph, rief Carmela und er hörte, wie sie mit dem Telefon durch die Wohnung lief. Anscheinend wollte sie Kate etwas mitteilen, dass Daphne nicht hören sollte. Er hatte Carmela eingestellt und zahlte ihren Lohn, den er sogar verdoppelt hatte, damit sie ihm trotz ihrer Treue zu Daphne aufrichtig Bericht erstattete. Schließlich wollte er genau wissen, was los war und keine beschönigte Version hören. Und Carmela war gut darin, ihn auf dem Laufenden zu halten. Einen Augenblick später hörte er durch die Leitung, wie eine Tür geschlossen wurde. Carmela seufzte. Okay. Was ist los? erkundigte sich Kate und trat in den geschützten Eingang eines geschlossenen Geschäfts, damit sie sich ungestört unterhalten konnten. Es geht um diesen Mistkerl, Mr. Powers. Erinnern Sie sich daran, dass Sie letztes Jahr einen neuen Manager für Dev eingestellt haben? Tja, die Plattenfirma war damit nicht einverstanden und hat ihn sofort wieder gefeuert. Er wurde durch Mr. Powers ersetzt und der ist ein richtiger Kontrollfreak. Er ist beispielsweise derjenige, der mich gezwungen hat, Dev das Oxy zu geben, damit er sie weiterhin kontrollieren konnte. Er sagte, es wäre weniger gefährlich als das Zeug von der Straße und dass sie trotzdem auftreten könnte, wenn sie es nimmt. Carmela stockte. Kate runzelte die Stirn. Er versucht doch nicht etwa ihr wieder Drogen zu geben, oder? Nein, noch nicht. Aber die Sache ist die. Er war gestern hier und hat sie zum Weinen gebracht. Er hat ihr vorgeworfen, dass sie die Plattenfirma ein Vermögen kostet, dass sie nur ein Stück Dreck wäre, dass sie eine finanzielle Belastung ist und dass sie ihre Fans enttäuscht. Außerdem hat er sie als Witzfigur bezeichnet. Seinen Worten zufolge hat sie eine Woche um clean zu werden und dann hat sie zumindest wieder im Studio zu stehen, wenn sie die Tour schon nicht zu Ende bringt. Was? Der Entzug soll mindestens einen Monat dauern. Ich weiß, sagte Carmela besorgt. Dev sagt, er würde nur Mist erzählen und sich wichtig machen, aber sie war auch sehr aufgebracht. Sie hat ein bisschen geweint und den restlichen Nachmittag Kette geraucht und aus dem Fenster gestarrt. Ich musste ihr verdammt gut zureden, damit sie heute wieder halbwegs gute Laune hat. Sie seufzte. Diese verdammte Plattenfirma. Ich wusste, dass unsere Verträge übel sind, aber verdammt nochmal, ich Vertrag ist auch ziemlich fies. Sie hat sowas angedeutet. Kein Wunder, dass sie unter derart großem Druck steht. Er runzelte die Stirn. Das letzte, was sie jetzt gebrauchen kann, ist Druck von ihrer Plattenfirma. Ich weiß, aber was soll ich denn machen? Ich würde mich ja an eine höhere Stelle wenden, aber er ist diese höhere Stelle. Das würden sie ja noch sehen. nur nicht, dass sie mit Dev dasselbe machen wie mit Kylie, verstehen sie? Er erstarrte. Was genau haben die mit Kylie gemacht? Es tat noch immer weh, an sie zu denken. Ständig sah er auf sein Handy in der vergeblichen Hoffnung, sie hätte ihm eine Nachricht geschrieben oder angerufen, sich irgendwie gemeldet. Aber von ihrer Seite herrschte Schweigen. Er war noch immer verletzt, litt wie ein Tier und wollte verzweifelt verstehen, warum sie ihn verlassen hatte. Denn er hatte sich so viel mehr von ihr erhofft. Das wissen sie doch. Sie haben sie für die abgesagten Konzerte bluten lassen. Ich weiß, dass sie das Geld dringend gebraucht hätte. Vermutlich hat sie hohe Schulden oder etwas in der Art. Das hat sie wirklich sehr fertig gemacht. Sie hat richtig gehen Panik bekommen. Was? Er versuchte ruhig zu bleiben, dann sonst wäre er durchgedreht. Ja, bestätigte Carmela, die Kates Stimmungswandel offenbar nicht mitbekam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihr die Schuld für die beiden abgesagten Konzerte gegeben haben. Sie haben sie richtig gehend ausgepresst und sie wissen ja, dass sie niemandem zur Last fallen will. Das weiß ich, sagte er leise. Ich hasse nichts mehr als anderen eine Last zu sein. Ihr schrecklicher Ex-Freund hatte sie gelehrt, dass sie wertlos war, wenn sie kein Geld hatte. Möglicherweise hatte Kylie ihn aus diesem Grund verlassen. Ich werde mich darum kümmern, versprach er und verspürte auf einmal den starken Drang, eine Plattenfirma zu kaufen. Das Gute daran, reich zu sein, war, dass man die Bösen einfach aufkaufen konnte. Oh, er kaufte die Plattenfirma nicht direkt, aber er ließ die richtigen Parteien wissen, dass er genug Anteile erwarb, um die Mehrheit zu halten, und als es soweit war, berief er eine Besprechung ein. Es verschaffte ihm eine ungeheure Befriedigung, Mr. Powers zu feuern. Der Mann schien schockiert zu Eilis Verträge vorgelegt und in der Woche darauf eine Menge in Erfahrung gebracht. Beispielsweise wusste er jetzt, dass Daphne weitaus mehr Alben verkauft hatte als jeder andere, der bei diesem Label unter Vertrag stand und dass das Unternehmen bei ihr einen weitaus höheren Prozentsatz abschöpfte als bei anderen Künstlern. Kate setzte einen seiner Anwälte ins Management, ließ ihn einige Dinge korrigieren und und dass ohne seine Zustimmung keine Entscheidungen getroffen werden durften. Und da er genug Geld ausgegeben hatte, musste man auch auf ihn hören. Als Adev erzählte, dass er bei der Plattenfirma für einigen Wirbel gesorgt hatte und man sie nicht mehr unter Druck setzen würde, brach sie in Tränen aus. Das sagte ihm alles, was er wissen musste. Er versicherte ihr, dass sie sich so viel Zeit nehmen konnte, wie sie brauchte und dass sie noch immer eine Karriere sowie die volle Unterstützung des Labels, das er jetzt leitete, haben würde, wann immer sie bereit war, zurückzukehren, sei es nun in zehn Wochen oder in zehn Jahren. Das war das Mindeste, was er für seine Freundin tun konnte. Außerdem ließ er die entsetzliche Klausel aus Kylis Vertrag streichen und persönlich überbringen und sich im Namen der Plattenfirma für das Missverständnis entschuldigen wollte. Wenn Kylie solche Geldsorgen hatte, seins aber nicht annehmen wollte, dann würde er zumindest dafür sorgen, dass sie bekam, was ihr zustand. Aber zuerst wollte er mit ihr reden. Ist wirklich alles okay? wollte Star wissen. Deine Aura wirkt sehr besorgt. Kylie widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen. Star meinte es nur gut, das tat sie wirklich. Es war nur so, dass Kylie keine Lust hatte, sich von jemandem bemitleiden zu lassen, vor allem nicht von einer Horoskop Anhängerin, die gerade einen klugen Spruch über ihre Energie abgeben wollte. Stattdessen stopfte sie sich eine Pommes in den Mund und versuchte nicht weiter darüber nachzudenken. Ich bin nur frustriert, behauptete sie. Ich hatte mir von den Flohmärkten mehr erhofft. Der Pelzmantel ihrer Großmutter hatte auf Ebay doppelt so viel Geld eingebracht wie gedacht und so hatten Kylie und Star das zusätzliche Geld genommen und waren über die Flohmärkte gezogen, in der Hoffnung ein paar Gegenstände zu finden, die sie verkaufen konnten, damit Kylie über die Runden kam, solange sie keinen Job hatte. Aber jetzt, vier Stunden später, hatten sie nach all der Mühe nur ein paar Kinkerlitzchen gefunden und machten Mittagspause, bevor sie nach Hause zurückkehrten. Star zuckte nur mit den Achseln, sodass ihr mit fransen bedecktes T-Shirt wackelte. Manchmal trifft man auf eine Goldader und an anderen Tagen findet man nichts als alte stinkende Schuhe und Tupperware. Da hatte sie allerdings recht. Vielleicht bin ich für das hier einfach nicht geschaffen. Ich sollte wohl lieber das restliche Geld nehmen und eine Anzahlung in Nannas Pflegeheim machen. Ich will ja nicht, dass sie ihnen zur Last fällt. Sie bekam das Wort kaum über die Lippen. Zumindest sollte ihre Großmutter niemandem außer ihr zur Last fallen. Solange du nicht die ganze Summe bezahlst, wird ihnen das völlig egal sein, erklärte Star. Hörst du jetzt mal auf, dir Sorgen zu machen? Die werden deine senile Oma schon nicht auf die Straße setzen, nur weil du einen Monat zu spät bezahlst. Sie hielt inne. Oder zwei Monate. Oder drei. Kylie stöhnte. Na, vielen Dank auch. an. Es wird schon alles gut gehen. Wirf positive Gedanken ins Universum, dann geschehen auch gute Dinge. Kylie zwang sich, das Lächeln zu erwidern und nickte. Positive Gedanken, genau. Star hatte nicht die geringste Ahnung, wie schlecht es Kylie momentan ging, wie unglaublich einsam, unglücklich und verzweifelt sie war. Ihre Freundin glaubte, Traurigkeit ließe sich durch Meditation und das Konsultieren einer Sternenkarte beseitigen. Im Grunde genommen verschrieb sie sich allen verrückten Dingen, die man mit Los Angeles in Verbindung brachte. Aber sie war auch eine gute Freundin. Tja, meinte Star nach einem Augenblick, ich glaube, auf der anderen Seite der Stadt wird der Nachlass eines Pornostars aufgelöst, falls du Interesse hast, dir das mal anzusehen. Kylie schüttelte den Kopf. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber nach Hause fahren und Trübsal blasen. Star streckte ihr die Zunge raus. Gut, wie du willst. Dann räumten sie den Tisch ab, stiegen wieder in Stars winzigen uralten Fort Focus und machten sich auf den Heimweg. Nach Malibu-Standards war Stars Apartment geräumig. Okay, das Gebäude war alt, hatte Stuckdecken, Teppichböden und lag nicht gerade in der besten Gegend, aber sie besaß immerhin ein großes Wohnzimmer und ein Esszimmer, das momentan voller eingepackter Gegenstände war, die versteigert werden sollten. Wenn Kylie nicht auf Tour war, schlief sie auf Stars Sofa und als sie jetzt ihre Handtasche darauf abstellte, sehnte sie sich danach, ihre Ruhe zu haben. Dummerweise war das unmöglich, solange sie mit Star zusammenwohnte. Ihre Freundin setzte sich Kylie gegenüber in den Sessel, schaltete sofort den Fernseher ein und sah sich eine Antiquitäten- Show an. Weißt du was, ich springe mal schnell unter die Dusche, sagte Kylie. Sie stand von ihrem Couchbett auf und ging ins Bad, dem einzigen Ort, an dem sie einige Augenblicke allein sein konnte. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, stellte sie das Wasser an und setzte sich auf den Wannenrand. Heiße Tränen schossen ihr in die Augen. Sie vermisste Kate. Sein Lächeln, seine Umarmung, seine Haut an ihrer, seine freche Art, seine Locken, ihr fehlte einfach alles. Sie vermisste die Art, wie er sie geküsst hatte, als wäre es ein besonderes Privileg. Sie vermisste es, sich nachts an ihn zu kuscheln und wie er sie morgens aus schlaftrunkenen Augen lächelnd ansah. Sie liebte ihn. Sie liebte ihn, und weil ihr Leben ein einziges Chaos war, konnte sie nicht mit ihm zusammen sein, da sie ihm nur zur Last fallen würde und er sie irgendwann verabscheuen würde, so wie Großmutters Lohn sie verabscheute. So wie Großmutters Lohn sie verabscheute. Es war richtig gewesen, sich von ihm zu trennen. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie nicht einsam war, dass sie es nicht bereute, dass sie Daphne nicht dafür hasste, weil diese den einfachsten Weg gewählt und Kylie, die einen Knebelvertrag unterschrieben hatte, ein kleines Vermögen gekostet hatte. Jetzt ließ sie den Tränen freien Lauf und drückte das Gesicht in einen Waschlappen, um ihr Schluchzen zu unterdrücken. Auf einmal klopfte es an der Tür. Hey, ist alles in Ordnung da drin? fragte Star. Alles bestens, erwiderte Kylie schnell und wischte sich die Tränen weg. Es geht mir gut. Ich weiß ja, dass du gerade erst unter die Dusche gegangen bist, aber vor der Tür steht ein blonder Kerl, der dich sprechen will. Beinahe hätte sie überrascht aufgekeucht. Kate? Aber warum überraschte es sie, dass er hier war? Natürlich suchte er sie auf. Sie hatte ihn schließlich plötzlich und ohne Erklärung verlassen. Was war sie nur für eine Idiotin. Sag ihm, dass ich ihn nicht sehen will. Bist du sicher? Er hat eine ziemlich heiße Aura, rief Star. Und eine Limousine. Das sind meiner Meinung nach schon zwei positive Dinge. Ich bin mir sicher, brüllte Kylie und drehte den Wasserhahn weiter auf, um Stars weitere Proteste zu übertönen. Eine Stunde später konnte sie es nicht länger hinaus zögern und musste das Badezimmer notgedrungen verlassen. Sie hatte geduscht, sich abgeschrubt, ihre Haut mit einem Lufferschwamm bearbeitet, eine Haarkur einwirken lassen, ihre Haarwurzeln nachgefärbt, sich überall rasiert, sich eingecremt, sich die Nägel lackiert und hätte sich auch noch die Haare geföhnt, wenn es im Bad nicht so dunstig gewesen wäre. Daher hängte sie ihr Handtuch auf, steckte ihr nasses Haar mit einer Klemme hoch und ging hinaus. Star steckte den Kopf um die Ecke. Fühlst du dich jetzt besser? Viel besser, flunkerte Kylie. Zumindest waren ihre Augen vom Weinen nicht mehr so geschwollen. Und was die Dusche nicht geschafft hatte, war mit Augentropfen korrigiert worden. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, diesen Kerl abzuwimmeln, meinte Star kopfschüttelnd. Aber er hat einen netten Eindruck gemacht. Und er sieht gut aus. Wusstest du, dass er Steinbock ist? Die sind sehr solidarisch. Das war mal wieder typisch für Star, dass jemanden, der an der Haustür stand, nach seinem Sternzeichen fragte. Ist ja toll. Ihr würdet gut zueinander passen, da du Stier bist, fuhr Star fort. Kein Interesse, beharrte Kylie. Aber sie war eine schreckliche Lügnerin. Sie klang nicht im Geringsten überzeugend. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, erklärte Star. Kylies Herz setzte einen Schlag aus und sie zwang sich ruhig zur Couch zu gehen und sich hinzusetzen. Was hat er dazu gesagt? Star zuckte mit den schmalen Achseln. Er hat irgendwas über eine Band oder eine Sängerin vor sich hin gemurmelt und ist gegangen. Etwas über eine Sängerin? Kylie spürte einen stechenden Schmerz in der Herzgegend. Hatte er sich jetzt doch für Daphne und nicht für Kylie entschieden, die in einer Beziehung nichts zu bieten hatte? Hatte er endlich aufgegeben und entschieden, dass sie die Sache nicht wert war? Himmel, warum tat es denn so weh, nur daran zu denken? Sie wäre am liebsten zur Tür gerannt und hätte ihn gesucht. Aber die Vorstellung, ihm zur Last zu fallen, hielt sie davon ab. Wie betäubt kuschelte sich Kylie an ein Ende von Stars Couch und drückte sich eins der Kissen an den Bauch. Sie würde das durchstehen. Sie konnte das. Ihr Herz war schon einmal gebrochen worden und es würde wieder heilen. Sie brauchte einfach nur Zeit. Doch während sie sich das einzureden versuchte, musste sie schon wieder weinen. Star sah sie entsetzt an. Wie wäre es, wenn ich uns ein Eis hole? Mit sentimentalen Momenten kam sie nicht gut zurecht. Danke. Kylie lächelte sie schwach an und wischte sich wieder die Augen. Sie war sowas von am Ende. Es klingelte an der Tür. Alarmiert setzte sich Kylie auf. Star? Augenblick, rief Star aus der Küche. Mir ist der Schokosirup runtergefallen. Verdammt. Kylie überlegte schon einfach nicht, zur Tür zu gehen. Da klingelte es erneut. Kannst du mal aufmachen? rief Star. Tja, jetzt blieb ihr wohl nichts anderes übrig. Kylie ging auf nackten Füßen zur Tür und sah durch das Guckloch. Vor der Tür stand ein Kind. Sie ignorierte die Enttäuschung darüber, dass es nicht Kate war und öffnete die Tür. Kann ich dir helfen? Der Junge trug ein gestreiftes T-Shirt und Shorts und hatte lockiges blondes Haar, das sie viel zu sehr an Kate erinnerte. Er lächelte sie engelsgleich an und hatte die Hände hinter dem Rücken verborgen. »Bist du Kylie?« »Äh, vielleicht?« Er grinste. »Ich soll dir das geben!« Er holte eine flache Schachtel hinter seinem Rücken hervor, auf der eine große, weiße Schleife prangte. »Und wenn du es nicht annimmst, bekommt das Waisenhaus, aus dem ich komme, kein Geld mehr.« Kylie kniff die Augen zusammen und ihr Herz schlug schneller. »Ach, wirklich?« Der kleine Junge nickte langsam und reichte Kylie die Schachtel. Obwohl sie wusste, dass sie sie lieber nicht nehmen sollte, griff sie danach. Mit zitternden Fingern zog sie die Schleife auf, während der kleine Junge davonlief. In der Schachtel lagen eine Waffel und eine Nachricht. Ihr ersticktes Schluchzen ging in ein Lachen über. »Eine Waffel!« Typisch Kate. Bei dem Anblick zog sich ihr Herz zusammen und sie musste an ihr wundervolles nächtliches Essen denken. Sie nahm die Karte heraus, klappte sie auf und hielt den Atem an. »Nur damit du es weißt. Ich habe eine Blaskapelle hier stehen, die Pretty Woman spielen wird, wenn du nicht in zwei Minuten auf dem Parkplatz bist. Außerdem stehen hier noch weitere Waisenkinder bereit. Dieses Mal mache ich ernst. Wir müssen reden und ich bin bereit, meine Milliardärs-Guerilla-Taktiken einzusetzen, wenn es sein muss. Kate. Ratlos legte sie die Nachricht zurück in die Schachtel und klappte den Deckel wieder zu. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr gesunder Menschenverstand riet ihr zu, Kate zu gehen und wie eine Erwachsene mit ihm zu reden, ihm zu erklären, wie sie sich fühlte und warum sie nicht mit ihm zusammen sein konnte. Dass sie ihn nicht mit ihren Geldproblemen behelligen und ihm nicht zur Last fallen wollte. Dass sie niemand sein wollte, um den er sich ständig kümmern und den er vor sich selbst retten musste. Aber ein kleiner, verletzter Teil von ihr hätte sich am liebsten zurückgezogen und so getan, als hätte sie die Nachricht nie erhalten. Dann müsste er Farbe bekennen und würde feststellen, dass sie sich nicht herumschubsen ließ. Während sie noch zögerte, hörte sie plötzlich Musik vom Parkplatz des Apartmentkomplexes herüberschallen. Das klang wie eine Posaune oder eine Tuba. Kylie blieb vor Staunen der Mund offen stehen und sie machte sich eilig auf den Weg zum Parkplatz. Hatte er, hatte er wirklich eine Blaskapelle angeheuert? Als sie um die Ecke kam, sah sie eine vollständige Blaskapelle in Uniformen und mit Federn geschmückten Hüten. Sie spielten Pretty Woman. Er hatte es tatsächlich getan. Anstatt wütend oder peinlich berührt zu sein, konnte sie nicht aufhören zu lachen. Das war so süß, das ließ sich wirklich nicht leugnen. Und auf eine Blaskapelle konnte man nun einmal nicht wütend sein, oder? Die Band setzte sich in Bewegung und als sie sich aufteilte, konnte Kylie eine lange, schwarze Stretchlimousine sehen, an der ein Mann in einem grauen Anzug lehnte. Er hielt einen Blumentopf mit einem ihr nur zu gut bekannten Pfeilchen in einer Hand, aber anstelle seines normalen, herzlichen Lächelns hatte Kate einen skeptischen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Als wäre er sich nicht sicher, was ihn erwartete. Aber sobald er Kylie sah, veränderte sich seine Miene und er strahlte sie an. Ihr Herz machte einen kleinen Satz, als sie seine Freude sah. Es hüpfte noch einmal, als sie das Pfeilchen entdeckte und ihr wurde klar, dass sie durch die ganze Hüpferei gleich in Ohnmacht fallen würde, wenn sie nicht damit aufhörte, ihm in die wundervollen blauen Augen zu sehen. Er hob eine Hand und gab der Band an Zeichen. Sie hörte augenblicklich aufzuspielen und die Stille schmerzte beinahe in Kylies Ohren. Ich dachte, du würdest mir nie mehr glauben, wenn ich dieses Mal nicht wirklich mit einer Kapelle aufwarte, sagte er. Daher habe ich eine mitgebracht. Sie bekam keinen Ton heraus, da ihre Kehle wie zugeschnürt war. Er richtete sich auf, stellte das Pfeilchen auf das Dach der Limousine und kam näher. Können wir reden? Eine schlechte Idee. sagte ihr Verstand. Halt die Klappe, erwiderte ihre Libido. Kylie zögerte. Ihre Gefühle rangen mit ihrem gesunden Menschenverstand. Doch am Ende hörte sie auf ihre Libido. Ja, klar. Du entscheidest wo. Du hast die freie Wahl. Er stand jetzt so dicht vor ihr, dass sie sein Aftershave riechen konnte. Sie bekam weiche Knie. Warum? Warum musste er nur so unverschämt gut riechen? Ähm, sie deutete auf Stars Apartment. Da drin würde ich vorschlagen. Es fiel ihr zunehmend schwerer, sich in seiner Nähe zu konzentrieren. Ihre Sehnsucht gewann den inneren Kampf mit ihrem Verstand und ersetzte jegliche Logik durch Lust. Was ehrlich gesagt gar nicht so schlecht klang. Er bedeutete ihr vorauszugehen und sie führte ihn zurück zur Wohnung. Dabei war sie sich seiner Hand, die er auf ihren Rücken gelegt hatte, überdeutlich bewusst. Es war eine simple Geste, aber auch eine höchst besitzergreifende. Und sie konnte beim besten Willen nicht damit aufhören, daran zu denken. Aber als sie Stars Wohnung betraten, zuckte sie innerlich zusammen und fragte sich, was er wohl davon halten mochte. Kate trug immer teure Anzüge und sie hatte ihn noch nie in etwas lässigerem als einem Sportsakko gesehen. Er stieg nur in Luxushotels ab und nahm normalerweise eine Suite. In Stars Wohnung hingen Schwarzlichtfotos von Pilzen, Perlenvorhängen vor den Türen und es roch leicht nach Räucherstäbchen. Ihre Couch war alt, braun und zerschlissen und Kylies Decke lag noch immer genauso darauf, wie sie sie an diesem Morgen liegen gelassen hatte. Himmel, was musste er nur von Ihnen denken? Sie huschte voraus, nahm das Kissen und die Decke und eilte damit in Stars Schlafzimmer. Ich räume nur kurz ein bisschen auf. Sie warf alles auf Stars Bett und kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo Star gerade einen ihrer Rosenquarzkristalle durch die Luft bewegte. Du hast eine wundervolle Aura, teilte sie ihm mit. Sie ist unglaublich. Vielen Dank, erwiderte er grinsend. Deine ist auch nicht zu verachten. Star strahlte ihn an und steckte ihren Kristall wieder ein. Möchtest du was essen oder trinken? Kylie und ich wollten unsere Sorgen gerade in Eis ertränken. Ach ja? Er sah Kylie lächelnd an, aber sie bemerkte, dass seine Freude etwas gedämpft war. Gibt es denn viele Sorgen zu ertränken? Du hast ja keine Ahnung. Star fiel ihr Kylie ins Wort. Bitte. Ihre Freundin blinzelte. Oh, aber natürlich, wie dumm von mir. Wie wäre es, wenn du mein Eis isst und Kylie Gesellschaft leistest? Ich muss sowieso noch schnell was einkaufen. Mir ist gerade das Paketband ausgegangen. Sie strahlte ihn an, nahm ihre Handtasche und zwinkerte Kylie übertrieben auffällig zu. Dann bis in circa vier Stunden. Nachdem Star gegangen war, drehte sich Kate zu Kylie um und steckte die Hände in die Jackentaschen. Braucht sie einen Wagen zum Einkaufen? Es wäre mir gar nicht recht, wenn sie so weit laufen muss. Der Laden ist gleich um die Ecke, teilte ihm Kylie mit und ging in die Küche, um das Eis zu holen. Sie benimmt sich nur wie eine gute Freundin. Ah, meinte Kate, ich habe auch ein paar gute Freunde. Die haben bestimmt noch nie deine Aura analysiert, knurrte Kylie und nahm die beiden Schalen voller Eiscreme von Stars Avocado-farbener Arbeitsplatte. Himmel, sie hatte ja riesige Portionen gemacht. Tja, das sieht zwar nach viel Eis aus, ist aber gleichzeitig unser Mittagessen, erklärte sie, als sie ihm eine Schale reichte. Hättest du gern eine Waffel dazu? fragte er und nahm ihr die Schale ab. Ich weiß zufällig, wo wir eine herbekommen könnten. Ihr Lachen kam eher aus ihrer Nase und hörte sich ziemlich peinlich an. Gut gemacht, Kylie. Sie hielten die Schalen vor sich, standen betreten herum und starrten einander an. Schließlich beschloss Kylie, das Schweigen zu brechen. Ich würde ja vorschlagen, dass wir uns ins Esszimmer setzen, aber es ist gleichzeitig Stars Arbeitszimmer. Ist sie Wahrsagerin? wollte Kate wissen. Auf den Gedanken könnte man kommen, dem ist aber nicht so. Kylie lächelte ihn an. Sie kauft auf Flohrmärkten Sachen auf und verkauft sie auf Ebay weiter. Er zog die Augenbrauen hoch. Aha. Sie sagt, es wäre ein Abenteuer und besser als in einem Büro zu arbeiten. Kylie zuckte mit den Achseln und deutete auf das alte braune Sofa. Setzen wir uns? Sie ließen sich auf dem Sofa nieder und Kate aß tapfer einen Löffel Kirscheis, wobei er Kylie nicht aus den Augen ließ. Sie bekam nichts herunter. Dafür war sie viel zu nervös, zu verlegen und zu bereit, sich ihm in die Arme zu werfen und zu schluchzen, dass sie ihn so gern lieben würde, das Schicksal es aber nicht zuließ. Hast du keinen Hunger? fragte Kate und musterte die Schale in ihren Händen. Pflichtbewusst steckte sie sich einen Löffel Eis in den Mund. Es war ihre Lieblingssorte, die heute aber seltsamerweise nach nichts schmeckte. Sie zwang sich trotzdem, es herunter zu schlucken und bedachte Kate mit einem schiefen Lächeln. Daphne geht es gut, berichtete er und schob sich noch einen Löffel Eis in den Mund. Sie hasst den Entzug, aber wir haben neue Leute für sie eingestellt, die sich um sie kümmern und sie ist entschlossener als jemals zuvor es zu schaffen. Carmela weicht nicht von ihrer seite. Das ist gut, entgegnete Kylie. Sehr gut. Super, jetzt plapperte sie ihm auch noch alles nach. Du bist wirklich eine überragende Gesprächspartnerin, Kylie. Gut, stimmte er ihr zu. Wieder schwiegen sie einander an. Kylie rührte mit dem Löffel in ihrem schmelzenden Eis herum. Die Schale ruhte kalt auf ihren Oberschenkeln, aber sie konnte sie auch nirgendwo anders abstellen. Kate hielt seine Schale noch immer in den Händen und sah sich in Stars schäbiger Wohnung um. Mann, war das alles peinlich. Dann sah er sie wieder mit seinen umwerfenden blauen Augen an. Der Ansatz eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel. Eigentlich hatte ich mir unser Wiedersehen mit viel mehr Küssen ausgemalt. Aus irgendeinem Grund fand sie das unglaublich witzig und musste kichern. Kate grinste sie an und schien sich zu entspannen. Das stimmt wirklich. Ich hatte gehofft, du siehst die Kapelle, wirfst dich leidenschaftlich in meine Arme und wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang oder zumindest die Sunset Avenue hinunter. Und ich würde dich an mich drücken in etwa so wie ein Klammer Affe und dir sagen wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich vermisst habe. Dann würden wir uns küssen, ich hätte irgendwann deinen ganzen Lippenstift am Mund und wäre verdammt glücklich. Sie starrte kichernd in ihre Schale. Doch dann stellte sie erschrocken fest, dass ihr Lachen zu einem schluchzen wurde und sie begann zu weinen. Verdammt, nicht schon wieder. Bitte weine nicht, Kylie, bitte. Himmel, ich kann es nicht ertragen, dich leiden zu sehen und nichts dagegen tun zu können. Kate stellte die Eisschale auf den Boden und rückte näher an Kylie heran. Er legte ihr eine Hand um die Taille und zog sie an sich, sodass sie das Gesicht an seinem Hals vergraben konnte. Bitte, ich das möchtest, okay, aber sei bitte nicht traurig. Sag mir, dass ich gehen soll und ich verschwende. Ich will nicht, dass du gehst, gestand sie ihm leise. Sie wollte sich einfach nur an ihn drücken und alles andere vergessen. Er nahm ihr die Eisschale ab und stellte sie auf seine. Dann rutschte er näher an sie heran und küsste ihren Hals und ihr Ohr. Sag mir, dass ich aufhören soll und ich tue es. Ihr stockte der Atem. Ich möchte auch nicht, dass du damit aufhörst. Er legte ihr die Finger der rechten Hand unter das Kinn und hob ihren Kopf an, bis sie ihn ansah. Sag mir, dass ich dich nicht lieben soll. Auch das konnte sie ihm nicht sagen. Oh, Kate. Das ist kein Nein, erkannte er. Ich liebe dich, gab sie zu. Aber ich sitze in der Falle, Kate. Sie schüttelte den Kopf und erkannte erneut, wie hoffnungslos ihre Lage war. Ich liebe dich, ich möchte mehr als alles andere, dass wir zusammen sind, aber die Umstände lassen das einfach nicht zu. Ich will dir nicht zur Last fallen. Meinst du finanziell, hakte er nach. Sie erstarrte. Du, woher? Carmela hat erwähnt, dass die Plattenfirma einige fiese Klauseln in deinen Vertrag eingebaut hatte. Dasselbe hatten sie mit Daphne gemacht. Er grinste breit. Daher musste ich mir mal eben eine Plattenfirma kaufen. Du hast was getan? Ihr Herz schlug schneller. Ich habe das Label gekauft. Dann habe ich mir die Verträge angesehen und festgestellt, dass sie ziemlich unangenehm waren. Daphne ist jetzt in besseren Händen und ich habe dir das hier mitgebracht. Er zog einen Umschlag aus der Jackentasche. Ihr Magen revoltierte. Ich will dein Geld nicht, Kate. Das ist ja schön, aber das ist nicht mein Geld. Es ist deins. Er drückte ihr den Umschlag in die Hand und sie öffnete ihn vorsichtig. Darin war ein Scheck der Plattenfirma über exakt die Summe, die man ihr für Daphnes ausgefallene Konzerte berechnet hatte. Wie? Ich sagte ja bereits, dass mir das Label jetzt gehört. Einen Augenblick später korrigierte er sich. Naja, mir gehört der Großteil der Anteile, aber darauf bestanden, dass wir diesen Fehler wieder gut machen. Danke. Wie betäubt starrte sie den Scheck an. Du musst mir nicht danken, erklärte Kate. Rede mit mir, erkläre mir, warum du weggelaufen bist. Er nahm ihre rechte Hand in seine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal beiläufig erwähnt habe, wie reich ich bin, oder? Du hättest zu mir kommen können. Ich hätte dir das Geld gern gegeben. Sie zuckte zusammen und rückte von ihm ab. Genau das ist doch das Problem. Ich will keine Almosen. Ich will dir nicht zur Last fallen. Da ist dieses Wort schon wieder, stellte er mit harter Stimme fest. Ich weiß wirklich nicht, wie du auf die Idee kommst, jemand könnte es als Last ansehen, jemanden zu unterstützen, den man auf mehrere tausend Dollar verklagen, mehrere hunderttausend, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann trifft es sich ja gut, dass ich Milliardär bin. Er schüttelte den Kopf. Hier geht es doch nicht um Geld. Sag mir, was los ist, Kylie, lass es mich verstehen. Kylie starrte den Scheck an und sah Kate dann in die Augen. Ich habe dir doch erzählt, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, Ja, das hast du. Tja, sie hatte ganz trockene Lippen und leckte mehrmals darüber. Irgendwie war sie auf einmal sehr nervös. Meine Nana ist kein besonders glücklicher Mensch. Ihr Mann ist gestorben, als sie 50 war und zehn Jahre später starb auch noch ihr einziges Kind. Als sie mich also geerbt hat, war ich zehn Jahre alt und sie konnte nicht wirklich etwas mit mir anfangen. Außerdem hatte ihr Mann keine Lebensversicherung, ebenso wenig wie meine Eltern, daher musste sie sich nicht nur um mich kümmern, sondern sich auch zum ersten Mal in ihrem Leben einen Job suchen. Das hat sie gehasst. Und deshalb hat sie auch mich gehasst. Allein bei der Erinnerung drehte sich Kylie der Magen um. Sie hat mich immer daran erinnert, dass ich fett und hässlich bin und dass sie nur meinetwegen zwei Jobs machen musste. Ich war nicht so wie meine Mutter, die wunderschön klug und dünn gewesen ist. Und als ich älter wurde, habe ich beschlossen, dass ich nie wieder jemandem so zur Last fallen würde, wie ich ihr zur Last gefallen bin. Sie lächelte kurz. Willst du auch den ironischen Teil hören? Als ich gerade mal zwanzig Jahre alt war, bekam Großmutter Sloan eine ausgemachte Demenz. Sie muss in einem abgeschlossenen Pflegeheim bleiben und rund um die Uhr versorgt werden, weil sie die Gegenwart einfach nicht mehr wahrnimmt. Jetzt ist sie mir eine Last. Sie lachte verbittert auf. Und dazu noch eine verdammt teure. Es ist nicht gerade einfach, für uns beide genug Geld zu verdienen und da sie nicht mehr arbeiten kann, bleibt die ganze Verantwortung an mir hängen. Oh, Kylie. Er nahm ihre Hand. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Hat dich denn während deiner Kindheit niemand lieb gehabt? Sie zuckte mit den Achseln und hätte jetzt gern das Thema gewechselt. Meine Eltern, bei ihnen habe ich mich nie gefühlt, als wäre ich unerwünscht. Und ich hatte immer Freunde in der Schule, aber nach dem Tod meiner Eltern war es hart, weil Großmutters Lohn Kylie gehasst hatte. Was für eine Last, so nutzlos, seht nur, wie fett sie Sie versucht nicht einmal etwas aus sich zu machen. Ich kann nicht glauben, dass ich mich um sie kümmern muss. Ich hätte das Jugendamt anrufen und sie ins Heim stecken sollen, aber man kümmert sich nun mal um seine Familie, wie schrecklich sie auch sein mag. Sie ist meine Bürde, meine fette kleine Verantwortung, die dafür sorgt, dass ich nie wieder glücklich sein werde. Kate begriff waren. Du hast gesagt, dass dein Ex dich auf die Straße gesetzt hätte. Hat das auch irgendwas mit ihm zu tun? Mann, ich kann meine Probleme anscheinend nicht gerade gut verbergen. Hast du Angst, dass ich dir dasselbe antun könnte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so etwas tun würdest, sagte Kylie. Andererseits hätte ich mir das bei ihm auch nie vorstellen können. Ich will, ich will einfach niemandem mehr zur Last fallen. Sie rieb sich die Stirn. Immer wenn sie von ihrer schmerzhaften, schlimmen Vergangenheit sprach, bekam sie Kopfschmerzen. Aber sie musste ihm das erzählen. Er musste verstehen, dass nicht er das Problem war, sondern sie. Sie und alles, was sie belastete. Ich hätte niemals. Aber du hast mich erpresst, rief sie ihm mit rollmütigem Lächeln ins Gedächtnis. Ich habe mein Höschen bis heute nicht zurückbekommen. Kates Mine wurde traurig. Ich habe dich nur so unter Druck gesetzt, weil ich dich sehen musste. Ich wollte dich in meinem Bett haben. Jetzt, da ich deine Vergangenheit kenne, ist mir klar, dass das ein Fehler war. Es fällt mir so schwer, anderen zu vertrauen, gestand sie ihm. Es fällt mir schwer, nachts schlafen zu gehen und zu wissen, dass alles geregelt worden ist, aber nicht von mir. Weder finanziell noch emotional. Ich möchte selbst die Verantwortung für mein Leben tragen, verstehst du? Sie sah sich in Stars einfachem Apartment um und seufzte. Eigentlich ist es traurig, weil ich Star auch ausnutze. Ich zahle ihr monatlich 200 Dollar, damit ich auf der Couch schlafen kann, wenn ich zu Hause bin und damit meine Post hergeschickt wird. Aber im Grunde genommen dränge ich mich ihr trotzdem auf. Ich bin mir sicher, dass Star das anders sieht, meinte Kate. Sie hilft einer Freundin. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich über deine Gesellschaft freut. Denn was immer du auch denken magst, du bist ein wundervoller Mensch und man ist gern in deiner Nähe, Kylie. Du bist fürsorglich, großzügig und überaus liebevoll. Und mein Leben ist einfach nicht dasselbe, wenn du kein Teil davon bist. Sie sah ihm in seine unglaublich blauen Augen und blickte dann auf den Scheck in ihrer Hand herab. Das hilft mir sehr, gestand sie. Ich wollte mit dem Geld die Kosten für Großmutters Lohns Pflegeheim für das kommende Jahr und meinen Mietanteil bei Star bis zu meinem nächsten Job bezahlen. Ich hätte da einen anderen Vorschlag, sagte Kate und zog sie an sich. Er nahm ihr den Scheck aus der Hand und legte ihn auf den Boden. Dann drückte er sie an sich, sodass ich ihr Busen an seine Brust presste, legte ihr die Arme um die Taille und sein Mund war dem ihren so nah, dass sie schon glaubte, er würde sie küssen. Und der wäre, wollte sie wissen. Ich kenne da ein schönes Stadthaus in Manhattan, in dem ein einsamer Junggeselle wohnt, der gern eine Mitbewohnerin hätte. Angeblich verlangt er einen sehr moderaten Mietpreis, wenn er eine Frau findet, die bereit ist, es mit ihm und all seinem Geld auszuhalten. Er verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. Außerdem ist er viel auf Reisen, daher muss er darauf achten, dass seine Frau während seiner Abwesenheit nicht zu einsam ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie selber einen Job hat, erwiderte Kylie leise und ihr Herz klopfte schneller, damit sie ihren Anteil an der Miete bezahlen kann. Das klingt perfekt, stellte Kate fest. Er will die Miete natürlich an jedem Monatsersten haben, aber dafür wird auch einiges geboten. Was denn zum Beispiel? Tja, er trinkt seinen Kaffee schwarz. Ich habe gehört, dass ein ähnlicher Geschmack bei Getränken sehr wichtig sein soll. Außerdem hat er einen pinkfarbenen Roadster, mit dem er nichts anfangen kann. Ein wirklich sehr großes Bett und eine tolle Dusche. Allerdings keinen Stutzflügel. Sie kicherte, da sie an sein erstes Hotelzimmer mit dem Stutzflügel denken musste. Aber wenn es seiner Mitbewohnerin sehr wichtig ist, könnte er einen besorgen, fuhr Kate fort. Und das Beste ist, dass er gute Kontakte zu allen Krankenhäusern und Pflegeheimen hat und ihr bestimmt dabei helfen kann, das Beste für ihre Verwandte zu finden, damit sie gut versorgt ist. Das ist einer der Vorteile, wenn man Milliardär ist, der sein Geld mit medizinischen Patenten verdient hat. Das klingt ideal, murmelte Kylie. Seine Lippen waren den ihren so nah. Sie sehnte sich danach, von ihm geküsst zu werden. Verdammt, sie hätte ihn am liebsten auf die Couch gedrückt und ihn an Ort und Stelle geliebt. Ich würde ihn nicht unbedingt als ideal bezeichnen, teilte ihr Kate mit. Er ist ein Workaholic und manchmal ein ziemlicher Sturkopf. Außerdem schnarcht er. Sie gluckste. Das stimmt allerdings. Aber er liebt dich wirklich sehr und er ist bereit, alles zu tun, damit du dich in dieser Beziehung wohlfühlst, Kylie. Wenn das bedeutet, dass du mir Miete zahlst und arbeiten gehst, anstatt von meinem Geld zu leben, dann wird es genauso gemacht. Er sah ihr tief in die Augen. Bitte sag, dass du mit mir nach Hause kommst. Kylie hatte große Angst. Sie hatte Angst davor, dass es ein Fehler war, aber noch mehr fürchtete sie sich davor, dass Kate wieder aus ihrem Leben verschwand und sie ihn nie wiedersehen würde. Sagst du mir noch mal, dass du mich liebst? Ich liebe dich, sagte er, beugte sich vor und berührte ihre Lippen ganz leicht mit seinen. Und die Miete beträgt 500 pro Monat. Wieder kicherte sie. Das ist ziemlich viel Geld für einen Schlafplatz auf der Couch. Aber ich habe eine wirklich großartige Couch, erklärte er und küsste sie erneut. Und ein großartiges Bett. Er schob ihr die Zunge in den Mund, berührte damit kurz ihre und zog sich dann zurück. Und eine großartige Küche. Eigentlich bin ich rundherum großartig. Wieder küsste er sie langsam und zärtlich. Aber nur, wenn du bei mir bist. Verdammt, ihr kamen schon wieder die Tränen. Kylie blinzelte mehrmals schnell. Ich liebe dich so sehr. Dann komm mit mir nach Hause. Geh das Risiko ein. Sie nickte und holte Tiefluft. Ja, okay. Ich komme mit. Er strahlte sie dermaßen an, dass es ihr vorkam, als wäre es auf einmal viel heller im Raum. Muss ich dich nicht noch mehr überzeugen? Ich habe extra eine ganze Packung Kondome eingesteckt. Sie musste lachen und fühlte sich auf einmal unglaublich leicht und sorgenfrei. Langsam knöpfte sie ihm das Hemd auf. Sie wollte diesen Mann so sehr und sie genoss es, dass er sie ebenso begehrte. Soweit ich weiß, kommt meine Mitbewohnerin frühestens in zwei Stunden wieder nach Hause. Dann sollten wir auch zusehen, dass sich die Miete für diese Couch gelohnt hat, stellte er fest und küsste sie leidenschaftlich. Plötzlich war alle Verspieltheit verschwunden und die Begierde flackerte auf. Kate verschlang sie förmlich und Kylie wimmerte, als sie seine Zunge spürte. Er legte ihr eine Hand an die Brust, umfing sie und rieb die Brustwarze durch den Stoff ihres Oberteils hindurch. Sie stöhnte und zerrte an seinem Hemd. Ich will deine Haut spüren, Kate. Ich brauche dich so sehr. Dann hör auf, mich ständig zu verlassen, murmelte er an ihrer Haut. Ich gehöre ganz dir. Ich werde dich nie wieder verlassen, versprach sie ihm. Er sah sie fragend an. Okay, ich werde versuchen, dich nie wieder zu verlassen, korrigierte sie sich grinsend. Und wenn ich das nächste Mal ausflippe, verrate ich dir auch den Grund dafür. Versprochen. In Ordnung, erwiderte er und hörte nicht auf, ihre Brustwarze zu streicheln, die immer steifer wurde. Und jetzt muss ich deine wunderbare Haut mit Küssen bedecken, erklärte er. Sieh dich für mich aus. Sie kam seiner Bitte hastig nach, da sie es kaum erwarten konnte, seinen Körper auf sich zu spüren und ihn zwischen ihren Beinen zu haben. Wie lange war es her, dass sie zum letzten Mal miteinander geschlafen hatten? Zu lange, beschloss sie. Sie verzog das Gesicht, als sie ihren praktischen, beigefarbenen, hässlichen BH und ihren Baumwollslip entblößte. Ich hatte nicht mit Gesellschaft gerechnet, erklärte sie. Wenigstens hatte sie sich die Beine rasiert. Du könntest Lumpen tragen und wärst für mich trotzdem die schönste Frau der Welt, stellte er fest. Und als sie sein ernstes Gesicht sah, glaubte sie ihm sogar. Es fiel ihr nicht schwer, sich hübsch zu fühlen, wenn ein Mann wie Kate sie anstarrte, als wäre sie ein kostbares Kunstwerk. Aber dann war sie nackt und er hatte auch nicht mehr viel an und ihre Kleidung lag irgendwo auf dem fadenscheinigen Teppich in Stars Wohnzimmer. Endlich konnte sie Kates wundervolle, muskulöse, nackte Brust berühren, lecken und liebkosen. Das tat sie auch und tat ihre Freude darüber, ihn anfassen zu können, murmelnd kund und stöhnte, als er sie streichelte. Wie immer schenkte er ihren Brüsten besondere Aufmerksamkeit, erschien sie zu lieben, obwohl sie nicht fest und knackig waren, sondern viel zu groß. Wie alles an Kylie. Aber bei ihm fühlte sie sich trotzdem schön, und als er sie mit leuchtenden Augen ansah und die Lippen öffnete, um ihre rechte Brustwarze in den Mund zu nehmen, hatte sie sich nie heißer gefühlt. Kondom, verlangte sie. Jetzt! Er nickte, beugte sich nach unten und kramte in seiner Kleidung herum. Einen Augenblick später hielt er triumphierend ein eingepacktes Kondom hoch. Darf ich? fragte sie. Allein bei der Vorstellung, ihm das Kondom über das erigierte Glied zu streifen, wurde sie schon feucht. Das heiße Glitzern in seinen Augen war ihr Antwort genug. Er reichte ihr das Päckchen und sie öffnete es und nahm vorsichtig das Kondom heraus. Es war leicht schlüpfrig vom Gleitmittel und ihre Finger zitterten vor Lust so sehr, dass sie es auf den Boden fallen ließ. Direkt in eine der Schalen mit dem schmelzenden Eis. Kylie starrte es erschrocken an und kicherte dann. »Huston, wir haben ein Problem.« »Haben wir das?«, fragte er und drückte das Gesicht wieder gegen ihre Brüste. »Oder nimmst du noch die Pille?« »Ohne Kondom?« Bei diesem Gedanken atmete sie noch schneller. Kate mit Kondom war schon gut, aber Kate ohne Kondom war noch viel überwältigender. »Ja, ich nehme noch die Pille.« »Dann können wir ja...« Er sprach nicht weiter und stellte mit seinem Blick die Frage, während er weiter ihre Brüste küsste und leckte. Sie nickte und griff nach ihm, während sie sich auf die Couch sinken ließ. Die Kissen um sie herum wackelten bei ihren Bewegungen, aber das war egal. Nichts war mehr wichtig, wenn Kate auf ihr lag. Er schob ihre Beine mit den Knien auseinander, legte sich dazwischen und drückte seinen Penis gegen ihre Scheide, um damit ihre Schamlippen zu spreizen und ihre Klitoris zu reiben. Kylie stöhnte. »Meine süße Kylie,« murmelte Kate, »so feucht für mich. Ich liebe dich so sehr.« »Ich liebe dich auch,« erwiderte sie mit zittriger Stimme. Dann drang er in sie ein und sie keuchte auf, weil er so groß und sie so eng war. Sie spreizte die Beine noch weiter und seine Hüften passten perfekt dazwischen. Dann bewegten sie sich im Einklang miteinander. Kylie hob die Hüften an, wenn Kate in sie eindrang, und schon bald spürte sie, wie sie dem Höhepunkt näher kam. Sie klammerte sich begierig und atemlos an ihn und schrie seinen Namen, während er sich in sie hineinstieß. Als sie kam, schrie sie laut auf, und einige Sekunden später kam er ebenfalls. Er penetrierte sie noch einige Male und blieb dann auf ihr liegen, ebenso ermattet, verschwitzt und befriedigt wie sie. Es war perfekt. Kate war reine, völlige Perfektion. Von den dunkelblonden Wimpern an seinen wundervollen Augen, über die schönen Locken, die jetzt vom Kopf abstanden, bis zu der Art, wie er ihren Hals küsste, ihren Arm, ihre Haut, jede Stelle, die er erreichen konnte, obwohl sie doch beide gerade gekommen waren. Perfektion. Ihre Perfektion. Ich liebe dich, sagte sie ihm noch einmal. Nur weil ihr danach war. Und weil sie es konnte. Weil sie jetzt zusammen waren. Weil er ihr nichts vorwerfen würde und weil sie ihm nie zur Last fallen konnte. Sie würde keine unerwünschte, ungebrauchte Last sein. Denn als er sich neben sie legte und auf der schmalen Couch an sie kuschelte, wurde ihr eines klar. Jemandem zur Last zu fallen, hatte nichts mit Liebe zu tun. Solange die Liebe da war, würde es keine Verbitterung geben, sondern nur das Bedürfnis zu helfen. Vielleicht war es das, was ihr die ganze Zeit gefehlt hatte. Möglicherweise war das der Grund dafür, warum sie jetzt, in Kates Armen, keine Angst mehr hatte. Zwei Wochen später. Kylies Hand fühlte sich in Kates schweißnass an, als sie den Nachtclub betraten. Bist du dir sicher, dass deine Freunde mich kennenlernen wollen? fragte sie zum hundertsten Mal an diesem Abend. Sie war während des Essens unruhig und besorgt gewesen und hatte immer wieder ihr Make-up überprüft, obwohl sie in seinen Augen perfekt aussah. Aber er wusste, dass es seiner Kylie gelegentlich an Selbstvertrauen mangelte und sie an diesem Problem arbeiten musste. Er würde sie einfach weiterhin lieben und ihr das Gefühl geben, dass sie so wunderschön war, wie er sie sah. Nicht, dass ich das nicht sowieso tun würde, dachte er grinsend und drückte ihre Hand. Und er würde es mit Freuden jeden Tag für den Rest seines Lebens tun. Den Umzug von Kylie und Großmutter Sloan nach New York zu organisieren, hatte die wohl schönste Woche seines Lebens geprägt. Zwar war ihm Großmutter Sloan nicht besonders sympathisch, nicht nach den Geschichten, die Kylie ihm erzählt hatte, aber die verwirrte alte Dame tat ihm auch leid. Sie hatten sie in einem der besten Pflegeheime untergebracht, die Kate kannte, und er hatte seinen Einfluss geltend gemacht, um einen Rabatt auszuhandeln, da Kylie darauf bestand, die Pflegeheimrechnungen selbst zu bezahlen. Damit hatte er kein Problem. Sie sollte alles von ihrem eigenen Geld bezahlen, solange sie nicht bereit war, seins auszugeben. Tatsächlich empfand er es sogar als erfrischend, mit jemandem zusammen zu sein, der ihn nicht jedes Mal erwartungsvoll ansah, wenn im Restaurant die Rechnung kam. Eigentlich neckte und verspottete Kylie ihn sogar manchmal wegen seines Reichtums. Sie hatte einen Lachkrampf bekommen, als er ihr sein Stadthaus in Manhattan und den Monet, einen echten, über dem Kamin gezeigt hatte. Was ist, gab es gerade keine Picassos, als du die Wohnung eingerichtet hast? hatte sie gelästert. Waren die Van Goghs im Museum ausverkauft? Für diese Bemerkung hatte er sie direkt ins Bett verfrachtet. Sie hatte ihn auch wegen der Bettwäsche mit 1000er Fadendichte aufgezogen und gefragt, ob eine Fadendichte von 300 für einen Milliardär nicht ausreichte. Außerdem hatte sie über sein mit Marmorkacheln gefließtes Bad gespottet und all die anderen kostspieligen Dinge in seiner Wohnung. Kylie war sparsam, hatte sie erklärt, und wenn sie zusammen wohnen wollten, dann musste er sich daran gewöhnen, von Billigmarken-Lebensmitteln zu leben und im Supermarkt einzukaufen, da sie es nicht einsah, 80 Dollar für ein Handtuch auszugeben. Auch damit hatte er kein Problem. Es wäre ihm sogar egal gewesen, wenn sie überall Plastikmöbel und rote Plastiktrinkbecher aufgestellt hätte. Solange sie jede Nacht in seinen Armen lag, war ihm alles recht. Kate zog es ohnehin vor, sein Geld zu sparen. Er hatte viel zu viel, als dass es ein Mensch allein ausgeben konnte, und das hatte er Kylie öfter als einmal gesagt. Ihre Augen strahlten dann immer so, dass er kurz davor war, sein ganzes Geld zu verschenken. Das tat er natürlich nicht, da er seine Frau auch verwöhnen wollte, ob es ihr nun gefiel oder nicht. Sie waren beispielsweise an diesem Abend in einem der teuersten Restaurants von New York gewesen, weil Kate ein wenig mit Kylie angeben wollte. Er hatte einen nicht ganz so teuren Wein bestellt, damit sie sich nicht verpflichtet fühlte, die ganze Flasche zu leeren und sie nicht in die Speisekarte sehen lassen, damit sie sich nicht über die Preise aufregen konnte. Trotzdem konnte er die Vermutung nicht abschütteln, dass sie sparen wollte, als sie Hühnchen anstelle von Hummer bestellte. Aber das war in Ordnung. Er überredete sie ebenso wie er, einen Nachtisch zu bestellen, nur damit er ihr hinterher die Schokolade von ihren dekadent vollen Lippen lecken konnte. Jetzt war es Zeit für das wöchentliche Treffen der Bruderschaft, und er nahm Kylie mit, damit er sie seinen Freunden vorstellen konnte. Sie wusste nicht, dass es sich dabei um eine geheime Gesellschaft handelte. Allerdings war sie auch schon längst nicht mehr so geheim, seitdem Gretchen regelmäßig dort auftauchte und sich auch die anderen Männer angewöhnt hatten, gelegentlich ihre Frauen oder Verlobten mitzubringen. In der letzten Woche hatte Audrey einen genialen Vorschlag gemacht, den die Männer unbedingt umsetzen wollten, und Kate war gespannt auf das Resultat. Als er Kylie in den Club und im hinteren Teil durch den Flur führte, fuhr sie sich mit einem Finger über die Unterlippe und überprüfte noch einmal ihr Make-up. »Du siehst gut aus, Liebling«, versicherte er ihr. »Besser als gut. Einfach wunderschön.« Das stimmte auch. In dem schwarzen Mantelkleid, das unter ihren Brüsten gewickelt war, kam ihre herrliche Stundenglasfigur hervorragend zur Geltung, und es betonte ihre wundervollen Brüste. Sie hatte die Spitzen ihrer blonden Haare erneut rot gefärbt, und es hing ihr in herrlichen Wellen bis auf den Rücken. Aber sie sah ihn unsicher an. »Werden die anderen nicht erwarten, dass du mit Daphne kommst? Schließlich habt ihr beide eine gemeinsame Vergangenheit.« Beschäftigte sie das immer noch? Kate lächelte sie an und stellte sich die Reaktion der anderen vor, wenn er tatsächlich mit Daphne hergekommen wäre. »Ich glaube eher, sie hätten meine geistige Gesundheit infrage gestellt, wenn ich sie mitgebracht hätte. Keiner von ihnen war der Ansicht, Daphne und ich würden zusammengehören, und sie können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, ganz im Ernst.« »Gilt das auch für Daphnes Schwestern?«, fragte sie skeptisch. »Insbesondere für sie«, versicherte Kate ihr. »Wenn sie die forsche Gretchen und die effiziente Audrey erst einmal kennengelernt hatte, wurde sie begreifen, dass sie sich völlig umsonst Sorgen machte. Die beiden waren Daphne überhaupt nicht ähnlich. Kylie drückte seine Hand und er musterte sie. Sie schaute den Korridor entlang, an dessen Ende Hunters riesiger Bodyguard stand und die Kellertür bewachte. »Ich erledige das«, sagte er und näherte sich der Tür. Er wusste, dass der Mann ihn erkannte, aber er machte dennoch das Signal der Bruderschaft, da er einen Gast bei sich hatte. Er strich mit zwei Fingern über seine Schulter und legte sie dann auf das Tattoo der Bruderschaft auf seinem Bizeps. Der Wachmann nickte und trat zur Seite. »Komm, Liebes«, bat Kate die zögernde Kylie. Sie folgte ihm mit weit aufgerissenen Augen. Von unten drangen bereits Gesprächsfetzen zu ihnen herauf. Von rechts der Treppe hörte er May Lees Südstaatenakzent sowie Gretchens lauteren, ungestümeren Tonfall. Auf der linken Seite war Reese zu vernehmen, der sein Blatt nannte. Sie hatten bereits ohne ihn angefangen. Das war in Ordnung. Er wusste, dass Kylie und er spät dran waren. Und als er die Treppe herunterkam, nahm er die Veränderung lächelnd zur Kenntnis. Der riesige Kellerraum der Männer war genau in der Mitte geteilt worden. Auf einer Seite hatte man eine Wand hochgezogen und aus dem neu geschaffenen Raum waren die Stimmen der Frauen zu hören. Die Wände des Männerraums waren dunkelgrün gestrichen, während der neue Frauenraum rosafarbene Wände hatte. Darin stand ein identischer Kartentisch mit sechs Stühlen und er konnte sehen, dass in beiden Räumen derselbe Wagen mit Alkohol und Erfrischungen stand. Sie hatten den Damen einen eigenen Club gegeben, damit sie nicht immer den der Männer sprengten. Dieser Vorschlag war bei allen auf Begeisterung gestoßen. Bevor er Kylie zu den Frauen führte, wollte er sie den Männern vorstellen. Seinen Brüdern. Daher drückte er ihre Hand, um sie zu beruhigen, und geleitete sie an den Tisch, an dem die Männer saßen. Als sie hereinkamen, wurden fünf Stühle nach hinten geschoben und die Männer standen auf. Kate war stolz, als er seine Freunde erblickte, fünf der einflussreichsten Männer der Welt, und sie alle standen auf, um Kylie zu begrüßen. Sie lächelten sie freundlich an, aber ihm entging nicht, dass Reese ihre Figur anerkennend musterte. Dafür hätte er Reese am liebsten eine Kopfnuss gegeben, da ihn eine nicht unangenehme Eifersucht überkam. »Leute, das ist Kylie. Kylie, das sind meine Brüder.« Sie lächelte sie ebenso charmant wie schüchtern an. »Hallo.« »Freut mich, dich kennenzulernen,« begann Logan, wurde jedoch von einem lauten Schrei unterbrochen. »Sie sind hier,« hörte Kate Gretchen brüllen. »Alle raus! Wir müssen das Frischfleisch unter die Lupe nehmen!« Die Frauen stürmten in den jetzt viel kleineren Raum der Männer, und während der folgenden halben Stunde lief alles recht chaotisch ab. Er stellte Kylie seinen Freunden paarweise vor. Da waren Hunter und Gretchen, die darauf bestanden, sie als erste zu begrüßen, was vor allem Gretchen zu verdanken war. Kate merkte, dass es Kylie ein wenig unangenehm war, Gretchen zu sehen, die Daphne sehr ähnlich sah. Aber als Gretchen sie umarmte und freudig »Kates neue Freundin!« kreischte, entspannte sich Kylie sichtlich. Danach stellte er ihr May Lee und Griffin vor, da May Lee dank ihres Südstaaten-Charmes jeden um den Finger wickelte und Griffin ein wenig lockerer geworden war, seitdem sie zusammen waren. Bronte, Logans frisch Angetraute, zitierte etwas Prägnantes über Freundschaften, und Violet und Jonathan waren höflich und freundlich. Jonathan warf Kate einen langen, vielsagenden Blick zu, als er Kylie sah. Er wusste alles über Kates langjährige, unglückliche Liebe zu Daphne, und es war offensichtlich, wie sehr er sich freute, dass Kate endlich darüber hinweg war. Danach traten Reese und die hochschwangere Audrey vor. Kylie stutzte, als sie Audrey sah, die sofort eine Hand hob. »Ich weiß, das höre ich öfter«, meinte sie trocken. »Wir sind Zwillinge.« »Ich...« »Oh«, Kylie biss sich auf die Unterlippe und sah Kate hilflos an. »Freut mich, dich kennenzulernen.« »Bist du dir sicher?«, hakte Audrey nach. »Es ist dir vermutlich unglaublich unangenehm, da meine Schwester dir einen Blumentopf an den Kopf geworfen hat. Kate hat uns alles darüber erzählt.« »Sie war ziemlich außer sich«, meinte Kylie mit sanfter Stimme. »Ich werfe es ihr nicht vor.« »Dann bist du ein besserer Mensch als ich«, stellte Audrey fest und tätschelte ihren Bauch. »Können wir uns jetzt setzen? Mein Rücken bringt mich noch um.« »Aber natürlich«, erklärte Kate und eilte in den Damenraum, um einen Stuhl für sie zu holen. Die Frauen gingen wieder in ihren Bereich und plauderten miteinander. May Lee hatte sich bereits bei Kylie untergehakt und bewunderte ihre Frisur und ihr Make-up und Gretchen hörte gar nicht mehr auf zu plappern. Kylie lächelte noch immer, wirkte aber nicht mehr hilflos oder unsicher, sondern entspannt. »Danke, dass du sie mitgebracht hast, Kate«, sagte Audrey und ließ sich auf ihren Stuhl sinken. »Ich bin so froh, dass du zur Ruhe kommst und glücklich bist.« »Fast habe ich schon befürchtet, dass Stephanie dafür sorgt, dass du für den Rest deines Lebens unglücklich und neurotisch bist.« »Ich hatte auch schon beinahe damit gerechnet«, gab Kate zu. »Doch dann habe ich Kylie kennengelernt und über Nacht hat sich alles verändert.« Audres Miene wurde sanft und sie lächelte ihn an. »Wie bei mir und Reese.« »Genau«, stimmte er grinsend zu. Er ging um den Tisch herum und küsste Kylie, die jetzt zwischen May Lee und Gretchen saß. »Ist alles in Ordnung? Kann ich dir etwas bringen?« »Es geht ihr gut«, stellte Gretchen fest und winkte ab. »Hör auf, sie zu bemuttern.« Kylie musste grinsen. »Es geht mir wirklich gut. Danke, Schatz.« Sie strahlte ihn an. »Geh dich amüsieren.« »Okay«, sagte Audrey, nachdem er den Raum verlassen hatte. »Der erste Tagesordnungspunkt des Damenclubs? Die Farbe der Wände in diesem Raum.« »Hört, hört«, rief Gretchen. »Wer in aller Welt hat sie pink streichen lassen?« Kichernd schloss Kate die Tür hinter sich. »Das mit dem Damenclub ist genial«, meinte Griffin zu Kate, als der sich auf seinen angestammten Platz zwischen Reese und Jonathan setzte. »Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich May Lee zu Hause zurücklassen musste und wusste, dass es mit euch spät werden würde.« »Und jetzt können wir endlich in Ruhe karten«, spielen, stimmte ihm Jonathan zu. Genau in diesem Augenblick heilte ein lauter Schrei aus dem Damenraum herüber. »Der Verlierer zieht den BH aus«, brüllte Gretchen. »Eure Einsätze bitte!« Bei den Männern herrschte Schweigen. Nach einigen Sekunden sah Reese Jonathan fragend an. »Was hast du gerade gesagt?« Kate grinste nur. »Er hatte irgendwie das Gefühl, dass ich Kylie mit den anderen Frauen gut verstehen würde.« »Wir sollten ebenfalls spielen.« »Wo wir gerade von BHs sprechen«, begann Reese. »Darf ich in unser aller Namen sagen, dass du die offensichtliche Wahl getroffen hast, Kate?« Reese machte eine Geste vor der Brust, um Kylies Brüste nachzuahmen. »Ich meine, verdammt noch mal. Ich dachte, Audrey hätte schon ordentlich Holz vor der Hütte, aber du hast da einen Glücksgriff gelandet, Bruder.« »Ich bin sehr froh, dass du dich noch daran erinnerst, zu wem sie gehört«, erwiderte Kate und zog seine Pokerchips zu sich heran. »Denn jetzt muss ich dich doch nicht umbringen.« Logan warf seinen Einsatz in die Tischmitte und hob sein Glas. »Könn jemand Kate was zu trinken eingießen, damit wir diese Sitzung endlich beginnen können?« Einen Augenblick später stand ein Glas Whisky vor ihm und die Männer hoben ihre Gläser, die zum Teil mit Wasser und zum Teil mit Alkohol gefüllt waren. Sie stießen an und rezitierten das Motto, das sie durch das College, jahrelange harte Arbeit, finanzielle Erfolge und jetzt die Liebe begleitete. Das Motto hatte sie zu den Männern gemacht, die sie heute waren. »Fratres in Prosperitum«, sagten sie. Als Kate sich am Tisch umsah, hatte er sich seinen Brüdern nie näher gefühlt. Das Leben war gut. Das Leben war sogar sehr, sehr gut. Epilog Sechs Monate später »Himmel, würdest du endlich aufhören, so rumzuzappeln?« rief Kylie und beugte sich vor, um noch mehr Glitzer auf die Augenlider aufzutragen. »Du kannst einfach nicht still sitzen, was?« Der Mann, der vor ihr auf dem Stuhl saß, schmollte. Das sah ziemlich witzig aus, da er eine pinkfarbene Federboah und Schuhe mit sehr hohen Absätzen trug. »Tut mir leid.« »Es muss dir nicht leid tun«, meinte Kylie grinsend. »Sitz einfach ruhig und halt still, damit ich deine Augen schminken kann.« Gehorsam schloss die Dragqueen die Augen und beugte sich vor. »Mach einfach Glitzer drauf und dann kann die Show beginnen.« Einige Minuten später hatte sie den dunkelhaarigen, schlanken jungen Mann mit dem Dreitagebart in seine Bühnenrolle verwandelt. An diesem Abend testeten sie ein neues Make-up und Kylie stellte zufrieden fest, dass es Karl alias Carla der Französin hervorragend stand. »Das gefällt mir. Was meinst du?« Er schlug die Augen auf und musterte kritisch sein Spiegelbild. »Zu will ich Glitzer«. Sie betrachtete ihn, nickte und tauchte den Pinsel wieder in die Farbe. »Mehr Glitzer kommt sofort.« Während der letzten beiden Monate hatte Kylie bei der beliebten Dragshow Off-Broadway gearbeitet und sie musste zugeben, dass sie diesen Job liebte. Es gab kein Publikum, das eine größere Bewunderung für Make-up hatte als die Dragqueens, dachte sie, und tupfte noch mehr Glitzer auf Karlas Lieder. Es kam ihr ein bisschen so vor, als wäre sie nach Hause gekommen. Die Dragqueens liebten ihr Make-up, sie liebten Kylie und sie liebten es, mit neuen und dramatischen Looks zu experimentieren, was Kylie ebenfalls großen Spaß machte. Außerdem waren die Männer einfach großartig, witzig und süß, und bisher hatte ihr keiner einen Blumentopf an den Kopf geworfen. Es war völlig anders als bei ihrem letzten Job. Als sie fertig war, lehnte sie sich zurück, damit Karl, Carla ihr Werk bewundern konnte. »Gut gemacht, Schätzchen.« »Danke.« »Und jetzt geh da raus und hau sie um.« »Das mache ich doch immer«, erklärte Carla, die Französin, und stand mit wogender, pinkfarbener Federboah auf. Kylie grinste und räumte ihren Schminktisch auf. Sie konnte jetzt alles wegpacken und sich zurücklehnen, da das Make-up für den Abend fertig war, aber sie ließ immer ein paar Schwämme und Abschminktücher für die Männer da, damit sie sich nach der Show wieder reinigen konnten. Die Sachen, die sie früher benutzt hatten, taugten nichts, und Kylie war sehr daran interessiert, dass ihre Leinwände – und die Männer zählten als solche – gut behandelt wurden. Sie räumte gerade das letzte Fläschchen weg, als jemand an die Tür des winzigen Schminkraums klopfte. »Klopf, klopf«, sagte Tessa, die Bühnenmanagerin. »Du hast Besuch.« Kylie blickte auf und schnappte nach Luft. In der Tür stand Daphne Petty, der Weltstar, in Begleitung eines Mannes, den Kylie nicht kannte. Die vergangenen sechs Monate waren für Daphne nicht leicht gewesen. Kylie hatte sie nicht gesehen, aber sie wusste aus Kates Berichten, dass der Entzug verdammt anstrengend war. Die Medien hatten ihr auch zugesetzt, da sie stets darauf aus waren, sie bei einem Fehltritt zu erwischen. Als sie vor drei Monaten die Klinik verlassen und zugenommen hatte, waren die Klatschspalten voll davon gewesen. Es verging nicht ein Tag, an dem kein negativer Kommentar über Daphne irgendwo auftauchte. Aber sie sah richtig gut aus. Daphne musste seit dem letzten Mal, als Kylie sie gesehen hatte, gute zehn Kilo zugenommen haben, vielleicht sogar noch mehr. Ihr Gesicht wirkte nicht mehr so ausgemärgelt und sie sah ihrer Zwillingsschwester Audrey jetzt viel ähnlicher. Sie trug eine braune Perücke mit dichtem Pony und war nicht geschminkt. Ihr Körper war nicht länger spindeldürr, sondern viel kurviger in dem schlichten schwarzen Pullover und der Jeans. Sie lächelte Kylie verlegen an. Hi, lange nicht gesehen. Oh, wow, rief Kylie und stand auf, um Daphne zu umarmen. Es ist so schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Sie legte die Arme um Daphne und drückte sie einen Augenblick an sich, wobei sie sich darüber freute, dass sich Daphne nicht mehr so zerbrechlich anfühlte und dass sie Kylies Umarmung erwiderte. Es geht mir super, antwortete Daphne, nachdem sie sich voneinander gelöst hatten. Und ich sollte dir vermutlich Wesley vorstellen. Er ist mein Lebensberater, Schrägstrich Bodyguard, Schrägstrich Aufpasser, dass ich die Finger von schlimmen Dingen lasse. Sie deutete auf den Riesen hinter sich. Kylie beäugte den Mann. Er war mindestens 1,85 Meter groß, hatte den Körper eines Profi-Wrestlers und sah sehr streng aus. Sie gab ihm die Hand. Freut mich. Ganz meinerseits. Er sah sich im Raum um und stellte sich dann beschützend näher zu Daphne, was Kylie sehr süß fand. Es war schön, dass zur Abwechslung mal jemand auf sie aufpasste, anstatt dass man immer nur versuchte, sie vom Weg abzubringen. Und, meinte Kylie, ich bin überrascht, dich hier in New York zu sehen. Sie schob sich eine Locke hinter das Ohr und ärgerte sich darüber, dass sie sich die Haare seit ein paar Wochen nicht mehr gefärbt hatte und die Spitzen langsam verblassten. Aber sie war beschäftigt gewesen. Wenn sie nicht arbeitete, war sie mit den anderen Frauen vom Damenclub unterwegs. Vor allem mit May Lee hatte sie sich sehr schnell angefreundet und die beiden tauschten ständig Rezepte aus. Und wenn sie nicht bei den Ladies war, dann verbrachte sie ihre Zeit mit Kate. Dem großartigen, wundervollen Kate. Kate hatte aufgrund der vielen wohltätigen Organisationen, Stiftungen und seinem Unternehmen Archer Industries viel um die Ohren und musste häufig ins Ausland. Aber er schaffte es dennoch, genug Zeit für sie zu haben, sodass sie sich verwöhnt, geliebt und bewundert fühlte. Manchmal begleitete sie ihn auf seinen Reisen, aber nach drei trockenen, unglaublich langweiligen medizinischen Konferenzen am Stück hatte sie die Lust verloren und war zu Hause geblieben. Aber wenn er weg war, schickten sie sich ständig gegenseitig Nachrichten und Fotos. Das verband sie trotz der räumlichen Trennung, bis er wieder zu Hause war. Und dann verbrachten sie die ganze Nacht im Bett, liebten sich und holten die verlorene Zeit nach. Es war wunderbar. Perfekt. Und als sie Daphne jetzt vor sich sah, die besser aussah und sich auch so anfühlte, war sie nicht etwa misstrauisch und eifersüchtig, sondern freute sich aufrichtig darüber, dass die Sängerin offenbar ihren Frieden gefunden hatte. Ich arbeite an einem neuen Album, berichtete Daphne. Das Label hat Weihnachtslieder vorgeschlagen. Etwas Bodenständiges, das keine lange Tour erfordert. Kylie blinzelte verblüfft. Du willst nicht auf Tour gehen? Oh, sie ist noch lange nicht bereit für eine Tour, schaltete sich Wesley schützend ein. Oh. Das stimmt, bestätigte Daphne und verzog das Gesicht. Die alltäglichen Verlockungen zu ignorieren, fällt mir nicht immer leicht, aber es wird einfacher. Sie tätschelte ihren Bauch. Und ich esse wie ein Scheunendrescher, da mir Wesley das Rauchen verboten hat. Er sah Daphne erneut ernst an, aber Kylie glaubte in seinem Blick auch etwas wie Bewunderung zu erkennen. Rauchen ist die Einstiegsdroge und dann raucht man schnell noch was anderes, schallt er sie. Du hast Karottensticks, wenn du was im Mund haben willst. Hast du das gehört? spottete Daphne. Er hält mich für ein Kaninchen. Kylie konnte nicht aufhören zu grinsen. Daphne sah so glücklich und entspannt aus mit Wesley an ihrer Seite. Und so gesund. Kate ist heute in der Stadt und würde dich bestimmt gern sehen, wenn du heute Abend noch nichts vorhast. Oh. Daphne sah kurz überrascht aus und warf Wes einen schnellen Blick zu. Wir haben Tickets für die Show, aber ich würde mich eigentlich lieber mit Kate treffen. Hast du was dagegen, Wes? Der bullige Mann verschränkte die Arme vor der Brust. Sehe ich aus, als würde ich auf Dragshows stehen? Daphne tätschelte vergnügt seinen Arm. Darauf gebe ich dir lieber keine Antwort. Daphne war so charmant und witzig, wie sie in Kates Erinnerung immer gewesen war. Jetzt, da sie clean war, machte es Spaß, in ihrer Nähe zu sein. Kylie hatte sie mit nach Hause gebracht und Kate überrascht. Und sie war aufrichtig gerührt gewesen, dass er Tränen in den Augen hatte, als er seine langjährige Freundin umarmte. Sie hatten bei ihnen zu Hause zu Abend gegessen. Und anstatt Wein zu trinken und vor dem Feuer zu sitzen, gab es heißen Tee, Anweisung von Wes. Und Daphne und Kate plauderten, erzählten Geschichten aus ihrer gemeinsamen Kindheit. Und Daphne gab einige Tantengeschichten über Audres und Reeses Baby zum Besten. Schließlich umarmten sie sich erneut und Daphne ging, nachdem sie versprochen hatte, in der kommenden Woche erneut zum Abendessen zu kommen, da sie für eine Weile in New York bleiben würde. Danach blieb Kylie mit dem schmutzigen Geschirr und vielen widersprüchlichen Gedanken zurück. Du bist so still, erkannte Kate und legte von hinten die Arme um sie, während sie vor dem Spülbecken stand. Ich habe nur über Daphne und dich nachgedacht, gab sie zu. Überleg doch mal, wenn du sechs Monate gewartet hättest, wärst du jetzt mit der Daphne zusammen, die du immer haben wolltest. Bereust du es, dass du nicht auf sie gewartet hast? Machst du Witze? Kate nahm ihr die Teller aus der Hand und drehte sie zu sich um. Ich liebe dich, Kylie, und ich liebe dich von Tag zu Tag mehr. Sie lächelte ihn sanft an. Ich weiß, aber manchmal kommt die alte Unsicherheit einfach wieder hoch. Seitdem sie mit Kate zusammen war, hatte ihr Selbstvertrauen einen großen Schub bekommen, aber nach der Begegnung mit Daphne brachen dennoch einige alte Wunden wieder auf. Sie hat heute Abend so glücklich ausgesehen. Sie ist auch glücklich, und das freut mich für sie, stimmte Kate ihr zu und drückte Kylie an sich. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, mit Daphne zusammen zu sein. Weder die alte noch die neue Daphne können Kylie das Wasser reichen. Und Kylie ist die Frau, die ich von ganzem Herzen liebe. Sie legte ihm die Arme um den Hals und küsste ihn zärtlich. Ich liebe dich auch, Babe. Nach einem langen Kuss entzog er sich ihr mit einem leisen Lachen. Eigentlich wollte ich dir das Morgen geben, wenn wir uns zum Mittagessen treffen, aber der Zeitpunkt scheint mir jetzt besser zu sein. Er griff in seine Hosentasche und holte eine winzige, blassblaue Schachtel heraus. Sie war von Tiffany's. Kylie riss die Augen auf. Was? Dann muss ich die Blaskapelle für morgen eben wieder abbestellen, meinte er. Da sie sich nicht rührte, klappte er die Schachtel auf und zeigte Kylie den neuen Ring. Er war groß, funkelnd, verziert. Ein riesiger, oval geschnittener Diamant. Heiratest du mich noch einmal? Und dieses Mal richtig? Nicht in Las Vegas, sondern bei einer echten, ehrlichen Zeremonie. Kylie kreischte vor Glück auf. Und das war die Antwort, die er hören wollte. Dann ist das ein Ja? Ja, 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 rief Kylie und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Einhunderttausendmal Ja! Kate strahlte sie an. Dir ist schon klar, dass ich dich immer wieder heiraten würde, Kylie Daniels. Das wusste sie. Oh, wie gut sie das wusste. Er zeigte es ihr in jeder Berührung, jedem Blick, jeder Liebkosung. Und als sie ihm erneut die Arme um den Hals schlang und ihn zu Boden zog, um aus einer spontanen Laune heraus über ihn herzufallen, kam sie sich töricht vor, weil sie ihn einst von sich weggestoßen hatte. Solange Menschen einander liebten, fielen sie sich niemals zur Last. Und sie liebte Kate so sehr, dass sie ihm überall hingefolgt wäre und alles für ihn getan hätte. Irgendwann war ihr nämlich klar geworden, dass genau das die Liebe ausmachte. Da war keine Furcht mehr und auch keine Reue, sondern pures Glück. Und das Glück war für sie Kate Archer, ihr Ehemann. Sie hörten Perfect Passion, berauschend, von Jessica Clare, aus dem amerikanischen Englisch von Kerstin Fricke, gelesen von Julia Stöpel. Auf Wiederhören bei Audible.